Oh, sag mir nicht, da läuft Musik. Nee, eigentlich nicht. Oh, 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 da läuft Musik. Oh, das hat ein Ende. Selbst wenn die Musik angewiesen wäre, hätte ich ja hier nichts verstanden. Guten Tag. Moin. Ist das hier die Tuningflasche oder wie? Ja, das mache ich. Ich möchte gerne sein Auto tun. Den Hammer hier, oder was? Ja, hier der Hammer. Mein Hammer. Da ist doch gar kein Hammer. Ja, hier, das ist ja das Problem. Ja, wenn du keinen hast, kann ich dir den doch nicht tunen. Der hier. Die müssten sie ein bisschen vergrößern. Ja, okay, vielleicht müsstest du dir auch einfach erstmal einkaufen. Ja, kommen sie erstmal ran hier. Vielleicht könnten sie das gute Stück erstmal inspizieren. Da ist ja nichts zum inspizieren. Du sitzt da einfach im Leeren. Ja, doch, hier, mein Hammer. Der ist kein Hammer, wenn, dann würde ich ihn ja sehen. Klar, der Hammer hier. Sehen sie den nicht? Der steht hier auf der Fläche. Ja, schon klar. Na, wirklich? Entweder wolltest du jetzt wirklich ein Fahrzeug tun, ansonsten verschwende bitte nicht meine Zeit. Sie haben Augenprobleme. Geben sie mal das hier ein, ja? Dann sehen sie den Hammer. Oh, no, 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 no. Nee, das gebe ich bestimmt nicht ein. Dann sehen sie den Hammer. Ja, schon klar. Na, wirklich? Mhm. Warten sie mal, ich gucke. Ist das der Hammer? Ja, super. Das könnte der Hammer gewesen sein. Komm, mach dich mal raus aus meiner Werkstatt. Aber ruhig dich, bevor ich... Ey, 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 pass auf, wie du mit mir redest, ja? Du, ich weiß ganz genau, wie ich mit dir rede. Oh, pass bloß auf. Das ist ja nicht anders, ihr wollt. Das ist jetzt unsere Werkstatt. Raus hier. Mhm, schon klar. Hallo, raus hier. Leg das Handy weg. Tila, komm mal bitte zur Werkstatt. Hier sind zwei Schörenfriede, die mal bitte Begleitschutz brauchen. Danke. Hast du gerade deinen Boyfriend gerufen? Nicht meinen Boyfriend. Sondern? Das wirst du dann gleich schon sehen. Wer? Ehemann? Ist das dein Ehemann? Ich brauche keinen Ehemann. Lass mich bitte los. Lass mich los. Das ist ein Überfall. Ja, nix Überfall. Hinsetzen. Ja, ja, komm. Ich bedrohe dich, hinsetzen. Ja, dann bedrohe mich mal. Womit denn? Mit diesem Laubgebläse. Ja. Hinsetzen. Also wenn man schon bedroht, dann sollte man das schon mit sowas hier machen, ne? Wow, wow, okay, okay. Aber der kommt raus aus meiner Werkstatt, aber hurtig. Wow, wow, wow. Alles gut, alles gut. Ja, du wirst schon sehen, was du gleich davon hast. Du kleine Sass. Du. Ja, du wirst schon gleich sehen, was du davon hast. Oh nein, was passiert? Ist sie verhungert? Die hat mich mit einer Waffe bedroht. Dumm gelaufen, ne? Aber ich glaube, die hat jemanden gerufen. Die hat den Sieler gerufen. Wer ist das? Die Outlaws. Das sind die Biker. Meinst du, der kommt alleine oder die kommen zusammen? Ey, die kommen mit mir so nimmer. Oh, dann fahren wir mal weg hier. Ganz schnell. Warte, warte, lass uns mal hier irgendwo verstecken, um zu gucken, ob der auch wirklich kommt. Das würde mich echt interessieren. Mal kurz hier warten, ja? Später. Hallo. Ja, die Herren da hinten können da gleich mal Ding festmachen. Die haben mich gerade in der Werkstatt zusammengeschlagen. Hä, was? Wir sind gerade erst angekommen. Wir wollten den Hummer tunen. Ja, ja, ja. Die können da gleich mal Ding festmachen. Die haben mich in der Werkstatt zusammengeschlagen. Das ist ne Lüge. Mhm. Hä, wir sind vom SWAT. Was laberst du? Wir wollten den Hummer tunen. Ja, schon klar. Können wir den jetzt tunen oder? Ne, Peter, du kannst bei mir nicht tunen. Komm. Nein. Ich fahr jetzt einfach mal rein. Ne, fährst du nicht? Ja, doch. Nein. Ich würde den halt gern tunen. Du tunst dir gar nichts mehr. Warum? Du siehst jetzt zu, dass du ganz schnell Land gewinnst. Warum denn? Wo liegt denn das Problem? Du hast jetzt hier Hausverbot. Ganz einfach. Ey, ich bin vom SWAT. Sie können dem SWAT kein Hausverbot geben. Du bist nicht vom SWAT und ich kann Hausverbot geben, wem ich will. Das ist meine Werkstatt. Nein, das geht nicht. Schau mal vor, jetzt passiert hier was. Wir sind vom SWAT. Klar, wir sind alle vom SWAT. Nein, seid ihr nicht. Würde ich sonst diesen Hummer hier fahren? Früher hätte ich ja gesagt, kassieren Sie, aber heute sage ich, rasieren Sie daher. No, 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 no. Was ist das für eine Scheiße? Ach so, ja, wir haben nur dafür gesorgt, dass die Haare wieder gut aussehen von der Dame. Ihre Haare könnten aber auch besser sein. Warten Sie mal. Na ja, rasieren Sie daher, ne? Rasieren Sie. Sie sehen super aus. Ah, Sie haben auch eine wunderschöne Frisur. Stopp, stopp, halten Sie mal kurz an. Kommen Sie mal mit. Ah, Sie haben wirklich eine wunderschöne Frisur, die Dame. Da vorne, die blauen Haare, die stehen Ihnen aber wirklich sehr gut. Oh, das hat bestimmt sehr lange gebraucht, um das zu färben hier nach der Arbeit, ne? Ah, das war's schon. Das war's schon. Komm, weg, 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 weg hier, weg hier. Schnell. Sie kriegen gar nichts. Markieren wir bitte den nächsten Friseur. Der nächste. Der allernächste Friseur hier in der Gegend, weil die werden da bestimmt hingehen. Ein paar Sekunden später. Ah, wunderbar. Guck mal, wer da drin ist. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Lassen Sie sich gerade die Haare schneiden, oder? Ah, ah, sie haben sich die Haare wieder färben lassen. Mensch, das sieht aber heute schön aus. Oh, haben Sie eigentlich keine Hobbys? Ich bin hier eigentlich geistig behindert oder so. Das ist wirklich eine wunderschöne Frisur, haben Sie toll gemacht. Ja. Der Herr da hinten wollte auch noch. Setzen Sie sich. Ich sage einfach, ihr Huhnsöhne, ohne Witz. Ja, danke, dass Sie heute meinen Friseursalon besucht haben. Das finde ich sehr nett von Ihnen. Geben Sie mir bitte die Handschellen wieder zurück. Ja, die brauche ich nämlich. Oh, oh, hey, hey, hey. Bitte beruhigen Sie sich. Wir gehen, 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 wir gehen. Wir tun nur so. Wir gehen gar nicht. Komm. Warte, 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 warte. Warte gerade eine Minute. Die muss sich die Haare wieder auswählen. Guck mal, wie sauer die ist. Siehst du die mit dem Baisy? Man sieht ja das Licht von dem Auto. Ja, ich weiß. Ich glaube, die sehen das. Ich fahre ein Stück weiter vor, ja, und mache Motor aus. Oh nein, wir haben sie verpasst, oder? Ist die gerade im Haarmenü? Ich glaube, die ist im Menü. Da ist sie doch. Ah, guten Tag, die Dame. Kommen Sie mal bitte kurz mit raus. Oh, die hat sich ausgelockt. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Ja. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Oh, sie steht schon auf. Warten Sie kurz. Ah, hallo. Sie haben wirklich wunderschöne Haare. Aua. Hey, wieso nehmen Sie mich den Handsch... Dein Ernst? Dein Ernst? Das ist aber richtig... Bodenlos, ja, danke. So gefallen sie mir viel besser. Ja, danke schön. Jetzt sehen sie ja wirklich nach, ne, Straße aus. Shine bright, like a diamond. Ich weiß schon, mit wem ich zu tun habe hier. Oh, oh. Affe. Will dir die Dame bitte in Ruhe lassen? Dankeschön, was für eine Ehre, der Herr. Kannst du bitte mal den Friseur markieren, bitte? Wir müssten da nochmal hin und ich vergesse die ganze Zeit, wo der Friseur sich befindet. Die ist schon da, oder? Nee. Oh, doch. Ich habe irgendeine Frau gehört. Einen wunderschönen guten Tag. Würden Sie mal kurz anhalten und aussteigen, bitte? Hallo? Ich mache einfach Schrottplatz. Oh, Junge. Warten Sie bitte kurz. Sie haben wirklich eine wunderschöne Frisur. Warten Sie auf, wenn Sie in das Auto einsteigen, kriegen Sie automatisch eine Glatze. Das würde ich nicht machen. Ja, können Sie eigentlich wegfahren jetzt ohne Hände so, oder? Nee. Ja, dann bleiben Sie ruhig da sitzen. Das ist okay. Ich muss mir mal angewöhnen, die Tür abzuschließen. Guck mal, warum rennt der eigentlich weg? Hat der irgendwie Angst, oder? Das ist wie so ein NPC. Warten Sie. Sie auch. Ja, ich werde es nochmal beim Admin melden. Ich habe echt keinen Bock mehr. Sie wollen beim Admin melden, dass Ihre Frisur in einem Spiel rasiert wurde? Ja, weil das einfach weit darüber hinaus geht. Hä, Sie sehen doch gut aus. Guck mal, Sie sehen fast aus wie... Hurledon, ne? Wie... Wie... Einen wunderschönen guten Tag, die Dame. Hallo. Äh, ich hätte eine Frage an Sie. Würden Sie vielleicht kurz stehen bleiben, bitte? Nein, nein, nein. Nicht abhauen. Nein, nein. Nicht abhauen. Nicht gehen, bitte. Sie haben wirklich eine wunderschöne Frisur. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Oh, Sie haben auch wunderschön gefärbte Haare. Wer hat das gemacht? War das das Haarwerk? Hey, was machst du? Hör mal auf damit, Mann. Schönen guten Frisur. Seid ihr behindert, oder was? Nein, wir sind hier beim Haarwerk. Wir sind vom Haarwerk. Ich werde mich beim Apfel beugen. Bitte? Was ist denn das? Ich habe nichts gehört. Was haben Sie gesagt? Ja, wasch mal deine Ohren, du... Was ist das? Warum ist denn die Frau so unfreundlich? Ja, das Haarwerk hat nicht so einen guten Ruf. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir arbeiten ja hart. Ah, komm hier. Ja, hallo. Hi. Ah, oh mein Gott. Was sind das denn für schöne blonde Haare? Wow. Darf ich vielleicht kurz mal? Nein, dürfen Sie nicht. Das habe ich schon angesetzt. Das tut mir leid. Das war jetzt zu spät. Das tut mir leid. Das haben Sie vorher das sagen müssen. Das steht der Person. Das steht der. Sehr gut. Finde ich auch. Sieht besser aus als vorher. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir fahren ja schon. Wir gehen. Wir gehen. Ist alles gut. Ja, besser ist es. Ey, kann ich in den Koffer auch mitkommen? Nee, sorry. Joachim, du streichst du morgen den Koffer auch um ein. Ich schoke es aus. Warte, warte. Wo ist der nächste Friseur? Ah, gute Frau. Hallo, da sind Sie ja wieder. Sie haben wirklich eine wunderschöne Frisur. Wo waren Sie? Beim Haarwerk? Lassen Sie uns mal drüber schauen. Ihr Friseur hat hier was falsch gemacht, ne? Schönen Tag noch. Guck mal, wie sie da steht. Wie so eine Schaufensterpuppe. Sie weiß nicht, was passiert ist. Sie steht da so und realisiert es nicht. Nö, wir schreiben nur eure ID auf. Oh. Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Müssen weg, müssen weg. Aber gut, dass sie sich... Ja, mach weiter. Mir egal, kann ich Clip machen. Dann wird ihr wenigstens hier gebannt, meine Scheiße. Nein, nein, nein. Wir sind sofort weg. Nicht, dass wir unsere ID noch aufschreiben. Ja, es ist mir doch scheißegal. Ich habe eure ID. Nein, nein, nein. Löschen Sie das bitte wieder. Löschen Sie das bitte. Nein, ich habe gesagt. Bitte löschen. Ich will das echt nicht. Gibt mir eine Million, dann lösche ich es. Ja, nein. Das ist zu viel. Partnerlook. Es ist mir doch egal, wenn ihr euch wie Kinder... Lösch es, lösch es sofort. Das ist doch nicht mein Problem, wenn ihr euch wie Kinder... Ey, komm. Das kannst du nicht mal... Nein, bitte hör auf. Komm, wir lassen euch frei. Alles gut. Bitte nicht melden. Wir lassen euch jetzt. Sorry. Tut uns leid. Wir fahren jetzt. Komm, komm, wir gehen. Wir müssen jetzt schon weg. Ich will nicht, dass sie meine IDs hier aufschreiben. Haben wir doch schön längst, seid du dumm. Nein, nein. Bitte nicht. Wir warten jetzt hier einfach ein bisschen, weil die gehen da jetzt gleich wieder rein. Machen sich nochmal die Haare schön. Und dann kommen wir wieder. Oh, sie geht rein. Sie gehen beide rein. Sie gehen beide rein. Komm schon. Komm schon. Du auch. Mach die Haare. Jawoll. Sie fressen den Köder. Komm, wir fahren jetzt hin und warten gerade, ja. Ach, Mensch. Hallo, wir sind vom Haarwerk. Warten Sie doch bitte kurz, ja. Nein, nein. Warten Sie. Nicht weglaufen. Halten Sie mal kurz, bitte. Oh, mein Gott. Ihr seid solche kleinen Kinder, Mann. Wunderschön. Viel besser als vorher. Ich sag euch, dir hat schon viel Spaß, wenn ihr gebannt werdet, ihr kleinen Wege. Finde ich mir auch eine Glatze schneiden. Ich meine Frisur. Komm, heute gibt es Glatze für alle. Ja, Glatze. Schön guten Glatze daher. Boah, geil. Jetzt sehe ich aus wie Kajo, Junge. Dank dir. Gerne, gerne. Aber diesmal gehen wir wirklich, ja. Ich wollte euch nur sagen, das sieht wirklich gut aus. Das sieht viel besser aus als vorher. Ihr solltet die ganze Zeit so rumlaufen. Ich finde, das ist auch irgendwie viel weltoffener. Ich meine, wir haben 2023, also tun sie mal nicht so. Wir gehen, wir gehen. Oh, hi. Das ist meine Freundin. Geh mal bitte kurz beiseite, ja. Äh, nein. Komm, mach mal, mach dich mal ab hier. Das ist meine Frau. Das ist gar nicht. Ich bin gar nicht deine Frau. Hallo? Hä, klar. Wir sind schon lange zusammen. Mach mal halblang. Äh, nein. Ich lasse dich mal machen, wa? Ja, komm. Verzieh dich. Sag mal, wir resen ja in dich. Verzieh dich. Das ist meine Frau. Geh weg. Ich bin gar nicht ihre Frau. Entschuldigung. Klar, du bist meine Frau. Nee. Sicher. Niemals. Klar. Nein, davon wüsste ich aber was. Komm, mach mal Abgang hier jetzt. Geh. Weiche. Ich habe mit der Freundin mal was zu tun. Hä? Ja, dann geh doch ums Wässer. Mach, mach dich ab jetzt. Äh, nein. Der Mann bleibt jetzt hier bei mir. Und außerdem bin ich nicht ihre Frau. Was soll das denn jetzt? Ich nehme die jetzt einfach mit. Wir gehen jetzt zusammen was essen, okay? Sind sie jetzt stumm geworden oder? Wie bitte? Ob du taub oder stumm bist. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Ja, es ist egal. Das ist gar nicht so wichtig. Brauchen wir auch. Könntest du mich jetzt bitte wieder losbinden? Das wäre ganz nett. Nee, das geht nicht. Hallo, Hilfe. Ich werde gerade entführt. Nein, nein. Du wirst nicht entführt. Du bist meine Freundin. Mach mal halblang. Äh, nein, bin ich nicht. Klar ist das meine Frau, hä? Können Sie mich bitte loslassen? So, ich nehme sie jetzt mit. Lassen Sie uns bitte in Ruhe jetzt, ja? Hallo. Gehen Sie bitte. Ich würde gerne mit meiner Frau allein sein. Ich bin nicht ihre Frau. Natürlich, du bist meine Frau. Nein. Natürlich, Sabrina. Mach jetzt halblang. Nein, mach ich nicht. Ich bin auch nicht Sabrina. Du bist Sabrina. Wir gehen jetzt was essen. Nein, ich möchte nicht mit Ihnen essen gehen. Wir haben ein Date. Nein, haben wir nicht. Na klar haben wir ein Date. Nein, haben wir nicht. Natürlich. Und jetzt lassen Sie mich bitte los. Mit so einem hübschen jungen Mann. Was ist passiert, Mann? Oh, Junge, ist der nervig. Äh, nein. Oh, kann man denn irgendwie... Das ist mein Ehemann. Ach, das ist dein Mann da, ja? Ja, das ist mein Ehemann. Also lassen Sie mich bitte los. Bin er, Junge. Ich heiße Kate Stone. Bleib, wo du bist. Alles cool. Hallo. Ich heiße Kate Stone. Tschuldigung. 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 Ja. So machst du sie jetzt wieder frei oder nicht? Ja, natürlich. So, Nummer 1. Ja, hör auf, Mann. Danke, danke, danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Mann. War nur ein Prank. War nur ein Prank. Lassen Sie mich jetzt los, sonst dreh ich gleich am Rad. Mein Mann bitte auch. Wie bitte? Lass mich los. Ich bin weh nach deiner Freundin, noch heiß. Ich sabriere, okay? Der hat mich einfach gekippt. Der hat mich einfach die Handschellen eingesetzt und dann... Ja, hallo? Kannst du mich bitte jetzt wieder loslassen? Sind Sie ernst? Boah. Ja, ich hab hier grad ein kleines Problem, wie Sie sehen. Irgendwie verfolgen mich hier ganz viele. Du sollst mich loslassen. Ich bin weh nach deiner... Alter. Es geht auch freundlicher, ne? Das ist FYB. Ja, ich würd's mir vielleicht überlegen, sie loszulassen, wenn sie mich halt irgendwie aufhören zu verfolgen, alle. Äh, nein. Das wär ganz schlecht. Das ist nicht so... Ja, ja, ja. Du kommst ja gar nicht mehr frei, Sabrina. Nein, ich komm gar nicht mehr frei. Überhaupt nicht. Kann ich laufen gar nicht. Oh, Mann, ey, Leute. Alter, ich tritt am Apfel. Können wir jetzt weitergehen? Ja, können wir jetzt bitte weiter? Äh, nein. Willst du abf***en, Alter? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Welche Spindel? Oh! Nichts. Oh, shit. Alter, der hat mich einfach verhaftet. Ohne Grund, ne? Schnauze jetzt kurz. Pass auf. Ich weiß, dass du deinen Content brauchst. Whatever. Hä, was für Content? Was reden Sie da? Ja, frag nicht. Ja, frag nicht. Was reden Sie da? Was ist das? Sabrina, bitte. Bruder, brauchst du auch... Nee, nicht Sabrina. Ich bin nicht deine. Der hat mich festgenommen ohne Grund und jetzt entführt er mich gerade. Ja, dann lassen Sie mich doch endlich frei. Ihr seid ja echt richtig, richtig anstrengende Charaktere. Also, vielleicht können wir das jetzt einfach mal lassen und ihr geht einfach von hier weg. Das wäre echt cool. Nein, die gehen gar nicht. Mein Mann bleibt hier. Ich bin weh noch mit dir verheiratet, noch sonst irgendwas. Echt? Hast du zehn Männer und Frauen? Guck mal, wie viele. Nee, ich hab nur einen. Ja, und was machen die anderen alle hier? Was machen die anderen hier so? Ja, die versuchen mich gerade zu retten. Naja. Ich werde entführt, aber ihr checkt es anscheinend nicht, ne? Das ist keine Entführung. Ja, natürlich, das ist eine Entführung. Du hast mir nicht mal dein Dokument gezeigt, ja? Ich habe mich einfach festgenommen, ohne Grund. Einwetter hörst du jetzt auf mit dem Scheiß. Bleib mal bitte kurz stehen. Wenn du vernünftig bist, bleib stehen. Ich schieße dich jetzt nicht über den Haufen, bleib einfach stehen. Wo liegt denn dein Problem? Kannst du bitte... Mein Problem ist... Nein, hör mal, hör mal zu, warte. Kannst du vielleicht mich und meine Frau in Ruhe lassen? Ey, soll ich dir mal kurz meine Ausweise zeigen? Ich will deinen Ausweis nicht sehen. Das ist meine Frau, nicht deine. Nein, das ist meine... Ja, merkst du was? Mache deinen Arsch zu, Junge, es reicht. Vielleicht fühlt sie ein Doppelleben und sie hat zwei Männer. Nee, fühle ich ihn überhaupt nicht. Ich date die seit zwei Jahren. Dann zeig mir doch deinen Ausweis. Ja, du weißt doch, wie scheiße. Komm, tu nicht so. Nein, weiß ich nämlich nicht. Klar, du kennst meinen Namen. Nee, sag mir nichts. Du hast sie einfach festgenommen, ohne Hintergrund, richtig? Ja, die steht auf Hessenspiel. Wir machen das seit zwei Jahren so. Ach, laber doch kein Schatz. Äh, nein. Natürlich. Laber nicht. Äh, kannst du, kann ich irgendwas machen? Der entführt mich hier gerade. Sei mal leise. Hallo, es ist nicht dein... Du hast nicht den Sprech-Teddy-Bär. Mach mal leise, bitte. Nee, mach ich nicht. Sei mal kurz ruhig, Schatz, bitte. Ja, Schatz, sei leise jetzt. So, pass auf. Bleibst du jetzt stehen, ja oder nein? Ja, ich bleib stehen. Ich geh doch schon. Wir gehen spazieren. Ist doch alles cool. Was ist? Ach nee, ich muss weitergehen. Sorry. Wir gehen spazieren. Rede einfach mit mir. Pass auf, du guckst jetzt mein Dokument an, ne? Nee. Doch. Okay, zeig mal. Ari, nein, stopp, 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 stopp. Nein, schau mal ganz kurz. Pass auf, lass sie los, nimm mich. Mit mir kannst du machen, was du willst. Ist mir scheißegal. Lass sie los. Was soll da jetzt stehen auf dem Dokument? Gucken Sie mal richtig hinten. Ja, da steht... ...den Sohn. Wie bitte? Was steht da? Bitte? Was steht da drauf? Wiederhol dich nochmal. Hallo, hörst du mich zu? Ja, ich höre. Mhm, mhm, mhm. Ich höre. Pass auf, ich hab dir doch gerade was gesagt oder nicht? Was ist denn mit dir? Was steht denn jetzt hier, Häschenbande? Was, was wollt ihr? Lass sie los, nimm mich. Und mit mir kannst du machen, was du willst. Ist mir scheißegal. Ich will dich aber nicht haben. Ja, ist mir aber egal. Ich führe seit zwei Jahren eine enge, innige Beziehung mit dieser Frau. Hör auf zu labern. Ich würde sie niemals einfach so hergeben. Hör auf zu labern. Niemals. Lass sie doch einfach so f*** nochmal los. Nein, das ist meine Frau. Außerdem stehe ich nicht auf dem Frauenhaarigen. Und dein Arsch ist mir auch zu klein. Okay, mach ich selber, ne? Dass ich sowas mal sage, hätte ich nie geglaubt. Helfen sie mir. Helfen sie mir. Ja, nein. Diese Dame hier. Diese Frau und dieser Mann, die verfolgen mich. Seitdem wir am Krankenhaus sind, verfolgen die mich. Und dieser Mann mit der Waffe auch. Können sie den vielleicht festnehmen? Nehmen sie die bitte kurz fest. Nehmen sie die bitte fest. Nehmen sie diesen Mann mit der Häschenmaske und die Frau. Nehmen sie die bitte einfach kurz in Gewahrsam. Nein, das ist ein Fehler. Schauen sie bitte mein Dokument an. Und den sie gerade verhaftet haben, auch das Dokument an. Dann sehen sie, dass es gleich ist. Alter, ich kriege gleich einen Hassfilm gerade hier. Was kriegen sie? Lass mich los, ey. Ganz ehrlich. Oh, ich habe ja gar keine Haare mehr. Ich bin Johnny Sins. Nein, nein, die Dame gehört mir. Nein, 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 nein. Und dann zeige ich ihnen meine Dokumente. Den Mann, den sie mit der Häschenmaske nämlich gefasst genommen haben. Alter, ey, was sind das für... Ey, ich glaube das nicht. Das soll recht und ordentlich sein. Das ist doch voller Bullshit. Danke für Ihre Hilfe, Kollegen. Halten Sie die mit den Häschenmasken bitte einfach nur fest. Ja, ja, nichts heißt Maske. Ist alles okay? Nichts ist okay. Was haben Sie denn? Ich meine, was hast du denn? Wir kennen uns ja schon länger. Nein, kennen wir uns nicht. Das ist nicht mein, äh, der Komiktyp, der ist nicht mein. Hallo? Ich rede mit Ihnen. Hä, was haben Sie denn? Sabrina, Sabrina. Können Sie mich jetzt bitte... Ja, 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 Moment. Danke. Weil das geht jetzt schon die ganze Zeit so. Nein, die gehört mir. Das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Nein, jetzt mal ganz kurz... Nee, jetzt mal ganz kurz jetzt mal real talk. Ja, bitte. Lassen Sie mal kurz hier los und dann... Ja, das geht nicht. Das ist unter... Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Vertrauen Sie mir. Hier verschwinden dauerhaft Leute. Sie wollen nicht auch verschwinden. Bitte. Ich weiß, aber... Darum geht es nicht, ey. Hä, um was denn dann? Es geht um OOC. Es geht um OOC. Lassen Sie mal bitte die Frau los. Wie um OOC? Es geht nicht mehr um IC hier gerade. Es geht wirklich um OOC. Deswegen einfach mal bitte die Frau... Warum denn? Was hat das mit der Frau zu tun? Ja, weil es hat tatsächlich gar keinen Spaß mehr jetzt gerade. Wie, das ist kein Spaß mehr? Ja, wir haben gerade so kleine Teilinfos bekommen, was uns eigentlich im Endeffekt gar nichts angeht. Hä, was... Okay, was für Teilinfos? Das Ganze belastet halt gerade OOC sehr hart. Was? Wie, 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 OOC-Einschränkung? Ich gehe mit meiner Frau spazieren. Wo liegt das Problem? Ich bin nicht Ihre Frau. Punkt. Das ist meine Frau. Punkt. So, wir gehen jetzt weiter. Niemals. Ist es Ihre Frau? Ja. Nein. Ich glaube, wir müssen mal zu dem Rentner-HQ fahren. Also LostMC-Rentner-HQ. Ich glaube, bei denen könnte ein bisschen mehr Action abgehen. Gehst du mich mal rein? Moin, Leute. Was geht ab? Ich komme da mal rein, ja? Oh, 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 oh. Äh, oh. Moin. Gute Dame, dürfte ich sie mitnehmen? Oh, nein. Ja, wacht doch. Winkler. Mein Gott, lass mich in Ruhe. Ich nehme sie einfach mal kurz mit. Winkler, 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 oh, Winkler. Jo, Winkler, schon die Böse von Ränder? Nee, du sohn. Oh, Mann, ey. Das könnte lustig werden. Was war das denn für eine Aktion? Das geht aber so gar nicht. Herr Winkler, Ruhe hier. Hier rede nur ich. Na, ich nehme die Dame jetzt einfach mal kurz mit. Ey, Winkler, lass mal, lass sie in Ruhe. Sie wisst aber schon, dass... Hallo, Winkler. Ja, vielleicht erinnerst du dich an Mec. Oh, Schatz. Das Video war schön. Ich müsste mal kurz... Schatz, lass es doch jetzt. Lass es. Lass ihn mitnehmen. Scheiß drauf jetzt. Genau, ich nehme das Miststück jetzt einfach mit. Ja, du bist selber ein Miststück. Was bildest du dir eigentlich ein, was du hier treibst? Winkler. Hast du keine Ähre im Kopf oder was? Scheiße. Hä? Winkler, du bist der größte Idiot, den du auf der Erde... Das ist ja richtig schlimm da drin. Gehen wir direkt nochmal hin. Ah, junge Dame, warten Sie mal kurz. Ich habe da noch ein paar Anfesseln. Ey, komm. Ach, Mann, ey. Na, wir machen das jetzt anders. Könntest du vielleicht das Auto und die Frau zu mir tippen? Kleine Maus, bist müde, hm? Guck mal, man sieht die Pfoten. So eine Süße. So ein Prinzesschen. Jetzt nur noch die Rocker-Braut. Wo ist sie? Die Rocker-Braut. Äh, hallo. Das sind tatsächlich keine pinken Haare, aber die sind auch okay. Wenn es dir Spaß macht, mach es doch jetzt endlich. Mach es, bring es hinter dir. Ey, ich nehme sie einfach nur mit. Ich will sie einfach nur kennenlernen. Beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Ich glaube, ich spinne hier. Ey, wo sind wir denn? Im Kindergarten oder was? Lass es. Beruhigen Sie sich mal ein bisschen, okay? Ich will sie nur kennenlernen, weil... Du kleiner Dreck, ein Müttenbengel, Alter. Ich f*** dich. Ich f*** dich, du sch***vogel, Alter. Ich glaube, ihr jetzige... Hallo, beruhigen Sie sich bitte und geben Sie die Stimme an Ihre Frau. Ja, ich höre sie. Ja, das ist super. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen kennenlernen, weil ich glaube, ihr jetziger Mann hat ein paar Aggressionsprobleme. Vielleicht ist er ja Alkoholiker oder so. Weiß man ja nicht. Der ist kein Alkoholiker. Ja, doch, doch. Er ist ein ganz normaler Mensch wie Sie und ich. Ich glaube, der hat ein paar Aggressionsprobleme. Nee, hat er nicht. Der tut Ihnen nicht gut. Ich würde viel besser auf Sie aufpassen. Naja, klar, glaube ich aber. Klar? Nein. Na sicher. Aber was möchte der die ganze Zeit von mir, als ob ich den kennen würde? Ich kenne Sie nicht. Weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Ja, ich auch nicht. Deswegen frage ich ja nach. Naja, aber warum müssen Sie mich jetzt mitnehmen in den Handschellen? Ja, warum nicht? Also soll ich Ihnen jetzt eine ehrliche Antwort darauf geben oder... Ja, können Sie mir eine ehrliche Antwort geben? Was das soll... Also die Antwort auf Ihre Frage ist, weil ich halt auf so ein bisschen dreckige Miststücke wie Sie stehe. Aha. Aber sonst haben Sie nichts zu tun oder wie. Ja, ich muss Sie halt mal waschen gehen hier drin, wenn Sie verstehen. So ein bisschen den Dreck runterschaufeln. Aber sonst so geht es Ihnen ganz gut. Sonst geht es mir gut, ja. Danke. Das freut mich. Ihr Mann auch? Nee, nicht mehr. Warum nicht? Was hat er denn? Das weiß ich doch nicht. Sie werden auf einmal so ruhig. Ist alles okay? Aber Sie weinen jetzt nicht, oder? Sie kriegen jetzt keinen Nervenzusammenbruch oder so. Das interessiert doch keine Sau. Wenn Sie einen Nervenzusammenbruch kriegen, natürlich. Natürlich. Mich interessiert das. Ich möchte doch auf dich aufpassen, meine Prinzessin. Moin, Kollegen. Darf ich euch meine Frau vorstellen? Einfach reingehen. Einfach reingehen. Geht bitte. Einfach. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Hallo. Hallo. Kommen Sie mich... Na, die sind nicht so nett drauf, oder? Nee. Braucht ihr Unterstützung? Ja, der hat mich festgenommen. Nein, nein, das ist meine Frau. Die Götzung. Nein, stimmt nicht. Hallö. Doch, doch. Die habe ich eben kennengelernt. Seid ihr schon verheiratet? Nein. Noch nicht. Ja, dann Zwangshaushaubzeit. Abgeh. Ey, ich sag mal, habt ihr... Ey, nee. Wo machen wir die Zwangsheirat? Im HQ von euch? Kirche. Direkt beim Friedhof. Fahrt ihr mal vor. Fahrt ihr mal vor. Aber ihr müsst auf jeden Fall auch einen Pastor organisieren, damit das auch so den Segen hat von Gott. Wie ist überhaupt dein Name? Oh nein. Oh. Egal. Nein, nein. Meine Frau ist weg. Hallo. Lassen Sie auf, habe ich gesagt, wegen den Roterblättern. Die sind scharf. Wie bitte? Die Roterblätter sind scharf. Ich verstehe kein Wort. Sie müssen wirklich lauter reden. Die sind so leise. Sie sollen aufpassen. Die Motorretter sind scharf. Die Motorretter? Die Motorblätter. Die Motorblätter? Motorblätter. Ja, was denn jetzt? Ich, also, ich verstehe kaum was. Sie reden undeutlich und leise. 78 ist kurz außer Funk. Reden Sie laut und deutlich, sonst knallt es. Aua. Hallo? Hallo, ist hier ein Tuners anwesend? Ich bräuchte jemanden beim Heli-Platz. Sie reden zu leise. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, aber sie müssen lauter sprechen. Man hört sie nicht. Ja, das ist gut. Jetzt hört man sie wenigstens. Ganz komisch. Ganz komisch, ja. Sonst geht es immer. Ah, da ist hier jemand. Ich bräuchte jemanden beim Heli-Platz draußen. Sie sind immer noch zu leise. Nee, die haben es gehört. Ah, servus. Ich bräuchte einmal eine Reparatur sowie Full-Tuning. Ich kenne nicht so meine Ohren. Sie kenne ich ja noch. Einfach jemanden an die Aktion. Was hast du für Probleme, mein Freund? Können wir vielleicht ein Foto machen? Kannst du dich vielleicht von meinem Grundstück verpissen? Am besten sieht ganz schnell aus schnell. 48 Stunden Hausverbot für deine Aktion. Nee, bitte, ey, rufen Sie nichts. Ey, ich gehe, ich gehe. Alles cool, bitte keine Polizei. Ich gehe. Ich gehe ja schon. Legen Sie auf, ich gehe. Nee, danke, ich kenne Sie schon. Ich gehe doch, es ist alles gut. Der dreht hier völlig am Ratz. Nein, ich könnte aber an Ihrem Rad drehen, wenn Sie da Interesse dran haben. Das ist wieder so einer, weißt du, der irgendwo meint, sich da mit Leuten zu angeln, weißt du? Schätzchen. Alter, jetzt verpiss dich. Schätzchen, komm mir bitte runter. Könnt ihr bitte ganz schnell kommen? Also ich kann auch ganz schnell kommen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich bin tatsächlich Star-Fotograf. Könntest du dich vielleicht mal kurz umdrehen? Oh, perfekt. Das ist ein perfekter Shot. Hast du Twitter eigentlich? Willst du dir meine Tweets vielleicht mal angucken? Yo! Wie kann ich dir helfen, mein Bester? Was ist das denn für eine schicke Sonnenbrille? Oha! Ich glaube, dir trägst du mal falsch herum, Kollege. Ja, wie kann ich dir helfen, mein Bester? Ja, ich glaube, dir muss man helfen, die Sonnenbrille, die ist falsch herum. Wie ist denn dein Name? Vielleicht stellen wir uns erst mal vor. Hallo? So. Wie kann ich dir helfen? Sag mal, wie ist dein Name, Kollege? Mein Name ist mein Mann, ich bin Bilo. Komm mal mit, wir reden vorne ein bisschen. Ah, wir reden, wir reden drin, alles cool. Ah! Drum gelaufen! Yo! Ey, nicht du schon wieder. Was geht ab? Was geht's jetzt, alles gut bei dir? Woher kennst du meinen Namen? Ach, Bruder. Ich guck manchmal, alles gut. Was guckst du? Ich guck manchmal bei dir, Bruder. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst mal rein, du machst mir einen Kaffee. Hier lang. Dann können wir uns drinnen ein bisschen unterhalten, wenn du mir einen Kaffee machst. Aber wir müssen hier draußen. Nein, nein, mach mal mir einen Kaffee bitte hier drin. Du kannst mir den Kaffee auch direkt hinter der Tür machen. Hier, genau hier, komm. Bruder, alles gut. Mach jetzt, mach! Komm, Bruder. Mach jetzt und ich verzeih dir alle Untaten. Alle Untaten. Alle Untaten, das ist genau ein Drücker entfernt. Komm. Ein Drücker entfernt. Öffnen Sie diese Türe. Was passiert dann? Gar nichts. Wenn meine Chefin sagt nein, dann ist leider nein. Ja. Das ist die Chefin. Oha. Yo. Chefin. 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 Hey, Chefin. Chefin. Hey, Chefin. Chill doch mal. Wir können auch zusammen Kuchen essen gehen. Kuchen essen. Die Tür war die ganze Zeit offen. Wow. Was geht ab? Kann man hier eigentlich einsteigen? Oh, kann man ja tatsächlich. Danke. Ja, Jungs. Dankeschön. Das ist der hässlichste Lambo, den ich je gesehen habe. Oh. Oh, hübsche. Komm, steig mal ein hier. Nee, verzieh dich jetzt endlich und hör auf, Leute. Steig doch ein. Komm. Lass es nicht. Date machen und so. Ja, natürlich. Wir haben einfach zusammen ein super Date jetzt. Komm. Ach, komm. Komm, hübsche. Wo geht's hin? Wo willst du hinlaufen? Ey, Hansi. Ist das nicht Hansi? Nee. Zu, dass du meine Werkstatt verlässt. So, ich raus. Junge, fahr mich doch an, ey. Okay. Super. Er hat gesagt, ich soll ihn anfahren. Ach, nö. Schönen. Ah. Ah. Hallo, guten Tag. Kann man eigentlich hier einsteigen? Zum Glück nicht. Das wäre ja schlimm. Ich weiß, das ist eine Lüge. Oh, warte, 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 warte. Bevor wir gehen. So, du. Ey, hatte ich den Tests ins Hausverbot gegeben? Junge, verpiss dich, Alter. Mit deinem Sch***-Drecks-Content. Jetzt verpiss dich, Alter. Hey, hey, hey. Ganz sachte. Ja, ganz, ganz sachte. Welcher Dreijährige hat dir eigentlich mit einem Filzstift auf die Arme und ins Gesicht gemalt, hä? Siehst du, dass du dank der Binnst? Ist ja peinlich. Deine Hose ist genauso pannig wie dein Sch***-Content und ist verpiss dich. Sind Sie Polizist? Ich würde gerne eine Anzeige schreiben. Nee, da hat Platzverboten. Ich würde gerne jemanden anzeigen. Hat den nicht eingehalten. Na, alles gut. Ich gehe jetzt raus. Aber ich würde gerne jemanden anzeigen, Herr Polizist. Können wir das machen? Ja, können wir draußen ja reden. Ja, dann zeigen wir ihn einfach mal an. Ja, komm. Ich zeige deine Mutter an, jetzt mach ab. Ey, yo, yo, yo. Haben Sie das gehört? Ey, haben Sie das gehört? Können Sie den bitte? So, Platz vorbei. Von mir kriegen Sie auch nochmal einen Platzverweis hier. Ich würde den gerne anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung. Sie haben den Chef angefahren. Das ist eine Lüge. Auch noch. Sie haben mich angefahren. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach, kann ich hier irgendwie ein Auto haben? Ja, den Malbach kann ich haben. Ach, den Malbach kann ich haben. Das ist ja sehr lieb, danke. Oh, der ist ja ungetunt. Der ist fulltuned. Aber die Farbe, die kann man ändern, oder? Ja, mach doch, was du willst. Ah, mach ich, alles klar. Dann würde ich gerne einmal hier kurz rein, die Farbe ändern. Ich würde gerne einmal kurz hier die Farbe ändern lassen. Geht das? Ja, klar, kein Problem. Lassen die das einfach durchgehen? Ich hätte gerne einmal gelb. Gelb wäre ganz cool. Ach so, soll ich auf dem Beifahrersitz, ja? Hey. Hey, das ist jetzt aber nicht so nett. Einmal für dich, Klatsch. Und einmal für dich, Klatsch. Noch einen Twitter-Post, ja? Von deiner hässlichen Frau. Ich weiß nicht mal, mein Mann. Aber danke fürs Hässlich. Kann ich voll mitleben. Wahrscheinlich bist du nur der, dass du keine Frau hast. Hey, hey, hey. Sachte, sachte. Ah, hab da mal kurz getweetet. Ist okay, oder? Ach, komm, jetzt seh ab, dass du die Land gewinnst, Mann. Warum bist du immer so sauer? Ich hab dir noch nie was getan in meinem ganzen Leben. Junge, Junge, du gehst mir einfach auf die Nüsse. Ich hab dir echt noch nie was getan, Hansi. Ich verstehe immer noch nicht, warum du aufgebracht bist. Wir können eigentlich Freunde sein. Junge, weil du mir auf den Sack gehst, weil du mir auf den Sack gehst. Du gehst meine Mitarbeiter auf den Sack und ich hab keinen Bock auf dich. Und jetzt gehst du zu, dass du danke, wenn's mal. Wir könnten so gut befreundet sein. Ich würde diese komischen Drecksschuppen so aufwerfen. Ja, du beleidigst uns, ne, du hast nix besseres zu tun. So, komm, jetzt machen wir ab, Mann. Oder geht's um MD, da sind auch genug Weiber. Ne, es geht mir doch nicht um Weiber, Quatsch. Es geht mir um diesen Drecksladen. Schön, das musst du an den Drecksladen ja nicht verstehen. Also, warte mal, du betätest mein Laden als Drecksladen. Stehst dann wohl auf Dreck, stehst du auf Dreck? Ja, das ist halt ein dreckiger Schuppen, also. Da kann ich ja nix für, wie du dein Business führst. Das ist ja nicht mein Problem. Jetzt verzieh dich. Komm, machen, dann. Ignorieren, ey. Im Kindergartenkind ist es nicht wert. Also, kann ich jetzt meinen Maybach tunen oder nicht? Tut mir leid, wir sind leider zu schmutzig. Wir können leider, können wir da nix machen. Ja, ich würde den ja aufwerten, den Laden. Lassen Sie mich doch einfach mitmachen bei diesem Business. Mit Sicherheit nicht, Alter. Ich werte das Ding komplett auf. Weißt, wo ich dich sehe? Deiner Freundin? Die wird nicht mal... Welche Freundin? Egal. Ich wollte gerade sagen, mein Mann steht da hinten. Das ist nicht eher dumm gelaufen. Ach so, ist das der, der zu blöd ist, ne Sonnenbrille zu tragen? Nein. Ach so. Weißt, wen du meinst, aber der ist nicht zu blöd. Der macht das gerne so. Es gibt Leuten, denen gefällt das. Dass du keinen Geschmack hast, wissen wir schon, seitdem wir so einiges von dir gesehen haben. Ja, aber die ist doch falsch herum. Also, der sieht ja nicht mal was dadurch. Der, können Sie den nicht einfach mal endlich festnehmen und abführen? Was soll das? Der muss daran... Geht leider nicht. Jetzt reicht's. Sollen wir eine Spritztur mal machen? Natürlich. Du bist jetzt bald fertig mit deinem Scheiß, zieh ab. Noch mal eine abziehen, sagst du? Ach, natürlich doch. Für dich doch immer, Baby. Alter, verpiss dich. Das tut doch nicht mal weh. Ich schlag doch ganz sachte. Und sanft. Junge, du bist so lächerlich, ey. Ich geh jetzt, ne? Schau, schau. Hey, hallo. Yo, 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 yo. Ich bin Efe Bieler, ey. Hallo, lassen Sie bitte meine Männer in Ruhe. Ihre Männer? Es ist mir eigentlich völlig stralle, wer Sie sind. Es interessiert mich null. Oh, ich glaub, Sie sind heute meine Frau. Nee, Sie lassen auch mich los. Hallo, das lassen Sie jetzt. Sie wissen nicht, wie Sie da mitnehmen. Ich nehme mal kurz die Dame mit. Winkler, soll ich jetzt vollziehen? Ich bin General bei der Army und Sie lassen mich jetzt sofort los. Ach, Sie können kein General sein. Nein, Sie sind eine Frau. Was bilden Sie sich eigentlich, wer Sie sind? Bitte? Es interessiert mich 0,0. Satzbau? Glauben Sie eigentlich, wer Sie sind. Es ist mir scheißegal, wer Sie sind und sonst irgendwas. Sie lassen... Äh, Aurelius. Ey! Seid ihr bescheuert oder was? Hallo, äh... Was ist los mit dir, Digga? Was ist los mit dir? Was regst du hier die Leute auf, Digga? Was denkst du, du bist du? Ey, ich bin General bei der Army. Wie könnt ihr mir die Haare rasieren? Ich glaube, es hat... Nein, wie konnten seid ihr, Digga. Lass ihn liegen, Digga. Ich will sofort, dass Kobayne hier hinkommt. Was geht denn hier ab? Lässt du jetzt meine Hände los? Wir gehen jetzt ins Gefängnis. Es reicht mir. Das, was du hier an den Tag legst, ist wirklich unter aller Sau. Ich? Was bildest du dir ein? Was glaubst du, wer du bist, hä? Was glaubst du, wer du bist? Sie lassen jetzt sofort meine Hände los. Ey, das kann doch nicht sein, dass der das mit mir machen kann. Das kann doch nicht sein, dass du das hier mit uns machen kannst. Guck mal, wie du mit uns umgehst. Guck mal, wie dein komischer Freund mit uns umgeht. Nur weil der in deinem Titschen am Nuckeln ist. Es reicht dir jetzt, wirklich. Maurice, mach mal bitte die Tür auf. Ist schon. Warte, der... Das war nur ein Glas? Moin, ich hab mal ein paar Glas. Äh, äh... Ich würde die Frau gerne mitnehmen. Die wird nämlich gesucht vom FLB. Äh, nein. Doch, die wird gesucht. Schönen Tag noch. Äh, hallo? Was ist jetzt? Ja, guten Tag. Ich bin der Herr Winkler, Francisco Winkler. Kannst du mich auch Schatzi nennen oder Babe? Ja, äh... Und warum werde ich jetzt mitgenommen? Das Ding ist halt, ich suche eine Frau, ja? Ja. Und ich stehe halt nicht so auf diese Vanilla Girls. Ich stehe halt schon so eher auf die, die ein bisschen stinken. Achso. Ja, ähm... Ab und zu stinke ich halt ein bisschen. Ist ja aber eigentlich relativ normal, oder nicht? Ja, doch. Kommt halt auf die Aktivität drauf an. Wie heißt denn du überhaupt? Ähm, ich heiße Amy. Amy, das ist... Oh, das ist ein wunderschöner Name. Das ist mein Lieblingsname, tatsächlich. Okay, das ist ein recht großer Zufall. Sie haben gesagt, Sie heißen Herr Winkler? Ja. Äh, ja. Dürfte ich Ihnen auch sonst einen Spitznamen geben? Wie wär's denn mit Daddy? Ey, komm, bitte. Statement. Hier sind ja wirklich voll viele, oha. Tu einfach mal so, als würde ich dazugehören. Ah, mein Level reicht nicht aus, cool. Ähm, Entschuldigung. Hallo. Könnten Sie vielleicht für mich Kohle sammeln? Mein Level reicht nicht aus. Hier ist keine Kohle-Farm. Ich meine, wir können keine Kohle machen. Baby. Ready? Oh. Ihr machen nur mein Hintern weg, ja? Bitte. Sag mal, Freund Lasa. Also, einer von euch wird ja wohl Singlen sein, oder? Ganz bestimmt nicht. Bitte, dich ganz höflich uns jetzt mal hier in Ruhe zu lassen. Sam, Sam. Wie bitte? Ich hab sie nur abgehackt gehört. Ich hab gesagt, ich bitte... Wird jetzt ganz schnell die Beine in der Hand nehmen, mein Freund. Alles cool, alles cool. Nee, nee, ist nix alles cool. Ich... Ja, okay, okay, cool, cool. Ja, wenn du das nachmal machst, dann knallst du, mein Freund. Ja, was ist hier los? Ich fahr dann wieder. Oh, das ist jetzt aber ganz doof. Oha, 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 oha. Oha. Direkt mal hinlegen. Oha. Oha. Die Frau ist sauer. Ey, ey. Waschmaschine ist sauer. Oha. Entschuldigung, ich hab hier ein kleines Problem. Ich glaub, ich müsste aufstehen. Äh, ich steck hier... Ich steck hier ganz doof. Bitte helfen sie mir. Ich... Ich bin in Gefahr. Die funkt. Ah, das ist jetzt aber doof gelaufen. Gute Frau. Kann ich ihnen noch irgendwas Gutes tun? Ah, vielleicht den Poppes kurz massieren oder so? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das machst du wirklich ganz gut, meine Liebe. Das machst du richtig gut, Kleines. Oh. Ich warte jetzt mal hier auf deinen Ehemann, okay? Ach, stimmt. Der ist ja auch tot. Oh, oh, oh. Ey, asozial sein macht wieder Spaß. Ich muss einfach viel, viel asozial und frecher werden. Ehrlich. Sonst vergeht mir langsam der Spaß hier an dem Ganzen. Oh, oh, oh. Nein, nein, hey, nicht bewegen. Bleib stehen. Ich mag auch Popo-Liebe. Das ist auch ganz cool. Ach, guck mal. Oh, ja, ich mach das. Ach, wer ist denn da? Sag mal raus sein. Ne, ne, ich bleib hier. Ne, ich bleib hier. Macht mal einen Schutzkreis, bitte. Macht doch mal einen Schutzkreis, Leute. Ey, der kommt hier einfach durch. Der hat seine Sch***hütze wieder angezogen. Bah. Jetzt hau ab hier. Stell dich um mich rum, dann kann er mich nicht festnehmen. Hau doch einfach ab jetzt. Was willst du für Stress machen? Ich will Stress. Ich möchte mich da einfach nur die Sachen mit ihm klären. Hier, die kannst du klären. Kannst auch dran lutschen. An beiden. Ihr müsst euch ja hier einmischen. Ich möchte das nur mit dem Herrn einmal hier klären unter uns. Du musst dich einmischen. Ich hab dir nichts getan. Man kann alles ein Gespräch finden. Das weißt du nicht genau. Nicht, wenn der Herr auf mich schießt. Ich hab nicht auf dich geschossen. Das ist eine Lüge. Dann haben sie auf mich geschossen. Das ist eine Lüge. Ich hab nicht mal, ich hab nicht mal ein Gewehr. Komm, du Flachpfeife. Steig in deine Scheißkarre ein und fahr einfach weiter. Kümmer dich um echte Probleme. Oder kümmer dich um deine Frau. Kümmer dich um deine Frau, sonst mach ich's gleich. Jetzt hau ab. Jetzt hauen sie ab. Verdammt nochmal. Gehen sie. Genau, funken sie und gehen sie. Du kannst jetzt. Brillenschlange, steig ein und fahr. Wir kommen da jetzt raus oder wir nehmen mehr Leute hier fest. Ist mir scheißegal. Das machen sie nicht. Das ist eine Lüge. Wir haben hier nichts mit zu tun. Wir sind hier nur für den Kratz. Wenn ihr nichts damit zu tun habt, dann verlassen wir den Herrn. Wie steht ihr doch nur im Kreis? Kannst du eigentlich reden? Kannst du eigentlich reden? Wir lassen den Herrn bitte in Ruhe oder ihr werdet mit festgenommen. Kannst du eigentlich reden? Rauch zu stottern. Noch einmal. Sie lassen den Herrn bitte raus, gehen von dem Herrn weg. Oder sie werden auch festgenommen. Oh Gott. Dann hast du ein ganz großes Problem an sie. Verängert den Kreis? Ihr wisst alle ganz genau, dass ich das nicht will. Es ist doch egal, was du willst. Dann geh doch einfach weg. Nein, ich geh nicht einfach weg. Doch, du gehst einfach weg. Steig ein jetzt und hau ab, du Opfer. Weil es mein Job ist. Meine Frage. Ich sehe hier meinen Ausweis und meine Lizenzen. Wie kann ich die wieder wegstecken? Die nerven. Einfach einmal zurück. Wie? Achso. Oh, dankeschön. Ja, also. Einsteigen und wegfahren? Schief? Nein. Warum nicht? Weil sie eine illegale Straftat begangen haben. Oder besser gesagt, weil sie eine Straftat begangen haben. Gibt es legale Straftaten? Ich war die ganze Zeit hier. Die können das alle bezeugen. Ich war die ganze Zeit hier. Ich hab nichts gesehen, ne? Wir waren die ganze Zeit hier. Dann muss das DOJ kommen, hab ich so ein Gefühl, ne? Und ich hätt gern einen Anwalt. Und dann Richter auch. Ohne Richter kommst du hier gar nicht weiter, du Hampelmann. Ja? Was soll ich... Was soll denn das DOJs hier machen? Ja, aber der Herr hat nichts getan, ne? Jetzt hat der Herr was getan. Ich hab gar nichts gemacht. Wir haben eine Aussage gegen Aussage. Wir sagen, ja, das ist richtig. Und das Recht ist jetzt hier stehen zu bleiben. Wir könnten den Mann auch einfach verprügeln, oder? Gut sein. Was ist das, Hansi? Nein, das ist nicht gut sein, weil es mein Job ist. Wie heißt er, Hansi? Dann sind die alle ganz genau. Hansi heißt er jetzt schon. Hansi, hau ab jetzt. Nein, wir können es ganz einfach machen. Ihr geht einfach zur Seite. Ich gucke mich um den Herrn und alles ist gut. Nö, das ist meine Familie. Wir wollen den Herrn aber mitnehmen. Du hast doch gesagt, dass du uns klären willst. Ja, klär bist du. Ja, weil er eine Straftat begangen hat. Er hat einen Officer entführt. Er hat einen Officer auf Officer geschossen. Das habe ich nie getan. Mit was habe ich denn geschossen? Mit was habe ich geschossen? Das war es mit der Langwaffe, die sie vorhin weggeworfen haben, hier im Kreis. Ich habe gar keine Langwaffe. Jungs und Mädels, ich habe es euch gesagt. Jetzt macht es bitte, oder ich muss anders weiter durchgehen. Ja, dann macht doch mal bitte anders. Oh, 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 weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Hansi. Weiß ich nicht. Oh, 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 oh. Weiß ich nicht, Hansi. Weiß ich nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 Hansi. Hansi, Hansi, ey. Jürgen da, Junge, leid mal treffen, Junge. Oh, oh, oh. Oh, das ist doof. Oh, 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 Hansi, ey. Yo, hey, 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 Hansi. Hansi, hör auf. Hey, hey, hey. Wir können das auch anders klären. Wir können das auch anders klären, wirklich. Hilfe. So, weil der festgenommen ist. Doch. Nein, jetzt. So, ist festgenommen. Jetzt wird er frei gelassen. Er wird, hallo, er wird jetzt frei gelassen. Ja, er wird jetzt frei gelassen, weil der jetzt festgenommen ist. Es reicht jetzt, Hansi. Können Sie mir bitte die Handfesseln abnehmen, irgendjemand? Hansi, leider nicht. Also, wenn Sie mir die jetzt abnehmen, dann verspreche ich zu kooperieren und mitzugehen. Ich habe ja eh nichts mehr. Hansi, du hast gewonnen. Nein, ich komme freiwillig mit. Ne, gibt es kein freiwillig. Okay, dann nicht. Ey, PD, Hände hoch oder es knallt, Hände hoch oder es knallt, Hände hoch oder es knallt. Ne, gibt es kein freiwillig. Meine Familie. Meine Familie. Meine Familie. Oh, das ist schön. Ist das schön. Oh, meine Familie. Meine Familie. Ich liebe euch. Ich liebe euch alle. Ihr seid die Besten, ehrlich. Ich habe voll Lust zu angeln, spontan. Also, da sind vier Spots. Und das hat in allen vier Spots mal noch Angelscheine fordert. Oh, hier ist viel Lust. Hier ist viel Lust. Ja. Na, einen wunderschönen guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Haben Sie eigentlich einen Angelschein? Angenmal bitte die Angelscheine. Der Herr, haben Sie einen Angelschein? Ah, der hat einen Fischingschein. Sehr schön. Haben Sie einen Angelschein, der Herr? Aber sicher, Moment. Wenn Sie mir mal bitte den... Ja, das ist ja unfassbar, der hat einen Angelschein. Warte, warte, haut der ab. Der haut ab. Haben Sie keinen Angelschein, der Herr? Der hat keinen Angelschein. Doch, der hat einen. Warum rennt der weg? Haben die alle einen Angelschein? Naja, nur die zwei hier rechts. Hat der Rest einen Angelschein? Ja. Wurden die schon kontrolliert? Der ist schon angezeigt, der ist schwarz. Nee, nee. Der ist schwarz, zeigen Sie mal bitte. Oh, der hat keinen Angelschein. Bitte festnehmen. Ich habe einen. Oh, nicht mich. Das war der falsche. Der hat keinen, der hat keinen. Nee, ich habe einen. Lüge. Ist auch gegangen. Ah, den können Sie nicht nehmen. Der wird abtransportiert, ne? Ich glaube, das ist der Herr Winkler. Wie bitte? Wer? Ich heiße nicht, Herr Winkler. Nee, ich heiße so nicht. Okay. Lassen Sie sich das in der Lehre sein. Nächstes Mal erkennen Sie mich nicht, einfach so. Oh, das ist ja wirklich ein sehr starker Wellengang hier. Gehen wir weiter an die nächste Stelle? Ja. Oh. Guten Tag. Moin, moin. Einmal die Angelschein, bitte. Haben Sie einen Angelschein, der Herr? Ja. Einmal die Angelschein, bitte. Ja, zeigen, bitte. Wunderbar, wunderbar. Angelschein, Herr, jetzt sofort. Zeigen Sie mir den. Ja, chillen Sie mal. Machen Sie hinne jetzt. Ein bisschen netter, Kollege, bitte. So, was haben wir denn hier? Drive D, CDWL, CDLB und CDLA. Aber ich sehe hier keinen Angelschein. Herr Atmakar. Da glaub ich, ein Angelschein. Der hat keinen Angelschein. Was machen wir da? Hallo, der hat einen Angelschein. Ähm, Herr Macher. Ja? Warum sterben die eigentlich so schnell? Das ist vom System irgendwie so aus. Wenn du Handschein ins Wasser kommst und tauchst, bist du tot. Verstehe. Das ist gut zu wissen. Danke für die Info. So, haben Sie den jetzt aber... Er hat einen Angelschein. Aber ich glaube, der möchte auch tauchen gehen. Gehen Sie mal. Einmal tauchen gehen, ja? Hallo, wieso denn? Weil Sie so vorlaut sind. Gut, dann schicke ich das hoch, ne? Sie behindern uns bei unserer Arbeit. Was wollen Sie denn hochschicken? Ich werde hier ohne Grund... Ohne Grund was? Sie behindern uns bei der polizeilichen Maßnahme. Ich habe Ihnen bloß gesagt, dass der einen Angelschein hat. Ich werde das sowas dann hochschicken. Hm, alles klar. Ich finde es aber schön, wie er so einen kleinen Dipper macht ins Wasser, so einen Körper und dann einfach stirbt. Oh, schön, sehr gut. Mach du den nächsten Mal. Ich mache jetzt gar nichts. Ich will nur zuhören, weil mich erkennen die an der Stimme sofort. Der hat einen Angelschein. Kleinen Moment, ja? Ich hole nur den Fisch rein, dann geht's los. Haben Sie jetzt einen Angelschein, ja oder nein? Sonst knallt es gleich. Bisschen schneller, bitte. Sie haben nicht den ganzen Tag Zeit, ja? Nee, ihr seid so schlimm. Okay, Sie haben einen Angelschein, aber können Sie tauchen? Weil Sie brauchen auch so einen Fisch. Wie nennt man das? Seepferdchen? Habe ich schon. Seepferdchen? Okay, dann kresentieren Sie das bitte einmal zu mir, wie Sie tauchen, damit ich mir auch sicher gehen kann, dass Sie Seepferdchen haben. Oh, ich glaube, die Dame hat keinen Seepferdchen. Schade. Haben Sie einen Angelschein? Ein paar Sekunden später. Ja, das ist natürlich sehr unglücklich. Die hatten alle keinen Angelschein hier. Oh, das spürst du die ganze Familie, du. Wie irrenlos, Junge. Oh. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Die spielen, glaube ich, Bowling. Hallo, guten Tag. Ja, kann man Ihnen helfen? Ja, wir sollen hier ein Paket ausliefern für Sie. Für uns? Ja, ja, für Sie, in der Tat. Ja, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich für uns ist. Ich glaube, das ist entweder für die Bowling-Arena hier oder... Das machen wir doch nur einfach so zum Spaß. Wir sind nette Burger. Wir wollen Ihnen was Gutes tun. Schauen Sie mal. Wir liefern keine Pakete aus, sondern einfach nur ein paar leckere... ...Stücke Kuchen. Wir legen Ihnen die hier auf den Boden. Schönen Tag noch Ihnen. Aber teilen, ja? Oh. Oh, vielen Dank. Schellen, wie wir es abgeben. Hallo, nicht alles nehmen. Oh, der sieht echt lecker aus. Ich habe einen genommen jetzt bisher. Warte, ich nehme mal noch einen zweiten. Warte, ich habe keinen Katzen. Ja, schon mal hier. Oh, oh. Hat der andere nicht auch Kuchen gegessen? Ah, hör mal, was ist das denn, Junge? Was ist denn da passiert? Wollen Sie mich verarschen? Was ist das für Kuchen, Junge? Oh, wir haben den nicht gebacken. Wir haben den nur ausgeliefert. Ja, ich glaube, ich spinne, Junge. Oh nein, mein Kollege. Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Wir haben den Eingang von der Bowlingbahn zugemacht. Jetzt fahren Sie lieber weiter, bevor ich Ihnen hinterher fahre. Aber ganz schlott jetzt hier. Fahren Sie jetzt hier. Wir sind nur die Lieferanten, Entschuldigung. Aussteigen aber ganz schlott jetzt hier. Wir wussten nicht, was in dem Kuchen drin ist. Jetzt steigen wir auf Sie, ey. 20 Minuten später. Oh, was? Ah, der Zitter. Sie sind doch da. Die werden gerade abgeschleppt. Der wurde wiederbelebt. Der wurde abgeschleppt. Ey, Sie haben wieder ein Auto. Ey, ey. Ja? Hallo? Sag mal. Kommen Sie mal raus jetzt hier. Wieso? Kommen Sie mal raus. Hallo? Wir sind gerade Pakete am Ausliefern. Alles gut. Ja, Sie haben doch uns gerade hier ein Paket abgeliefert, oder? Ja, selbstverständlich. Meinen Sie dieses Paket? Ja, genau dieses. Aber ich brauche das jetzt nicht. Also, da steht als Absender drauf, äh, Hauswirt. Feuerwehr. Hauswirt? Das könnte für mich sein tatsächlich. Darf ich das mal haben? Nehmen Sie doch. Darf ich das mal haben? Hier, wenn Sie, nimm das mal bitte. Ne, warum ich? Wir können es auch mal aufmachen und gucken, was drin ist. Oh, Kuchen. Oh, ich lege es mal hier hin für Sie. Wir machen dann mal weiter mit unserer Lieferung. Sieht ja lecker aus. Ey, das gibt es doch nicht. Ja, Jungs, habt ihr Interesse am Motorblockern? Ja, gib her. Ja, geh in den Schwarzmarkt rein und kauf dir welche. Oha, oha, warum so frech, Junge? Ab ihn. Was soll denn die Scheiße eben? Was ist denn für die Scheiße? Ein illegales Verkaufen von Motorblockern? Was beleidigen als wir am Anfang? Das sind genug. Was habe ich gesagt? Du hast uns beleidigt. Womit? Eine Beleidigung. Womit? Beleidigung halt. Du warst halt sehr frech. Ich bin immer frech. Das ist ja nicht mein Problem. Das muss ich nicht so tun. Ich bin wohlhand. Ja, ich weiß, dass du nichts zu tun hast. Richtig. Versage. Versage? Ja. Gerne mal ein Level, sag ich mir dazu. Nochmal, was hast du gesagt? Du versuchst mir Wasser zu reichen. Warte, ich nehme dir mal die Maske. Aber irgendwas stimmt mit dem nicht. Wenn du so inkompetent bist. Nimm mal die Maske runter, bitte. Komm mal her. Ach, um Gottes Willen. Digga, bitte. Gott, Alter. Ich kann das hier alles nicht mehr. Bitte, muss ich dich jetzt... Maddox, Montana. Maddox, Montana. Wer ist das? Habe ich noch nie gehört. Ja, mein Beileid, wenn man halt einen PDG hat, ne? Irgendein Versorger ist das, der sich fühlt. Versage. Fragt mal ein bisschen so bei euren Runden nach, wer ich bin. Soll man dich kennen? Wo sind wir Runden? Ich denke mal der eine oder andere. Ja, das sollte man schon. Aber ich bin auch mal froh, wenn man mich nicht kennt. Ich bin Maddox. Maddox, was machst du denn so? Was ich mache? Business. Alles, was du dir vorstellen kannst am Business. Geld halt. Was machst du denn für Geschäfte hier? Ich verkauf Klamotten. Klamotten? Klamotten. Ich dachte schon, du bist jemand Wichtiges hier. Das ist ein Schuhverkäufer. Ich bin bei Weileid, genau. Ach, der Ebene wäre jemand Wichtiges, aber anscheinend ist das einfach nur ein Schuhverkäufer. Wenn ich nichts kann. Schon cringe. Wolltest du hier boxen oder was? Willst du hier sterben oder was, Maddox? Ja, Digga, guck mal. Bin ich dein Digga, okay? Erstens. Guck mal erstmal, dass ich euch umgekehrt kann, ja? Und zweitens hat man ein bisschen mehr Respekt, ich bin Beamter. Ich brauche keinen Respekt für dich zu haben, du Köter. Maddox, warum so unhöflich? Sei leise und sei nicht so unhöflich, okay? Sonst kommst du sofort ins Gefängnis, kapiert? Ja, und? Der kann sich das Gefängnis gar nicht leisten, der Montana. Ist gleich ein Bußgeld. Hast dann zehn Jahre akkern, um das abzubezahlen. Ey, tut mir das bitte nicht an. Ich war noch nie im Gefängnis. Ich habe gar kein Geld. Oh mein Gott. Du weißt, dass du kein Geld hast. Scheiße. Ihr seid Staatsgürter, meine Lieben, ja? Nein, keine Schuhverkäufer. Das Problem ist, dass ich mit Schuhverkauf und mehr Geld mache, wie du in einem Monat in deinem Staatsgürt. Mit Fake-Heeses, weißt du? Feinlich, Montana, feinlich, feinlich. Boah, es ist unangenehm. Hast du kein Geld für echte? Guck dich mal an, Junge. Nee, nee, ich habe kein Geld für echte Schuhe, nee. Guck dich mal an, wie unangenehm. Oh, jetzt sehe ich euch wieder. Hi. Na, ihr grieb... Der hat Fake-Heeses. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das sind keine echten. Ey. Oh, nee, das darf man aber nicht. Ey, du kannst nicht am Boden reden. Hallo, du bist tot. Du kannst nicht am Boden reden. Nein, kannst du nicht. Montana, das geht nicht. Du bist tot. Warum denn nicht? Montana, du kannst am Boden nicht reden. Montana, das geht nicht. Ich habe das Recht zu schweigen. Muss ich aber nicht. Montana, am Boden reden kannst du nicht. Das geht nicht. Hör auf jetzt. Status besetzt. Das ist doch wunderbar. Dann werde ich jetzt hier einfach hingehen und denselben Zaun dorthin stellen. Das ist so ehrenlos. Ich schwöre, das ist so ehrenlos. Oh, nein. Oh, nein. Ich glaube, da stehen sogar zwei, die gerade am Tune sind. Oh, Mann. Ey. Haben Sie das da hingestellt? Nee. Können Sie das mal wegmachen? Wie das denn? Ich kann das gar nicht. Ja, ich glaube, weil da besetzt steht. Ey, machen Sie auf jetzt. Machen Sie das Ding hier weg. Wir wollen auch noch tunen. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Ich war das nicht. Ich war doch mein Freund. Machen Sie das jetzt weg und hören Sie auf zu diskutieren. Wir wollen auch noch. Warum ist das ein Tor? Ja, das hat Ihr Freund da hingemacht. Machen Sie das weg. Welcher Idiot hat das Tor hingesetzt? Na, der hat aber mit diesem Torbahn auf seinen Kopf, Alter. Nein. Hä, ich bin gerade selber hier hingekommen. Das ist so voll verkalkt im Kopf, Alter. Nee, mach mal weg. Ich will rausfahren. Ich wollte meine G-Klasse tunen. Das war schon da. Deine Scheiß-G-Klasse da hinten. Ey, egal, du. Der raucht einfach Shisha. Machen wir ja bitte das Tor weg, wenn wir rausfahren. Können Sie das bitte jetzt wegmachen? Ich möchte reinfahren. Na, Junge. Junge, wir haben das nicht da hingemacht. Jetzt hör auf. Kralst du es nicht? Mach es einfach weg. Mach doch weg. Mach du das doch weg. Junge, ich kann da nichts dafür. Ich habe es nicht hingesetzt. Du hast angefangen damit. Ich war es doch auch nicht. Digga. Machen Sie das jetzt einfach weg. Mein Arschhecken können Sie. Mein Popo. Ranko machen kannst du machen. Gehen Sie in den Rohren und dann kommen Sie wieder. Nee, ich will hier eigentlich nur reintunen. Der mit der gelben Regenjacke hat hier so ein Tor hingesetzt. Der findet das lustig. Hab ich nicht. Wieso? Wieso denkst du, soll ich das gemacht haben? Wieso? Wie? Denkst du, ich darf einfach mal so ein Tor hier einstecken, ziehe ich mir aus dem Arsch? Ja, ihr wart die einzigen, die hier waren. Und wir sind gekommen und dann war das Ding hier. Ja, weil wir die ganze Zeit drinnen waren. Wir haben doch keine Ahnung, wer das hingesetzt hat. Du hast es da reingesetzt, weil du reingelaufen bist. Ich war es nicht. Ja, ich werde jetzt den Engel rufen. Ich habe ja schon einen Clip gemacht. Wir waren jetzt seit 30 Minuten drinnen. Nee, ich rufe jetzt einen Engel. Wir, 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 zu. Ich habe einen Clip davon. Ich rufe jetzt einen Engel. Was ist denn ein Clip? Dich da, du Lutscher. Hey, hey, hey. Nein, nicht du. Dein Kollege, der den Zaun hier hingesetzt hat. Der kann doch nicht einfach einen Zaun hier hinplatschen. Das geht nicht. Ich habe keinen Zaun platziert. Ich war ja am Tunen die ganze Zeit. Mein Kumpel sollte mir ein bisschen Beratung geben. Ja, ja, das würde ich auch sagen an deiner Stelle, um mich zu schützen. Alles klar. Danke. Zeig mal, zeig mal den Bodycam-Clip. Na, das ist doch Beweis genug. Ich hätte gerne mal gesehen, wie ich dort den Zaun platziert habe. Das ist doch Beweis genug. Was, dass wir drinnen waren und dann auf einmal ein Zaun ist. Ja, genau. Wir haben den platziert. Du hast den platziert. Ja, das geht ja nicht, weil ich bin erst angekommen. Ich bin doch angekommen und das Ding stand schon. Du bist schuld. Ja, und wir waren drin. Wir waren es nicht. Du warst es. Gib es zu. Nein, ich war es nicht. Wie soll ich das machen? Du warst es. Wie soll ich einen Zaun platzieren? Sag es mir bitte. Gib es doch einfach zu. Sag mir bitte, wie ich einen Zaun platzieren kann. Na, du hast einen Zaun gekauft und ihn platziert. Wo kauft man? Zäune. Ich war es nicht. Gib es doch einfach zu, mein Gott. Jetzt war mal hier keine Fraxen und schieb es nicht auf mich. Ich war es doch nicht. Meine Güte. Unnötig. Wie absolut unnötig. Denkst du, ich habe Bock hier drin zu gammeln? Ja, ich glaube, du hast Bock. Ich will einfach nur weiterfahren. Ich bin fertig mit Tuning. Das ist einfach nur unnötig, was du hier machst. Du solltest dich schämen. Junge, war ich es? Wieso? Ich war es nicht. Jetzt müssen wir hier alle warten, bis du den Zaun wegräumst. Wir müssen warten, bis ein Atmen kommt. Junge, ich kann den Zaun nicht wegräumt, weil ich diesen Zaun nicht platziert habe. Ja, ja, du bist schuld. Ja, komm, langsam glaube ich, du verarschst nicht. Ich bin doch selber erst angekommen mit der Frau da hinten und dann stand der Zaun schon. Junge, wir waren drinne. Wir waren drinne. Ja, und wir waren drin. Du hast den Zaun hier hingestellt. Ja, bestimmt eine halbe Stunde drin getötet. Ich habe es genau gesehen. Alles klar. Dann zeig mal, zeig mal, wie du es gesehen hast. Zeig mir mal den Clip. Ne, den Clip, den zeige ich jetzt, den zeige ich jetzt im Atmen. Achso, weil du keinen hast. Weil du keinen hast. Das wäre gut. Wie ich dort den Zaun platziert habe. Wäre schon krass. Komm, ich diskutiere nicht weiter mit dir. Du hast offensichtlich einen sehr niedrigen IQ. Junge, ich war es doch nicht. Ich war es doch nicht. Wieso sollte ich den Zaun platzieren? Es gibt hier drei Möglichkeiten. Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Und drittens. Oh, jetzt bin ich einfach mal auf dritten. Du warst es. Pass auf, mach das Ding weg oder ich hol göttliche Unterstützung. Dann wird es hier andersrum gehen, mein Freund. Ja, ich war es doch nicht, Mann. Mach es doch einfach weg, Mann. Ja, ich diskutiere dann nicht. Ich hole jetzt jemanden. Fertig. Er glaubt sogar wirklich, dass er es war. Was habe ich hier getan? Weißt du, wir kamen eben hier hin. Und dann war der Zaun schon da. Und dann kam er raus und hat gesagt, Haha, guck mal, wir haben das jetzt eingenommen. So unnötig. Hä, nein. Was behauptest du jetzt was? Ich habe nie gesagt. Das hat doch jeder hier gehört, der da war. Die Frau, die eben hier war auch. Junge, nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Wei, wei, wei. Ich habe diesen Zaun nicht platziert. Ich habe keinen Zugriff auf den Zaun. Ich weiß noch nicht immer, wo man einen Zaun herbekommt. So unnötig, Junge. So unnötig. Ich habe einen Clip davon. Ja, genau. Ja, ja, ja. Dann zeig doch mal den Clip. Aha, Gleckmeier, Zuschauer also auch noch. Es ist offensichtlich, dass du trollst. Mach doch einfach irgendwer diesen Scheiß. Ja, es kommt gleich ein Engel. Das geht nicht. Ich habe keinen Zugriff drauf. Ja, mir hat er auch schon geschrieben. Wir kümmern uns um uns. Ja, mir hat er auch schon geschrieben. So, ich habe jetzt keinen Bock hier. Mir hat er sogar zuerst geschrieben. Dass mir das unterstellt wird. Ich gehe jetzt hinter und Arschlecken isst. Ja, besser ist, du gehst Arschlecken, Versager. Komm, du möchtest gern. Aber du hast ja auch ein bisschen Kalk in deinem Kopf, oder? Komm, du möchtest gern. Ossi, kannst auch direkt nach hinten fahren. Ja, du waschlafen, Alter, und deinem Kopf, ey. Was willst du denn? Du bist doch sein Komplize. Ihr habt das doch zusammen ausgeheckt. Sag mal, kannst du das nicht wegmachen, bitte? Ich habe mit dem Engel geschrieben, das ist ein spezieller Bürger dieses Staates, der das gemacht hat. Oh, ein spezieller Bürger dieses Staates. Wann kann ich wieder tunen? Ja, nächsten Samstag. Wieso dann? Sorry, ist er da gerade ein bisschen. Drehen Sie hier filmen, oder was? Wir renovieren, ja, ja, ja. Nur renovieren, aha. Jetzt geben die sogar zu, dass die das waren. Wei, oh wei. Hinterher, Sie könnten ja vielleicht globale Unterstützung fordern. Ich glaube, ich könnte wirklich globale Unterstützung anfordern. Moment, ich mach das mal. Und was ist, wenn du den Zaun platziert hast, und uns jetzt hier die ganze Zeit irgendwas unterstellst? Ich kam doch erst an, und der stand schon. Warum soll ich das denn machen? Ja, und wir waren drin. Und wir waren drin. Oh, so unnötig. Sag uns das, wie wir beim Tunen das machen können. Die haben sich da drin eingesperrt. Wir haben gar nichts. Wir waren eine halbe Stunde tunen, und wo wir rausfahren wollten, war der Zaun. Machen Sie das doch einfach ab, meine Güte. Junge, ich hab doch keinen Zugriff auf den Zaun, wenn ich das machen könnte. Was haben die Kriminellen hier gemacht? Das ist von dem Gelben, der hat das hingestellt. Junge, ich hab's nicht hingestellt. Das hat er schon zugegeben. Der findet das lustig. Wollen Sie sagen, der Kollege vom FHB ist ein Lügner oder wie? Also der macht hier keine Furchtung. Das macht hier richtig Bock zu warten. Ich denke, ich hab mir das ausgesucht. Es kommen immer mehr. Ich könnte kurz schlafen gehen, komm wieder, und dann sehen Sie, dass der Zaun immer noch steht. Ja, dann machen Sie das. Wenn das Ding verschwindet, dann waren Sie das, oder wie? Ja, alles klar. Dann können Sie mich auch gerne dafür dann bestrafen. Ja, alles klar. Ah, aber der Zaun ist nicht da. Jetzt ist er jetzt weg. Aha. Aha. Er war's also. Steigen Sie sofort aus. Aussteigen. Warum schießen Sie? Das ist ein Komplize. Der hat zusammen den Zaun hingestellt mit seinem Kollegen. Trotzdem schießt man nicht. Man schießt nicht. Aussteigen jetzt. Nicht schießen. So, einmal bitte Ihre Dienstnummer. Lass es? Ja, toll, Digga. Bist du lustig? Bist du lustig? Das war genau der da vorne. Das war der da vorne, Junge. Ich hab's genau gesehen. Das war der hier. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Der ist wieder da mit der Regenjacke. Ey, das ist der Typ hier vorne mit der... Ja, ey. Sie sind so lustig, ne? Oh mein Gott. Das war der F.A. Bieler. Der Officer hier vorne hat's hingestellt. Alter, sind Sie lustig, Junge. Der hier vor mir war das. Mit der Waffe in der Hand. Ja, komm. Oh mein Gott, wie unlustig du bist. Boah, Junge, Junge. Machen Sie diese scheiß Marikade weg. Wie unlustig. Bau es jetzt ab. Machen Sie diese scheiß Marikade weg. Bau es doch einfach ab. Machen Sie diese Marikade weg, Alter. Bau es doch einfach ab. Ich hab's euch hochschicken. Bau doch einfach ab. Das war genau der hier vorne. Ich hab's genau... Ich hab gar nichts gemacht. Der mit der lila Weste ist sehr korrupt. Ja, komm, labern Sie keinen Mist hier. Sag mal, was denn hier ist. Ah, jetzt kann mal wieder... Oh, wir wollen rennen hier rein. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich war das nicht. Wie oft denn noch? Ich hab's doch genau gesehen, Junge. Ich bin die ganze Zeit schon hier. Ich war's nicht. Ich hab's doch genau auf Bodycam. Was wollen Sie denn von mir? Oh mein Gott. Warst du's nicht? Wie nervig. So, damit gehe ich jetzt übrigens zur F.A.P.C. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Ja, alles klar. Komm, die sind wir hier in der Hand schüllen. Hallo. Äh. Komm, hallo. Was soll das? Äh. Hallo. Papiss dich. Lass sie mich doch raus. Halt's Maul. Junge, oh mein Gott, seid ihr witzig, Digga. Ab in den Knast. Geil, Digga. Bist du witzig, Junge. Witz-Welt. Also springen Sie dann jetzt ins Gefängnis für diese Aktion. Das finde ich gar nicht lustig. Hm, nein, ich find's auch nicht witzig. Sei leise, du kleiner Knirps. Hosenscheißer. Junge, lass die Nummer einfach los. Ich hab gar nichts gemacht. Wenn Sie denn eine Barrikade hinstellen, dann sind Sie sie etwa wieder, ne? Ja, toller Job, was Sie machen. Toller Job. Ja, richtig nett. Richtig nett, Junge. Lassen wir jetzt hier raus. Was? Sie wollen raus? Oh, Alter. Ja, komm. Oh mein Gott. Ja, komm. Bro. Ach stimmt, der kann ja nicht schwimmen. Da unten im Wasser ist er. Der ertrinkt, glaube ich, jetzt, weil er nicht schwimmen kann, weil er ja noch gefesselt ist. Oh nein. Ich rette Sie. Ich rette Sie. Können Sie schwimmen? Nach oben tauchen. Tauchen Sie auf. Nach oben. Nach oben. Schwimmen. Ja, sind Sie lustig, ne? Kommen Sie hoch. Tauchen Sie doch auf. Ja, witzig. Sie ertrinken. Schnell. Geht doch. War doch nicht so schwer. Junge, lassen Sie doch mich einfach mal jetzt los. Ich verstehe Sie nicht. Hallo. Schwimmen. Schwimmen Sie. Ja, oh mein Gott. Lassen Sie mich doch mal in Ruhe. Was soll das? Ja. Geil. Ich bin so ein Unmensch, Junge. Ich bin so ein gottloser Unmensch. Die haben nur einen, okay, okay. Ich mache da jetzt jetzt schnell zu. Ich platziere hier so ein paar Baucontainer. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Das ist jetzt mein Haus. So, das ist jetzt mein Anwesen. Mein Anwesen. Warte, warte, warte. Die Frage ist halt nur, wo sind die? Oh, ich sehe die sogar. Da oben sind die. Ich weiß nicht, ob man die in der Aufnahme sehen kann. Aber da stehen ein paar. Oh, die kommen. Die kommen. Die kommen, die kommen, die kommen. Das ist jetzt mein Anwesen. Das gehört jetzt mir. Oh, oh. Schnell hinlegen. Hinlegen. Was ist das denn? Dreh mich mal ein bisschen. Ich sehe nichts. Ey, was wollt ihr in meiner Hut? Raus hier. Hapis dich, du scheiß Kind, Alter. Raus hier. Das ist mein HQ. Dennis, gib nicht mehr Waff. Ja. Du fettestig scheiße. Ich will der dicke Fettitizmutter, du Hutschbock. Weg von meinem HQ. Das gehört mir. Weg hier. Oh, halt's Maul. Geht jetzt weg. Das ist mein HQ. Nein, das ist mein HQ. Hey, lasst mein HQ stehen. Hey, hey, mein HQ. Lass das. Könnt ihr bitte jetzt aus meinem HQ raus? Jetzt gehe ich kaputt. Hey. Guck mal, der sterbt gar nicht. Hör auf damit. Du kleiner, du kleiner. Dennis, komm mit, Dennis, komm mit, Dennis, komm mit, Dennis, komm mit. Ich raste jetzt komplett aus, wirklich. Ich glaube, die sind ein bisschen sauer, ne? Ey, was haben die vor? Wollen die hier einbrechen? Gibt es noch einen zweiten Eingang? Sagt mir nicht, es gibt noch einen zweiten Eingang. Ah, oh nein. Oh nein. Okay. Verdammt. Verdammt. Nein, nein, nein. Die wissen genau, dass ich hier bin. Ich kann mich hier nicht verteidigen. Ich kann sie versuchen festzunehmen, aber mehr kann ich nicht tun. Oh, was ist das hier für Scheiße? Ich hätte die Bock gebaut. Die kleine H***e Bock. Hier, Fortnite. Jungs, das hat alles das kleine Scheißkind gemacht. Verdammt. Ich werde dir hier nicht los. Das ist ein kleines H***e Kind, Alter. Ey, hört auf mit den Beleidigungen, yo. Wie kriegt man die Scheiße hier weg? Gar nicht. Nur ich kann das. Gar nicht. Das ist Mod-Menü, hundertprozentig. Mod-Menü, ja. Okay, ich renne da jetzt einfach hin. Ich renne jetzt einfach hin und probiere es. Zwei sind runter. Zwei sind runter. Wo ist er wieder? Ich f*** doch seine Mutter. Da ist er. Wo ist das Scheißkind? Da steht, Dennis steht auf Männer. Ich f*** seine Mutter. Dennis steht auf Männer. Dennis steht auf Männer. Dennis steht auf Männer. Der war gerade da oben. Genau da war er. Dennis steht auf Männer. Ja, der Mutter steht auf mein Penis. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Dennis steht auf Männer. Alter. Jetzt geht mal der nächste hier auf den Sack. Die gehen jetzt wieder hinten rum. Die versuchen wieder hinten rum zu laufen. Ich muss jetzt ganz schnell hinten rum. Ich glaube, da werden die jetzt nicht mehr hochkommen. Oder sich irgendwie da hochbacken. Das ist jetzt mein Club und meine Burg. Hey, geht jetzt weg von meiner Burg. Das ist mein Club. Hey, lass mich mal rein da. Wir können das auch anders klären, wenn ihr nett seid. Ne, Dennis steht auf Männer. Ist klar. Das stimmt. Dennis. 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 Hey, Dennis. Dennis. Hey, Dennis. Deine Mutter sitzt bei Kiko unter der Kasse und macht Piep, du Bastard. Der Witz ist alt. Ja, so alt wie der Mutter. Der Mutter zieht Katapult in der Kontra. Dennis, du stehst doch auf Männer, oder? Ja, auf der Mutter, weil der Mutter Trans ist. Darf ich uns vorstellen? Das ist mein neues HQ. Jeder, der sich bewerben will, bitte vorne aufstellen. Halt's Maul. Komm her, ich muss eine Stimmbruch. Ihr dürft nicht älter als 16 sein, sonst nehmt ihr euch nicht an. Halt's Maul. Alter Maul. Der Mutter lässt sich für 3,50 Euro in den Sack dreht auf der Kirmes. Jeder, der Dennis heißt, der wird sofort gekickt. Wir nehmen keine Denisse mehr auf. Digga, du fette Stück Scheiße. Und auf dem Tiffel liegt deine Mutter kaputt. Ey, guck mal, was ist das für Scheiß? Wollt ihr euch bewerben? Nee, das ist das nicht. Wollt ihr euch bewerben? Boah, das ist so weird, ne? Das ist so maximal unangenehm, wenn dieses Auto keine Geräusche macht. Das wirkt, als ob GTA kaputt ist. Aber es ist nicht kaputt. Oh Mann, ey. Das unsichtbare Bootmobil. Und vor allem, das unsichtbare Bootmobil ist halt auch super stark, ne? 14 Tonnen schwer oder so. Das heißt... Bro, dieses Auto ist halt übelst schwer. Ey, was fährt da auf der Minimap? Da fährt irgendwas rum. Was ist das? Ist das ein Event? Warte mal, da muss ich hin. What the fuck? Ah, der fährt zum Tuner. Zum Tuner könnte ich tatsächlich auch mal fahren. Jetzt reicht er. Oh Mann. Cool. Hast du mich gerade nicht gesehen? Hallo? Hast du mich gerade nicht gesehen? Yo, sorry, Homie. Ich hab dich nicht gesehen. Du warst unsichtbar. Ach, für mich warst du irgendwie auch unsichtbar, ja. Kann ich das wissen. Aber ich wollte mein Auto tunen lassen. Welches? Äh, nein, nein, nicht... Was willst du drauf haben? Das ist nicht mein Auto. Ach so. Nicht das. Lambo. Ah, ja, dann komm mal mit. Ähm, nein, nein. Homie. Hä? Mein Auto steht schon auf der Bühne. Ja? Wo? Ich seh's nicht. Doch, das steht auf der Bühne. Ich seh's nicht. Ist unsichtbar. Guck hier. Das ist das unsichtbare Bootmobil. Kennst du nicht? Nein. Hä? Hä? Bro, wie soll ich das tun? Was ist das? Ich seh doch gar nichts. Ändere mal bitte die Farbe. Mach mal bitte Farbe gelb. Ich hab gedacht, ich hätte Kopfschmerzen. Aber du siehst das auch, das unsichtbare... Äh, gelb, bitte. Sieht das gelb gut aus? Kannst du auch die Frontschürze ändern, bitte? So Anbauteile. Ich seh nichts, oder? Was? Und neue Felgen hätte ich auch gerne. Bro, ich seh die Felgen nicht, was? Hey, bist du bescheuert? Er hat gegen mein Auto geblascht. Komm, ich hab mit der Waffe. Ich sag's dir, das ist kein zweites Mal. Runter mit der Waffe. Ich lass mich doch nicht bedrohen. Sieht das Auto jetzt hauptsache gut aus? Ja, sieht gut aus. Danke. Wer bist du? Erzähl mal. Malik. Figa, jetzt mal. Hast du ein bisschen Geld? Ja, komm, ich geb dir Geld. Die wollten mich abziehen. Kannst du mir helfen, bitte? Ich hab dir doch nichts getan. Kannst du mir Geld geben, Geld? Weiß ich nicht. Bitte komm, mein Junge, bitte. Ich hab nicht null Dollar. Ich will mich anziehen. Ja, komm, komm. Wir müssen laufen, komm. Ich hoffe, deine Mutter, du machst mir nix. Nee, auf Mutterschwören macht man nicht. Ja, aber ich hab eh hinter mir Leute. Also, Bro, wenn ich eigentlich ein Rackert macht, Digga, eigentlich kannst du mir nix machen. Ich bin da im Schwarzen Gang. Was? Was für Leute hast du hinter dir? Ey, Bro, hilf mir. Nein, fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter, Bro. Nein, bitte nimm mich mit. Bitte, Bro, bitte. Bro, steig ein. Vertrau mir, steig ein und fahr einfach weiter. Warum? Bro, der will mich... Bitte hilf mir, bitte, Bro. Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Ich küsse dein Herz. Ich kann nicht mal ne Waffe benutzen. Das war ganz klar RDM, meine Freunde, ja? Das war ganz klar RDM. Später. Oh mein Gott, danke. Alles gut bei Ihnen? Ja, danke, danke. Kannst du mich grad wohin fahren? Wohin? Fahr mal grad aus. Warte mal einfach bei mir. Ich glaube, ich brauch dich öfter heute. Was? Nee, fahr... Nee, nicht hier. Fahr mal zur Bank. Ich suche einen Vargos-Typ. So ein Typ, gelbes Auto, kleiner, nerviger Junge hinten drin. Tut mir leid, aber ich bin Medic. Also, kurz irgendwo hinfahren geht schon, aber die ganze Zeit so... Ja, nur einmal, weil der hat mich angeschossen, weißt du? Nee, nee, hier ist er auch nicht. Okay. Gelbes Auto, weißer Schachbrett-Junge hinten drin. Oh, wo könnten die denn sein, Mensch? Ah, bei den Vargos. Fahr mal zur Vargos-Hut. Das ist jetzt wirklich die letzte, weil ich hab meinen Dienst so, weißt du? Ja, ja, alles gut. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Was arbeitest du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin arbeitslos. Ach so. Aber in so Geschäften schon verwickelt, oder? Ja, Auftragskiller manchmal. Stopp, das ist er. Ey! Ey, du! Was machst du hier? Ja, ich hab kein Auto, ich muss laufen. Nein, 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 Kollege. Nein, 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 ihr steigt beide aus meinem Auto. Nein, er steigt aus. Sein Kollege hat mich eben umgeschossen, einfach so. Hä, kenn ich nicht, ich bin nicht der. Er lügt. Ich hoffe, alles, wer ist das? Er lügt. Ich bin, ich bin der Neue, heute, ich bin heute gekommen. Medic, danke fürs Mitnehmen, kannst fahren. Kein Problem, schönen Tag. So. Ja, hallo. Jetzt reden wir beide mal. Oh mein Gott, das ist ein Scheiß. Ja, der Gelb ist wieder da, keine Sorge. Ey, Bumum, hilf mir. Bumum, hilf mir. Das ist ein Scherz, die wollen mich verarschen, gell? Wenn du jetzt faxen machst, ne? Ich war also beim Krankenhaus und dieser Junge hat nach Geld gebettelt. Dann wollte ich zur Bank mit ihm gehen. Ich will's gar nicht hören. Und dann kommst du und er schießt mich? Einfach so, ohne Grund? Ja, du hast auch gesagt, du willst mich abziehen. Bin ich behindert oder wie ist es jetzt? Bro, du lügst, ich bin behindert. Ich hab's gesagt, du gehst auf die Mutter. Nein, du hast gesagt, du hast gesagt, okay, lass zur Bank. Ja, lass zur Bank. Dann sagst du, ich bin nicht deiner Runden. Du willst mich abziehen. Wie bitte? Stimmt nicht, ehrlich, stimmt, ehrlich, du wolltest mich abziehen. Nein, Bro. Wir machen dir nix, aber du wolltest mich abziehen. Du gibst jetzt so viel Geld, was du hast gerade zu ihm, im Gelben, und die Waffe. Du hast auch noch eine Waffe. Und du gibst auch. Bro, ich hab keine Waffe. Sonst kann ich nicht ab. Ey, ganz kurz, wenn du jetzt Waffe ziehst, dann bist du komplett am Arzt, weil ich auf Funk, okay? Ich hab keine Waffe. Ja, dann kommen da tausend Mann, die ganze Gang kommt, okay? Und dann bist du echt gef***t. Gehört ihr irgendwie zusammen, oder? Ja. Ah, okay. Ich hab mich halt als Noob gemacht, also bin ausgezogen. Ah, okay, verstehe, verstehe. Trick, Betrügerei, oder? Du wirst keinen Trick sehen, du wirst keinen Trick sehen. So. Warte, steig aus. Alle aussteigen. Die Gaus. Alle aufbringen. Steig aus. Bro, ich verstehe gar nichts mehr. Ich weiß, Digga, weil ich... Geht einfach auf Mutter, Digga. Ich... Ich... Also... Warum? Wie... Ich weiß es nicht. Äh, brauchst du ne Gang, also ne Frack? Ja, ich dachte, der gehört zu euch? Äh, nö. Er will die ganze Zeit Geld haben, der will, dass ich ihm ne Knarre kaufe, der will alles von mir. Überkrasse Unfälle. Das ist ein Regelbruch. Das ist die Regel, überkrasse Unfälle dürfen, äh, hier. Er hat gerade Regelbruch begangen. Hier. Überkrasse Unfälle mit einem Fahrzeug zu machen und anschließend ganz normal weiterzufahren, als wäre nichts geschehen, ist ebenfalls verboten und zählt als Fail-RP. Ein paar Sekunden später. Hallo. So, Ausch, warum fährst du mit einem MD-Fahrzeug, warum fährst du mit einem MD-Fahrzeug? Alles Gutes, machen wir mit der P. Hallo. So, du darfst kein MD-Fahrzeug fahren, du darfst kein MD-Fahrzeug fahren. Der stand zwei Straßen weiter, ich wollte nur zurückbringen. Ich habe den doch gerade gesehen, den Medic da. Nein, das darfst du nicht. Hä? Bist du? Hier. Erklär mir mal, warum bist du mit dem MD-Fahrzeug? Erklär mir. Ja, ich bin eben erst wach geworden und habe gesehen, das MD-Fahrzeug steht auf dem Dach von so einem Parkhaus. Und dann habe ich den gesehen auf der Straße und habe es zurückgebracht. Ja, meine Waffen sind auch weg. Hä, aber ich habe das doch nur zurückgebracht. Warum denn ein Warn? Weil sie mit dem MD-Fahrzeug gefahren sind. Halten Sie fünf, zehn Sekunden die Leertaste gedrückt. Devin, ich finde das echt unfair von dir. Guck mal, es wurde, es wurde, äh, ein MDler hat gefunden, dass, ähm, einer, also, MDler ist halt, ist halt zu mir gekommen, hat, äh, meint zu Dings, dass einer mit dem MD-Fahrzeug fährt. Tobias, mir wurde gerade der MD-Wagen geklaut, bitte sag mir der Pol-Pol-Bescheid. Ich will den nicht mal filmen, dass wir unser MD-Fahrzeug fährt, zu wollen. Ja, dann bin ich hier rumgeflogen, habe geguckt im Now-Clip und dann habe ich dich gefunden. Dafür kann ich doch nichts, ich bin gerade aufgewacht, meine Waffen sind weg, alles ist weg. Ehrlich jetzt? War doch eben, sie waren doch, äh, Ding hier. Ich habe nichts mehr dabei. Valentin, 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 Valentin. Äh, es wurde, Ding hier, er sollt, äh, ist mit dem MD-Fahrzeug gefahren. Ja, ich habe jetzt eine Worn gegeben und er regt sich auf. Wieso sagst du nicht einfach, was, wegen welchem Grund hast du Worn gegeben? Ja, ich, ich, ich habe euch gerade einen Grund erzählt. Äh, einer hat, ähm, so, dass ein MD-Fahrzeug gefahren ist. Jungs, man versteht euch kaum, hallo? Äh, guck, mit, ähm, kein CV darf kein MD-Fahrzeug fahren, weil das verboten ist. Ja, ich weiß, aber du kannst, also... Habt ihr auch fähige Supporter? Seid ihr euch gerade wirklich am streiten? Nein, nein. Mach mal deinen Soundbot aus. Warum bist du so? Warum bist du so zu mir? Nein, wir streiten, wir streiten uns nicht. Okay, guck mal, wir, äh, wir, äh, ein, äh, also... Er ist trotzdem Warte gefahren, da kann ich nichts machen. Hör mir mal zu. Nein, nein, warte mal, warte mal. Rede mal nochmal. Ey, rede mal nochmal, rede mal nochmal. Du machst deinen Soundbot aus. Ich bade dich gleich, du machst jetzt deinen Soundbot aus. Devin? Warte mal. Wenn deine Soundbot auch noch bade. Ey, warte, 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 ich wollte dich, warte mal. Rede mal nochmal. Nee, ich will einfach nur meine Waffen wiederhaben. Krieg ich meine Waffen wieder? Das ist Cisco. Was? Das ist Cisco. Ja, das ist Cisco. Ja, das ist schön. Wenn du hier rund, rund fließt, wenn du wirklich Cisco willst, dann, ja. Das ist Cisco. Ja, es ist... Ja, halt doch. Oder warum dauert das so lange? Hallo? Hallo? Stopp, stopp, stopp. Ja, was willst du denn? Einen schönen guten Tag. Ja, was ist denn? Wie ist ihr Name? Das geht sie gar nicht an. Wie ist ihr Name? Das geht sie nichts an. Haben Sie überhaupt eine Lizenz, um hier Holz hacken zu dürfen? Haben Sie dafür einen Schein? Selbstverständlich. Zeigen Sie mir den. Zeigen Sie mir mal Ihren Dienstausweis und ziehen Sie erst mal Ihre Maske aus, bevor Sie mit mir sprechen. Zeigen Sie mir erst mal Ihren Schein, guter Mann. Kein Interesse, danke. Alles klar. Er flüchtet. Digga, verpiss dich. Ich sag dir wirklich, ich... Sie werden dann hiermit offiziell einmal festgenommen, ja? Sie haben das Recht zu schweigen. Halt deine Fresse, Alter. Du bist kein Officer, Mann. Verpiss dich hier, das ist eine Green Zone. Haben Sie Ihre Rechte soweit verstanden? Du Schwanz, hau ab. Dann würde ich Sie jetzt bitten, mir einmal zu folgen, ja? Digga, ich schicke das hoch, lass mich los. Ich schicke das jetzt los, ja? Lass mich los, Alter, ich schwöre dir. Wo wollen Sie das hinschicken? Kann mir mal jemand helfen? Der Schwanz entführt mich hier. Also, das ist keine Entführung, das ist eine Festnahme, ja? Ja, interessiert mich nicht. Sie haben gar keine rechtliche Grundlage, mich hier festzunehmen. Ich gehe hier arbeiten, ich habe einen Arbeitsvertrag, also lassen Sie mich frei. Und hören Sie da aus, so schwul zu reden. Das interessiert mich überhaupt nicht, was Sie zu sagen haben. Was ist denn das für ein lächerlicher Name? Der Name ist CJ. Wer heißt denn CJ? Das geht Ihnen absolut feuchten Furze an. Das sind ja nur zwei Buchstaben. Hässlicher Affe, Alter. Waren Ihre Eltern irgendwie besoffen? Nun, Sie haben das Recht zu schweigen. Komm mal bitte, einfach, tauch jetzt einfach mal auf. Mach den bösen Admin. Ich glaube, der checkt das dann nicht. Stopp, stopp. Wer ist das? Ey, helfen Sie mir, der Spastien entführt mich. Ja, das habe ich so ein bisschen beobachtet. Der Herr vom FIB, seit wann schnappen wir uns denn einfach Leute, die nur friedlich Holz hacken? Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie sind einfach nur ein Passant, okay? Können Sie bitte die Polizei rufen? Lässt du den Herrn bitte raus oder ich werde ungemütlich. Ja, den kannst du gleich mal einsperren, Alter. Das ist echt eine Frechheit hier. Sinnlos Zeitverschwendung und dann hat der auch noch mich die ganze Zeit, der hat mir gar nicht erklärt, was ich falsch gemacht habe. Haben Sie überhaupt eine Lizenz, um hier Holz hacken zu dürfen? Kein Interesse, danke. Mach mir die Handschellen ab. Mach mir die Handschellen ab. Ey, sei mal leise gerade, ja? Mach mir die Handschellen ab. Machen Sie jetzt den Handfesseln los, ansonsten geht es in den Admin-Jail. Ah, okay. Der gehört in den Admin-Jail. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich sofort in den Admin-Jail gekommen. CJ, ich bringe dich gerade zum Holzhacker. Da warst du ja, ne? Ja, ja. Und dann kümmere ich mich um den. Der Herr von MfW, du bleibst hier und wir unterhalten uns gleich nochmal auf ein ernstes Wort. Hoffentlich kriegst du die Straf, die du verdienst, ja? Er kauft es voll und ganz ab. Das ist immer wieder geil. Oh, immer wieder schön. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder, ne? Ey. Arschloch. Oh, das ist perfekt. Das ist so perfekt, weil jetzt geht er wieder Holzhacken. Und dann komme ich nochmal vorbei. Später. So, jetzt nehme ich dich aber richtig fest. Diesmal entkommst du mir nicht. Sie sind damit offiziell festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann und wird vor Gericht. Haben sie ihre Rechte verstanden? CJ. CJ. Ja, dann geht es halt direkt in den Knast, alles klar. Reicht mir so langsam hier mit dir. Ich werde das sowas von verdammt hochschicken. Das schwöre ich dir, Alter. Das ist so Opfer. Du Ekelhaft. Was für hochschicken. Denkst du, du kannst hier dir alles erlauben jetzt? Nur weil einmal ein Admin kam, oder wie? Kennst du das Geräusch hier? Kennst du das Geräusch? So klingt das, wenn du abends bei deinem Mann im Bett liegst, Alter. Du glaubst auch, du kannst dir alles erlauben, weil einmal hier ein Admin kommt. Der ist schlafen gegangen. Der kommt nicht wieder. Und ich hoffe auch, das ist dir eine Lehre. Das nächste Mal besorgst du dir einen Schein, bevor du Holzhacken gehst. Ja, Hals, Maul, nimm den Schwanz aus dem Mund. Ekelhaft, dreckiger. Wenn du Langeweile hast, Alter. Erstens bist du gar nicht im Dienst. Du hast keine Uniform an. Du hast mir deinen Diensthaus. Ich bin zivil. Ich bin zivil. Ich darf das. Ja, du kannst mich mal mit zivil. Ich kann dir zivil mal was anderes geben, Alter. Siehst du, dann nicht mal Straße fahren. Nächstes Mal einfach einen Holzhackerschein besorgen. Und dann haben wir das Problem hier nicht, okay? Ich hol dir erstmal einen Denkschein. Komm, bring mich rein. Mach hin. Laber nicht so viel, du Affe. Schwanzlutscher. Hilfe, der hat mich beim Holzfällen einfach mitgenommen, um mich jetzt hier reinzubringen. Dieser Ekelhafte. Das ist gelogen. Der Mann hat zwei Leute auf dem Gewissen. Ja, ich kann es hochschicken. Ich habe Klipp gemacht, Digger. Der Herr hat zwei Menschen vor meinen Augen umgeschossen. Das stimmt so. Komm her, CJ. Schön in die warme Zelle mit dir. Verbrecher. Grüße. So, CJ. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los? Hallo? Hier schreien so Leute rum. Ich schau hier nix. Halt die Klappe. Halt's Maul. Wir gehen, glaube ich, mal raus, diskutieren. Ich habe es schon mitbekommen. Hier können wir in Ruhe reden. Da drin ist es viel zu laut. Mit dir will ich gar nicht reden. Du, also, CJ. Jetzt erklär mir das nochmal. Ich war Holzfällen ganz normal. Ich habe keine Straftat begangen. Da kommt dieses Sackrati hier an und nimmt mich einfach fest. Ich habe es auf Klipp. Ich kann es auch hochschicken. Kein Problem. Ja, du, war mein Kollege Gerd nicht vorhin schon hier, Marcel? Hat dich deswegen ermahnt, dass du sowas unterlassen sollst in Zukunft? Ja, der Mann, der war zum zweiten Mal schon da ohne Holzhackschein. Ja, verpiss dich. Ich habe in den Knast mit dir. Ja, aber meine Infos wurde dir gesagt, dass du sowas unterlassen sollst. Also, das geht gar nicht. Ich habe in den Knast mit dem. Ich habe Admin-J bekommen, weil ich vier RP gemacht habe. Er hält sich ja auch nicht an die Regeln. Auch dazu hat er Mutter-Talk gemacht. Ja, geht gar nicht. Ja, aber... Ich sage Ihnen, sind Sie ein Engel hier mit dem Hexenhut? Ja, bin ich. Also, sowas geht gar nicht. Ich werde dich dann hier kurz rausholen. Und in Zukunft, ich werde Marcel nochmal quatschen. Der wird sowas darüber nicht nochmal machen. Ich sage Ihnen ehrlich, wenn das nochmal passiert, verlasse ich den Start. Ich habe da drauf keinen Bock auf. Solche Leute, die kommen ins FIB, dürfen da arbeiten. Solche Leute, die sich nicht ans Regelwerk halten, das finde ich nicht in Ordnung. Also, Marcel, für dich, letzter Mahnung. Sowas kommt nicht nochmal vor, sonst gibt es Ärger. Ja, ich kann es ja verstehen. Okay, super. Tut mir leid, CJ. Nee, hau ab, Alter. Schwimm dir gar nicht. Also, CJ. Irgendwann später. Moin, CJ. CJ, ich will mich nur entschuldigen. Ich bin nur da, um mich zu entschuldigen, CJ. Bitte. Warte doch. CJ, ich bitte dich. Ich will mich nur entschuldigen. Bitte. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich doch. Lass mich einfach in Ruhe. Geh weg. Du Lampen. Du bist so ein Opfer. Nee. Ich will mich... Du Pissgeburt. Entschuldigen bei dir. Nee, ist mir scheißegal. Lass mich einfach in Ruhe. Dann ist gut, du Lorsch. Ja, guck mal. Ich habe halt voll Ärger. Also, weißt du. Ich habe halt voll Ärger. Kennst du das Geräusch? Ja, vor allem, da sind Kartoffeln dabei. Oh. Hä? Ach, da ist ja meine Freundin. Nee. Hey, hallo. Ist im Kopf. Ich schmecke meinen Mund ein bisschen nach Sperma. Was machen die da? Was macht der da mit dem Pferdekopf? Alter, habe ich da gerade richtig gesehen? Das war ein Furry. Ja, ja, aber die beiden zusammen so. Ja, ja, ja. Schlimm, schlimm, ja. Ach, du Scheiße. Die beiden sind ja wirklich cringe. Mhm. Furry RP. Ein paar Sekunden später. Also, eigentlich würde ich da auch einfach gerne durchfahren. Ich werde so selbst gebahnt. Komm, wir gucken uns den Cringe nochmal an. Aha, wie fühle ich eigentlich? Ja, genau. Ja, genau. Leute, ist euch das nicht unangenehm, was ihr da macht? Vorsicht, die ist ganz, 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 ganz cring. Also, die Mustang. Ich glaube, nee, der Furry ist cringe. Hallo, der Herr. Guck dir den mal an. Entschuldigung, der Fahrer. Aua. Moment, Moment, warten Sie kurz. Ich habe nur eine Frage an Sie. Ja, klar. Sicherlich. Nein, ey, hör auf. Ey, das ist voll unangenehm. Hört mal auf. Hat sich dann doch wohl erledigt, hä? Aber immerhin nur 14 Tage gebannt. Egon. Ja, sieht auf jeden Fall sehr realistisch aus. Das ist auf jeden Fall Egon Kowalski, ja. Mal gucken, ob hier ein Einreisebeamter ist. Das wäre ja ein Träumchen. Sieht ja super aus. Sieht ja absolut super aus. Ja, ich könnte jetzt irgendwie in den Support gehen und warten, bis ein Einreisebeamter sich mir annimmt. Oder ich rufe einfach die Community zur Unterstützung halt, ne. Was davon werde ich wohl tun? Hm, hm, hm. Leider sind gerade nur 8.380 Leute online. Egal, das wird schon reichen. Wenn wir alle zusammenarbeiten und an die Macht der Freundschaft glauben. Und jetzt heißt es eigentlich nur abwarten. Und warten. Maximal cringe, dieser Einreisebeamte. Der sucht jetzt. Der sucht. Der band mich auch safe direkt. Ich bin der Einzige, der hier sitzt, hä? Ich bin der Einzige. Der kam gerade mit einem Soundboard aus seinem Cringe-Ghetto. Was hießt du? Cisco soll joinen? Ich bin der Einzige, der hier sitzt. Wenn er nicht rafft, dass ich das bin, dann tut es mir wirklich leid, wie er da steht. Naja, auf jeden Fall kam er gerade mit seiner komischen Soundboard-Mucke aus seinem Cringe-Ghetto-RP. Weil er wahrscheinlich irgendwie die Nachricht bekommen hat. Oh, Achtung. Cisco joinen. Oh, das kann ja richtig lustig werden hier. Oha, guck mal, wie viele Leute hier schon drauf reagiert haben. Die müssten ja jetzt eigentlich alle joinen können. Oh, noch einer. Noch einer. Ein dritter Admin im No-Clip. Damorei, über wen redest du? Ja, über wen redest du? Über wen? Er wird nicht hier auf den Server kommen. Ernsthaft? Ja. Digga, lest Team-Chat. Noch einer. Jetzt kommen alle. Jetzt kommen alle. Jetzt kommen alle. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ich glaube, ich troll die mal. Joint weiter und kommt zu mir auf den Würfelpark. Da machen wir Welle. Bin schon eingereist, Jungs. Mal gucken, ob die das fressen. Ein paar Sekunden später. Ein Priester. Die denken, die spielen mit mir. Aber ich spiele mit ihnen. Oh, da hinten sind sie alle. Du darfst anreisen, Pizza. Oh nein. Wie kostet gerade Pizza? Ist die... Pizza. Wollen Sie einreden? Oh, es werden immer mehr. Ey. Davon einreisen, wenn man einen Stock im Arsch hat. Ich habe auch einen Stock im Arsch. Hab ja auch einen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. David, 1, 3, 5. Wollen Sie einreisen? Wollen Sie... Ja, wirklich. Wenn wir einreisen, willst du einmal beten, doch. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Alle zum Kleidungsrahmen. Ich bin kräftig. Ohne Wohin. Ich bin kräftig. Ich bin kräftig. Ui, 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 ui. Dika gesagt. Mit D. Ich distanziere mich. Ich distanziere mich ganz weit. Jungs. Jungs, zieht euch was so lustiges an mit dem Kleidungsladen. Jungs, zum Kleidungsladen. Das werden gleich alle gebannt. Nee, doch. Stellen Sie sich bitte einfach an den Fräsen an. Ey, die bannen die Leute im Sekundentakt. Und es werden immer mehr. Das ist so krass. Die Leute werden im 0,3 Sekundentakt gebannt. Oben ist die ganze Zeit die Bannanzeige voll. Jedes Mal wird jemand gebannt. Alle 0,2 Sekunden. Und es werden trotzdem immer und immer mehr. Ein bisschen geordnet. Da hinten ist ein Kleidungsladen. Einmal alle Glatzköpfe umziehen. Hallo, der Herr. Ey, die Dame. Sie müssen da einmal da drüben. Die Dame mit den roten Haaren. Sie stinken und haben fettige Haare. Ich will nur noch mal kurz anmerken, ne. Dass die Einreisebeamte und Admins wirklich zwanghaft, total verzweifelt probieren. Irgendwie noch einen Spieler mitzunehmen. Der wirklich Bock hat, hier legit zu spielen. Das will keiner. Und sie probieren es trotzdem die ganze Zeit so. Beruhigt euch doch mal. Junge, die werden von vorne bis hinten verarscht. Wie kann man so verzweifelt sein? Alle Glatzköpfe ziehen sich, wenn da drüben was an. Oh, ich hätte gerne eine Köfte schmiesen. Junge, Schmieröl. Schmieröl. Ihr sollt euch jetzt nicht das alles geben. Schmieröl. Schmieröl. Junge, Junge, deine Harte kriegt drückte. Junge, jetzt alle, alle Kappus, alle Kappus gehen sich jetzt da drüben am Kappusladen umziehen. So, die Herren und die Damen natürlich. So, Junge, ich muss alle raffen. Alle raffen. Raff euch. Hallo, Raff euch. Hallo, Raff euch. Was machen jetzt? Hallo, was ist die Waschmaschine? Okay, also, wo ist die Waschmaschine? Bruder, komm mal her. Hey, du Fetzer. Ich will zu bumsen. Bruder, das ist heiß. Nein. Alle Kajos umziehen gehen. Alle Kajos. Ihr Rollenspielsch... Natürlich. Ich kann nicht einreisen. Ihr Kajo, Kajo einmal darüber bitte und umziehen. Wir machen ein Sex-State. So, laucht euch. Jungs. Jungs, raff euch. Wieso? Ein Priester. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jungs, alle jetzt da drüber. Jungs. Jungs, alle da drüber. Jungs, da drüber. Geht doch jetzt mal da drüber. Halt die Fresse. Junge, was machen die zwei da hinten? Jungs. Jungs. Wann ist denn endlich jetzt wieder Einreise? Jungs, rafft euch jetzt hier alle in der Garage. Äh, ne. In der Garage. Warte mal, warte mal in der Garage. Ja, ist doch ganz normal gesagt. Wer hat das hier falsch zu dir gemacht? Wo ist Cisco? Guck mal, wie schön ruhig das ist. Ja, ich bin wegen Cisco. Ihr seid hier, weil ihr Einreise braucht. Jungs, einfach mal die Schnauze halten. Einfach mal ganz kurz leise sein und die Ruhe genießen. Und jetzt könnt ihr euch in Ruhe um... Hallo, Junge. Hör auf zu hauchen. Hallo, 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 hallo. So, hört doch auf. Ich dreh am Rad. So, die Lage hat sich jetzt nach einer Stunde ein bisschen beruhigt. Und ich glaube, ich löse das jetzt einfach auf. Ich löse das jetzt auf, weil ich muss auch auf einen anderen Server. Deswegen, ne, ihr wisst ja, wie das läuft. Ich gehe jetzt rein, sage, hallo, ich bin Cisco, bla, bla, bla. Und dann werde ich gebannt. Und dann gehe ich weiter. Hallo, darf ich mal vorbei? Darf ich vorbei? Ich würde gerne einreisen. Ich stehe nämlich übrigens schon seit Anfang an hier. Ich war der Erste in der Einreise und keiner war da. Nein, nein, ich mache kein Gespräch. Ich mache ganz bestimmt kein Gespräch. Nein, nein, nein. Also, vielleicht damit ihr versteht, warum das passiert ist. Das ist passiert. Lass ihn mal ausreden. Lass ihn mal ausreden. Okay. Hä, ich dachte, ich darf ausreden. Ich habe denen das heute erst gekauft. Und sie hat es schon kaputt bekommen. Ah, ah, oh, oh, oh. Bro, was war das denn für ein Sprung, Alter? So, da vorne ist die Sperrzone, die ausgerufen wurde. Oh, oh. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht die Hells Angels gesehen? Jungs, sie haben eine Chance. Sie haben zwei Mal gestütet. Oh, geil. Vielleicht haben die Chance, wenn du mich überfährst. Ja, warum? Wir haben uns halt eure Forderung gehalten. Sie werden gewinnen. Ihr habt die Forderung nicht eingegehen. Wir hätten das alles gemacht. Kann ich vielleicht helfen? Wer ist das? Medic, ab. Das Auto rät alles aus. Seid ihr blöd? Du scheiß Rentner. Verpiss dich mit deinem scheiß Auto, sonst... Medic, jetzt hau ab. Ihr habt keine Chance. Lasst es. Oh, halt doch die Fresse, bitte. Nein, ich halte nicht mit die Fresse. Du Rentner. Jungs, die Karre ist so weit von gepanzert. Lasst es. Wir können den ganzen Tag bleiben. Komm rein. Ja, wir auch. Also, wir haben genug Munition. Ja, wir haben auch genug Waffen, du Kelp. Wir sind hier zu fünf, du Spani. Komm doch rein, du Prümer. Ne, warum? Alter, Mediziner. Was ist denn Mediziner? Das ist noch nicht mein Mediziner. Keine Ahnung. Doch, ich bin Mediziner. Oh, Cisco, hau ab hier. Hä, ich bin Mediziner. Halt die Fresse. Ja, hau jetzt ab hier. Hör auf zu heulen. Ja, der ist hier. Ja. Ne, ich will helfen. Hä, ich bin Mediziner. Verdammt, ich verliere Öl. Ich verliere Öl. Jetzt. Ja, moin, ich bin Mediziner. Ich bin neutral. Ich bin neutral. Ich bin neutraler, Medic. Ich bin neutraler, Medic. Neutraler, Mediziner. Ich komme nur rein. Ja. Um zu gucken. Super. Danke für nichts. Später. Wir haben uns alle härtipiert. Ich bin M-Dealer. Ich habe Priorität. Cisco, bist du gerade live? Ja, ich streame auf 500 verschiedenen Plattformen gleichzeitig. Kriege ich jetzt eine Prioritätsbehandlung oder? Bitte, Hilfe. Ich bin durch einen göttlichen Fehler umgekommen. Oder bist du durch der Leitplanke umgekommen? Ne. Leider habe ich mich gestern ein bisschen überschätzt. Halt die Fresse. Warte, 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 warte. Rückgrat brechen. Ist Taktik. Guck. Oder, ey, Cisco, wenn du wegfährst. Cisco, ich lieb dich. Cisco. Jungs, jetzt haut hier ab sofort. Jetzt haut hier. Nö, wir stürmen das Ding jetzt. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Go, go, go. Rein da. Oha. Oh, ich habe ihn. Oh, oh, oh. Code 4. Code 4. Alles klar. Wir haben es für Sie gelöst, Herr SWAT-Typ. Let's go, let's go. Jetzt geht doch hier raus einfach mal. Hä? Nein, alles gut. Wir helfen Ihnen doch nur bei den... Wir helfen Ihnen. Können wir jetzt wegfahren hier mit diesem komischen schwulen SWAT-Fahrer? Was haben Sie gerade gesagt? Jetzt geht alle von meinem Fahrzeug weg. Nein, nein. Ich möchte gern fahren. Kann ich fahren, bitte? Nein. Steig einfach aus und lass mich fahren. Ja, einmal der Commissioner und einmal der Herr... Hä? Gibt es ein Problem? Jungs, könnt ihr bitte den SWAT-Fahren jetzt verlassen sofort? Kannst du mich einfach fahren lassen, dann verlasse ich den Wagen. Nein. Warum nicht? Jetzt verlassen Sie bitte das Fahrzeug. Warum? Jungs, ich sage es nicht das letzte... Ich sage das noch das letzte Mal, sonst kommt ihr beide einfach in den Knast. Wegen einfach nur... Ja, ich habe eine Idee. Bring ihn doch zum PD in der Klemmung. Du kannst mich nicht in den Knast stecken, ich bin M-Dealer. M-Dealer sind neutral, du kannst mich nicht in den Knast stecken. Ja, aber wenn Sie auf meinem Befehl nicht den SWAT-Fahren verlassen, ohne Aufforderung, dass Sie überhaupt betreten haben, den SWAT-Fahren, darf ich Sie wohl in den Knast stecken? Nein, ich bin M-Dealer. Du kannst mir nichts befehlen, ich bin neutral. Sollen wir schnell zu Ihrer Chefin gehen und sagen, was Sie hier abziehen? Ja, komm, fahren wir zur Chefin. Die sagt Ihnen genau dasselbe. Ey, die fahren jetzt alle hinter mir her, was soll ich da? Jetzt hört auf. Aufhören mit was? Könnt ihr einfach mal mein SWAT-Fahrzeug bitte verlassen? Du bist derjenige, der rumholt. Weißt du was, ich bin jetzt bei deiner Chefin. Red mal mit der Chefin, die wird dir dasselbe sagen. Die steht nämlich auf meiner Seite. Disco! Das ist nicht euer Ernst. Warum machen Sie das eigentlich die ganze Zeit? Können Sie jetzt einfach mein Fahrzeug verlassen? Disco, bitte grüßt Sie 9G. Wenn du mich noch ein paar Mal mehr pittest, dann vielleicht... Disco, grüßt Sie 9G. Ich finde es langsam immer witzig, Alter. Ich könnte Sie nicht einfach aussteigen. Hol dir doch einfach ein anderes Auto. Nein. Können Sie mal bitte was machen? Ja, ich kann was machen, wenn du aussteigst. Ja, hier ist der Herr Winkler in meinen SWAT-Fahrzeugen und die verfolgen mich hier alle jetzt. Der Fahrer ist ein Pedila und der Herr Winkler. Ich kann gerne anhalten, bitte sehr. Äh, nein. So, die Herren. Hallo, hören Sie bitte auf. Nein. Hören Sie den Fahrer, den Fahrer, den Fahrer, den Fahrer. Der Fahrer, der Fahrer, der Fahrer. Nein, ich bin die Nummer 11. Der Fahrer, ich bin die Nummer 11, der Fahrer. Guck mal, du sagst die ganze Zeit im Funk, wir sollen den festnehmen, aber bist der Fahrer und hält sich an. Ich verstehe das nicht. Das Problem ist einfach nur, die ganzen, ich kann das jetzt nicht sagen. Du bist das Problem, du bist das Problem, doch. Einmal aussteigen, der Fahrer. Nein, das Ding ist, dann steigt der in den Fahrersitz und dann hat der SWAT-Fahrzeug. Aber er ist doch hinten, er sitzt doch hinten. Der kann mit Z-Muskeln, wissen Sie, oder? Nein, das kann ich nicht. Nein, ich werde nicht aussteigen. Steig aus jetzt. Ey, warum? Nein, wir wollen nicht festnehmen. Ey, können Sie nicht einfach einmal aussteigen? Nein, lassen Sie mich doch. Warum, warum werde ich jetzt schon wieder rausgesen? Ich fahre dann schön. Schau, der hat die Karre dacht. Hallo, wollen Sie mitfahren? Steigen Sie ein, fahren Sie mit. Nein, ehrlich, steigen Sie jetzt sofort aus meinem SWAT-Fahrzeug aus. Nö. Ich würde tatsächlich... Nee, das reicht, jetzt steigen Sie sofort aus. Raussteigen Sie. Jetzt steigen Sie aus meinem Fahrzeug aus. Das ist mein Fahrzeug. Achso, nein, ich... Dann reden wir das anders. Wie wollen wir... Oha, oha. Der hat mich gefesselt. Der hat mich gefesselt. Irgendwann reicht es auch mal. Ehrlich, was soll das? Warum klauen Sie einfach mein SWAT-Fahrzeug? Ehrlich, was soll das? Ja, Mann. Sie meinen mein Fahrzeug. Sie meinen mein Fahrzeug. Alles gut, ich hab den. Ich hab den. Sie sind der TV. Sie meinen mein Fahrzeug. Na, steigen Sie jetzt aus. Ich kann nichts sehen. Hallo, ich bin blind. Ach, was ist mir jetzt egal. Viel Spaß. Könnt ihr mich bitte entfesseln, Jungs? Gar nicht viel Spaß. Er ist raus. Haben die den gebannt? Ich hab ihn gerade noch rausploppen gesehen, hä? Oh, ja. Da stehen zwei. Oh, oh. Ich glaube, die werden dann jetzt weg. Oh, oh, oh. Ein dritter. Und ich verpasse die Diskussion. Verdammt, ich muss da schnell hin. Quatsch mit Soße. Der Mann hat gar nichts gemacht. Ich sage auch nicht. Wir sind ja ganz normal. Ich erspare euch die nächsten 20 Minuten der Aufnahme. Die zwei Leute waren Admins. Haben uns dann Waffen gegeben. Helikopter gespawnt. Und ja, damit haben wir dann quasi den Rest des Abends verbracht. Eine Weiküre. Hallo. Oh, oh. Oh, oh. Hallo. Ich bin eine Geisel. Oh, oh, oh. Kannst... Hallo. Da war mein Name. Oh. Oh. Kannst du bitte aufpassen. Ich kann das nicht mehr kontrollieren. Digga. Ich habe ein Gesünder. Ich sehe nichts mehr. Oh. Lass das doch. Hallo. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich werde irgendwie gesteuert. Dank. Vielen... Na super. Warum denn? Warum denn? Wir sind mit dem Helikopter von uns abgehauen. Ne, ich war eine Geisel offensichtlich. Ich bin ein Geisel. Hände nach oben. Hände hoch. Nein, ihr kriegt mich nicht. Wir werden doch jetzt nicht einfach losschießen, oder? Lass mich. Hände bleiben. Nein. Doch. Nein. Doch. Hilfe, ich bin in dem Heli stuck. Ich will das doch gar nicht. Das ist nicht overpowered. Bitte gib uns eine Weiküre. Bitte, bitte. Wir haben einen blinden Passagier dabei. Was soll denn das jetzt? Fliegst du mit Mods? Mach das mal nicht, weil dann sehe ich nichts. Äh, ich muss... Ja, ich würde gerne Helikopter hinter uns wegschießen. Ja. Was ist denn das? Ist jetzt hier Krieg, oder was? Was ist denn das jetzt hier für ein RP eigentlich? Das ist doch super RP. Sie machen gerade ein RP kaputt irgendwie. Ich würde sagen, auf, auf zum PD. Aber zack ich... Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich jetzt hier bei der privaten Bezermeliz, oder? Hauen Sie ab. Steigen Sie aus. Das ist unser Privatflugzeug. Na wie, ich soll aussteigen. Aussteigen. Wie, nur weil ich schwarz bin, oder was? Du drückst. Ich war fünf Meter Wels, dann werde ich zuwitepen. Halten Sie mal an. Ich muss den Typen loswerden. Egal, das ist unsere Zirkusshow hier. Ja, ich muss noch ein bisschen besser. Ein bisschen nach hinten. Oh, ich sehe nichts. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ich bin blind. Oh, es leckt extrem. Junge, ich bin blind. Dauerhaft, dank dir. Ja, weil wir gegen irgendwas geflogen sind. Halten Sie sofort das Fahrzeug an. Oh, ich werde auch schwarz. Ich hau ihn. Er ist tot. Wunderbar. Auf, auf zum Würfelpark. Ah, da, beim Waffenladen. Illegale Strukturen werden ausgelöscht. Illegale Strukturen auf diesem Server. Auf dieser Insel meine ich. Sorry. Flieg weg, flieg weg, flieg weg, flieg weg, 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 weg. Ey, der Heli ist wie ein Rust, ne? Dieser Heli, der immer random kommt, einfach jeden umklatscht. Ja. Achtung, hier links, Auto. Ja, kannst du da noch drankommen? Die hauen ab, die hauen ab. Hinterher. Er hat sich erledigt. Das PD-Auto auch. Jung, weg, weg. Ist das noch GTA-RP? Äh, ja. Ja. Wie beende ich denn jetzt das Video? Weiß ich nicht. Willst du das schon beenden? So, PD, wir sind da. Oh, Tatsache. Ja, der ist ja wirklich drauf. Okay, nee, alles gut. Wir hatten uns nur Sorgen gemacht. Hallo? Hallo? Hören Sie mal auf, der Mitte her. Oha, da hat direkt jemand angenommen. Der ist noch nicht weit entfernt, zwei Kilometer nur. Später. Hallo? Ja, ich habe Sie gerufen, Montag. Wie schaut denn das mit der Bezahlung aus bei Ihnen? Bro. Ähm, findest du nicht, das war ein bisschen viel? Ich habe nicht daran gedacht, dass ich selber auch rausfliegen kann. Ist alles okay? Nope. Ist alles okay bei Ihnen, Sir? Ja. Ja, ist alles in Ordnung? Äh, ja, ist alles in Ordnung. Dann ist ja gut. Er ist einfach genau mit dem Schlag verreckt. Hä? Das war einfach ein One-Punch. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hallo, Frau Williams. Guten Tag. Sind Sie meine Taxifahrerin? Oha! 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 Oh my! Du musst warten. Junge, das Taxi-Shield steht noch hier. Du hast mich fast mitgeditcht, Junge. Das war Zentimeterarbeit. Ja, das war ein Verrückter. Ich kannte den gar nicht. Wie machen wir das jetzt mit der Bezahlung? Junge, das ist so ehrenlos. Aber es ist richtig gut irgendwie. Kommen Sie hoch. Der Verrückte ist weg. Der Verrückte ist weg. Der macht das schon die ganze Zeit hier. Geht's Ihnen gut? Nope. Wie bitte? Geht's Ihnen gut? Was machen wir jetzt? Jetzt stecken wir beide hier fest. Der hat das mit mir auch gemacht. Haben Sie einen Freund? Nein. Kann ich Ihr Freund sein? Nee. Junge, ist das peinlich. Junge, ist das peinlich, ey. Nee, nee. Die hättest du leben lassen müssen. Das ist ja unangenehm. Ein paar Sekunden. Haben Sie einen Freund? Nein. Sollen Sie einen Freund? Bei Gott nicht. Ja, zum Glück. Die Frau... Bitte, bitte. Hör auf, mich zu verfolgen. Tu das nicht. Oh, 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 oh. War ich super gut? 500 IQ? Oh. 500 IQ. Aber so, wie ich diesen Typen einschätze, wird er jetzt auch hier hochfahren. Ich glaube, er fährt tatsächlich gerade hier hoch. Oh, nein. Bitte nicht. Lassen Sie das sein. Ich bin böse übermüdet. Ich möchte nicht. Ah, Parkhausdrifter. Guck mal, der hat Spaß. Der enjoyt sein Leben alleine. Der macht hier Tokio Drift. Guck mir die an. Oh, oh, oh. Anhalten, bitte. Ja? Sie haben das Gebäude beschädigt. Ich? Ja, klar. Warum? Sie haben das Gebäude beschädigt. Nein. Klar? Absolut nicht. Würde ich mich gar nicht trauen. Was machen wir da jetzt? Das weiß ich nicht. Oh, es tut mir ernsthaft leid. Ich bin nicht im Knast. Ich habe noch Familie. Ja, ist ja gut. Hast mich heute auf einen guten Tag erwischt. Vielen Dank, Herr Officer. Ha, Spaß. Ich nehme dein Auto weg. Hey. Hallo. Und was jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Ihre Dienstnummer. Wie bitte? Ihre Dienstnummer. Was? Was wollen Sie? Officer, Ihre Dienstnummer. Ich höre Sie nicht. Idiot. Gehen Sie von meinem Dach runter. Ich kann nicht. Gehen Sie runter. Ich will sofort Ihre Dienstnummer. Ich kann Sie kaum verstehen. Was wollen Sie? Ich will Ihre Dienstnummer. Hä? Ihre Dienstnummer. Wie bitte? Dienstnummer. Wer das noch weitermacht? Oh, aufgegeben. Nee, hat er nicht. Ich möchte Ihre Dienstnummer. Warum wollen Sie meine Nummer? Nein. Ihre Dienstnummer. Nein, ich gebe Ihnen nicht meine Nummer. Ihre Dienstnummer. Nein. Nicht Ihre normale Nummer. Ihre Dienstnummer, Officer. Nein. Doch, ich will Ihre Dienstnummer. Nein, kriegen Sie nicht. Doch. Hauen Sie ab. Sie haben einfach mein Auto abgeschlägt. Hab ich gar nicht. Ihre Dienstnummer ist die 1002. Nee, das ist sie nicht. Nee. Nee. Was ist Ihre Dienstnummer? Ja, das könnte ich Ihnen sagen. Ja, das machen Sie jetzt auch. Aber dafür müsste ich Sie zuerst verstehen. Ihre Dienstnummer. Ich verstehe Sie nicht. Ihre Dienstnummer. Ich habe keine Ahnung, was Sie sagen. Ihre Dienstnummer. Wie bitte? Dienstnummer. Hä? Ihre Dienstnummer. Dienstnummer. Hallo. Wird das nicht langsam langweilig? Ich möchte Ihre Dienstnummer. Gibt es hier irgendwie ein Tempomat? Ich würde das gerne einschalten und auf 5 kmh setzen. Hallo, ich bin schneller als 5 kmh. Ich möchte trotzdem Ihre Dienstnummer. Und Tempomat ist auf dem Muskel F. Ah, ach so. Haha, nein. Ja, ja. Schlau, schlau. Hast du gedacht, ne? Ihre Dienstnummer. Nein. Doch. Ich weiß das. Sie wollen das. Ich will, dass Sie von der Brücke springen. Ernsthaft? Ja. Von der Brücke. Ja. Er hat es einfach gemacht, ohne zu diskutieren. Dann gehen wir einmal runter in die Garage. Darf ich unten dann den Taser endlich an Ihnen testen? Nein. Also auch. Ich teste den jetzt, okay? Fahrzeug nehmen, einparken. Da drüben, rückwärts. Wie einparken? Glauben Sie, ich kann nicht fahren? Sie parken da drüben jetzt ein. Wo? Auf dem Parkplatz dort. Welcher? Hier sind Tausende. Einfach nach links einschlagen. Und da, wo der schwarze Charger steht, äh, vor, also gegen die Brücke. Oh. Äh, ich habe einen Unfall gebaut. Ich kann leider nicht weiterfahren. Die Achse ist gebrochen. Ja, wir sind wahrscheinlich gerade einmal mit 20 MPH in den anderen reingefahren. Da bricht nicht die Achse. Klar. Soll ich es nochmal probieren, oder wie? Nee, bitte nicht. Rückwärtsgang und dann parken auf dem Parkplatz, ja? Alles klar. Definitiv ist die Achse kaputt. Die ist definitiv kaputt. Herr Schöpig, helfen Sie mal bitte. Können Sie mir nicht einfach helfen? Wie ist eigentlich Ihr Name? Black. B-L-A-Z-K. Black? Black. B-L-A-Z-K. Gut, ja. Guck mal, dann steigen Sie mal bitte in Ihr Vortrag ein. Darf ich dann eigentlich gleich den Taser testen? Nein. Bring mir ein Pastor, oder? Sie ändern bitte einmal Ihr Kennzeichen. Wie? Zu was? 0-1-L-I-N-0-82. Ist so richtig, Herr Officer? So, wenn Sie das nochmal einmal machen, fliegen Sie aus der Erstunterweisung. Ganz vorne, die 0-1 steht für das Los Angeles Police Department. Herr Black. 0-2 steht für das L-A-Z-N, ja. Lernen wir heute eigentlich auch noch was Sinnvolles, oder? Die 0-2 steht für das Los Angeles Sheriff's Department. Die 3 steht für die California Highway Patrol. Für was steht die 1? Für das Los Angeles Police Department. Okay. Die Damm-Einheiten, also wie der Schiffling da drüben, das sind Sergeant 1 und 2. Ähm, ich hab noch ne Frage. Ja, bitte zu nennen. Ist das Tasern eigentlich situationsbedingt? Brr. Kommt alles im Laufe der Ausbildung. Damm-Einheiten ist das LAPD SWAT. Was war nochmal die 1? Immer noch das Los Angeles Police Department. Bei den Extras, das Extra 1 muss in jedem Fahrzeug immer aktiviert sein. Das ist meistens der Blaulichtbalken obendrauf. Ja, ist gut. Sie können es auch von der Mitte. F5. Ist alles okay? F5 ist das Speedradar. Wenn sie es nur einmal machen, fliegen sie aus der ersten Weise und haben umgebaut. Ähm, F5 ist das Speedradar durch ein Radar zum Messen von Fahrzeugen. Ähm, darf ich die Sirene jetzt nicht mehr benutzen? Nein, jetzt gerade, wenn ich es ihnen nicht sage, nicht. Okay. Herr Blake. Ja, bitte. Darf ich sie jetzt tasern? Nein. Warum denn nicht? Ich verstehe das nicht. Total unnötig. Einmal bitte vor das Fahrzeug drehen. Oh, ein Panikbutton. Sollen wir da nicht helfen? Nein. Das ist nicht unser Gebiet und vor allen Dingen nicht unser Department. Gut. Also, Modifikationen an Fahrzeugen, sprich Motor, Bremsen, Getriebe, ETC ist untersagt. Packen Sie bitte die Kamera weg. Ich mache aber gerne Fotos von meinen Abenteuern. Ja, und woran sieht die Kamera jetzt her? Die war in meinem Rucksack. Welcher Rucksack? Sehen Sie den nicht? Geräte durchschalten, tun Sie mit 1 bis 3 oder mit Alt. Shift, antippen ist eine Verkehrskontrolle. Shift gedrückt halten, tun Sie die Verkehrskontrolle beenden. Ich glaube, Sie müssen hier keinen Lauf blasen, oder? Ich mache das nur, weil der Herr Black hier ist, weil der bläst ja so gerne. K.S. anschnallen. Später. Auf dem Funkgerät ist... Oben rechts ist ein Panikbutton. Den betätigen Sie bitte nicht. Emergency on. Ach, hallo das. Ich hatte schon gedrückt, bevor Sie das gesagt haben. Entschuldigung, das war mein Fehler. Sorry, sorry. Ja. Bedienstehung. Ähm... Was macht denn Eddie Murphy hier? Gummibad unterlassen Sie das jetzt. Gut, dann kommen Sie einmal kurz bitte mit. Darf ich den tasern? Nein. Nein. Taser runter. Gummibad taser runter. Das wäre nicht. Daher dürfte ich Sie nochmal nach dem Namen fragen. So, wenn Sie da nochmal in die Nähe kommen, schmeiß ich Sie vom Start. Können wir jetzt endlich losfahren? Das wird echt langweilig langsam. Das dauert mindestens noch eine halbe Stunde. Wie bitte? Unter anderem wird bei einer Atomstreife auch auf... Eine Ewigkeit später. Wollen Sie mich dahinter stellen? Der Gummibad, Sie... Ja, Gummibad haben Sie es noch? Oder... Ja, wollen Sie damit aufhören? Ich höre auf, Entschuldigung. Mit dem Z-Muskel... Mit dem Shift-E-Muskel... Tun Sie eine Person teckeln. Also... Oh! Okay. Das funktioniert sehr gut. Das sah nur so aus. Ich bin ausgerutscht. Mit Slash-AfK und dann ein Grund dahinter. Machen Sie für jeden anderen Kollegen ersichtlich, dass Sie gerade nicht... Da sind. Tut mir leid. Können wir jetzt endlich losfahren? Mit Slash-Warm. Also Slash-Slash-Me. Damit tun Sie eine Nachricht über Ihrem Kopf anzeigen lassen. Also Ihre Gedanken im beides Sinne. Also meine Gedanken quasi, die können Sie ja nicht wissen. Langwaffen, also eine nicht-tödliche Shotgun, sind verboten nur durch Anweisung eines Supervisors. Raus zu holen aus dem Kofferraum. Entsichern der Waffe mit C. Gegebenenfalls, insofern es... Mit Bild hoch und Bild runter, tun Sie die Tasernadeln erneut auslösen. Bild hoch, die linke. Bild runter, die rechte Tasernadel. Ah! Das Waffengebrauch ist Gott's fired, um Funk zu funken. Herr Gummibart, hören Sie jetzt auf. Entschuldigung. 20 Minuten später. Können wir jetzt bitte losfahren? Nein. Gut, dann noch einmal in den MD-Funk. So, dann können Sie jetzt noch Ihre Telefonnummer... Ihre Telefonnummer in den LAPD-Chat hinterlassen. Und zwar... In den LAPD-Chat dann oben auf das Hashtag mit dieser kleinen... Presch... Blase... Ja, Gummibart, hören Sie jetzt auf. Dann weise ich noch einmal auf das... Ich glaube, ich gucke noch einmal bei dem Tuner vorbei. Eventuell ist ja jetzt ein Tuner da, der mir hier so Papp-Anbau-Dinger dran machen kann. Wenn das überhaupt geht. Was ist denn hier los? Och, ne, nicht du schon wieder. Klaust du Autos? Äh, nein, ich mach nicht, ich nicht klauen, ich nicht... Ich quetsch dich jetzt... Oh... Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ah, ah. Schmerzen, Schmerzen... Als Strafe musst du dich auf die Straße stellen und du wirst VDM'd. Okay. Oh, Bro! Nein, dafür wird er VDM'd. Genau. Er lebt ja noch. Ich bin super, man! Ey, ey, also wirklich, selber schuld. Könnt ihr bitte aufhören hier rumzutanzen? Ich mag das nicht. Gehen Sie lieber aus dem Weg, das könnte wehtun. Wer das magst, verpiss dich! Haben Sie gerade ernsthaft getötet? Ja, der Junge ist halt ziemlich frech. Und der twirkt auf der... Ja. Der twirkt auf der Kreuzung! Das doch auf der öffentlichen Straße, das geht doch gar nicht. Ey, 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 das... Ey, ey! 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 Ja? Ey, müssen Sie sich machen? Hallo? Hallo? Hi! Ich hoffe, es geht Ihnen nicht gut. Doch, doch, mir geht's super. Oh, das Government. Director of US Service. Yakuza sammelt sich auf der Hauptstraße. Da ist ja immer noch Action. Ich fahr zurück zum Raid. Oha! Da, wo Action ist, bin ich zu Hause. Oh, 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 oh! Also, es wird jetzt wieder laggen und mein Spiel wird eventuell abschmieren. Egal. Ey, hampel nicht so rum. Hässliche. Doch, ich hampel rum auf deinen hässlichen Kopf, du... Raus hingefallen. Oh, Mensch. Ja, ich hab's gesehen. Oh, warte mal. Wer macht diese Werbeflächen da oben? Die kannst du selbst schalten, tatsächlich. Ah, wunderbar. So, ich hab die andere Seite auch mal gemacht. Mal gucken, wann die genehmigt wird. Ja, ich hoffe, das geht durch, weil das ist zweideutig und so. Das ist ja nichts Beleidigendes. Yo, wir hätten da mal eine Frage. Wer ist denn euer Leader? Warum? Wer sind sie? Wir bräuchten mal euren Leader. Ist der Leader da? Hallo? Ist der Leader hier? Hallo? Nein, ich bin Fize. Fize. Ja, steck mal ein. Hol mal hier eure komische Transsexuelle raus und steck mal ein. Wir würden dir gern was zeigen. Also, fällt dir irgendwas auf? Mir? Guck mal nach rechts vielleicht. Ach, warum? Oh mein Gott. Warum? Guck mal geradeaus und nach links. Nein, das habt ihr nicht gemacht. Und lass mich raten, es ist keiner am Check-In. Oder doch? Kann ich einfach durch? Oha. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Verpiss dich. Oder willst du eine Kugel kommen? Ich kann hier nicht raus. Ich kann nicht raus, es ist zu. Ah, die machen gerade RP-Einreise, ja? Ah, die RP-Einreise, wo plötzlich ein bewaffneter Maskittermann hinter dir am Flughafen auftaucht und einfach so tut, als würde er dich überfallen. Hey, ich bin damals in New York geboren und will jetzt hier nach Los Angeles quasi einreisen, weil ich will ein neues Leben anfangen. Meine Mutter und mein Vater, beide gestorben damals vor fünf Jahren und jetzt will ich hier Los Angeles, mein Leben neu aufbauen, Business machen, Geld machen und komplett neu starten. Hermann, ich zeig dir eine Sache, die Stadt gehört mir. Okay. Wenn du hier Faxe machst, ich komme und hole mir deinen Arsch. Hast du das verstanden? Ja, Bro, das habe ich verstanden, Sorge. Jetzt rauf zur Richtung Ausgang. Lauf Richtung Ausgang, schneller! Ich will hier gar nicht sein. Ich möchte hier gar nicht spielen. Bro, das war die cringeste Einreise, die ich seit Jahren gesehen habe. Das war wirklich höchst unangenehm. Findest du? Ja, Digga, das macht man doch nicht. Ich in einer IC einreise, als komischer Masketermann mit Waffe am Flughafen auftauchen und die Leute bedrohen und den in Einlauf verpassen. Warum nicht? Ja, das passt doch nicht. Was ist das? Das ist was Neues. Das ist Müll. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ich habe mir das ausgedacht. Halt deine Schnauze oder so. Ich dir auch eine Kugel in den Kopf jagen. Nein, nein, bitte nicht. Ich habe Angst. Ich stecke übrigens fest. Ich kann mich nicht bewegen. 2000 Jahre später. Oh, danke schön. Kannst du dich bewegen? Ja, ja. Machen wir einfach weiter. Zieh die Maske am besten wieder an. Nein, nein. Doch, doch. Zieh sie an. Zieh sie an jetzt. Zieh die Maske an und hol die Waffe raus. Na los. Mach jetzt. Du hast das jetzt alles ruiniert. Lass doch einfach weitermachen. Komm. Nein, nein. Du gehst einfach da hinter diese Säule und kommst dann maskiert wieder. Hey, ich sage dir eine Sache. Bring mich nicht auf die Palme, sonst nehme ich dich mit. Oh nein, bitte nicht. So. Komm mit jetzt. Vielleicht mag ich das ja. Na los, Daddy, zieh mir die Maske wieder an. Ach du Scheiße. Na los, zieh sie mir an. Bitte, Daddy. Wie ist dein Name? Hamoudi. Du bist Hamoudi. Ich bin Hamoudi. Zeig mir deinen Ausweis. Ich habe deutsche Eltern, deswegen vielleicht. Oh nein. Kannst du mich bitte nochmal hochheben? Bleib lockerer, Mann. Was ist los mit dir? Was soll ich machen? Was ist das überhaupt für ein Stil? Machst du Karate? Was soll das Zeichen? Ja, ein bisschen Kung Fu. Guck mal meine Augen an. Ich sehe asiatisch aus. Guck mal meine Augen. Du siehst asiatisch aus, hast deutsche Eltern und heißt Hamoudi. Ja, genau. Okay, kannst du mir mal dein Ausweis geben? Hamoudi Menjek. Ja, das ist korrekt. Du heißt Menjek mit Nachnamen. Ja. Das ist doch ein Witz. Nein. Schauen Sie auf den Perso, das ist kein Witz. Das steht da drauf. Ja, ich sehe das, aber der ist doch 100 Pro gefälscht, Erwanu. Du bist weiß, hast chinesische Augen und dein Name ist Hamoudi Menjek. Ja, fragen Sie meine Mutter, da kann ich doch nichts für. Ja, dann geben Sie mir mal Ihre Nummer. 01379. Ja. 01379. Ja. 0134. Ja. 0134. 0133. Ja. 2 mal die 6. Okay. 27. Erwanu, wie lange gibt diese Nummer noch? Ja, wollen Sie die Nummer oder nicht? Ja, weiter. 3, 7, 8, 4, 2, 2, 1, 8. Geht keiner ran. Ah, Sie haben aber lange klingeln lassen. Könnten Sie nochmal das Handy gerade rausholen? Du willst doch mir nochmal mein Handy kaufen. Nein, ich möchte das Modell nochmal sehen. War das das Neue? Das ist Neue. Holst du bitte nochmal raus. Ich muss nochmal genau... Guck mal. Okay, genug gelabert. Komm, wir gehen jetzt zusammen da durch. Das war so schön. Der band mich so safe. Wo ist er hin? Hat er mich durchgelassen und ist direkt in ein Noclip gewandert? So danach? Naja, egal. Dann machen wir hier mal richtiges RP. Hallo, ich würde gerne Fail-RP melden. Sie haben eine Straftat begangen. Ich bin jetzt der neue PD-Dealer. Eine Frage, wo ist denn hier die Ausbildung? Die Ausbildung ist schon längst vorbei. Ach, die ist schon längst vorbei? Ja. Darf man dann mittlerweile wieder Raube machen? Ab 17.30 Uhr, glaube ich. Also ab 2 Minuten. Ja. Okay, super. Das ist ja cool. Also, mich hat ein nackter Mann mitgenommen. Kannst du bitte aufhören zu funken, ja? Alles okay, ich höre auf. Mach Funk aus. Weißt du was? Am besten gibst du mir dein Funkgerät jetzt. Aber zack ich. Gib mir dein Handy. Komm. Willst du mich verarschen oder was? GPS-Tracker kannst du mir auch direkt geben. So, Abfahrt. Einmal einsteigen. Du hast deine Waffe noch, ne? Ja. Ich würde eigentlich nicht haben, ich habe keine Waffe mehr. Komm mit, rein in den Laden. Ja, ich komme. Und du wirst mir jetzt genau die Nummern durchgeben von deinem Outfit. Kapiert? Okay. Mach schneller. Gib mir die Nummern jetzt. Hose ist 320. Weste ist 24. Hose ist 123. Schuhe sind 14. So, komm her. Du wirst dich jetzt schön umziehen, kapiert? Will, dass du einen schwarzen Pullover, schwarze Schuhe und eine schwarze Hose anziehst. So eine Baggy-Hose. Ja, genau die. Genau sowas. Irgendwann später. Warum, äh, wirst du mir nicht glauben? Schnauze jetzt, kapiert? Ich will dich, ich will dich. Hilfe. Hilfe. Also, ich habe eine Geisel. Ich will das gar nicht tun eigentlich. Kann ich gut das Fenster aufschießen? Ja, warte, ich lasse sie, machen sie. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Also, ähm, ich will kurz mal bitte hinten alles abklären, was er haben will und dann reden wir weiter. Was soll ich denn sagen? Junge, du forderst jetzt 10.000 Dollar, sonst werde ich dir sofort eine Kugel geben. Kapiert? Okay, ich warte. Der wird 10.000 Dollar, mein Kommandant. Haben Sie nur eine Geisel oder wie viele Geisel haben Sie? Nur eine. Puh, was meine ich? Sorry. Ich habe zwei Geisel. Ich dumm Kopf. Der andere dann mal sehen. Der andere? Na klar, einen Moment. So ein Vollidiot. Du musst verhandeln. Die können die Geisel nicht sehen. Nein. Mein Mandant sagt, nein, dann will die Geisel nicht sein. Ja, einen Moment, wir tun uns kurz besprechen. Wir haben Zugriff gesagt. Oh nein, wir machen Zugriff. Ich lege die Pistole nach unten. Bitte beschießen. Ich packe die Waffe weg. Ich packe die Waffe weg. Hilfe. Hilfe. Der ist alleine. Der ist alleine. Hilfe. Ich bin Pidila. Ich bin Pidila. Ich bin Pidila. Der hat mich ans Geisel genommen. Ich habe sogar eine PDW dabei. Ah, der Laber, scheiße. Denfuhr. Ich werde ganz schön leise an deiner Stelle. Das hast du da vorne. Dreckiger Krimineller. Sind sie im Funk drin? Nee, gerade nicht. Warum? Insa will mit dem Funk vielleicht. Muss das wirklich sein? Ja. Eigentlich schon Funkpflicht. Es müsste eigentlich. Ja, Funkpflicht eigentlich. Hallo, hallo. Okay, passt. Oh, wen haben wir denn da? Sind sie Schrauberin hier? Nein. Ach so. Machen sie gerade ein Foto von der Dame oder? Ich mache gerade ein Foto von meinem Auto. So, da ist ihr Platz. Hier steht ihr Auto. Ich möchte nicht getragen werden, ja? Viti, ist das Twitter oder was? Gelbe Seiten. Ah. Kann ich das posten? Wollen sie mir vielleicht die Karre tunen, wenn sie hier schon arbeiten oder? Mach ich gleich. Ich bin gleich für sie anwesend, weil ich höre sie gerade schlecht. Ja, ist gar kein Problem. So, was soll es denn komplett sein bei Ihnen? Leistung bitte. Nur komplette Leistung. Komplette Leistung. Alles klar. Kann man sie eventuell auch mitkaufen oder? Nein, das geht nicht. Weil nebenan ist mein Mann. Wer ist denn Ihr Mann? Der mit dem Jeep nebendran. Ach, der mit dem weißen? Nein, direkt neben Ihnen. Mit dem roten... Ach, mit der Kappe. Genau. Machen sie mal das Leistungstuning. Ja, ich komme sofort. Oh, guck mal her. Oh, was war denn das? Das war ja schon fast so heiß wie die Dame in meinem Auto gerade. Äh, nur mal so. Ein Wort gegen die Dame und die fliegen hier hochkant raus. Das war doch nichts gegen die Dame. Das war ein positives Feedback. Trotzdem ist es meine Frau. Ein typischer Mensch, der an einer Schizophrenie leidet. Sie hat eben gesagt, der Mann mit dem roten ist... Ich gebe Ihnen einen Tipp. Lassen Sie sich das Auto machen und verlassen Sie die Werkstatthalle am besten so schnell wie es geht. Entschuldigen Sie bitte, ich habe nur gesagt, die Frau sieht wirklich sehr gut aus heute. Wo liegt jetzt Ihr Problem? Ja, besser so. Lieber Maul halten. Dein Mann hat einen sehr empfindlichen Reizdarm. Kann das sein? Wenn es um mich geht, immer. Ja, wird man dann mit so jemandem überhaupt glücklich oder... Ja. Naja. Es ist besser, als wenn er sich gar nicht darum schert. So, es ist komplettes Leistungstuning drin. Das macht 5600. Ich mache Ihnen gleich die Rechnung fertig. Ich rede nochmal kurz mit Ihrem Mann, während Sie Rechnung schreiben. Äh, nur nochmal so zur Info, ne? Da gibt es keine Info. Nur mal so, Ihr Bruder steht jetzt auch noch mit da. Jetzt wird die Luft für dich ein bisschen dünner. Und ich gebe dir einen Tipp. Ich passe auf meine Frau auf wie ein Schießhund. Sonst kommst du einmal bitte dazu. Ich glaube, wir müssen hier gerade mal was regeln. Ja, ist ja alles in Ordnung. Ich habe nur gesagt, die sieht halt gut aus. Nein, das ist nicht in Ordnung. Hör mal kurz zu. Hör mir zu. Das ist meine Schwester. Dreh dich um. Guck in meine Augen. Guck mir in meine Augen, habe ich dir gesagt. Die Frau sieht doch bloß gut aus. Du sollst mich angucken und in meine Augen schauen. Wenn ich noch einmal so einen Post irgendwo sehe, wenn ich nochmal so einen Post von dir irgendwo sehe, wenn du gegen Frauen schießt, dann kriegen wir Probleme. Ja, Moment. Ja, um was geht es denn für einen Post? Ja, ist mir egal. Du weißt ganz genau, was ich meine. Dann sehen wir uns nochmal. Ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir wollen. Hör Officer, der Mann hat mich gerade bedroht. Können Sie gerade die Konversation nicht unterbringen? Der Mann hat mich bedroht. Naja, alles klar. Ich fahre dann einfach. Ist in Ordnung. Nein, Moment. Entschuldigung. Ihre Rechnung. Ach so, ja. Selbstverständlich. Können wir vielleicht noch ein Bild machen für meine Social-Media-Seite, dass ich hier war und getunt habe? Ich finde gerade gar keine Mitschwürmer. Die Werkstatt filmen, aber bitte mich nicht. Alles klar. So. Junge, ich höre den Mann im Hintergrund. Meine Frau und seine Schwester. Ich höre den Mann im Hintergrund reden. Wie wack. Haben Sie die Rechnung bekommen? Äh, ja, habe ich. Können Sie jetzt mal hier aufhören, Fotos zu machen? Nur von der Werkstatt, Entschuldigung. Ja, das ist ziemlich unhöflich, wenn Sie mit einer Person sprechen. Tut mir leid. Haben Sie sie akzeptiert? Ja, ist bezahlt. Tschüss, schönen Tag noch. Sag mal aus, du Pappenabbel. Wie bitte? Du sollst aufsteigen. Wieso? Ich habe gerade mein Fahrzeug getunt. Mach raus aus der Karre. Nee, nee, nee. Ich fahre jetzt nach Hause. Nein, nein. Fahr du mal nach Hause. Sag mal, was wollt ihr jetzt von mir? Hat euch einer irgendwie in den Kopf gekackt, oder? Sag mal deinen Namen, bitte. Nur aus Neugier. Martin, was ist los? Okay, Martin. Wenn das nicht so ist, dann entschuldige ich mich bei dir. Was wollt ihr denn von mir? Nee, warum kackt ihr mich denn so schief von der Seite an? Nein, Martin. Ich habe dir doch alles gut. Ich habe mich bei dir entschuldigt. Nee, ich finde das äußerst unhöflich. Und ich werde dafür sorgen, dass der Schuppen komplett dem Erdboden gleich gemacht wird, ja? Und kannst du mir auch erklären, aus welchen Gründen? Und deine Schwester ebenfalls. Nur mal so am Rande. Wenn du deine Rechnung das nächste Mal vorher bezahlen würdest, würde deine Lüge auch nicht auffallen. Ich habe doch meine Rechnung bezahlt. Gibt es irgendein Problem? Steig aus aus dem Auto. Ja. Steig aus dem Auto. Guck mal, was du auf Twitter gepostet hast. Was wollen sie von mir? Lassen sie mich in Ruhe. Das ist Belästigung meiner Familie in Ruhe, mein Freund. Ja, steigen Sie mal bitte aus. Ich verstehe nicht, was sie von mir wollen. Sie lassen mich jetzt einfach in Ruhe. Kann man aussteigen? Hier spricht die Polizei. Sehen Sie, dass ich... Willkommen im Support. Leider meldest du dich außerhalb unserer Support-Zeiten. Bitte versuche es zu einem anderen Zeitpunkt erneut. Ey, ich nehme alles zurück, ne? Es ist übrigens Samstag, ne? Es ist nicht irgendwie unter der Woche oder so, aber... Dieser Server. Puh, hui. Hui, hui, hui. Wenn ihr Bock habt, auf 5M richtiges RP zu spielen, dann kommt auf diesen Server hier. Weil dieser Server möchte nicht euer Geld haben. Dieser Server möchte eure Spielmotivation haben und möchte richtiges RP spielen. Auf 5M. Bleiben Sie jetzt weg vom Feld. Fahren Sie Ihren Scheiß-Bagger da wieder runter. Fahren Sie doch Ihr Scheiß-Fahrzeug hier runter. Lassen Sie uns arbeiten. Fahren Sie doch einfach mit Ihrem Scheiß-Bagger hier wieder runter. Hören Sie auf zu diskutieren. Einfach durchfahren. Zeigen Sie uns doch mal die Papiere, dass Sie hier arbeiten dürfen. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen Papiere zeigen muss. Ja, doch. Sie sind die Verantwortlichen für das Feld hier. Also zeigen Sie Papier. Ich muss Ihnen gar nichts zeigen. Sie müssen doch hier... Das ist ein offizieller Auftrag. So, passen Sie mal auf. Was? Von wem? Von wem? So, ich arbeite jetzt. Fragen Sie meinen Kollegen und nicht mich. Wer ist der Verantwortliche bei Ihnen? Wer ist der Verantwortliche? Wer ist der Verantwortliche hier? Aber wir brauchen noch ein paar mehr von den Kölnchen. Ich nur arbeiten. Ich auch nur arbeiten. Ich nur Geld verdienen. Ich weiß, Bagger und versenkt hier. Ein bisschen Geld verdienen. Dann machen wir es halt auf die klassische Art und Weise. Nein, bitte. Keine Polizei. Keine Polizei. Bitte nicht nochmal. Alter, was wollt ihr hier machen? Wollt ihr mich verarschen oder was? Was macht ihr hier auf unser Grundstück? Na, uns wurde gesagt, wir sollen das Feld umgraben. Was macht ihr hier? Was wurde euch gesagt? Willst du mich verarschen? Dann gib mir ein Dokument oder sonst was, Alter. Was ist denn los mit dir? Kannst du nicht einfach auf unser Grundstück kommen und meinen, die Scheiße umzugraben? Dokument, nehmen Sie. Das ist tatsächlich so. Ja, wie lösen wir denn jetzt das Problemchen hier? Wir brauchen erstmal mehr Zäune. Mehr Zäune. Zäune versauen wir alles. Wir wollen hier arbeiten. Was macht ihr hier? Ey, hallo. Das ist für die Sicherheit. Die Zaunfabrik, was ist das denn für ein Driss? Das ist für die... Ja, die Sicherheit, Sicherheit, leck mich am Arsch. Das ist für die Sicherheit. Wo gibt's die Sicherheit? Wir sind ja auf dem Feld. Wofür braucht man hier irgendwelche... Äh, wann ist das? Na, sie könnten stolpern und sich wehtun. Antanzen! Hallo, Mann, ihr seid nicht antanzen jetzt hier. Der flippt ja komplett aus. Mehr Zaun. Mehr Sicherheit. Sicherheit gleich Zaun. So viel Zäune braucht ich. Was heißt so, Alter? Was ist das denn? Mehr Zaun, mehr Sicherheit. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ja, und weil hier so viele Autos fahren, gibt's hier Verkehrs-Unfonds-Fahrung oder was? Ey, das ist eine Autobahn, das ist schon vergessen. Dicke. Mehr Zaun, bitte, mehr Zaun. Hallo, kann ich jetzt einmal mit dem Verantwortlichen hier sprechen, verdammte Scheiße? Möchten Sie noch einen Zaun für zu Hause haben? Wenn ich noch einmal Zaun höre, dann, ey. Wollen Sie kaufen einen Zaun? Soll ich dir genau sagen, was ich kaufen will? Zaun zum Mitnehmen vielleicht? Also wenn ich noch einmal... Was wollen Sie denn für so einen Zaun zum Mitnehmen haben? Ruhe jetzt hier, ich will keinen Zaun kaufen. Ich will keinen Zaun kaufen. Ich will keinen Zaun hier haben. Dreh dich um und guck dir diese Zaunlandschaft hier an. Das ist kein... Das ist kein Feld für Zäune. Es ist ein Feld für Tabak. Stimmt. Wir brauchen noch mehr Zäune. Man kann nie genug Sicherheit haben. Merken Sie sich das. Wir haben auch noch ein paar Gerüste dabei. Was wollt ihr denn jetzt mit Gerüst? Was ist zum Teufel passiert hier, Alter? Also ich sehe jetzt nicht, wo ihr Problem liegt. Wir sorgen dafür, dass hier Sicherheit herrscht auf dem Tabakfeld. Das Problem liegt da, da. Lassen Sie mich mal bitte ausreden. Was für Sicherheit? Nehmen Sie mal Luft. Nehmen Sie mal kurz Luft. Ja. Buh. Wir sorgen dafür, dass sich niemand verletzen kann auf diesem Tabakfeld, okay? Und dafür sollten Sie uns eigentlich danken. Verletzen, verletzen, verletzen werden sich die Leute, weil ihr die Scheiße hier aufbaut. Ihr fahrt mit Baggern hier rum. Ihr stellt Zäune auf. Zäune sorgen für Sicherheit. Zäune sorgen scheiße. Ich glaube, ich habe mal eine Frage. Ach, ich drehe hier am Rad, Alter. Ich habe eine kurze Frage. Ich glaube, der Herr dreht gleich am Zaun. Da, wo Sie stehen, wurde einen Zaun vergessen. Könnten Sie mal... Alter, wenn... Halt die Schnauze. Zaun vergessen gibt es nicht. Zäune gibt es hier genug. Ich will hier keine Zäune haben auf dem Grundstück. Haben Sie vielleicht noch einen Zaun? Wenn ihr hier ein Baugerüst hier aufstellt, wenn ihr noch einen Zaun aufstellt, noch einen Basketballkorb oder sonstige Scheiße. Ich glaube, wir bauen ein wunderschönen... Wir brauchen ein Baugerüst. Wir brauchen mehr Zaun. Ich glaube, was ihr baut, ist jetzt auch ein Weg nach Hause. Ihr macht einen Scheiß mehr Zaun. Ah, los. So, ich hier ist Ruth. Der wurde überfahren vom Bagger. Vom Bagger. Wer hätte es gedacht? Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Hier ist der Rudi. Das ist der Einsatzleiter. Der kann Ihnen da alle ausgemützt. Schauen Sie mal hier auf diesem... Ein wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Lucy Miduri. Ich bin die Geschäftsführerin von Chainsmokers. So, jetzt bitte. Einmal Ihren Namen. Also, ich bin der Rudi aus Buddeln. Und das hier ist das Dokument, was uns ausgehändigt wurde. Da steht ganz klar drauf... Was ist das? Können Sie vielleicht den Schreihals mal kurz zur Ruhe bringen, damit wir uns unterhalten können? Aber natürlich. Hier steht ganz klar drauf... Ja, ich kann mich nicht. ...dass wir heute herkommen und diese Zäune hier zur Sicherheit ihres Feldes aufstellen. Und ich finde, wir haben unsere Arbeit ziemlich gut verrichtet, wenn man sich das mal so anschaut. Also, erstens... Das da? Ja, erstens muss ich sagen, hätten Sie sich vorher ruhig ankündigen können. Zweitens, wo haben Sie denn bitte schön Ihre Ausbildung gemacht? Das, was da jetzt gerade steht, ist ein... Ich habe eine Ausbildung bei Libanon gemacht. Also, das, was da jetzt gerade steht, hat nichts mit Sicherheit zu tun oder Sonstiges. Naja, hat sich jemand verletzt, seit wir hier sind? Also, keine Ahnung. Drei Leute überfahren. Drei Leute. Ich stelle in Polen besser aus als das hier, Mensch. Ich glaube, das liegt daran, dass wir noch ein wenig genug Zäune aufgestellt haben. Schauen wir uns das einmal an, was wir hier fabriziert haben. Ich bin da ziemlich stolz drauf. Sag mal, Sie haben den Dach... Ich bin sehr stolz auf unser Werk. Aber, Herr Kollege, ich habe da eine Frage. Ja. Wer räumt das hier eigentlich auf? Ja, das wird sich dann wohl machen müssen. Ich wollte doch hier raus heute, oder? Ja. Wir die Zäune stellen, stellen die Zäune auch wieder schön hier. Ich glaube, wir müssen Mittagspause machen. Wir fahren mal in die Stadt was essen. Wir kommen dann später wieder nach der Mittagspause, ja? Ihr räumt die Kack... Keiner will euch hier. Leute, das ist kein Rassismus, nur meine persönliche Meinung. Ja, Nachtpause, das ist eine Nachtbaustelle. Kommen Sie, Mädchen, Kollegen, kommen Sie. Kommen Sie, Kollegen. Schnell, Kollegen, schnell, schnell. Fliehen Sie, fliehen Sie von der Baustelle. Ah, da kommt unser Fahrzeug ja schon. Wo ist er an der... Ah, da, da kommt mein Kollege. Ah. Oh. Oh. Alter, meine Gestolpert. Wir brauchen mehr Zäune. Mehr Zäune. Das könnte das Problem echt beheben. Schon wieder hier so ein Garagenpark. Ach, verdammt, das ist eine ganz arme Socke. Der hat nicht mal Interieur für sein Haus gekauft. Es ist alles komplett leer. Oh nein. Oh nein. Kommt jetzt der Hausbesitzer rein? Oh nein. Der Hausbesitzer... Raus aus dem Haus. Äh, hier ist ein Überfall gemeldet worden. Hallo? Ja, das ist mein Haus. Sind Sie hier eingebrochen? Sie sind hier eingebrochen. Hallo? Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Sie haben das Recht zu schweigen, bis die Verstärkung kommt. Das ist mein Haus. Sie sind hier eingebrochen. Was haben Sie mitgehen lassen? Das ist mein Haus. Warum sind Sie hier eingebrochen? Nochmal. Das ist mein Haus. Sie haben kein Recht, einfach so in fremde Hütten einzubrechen und Dinge zu entwenden, die Ihnen nicht gehören. Bodycam ist an, ne? Ich wollte es nur sagen. Ja, meine Bodycam ist auch an, damit auch jeder sieht, wie Sie hier eingebrochen sind. Schneider für Leitstelle. Brauche dringend Unterstützung. Hier ist ein Raubüberfall an einem Haus gemeldet worden. Ich habe den Übeltäter auch schon festgenommen und gestellt. 14, 20, kannst du hören, du dumm Batz? Das ist mein Haus. Der Standard, der... Meines. Ja, genau, schicken Sie am besten einfach zwei Streifen kurz vorbei. Ich glaube, der ist gewalttätig. Der hat doch illegale Waffen. Ich kann es nicht fassen. Wir warten... Ich gehe jetzt raus aus meinem Haus. Wir warten jetzt erst mal auf die Verstärkung, okay? Das ist Hausfriedensbruch. Das, was Sie machen, ist Hausfriedensbruch, denn Sie sind hier eingebrochen. Das ist mein Haus, du Idiot. Ich darf nicht mal in mein eigenes Haus gehen. Wie, wie ist das? Ich diskutiere jetzt auch nicht mehr weiter mit Ihnen. Das können Sie mit Ihrem Anwalt klären oder mit den Leuten vom FIB, die Sie gleich ins Gefängnis begleiten. Nochmal, das ist mein Haus, verdammte Scheiße. Ich habe hier nicht eingebrochen. Das gehört mir. Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass das Ihr Haus ist? Ja, na klar. Nehmen Sie mir die Handschellen ab. Ich gebe den Reisefass und gucken vor der Tür, wen das gehört. Das ist Igor Graf. Natürlich, ich bin Igor Graf. Ich kann nicht lesen. Ich muss warten, bis der Kollege kommt. Meine Fresse. Da wird aber nicht wahr sein. Die Polizei soll Freund und Helfer sein, oder? Ähm, ja, das ist die Hausnummer 1162. Bringen Sie bitte zwei Streifen. Der Mann hat illegale Waffen dabei. Unterwegs. Ja, das gebe ich sogar zu. Ja, ich habe illegale Waffen. Der ist einfach so in ein fremdes Haus eingebrochen und hat versucht, hier Gegenstände zu entwenden. Das ist mein Haus, du Idiot. Nochmal. Was soll denn der Scheiß? Das ist die Hausnummer 1162. Eigentümer nicht vor Ort. Eigentümer nicht vor Ort und nicht wach. Eigentümer ist vor Ort, Idiot. Jetzt frage ich nochmal, bist du dumm? Das ist mein Haus. Du sollst mir helfen. Du bist die Polizei. Ich werde jetzt mal Ihren Ausweis nehmen, ja? Ja. Herr Graf, hallo. Ja. Ja. Igor Graf, mein Name. Und jetzt gucken Sie bitte draußen, wenn das Haus gehört. Können Sie mir jetzt nochmal sagen, warum Sie in fremde Wohnungen einbrechen? Hallo, Kollegen. Der Herr hier, der ist bewaffnet. Achtung. Der ist eingebrochen, der Herr. Ich bin nicht eingebrochen. Das ist mein Haus, verdammt. Jetzt guckt doch mal nach. Der ist eingebrochen. Das ist mein eigenes Haus. Da müssen Sie auch gar nicht mehr nachgucken. Ich habe schon nachgeguckt. Sollen wir den mitnehmen? Ja. Alter, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Bitte gucken. Herr Herr, bitte einmal kurz ein Stück her runterfahren. Das ist nicht sein... Gucken Sie nach. Gucken Sie nach und bestätigen Sie mir, dass es nicht sein Haus ist. Gucken Sie nach, Dima. Gucken Sie nach. Pasha, guck mal nach. Benjamin. Benjamin. Ich habe Ihnen mal kurz die Papiere zugesteckt. Das ist nicht sein Haus. Alles klar, Kollegen. Ich kümmere mich darum. Danke für die Unterstützung. Ich werde ihn dann ins Gefängnis bringen. Ich mache das. Könnten Sie die Akte noch schreiben? Machen Sie das, Herr Steiner. Können Sie bitte die Akte schreiben? Was bekommt er denn, Herr Steiner? Einbruch und Diebstahl. Und die illegalen Waffen nehmen wir auch noch dazu. Das ist mein Haus, ihr Idioten. Hallo, es ist mein Haus. Dima, können Sie mal nachgucken gehen? Dima, gucken Sie mal nach, ob das sein Haus ist, bitte. Ja, eine Sekunde. Was ist denn der Name von dem Herrn? Mein Name ist Igor Graf. Achso, nee, dann sind Sie nicht besitzer, das Haus. Nee, sind Sie nicht. Also, ich werde Sie dann einmal hier hinter Gitter bringen, Herr Graf. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen... Ich bringe Sie woanders hin. Ja, bla, bla, bla. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht... Vielen Dank an die Polizei, ne? ...gegen Sie... ...vielen lieben Dank... ...verwendet werden... ...für die Hilfe, dass Sie mir geholfen haben... ...was zu verteidigen. Danke. ...falls Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen auch keiner gestellt. Sie machen da richtige Scheiße, ne? Sie machen einen Scheißjob. Wissen Sie was? Weil Sie so frech zu mir sind, fahren wir mal kurz spazieren, Herr Graf. Ja, Sie sagen, das ist nicht mein Haus, obwohl es mein Haus ist, ne? Herr Graf, warum sind Sie so frech? Ich bin nicht frech. Hat es sich gelohnt, dort einzubrechen? Hat sich das gelohnt für Sie? Guck mal. Schauen Sie. Schauen Sie, wo Sie jetzt sitzen. Hat sich das gelohnt, so viel kriminelle Energie aufzuwenden, um in ein fremdes Haus einzubrechen? Haben Sie beweiset, dass ich hier eingebrochen habe? Ich bin dort auf Sie an... Hallo, ich habe eine Frage gestellt. Ich habe Sie angetroffen am Ort der Schandtat. Sie waren doch in meinem Haus. Sie haben doch eingebrochen. Nachdem Sie eingebrochen sind in dieses fremde Haus... Sie waren ja vorher da. Ne, Herr Graf, ich muss da auch nicht weiter diskutieren. Die Fakten sprechen ganz klar gegen Sie. Eine Bodycam habe ich auch, wo ich Sie angetroffen habe in diesem Haus. Ich habe eine Bodycam-Aufnahme davon. Ich auch. Ja, ich auch. Und das werde ich dem Richter dann auch vorweisen. Ja, das gleiche kann ich auch machen. Sie verweisen mich von meinem eigenen Haus. Herr Graf, das ist ein ganz einfaches Spiel. Das ist nicht Ihr ausgewiesen. Das haben die Kollegen auch schon bezeugt. Natürlich. Das ist nicht Ihre Wohnung. Natürlich ist das mein Haus. Dort stand nicht Ihr Name. Ja, doch. Dort stand nicht Ihr Name, Herr Graf. Oh, hier ist ja noch ein Haus. Gehört das etwa auch nicht Ihnen? Wollen Sie hier einbrechen, Herr Graf? Nein, das gehört nicht mir. Herr Graf, wollen Sie hier etwa einbrechen mit Ihren gefährlichen Waffen, die Sie da noch haben? Nein, eigentlich nicht. Ich habe die Waffe aus Verteidigung genommen, um nicht so einzubrechen. Herr Graf, was machen Sie hier? Warum sind Sie in dieses Haus eingebrochen? Bin ich nicht. Sie haben mich reingeschleppt. Wir haben Sie eben gerade losgelassen. Sie können doch nicht einfach hier wieder in Häuser einbrechen. Was soll das denn? Wir warten jetzt erstmal auf die Kollegen. Das können Sie dann den Kollegen erzählen, dass Sie hier nicht nochmal eingebrochen sind. Beruhigen Sie sich und legen Sie die Waffe weg. Sie Dieb. Sie Gauner. Dreckiger Räuber. Ich glaube, ne? Ein paar Sekunden später. Ich habe ihn, Kollegen, ich habe ihn schon. Okay, gut. Wollt ihr den mitnehmen? Ich muss dringend weg. Der ist in das Haus eingebrochen. Der hat noch Waffen dabei. Bitt mir los. Der hat schon wieder versucht, ein Haus zu überfallen. Kümmern Sie sich am besten um ihn. Jetzt halten Sie mal den Klappe, bitte. Gehen Sie bitte weg, dass ich mit Erwachsenen hinfahre. Der Herr, bitte beruhigen Sie sich doch mal. Wollen Sie dieses Mal auch wieder behaupten, das Haus gehört Ihnen? Ich kam zu meinem Haus, ne? Vorhin. Die Nummer, äh... Das erzählt er uns schon den ganzen Tag. Zum dritten Mal ist er in ein Haus eingebrochen, was angeblich ihm gehört. Das funktioniert doch nicht mehr. Setz mal auf, wir zu schreien, Herr Graf. Hören Sie auf zu schreien jetzt. Jetzt reicht es aber. Das ist mein verdammtes Haus. Das ist nicht Ihr Haus. Ja doch. Tragen Sie doch mal die Kollegen, die gucken nach. Das ist nicht Ihr Haus. Ja, weder das Rote noch das Grüne hier. Der Kollege hat mich hierher gebracht und hat mich in das Haus reingeschleppt, ne? Ja, mit Handschellen, also... Wie soll das gehen? Das ist gelogen. Das heißt, der FAB-Ler ist in das Haus eingebrochen, um sie in das Haus zu nehmen, um sie festzunehmen, um jetzt eine Globe zu machen, um dann zu sagen, dass sie eingebrochen sind. Das klingt schon ziemlich lächerlich. Ich kann den mitnehmen. Ja, ja, dann nehmt mich mit. Lass es uns hinter uns bringen, das hat sowieso keinen Sinn mehr. Außer der FAB-Ler möchte es natürlich machen. Ne, meine Arbeit ist erledigt hier. Lassen Sie sich das eine Lehre sein. Sie dreckiger Schuft. Herr FAB-Ler, was bekommt denn der alles? Nun, er ist in drei Häuser eingebrochen und hat illegale Sachen dabei. Hat er auch geschossen oder so? Ja, der hat auch geschossen. Der hat mich auch verletzt. Und er erfindet sich jetzt hier irgendwelche Lügengeschichten, dass ich ihn rumgezerrt hätte. Alles gut, der Herr. Wir brauchen uns ja nicht hin und her wälzen. Das ist wirklich sehr, sehr lächerlich. Und klingt sehr weit hergeholt. Als ob das wahr wäre. Als ob er die Wahrheit erzählt. Oder Herr, bitte haben wir Kopf reinziehen, ja? Ich packe Sam mal ins Auto. Ha, 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 ha. Oh, geht's Ihnen gut? Oh, es tut mir leid. Mach deinen Voice-Changer raus, Bruder. Verdammt. Es tut mir wirklich leid fürs Umfahren. Das kommt nicht nochmal vor. Hier ist eine Entschädigung. Was haben Sie? Aber, aber, also eine beschnittene Wasser... Jetzt habe ich doch so... Tut mir leid. Ich habe doch jetzt illegale Gegenstände, oder nicht? Entschuldigung. Ja, warum haben Sie die denn jetzt getötet, hä? Ich gehe jetzt. Ich habe damit nichts zu tun. Was ist denn mit den Menschen hier? Tschüss, was ist jetzt denn passiert? Verdammte Scheiße, Mann! Ja, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Was soll das denn jetzt? Wir warten jetzt auf Verstärkung. Ey, ich rufe gleich meine Schwester, wenn du jetzt nicht langsam aufhörst hier. Wir warten jetzt auf Verstärkung. Du hast nämlich die zwei Männer da umgebracht. Habe ich gar nicht, Alter, hä? Ich glaube, sie wollen mir hier gerade irgendwas anhängen. Kann das sein? Ich bin ganz normal vorbeigefahren und habe gesehen, wie du die umgebracht hast. Ich habe ganz normal gesehen, wie ich auf jeden Fall gar nichts gemacht habe, sondern sie mich umgefahren haben. Nein, ich habe das ganz genau gesehen. Wir können ja mal diese zwei Männer... Wie wäre es, wenn sie mal einen Krankenwagen rufen und wir die zwei Männer selbst befragen, was hier passiert ist? Ja, wir können die Männer selbst befragen, was hier passiert ist. Moment, ich kann einen hochholen. Vielleicht kann der ja bezeugen, dass du das warst. Okay, wir befragen die Männer selbst, was hier passiert. Ja, ich frage den mal. Moment. Ich glaube nicht, dass der das bezeugen kann. Hallo? Hat der Mann sie umgebracht? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ja schon. Sie haben diese Männer umgebracht. Ich habe es genau gesehen mit meinen eigenen... Ich habe hier gar nichts gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, bin friedlich mit meinem scheiß Roller über die Straße gefahren und dann kamen sie auf einmal hier. Jetzt muss ich mich hier schon wieder mit... Mit meinen... Oh Mann, Alter. Seit wann darf man denn eigentlich... Das darf man wieder nicht sagen. Was denn? Sind sie weiblich oder waren sie schon im Stimmenbruch? Weil manchmal... Ich habe das gehört, dass man manchmal auch erst mit 30 in den Stimmenbruch kommt. Ich bin letzte Woche erst 10 geworden. Kann man denn mit 10 Polizisten sein? Kein Wunder, warum sie nicht selber sehen, dass sie Leute umbringen. Wir warten jetzt auf die Kollegen. Da kommt doch eh keiner, Mann. Wer will denn bitte ihnen helfen? Doch. Die Kollegen wollen helfen. Auf und dringende Unterstützung am Global und am Local. Ich habe den festgenommen, der hat zwei Menschen umgebracht. Auf dem Highway. Ich habe gar keinen umgebracht. Er hat doch auf, für irgendwelche Lügen zu erzählen. Ich bin ganz neu hier auf dem Start. Seit gestern und jetzt wollen sie mir schon irgendeinen Mord anhängen. Kommen Sie bitte schnell auf den Highway. Ich habe ihn festgenommen. Der hat zwei Menschen umgebracht. Einer ist schon im Krankenhaus. Ah, Herr Owens. Schön, dass Sie da sind. Entschuldigen Sie, hallo. Können Sie mir vielleicht helfen? Der Polizist will mir irgendeinen Mord anhängen. Und ich habe nur noch 30 Sekunden für meinen Mieter übrig, sonst verschwindet mein Roller. Der hat zwei Männer umgebracht. Einer ist schon im Krankenhaus. Der zweite liegt noch hier. 19, 18, 17, 90. Ich glaube, der hat noch Waffen bei sich, ja. Kannst du ihn durchsuchen? Ich habe gar nichts bei mir. Das Einzige, was ich bei mir habe, ist so irgendeine Spielzeugpistole, die dieser Polizist mir in meinen Rucksack gesteckt hat. Warum haben Sie dann eine beschnittene Schrotflinte bei sich? Das weiß ich doch auch nicht, wie da eine beschnittene Schrotflinte kommt. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr in meinen Rucksack reingeguckt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass dieser Typ hier die ganze Zeit irgendwie an meinem Arsch rumfummelt. Was der da macht, weiß ich auch nicht. Dann haben Sie das Recht zu schweigen. Inzwischen. Ich habe verstanden, dass ich hier komplett hochgenommen werde. Was ist denn das für ein Staatssystem hier? Bitte schreien Sie nicht so. Entschuldigen Sie bitte für meine lautstarke Tonwahl, aber es ist wirklich unerhört. Der schreit mir zu viel. Ich gehe dann wieder. Ja, also Sie... Tschüss. Bringen Sie den ins Gefängnis, bitte. Ich will doch ja nicht ins Gefängnis, Mensch. Der war ja ganz schwierig. ...weise geben. Dieser Kollege hat einfach diese zwei Männer getötet. Das ist gelogen. Der ist hochkriminell. Warum? Ich töte doch nicht wahllos Menschen. Ich bin friedlich. Opi, wo ist dein Stock? Wie kann es noch ohne Stock laufen? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das Casino ist jetzt geschlossen. Könnten Sie bitte gehen? Gibt es ein neues Podiumauto, seien Sie ehrlich? Ja, gibt es in drei Stunden. Na, welches Auto? Das ist geheim, das kann ich nicht sagen. Wenn es kein neues Podiumsauto gibt, dann kommen wir zu Ihnen nach Hause. Ja, okay. Und dann müssen Sie uns ein neues Podiumsauto geben. Ja, alles klar. Ich habe gerade eben für 100k Chips gekauft. Was soll ich jetzt machen? Sag mal. Ja, du kannst die Chips auch mir geben. Ich löse die dann ein und gucke, ob du was gewonnen hättest. Daher können wir es so machen. Ich gebe Ihnen 100k und Sie spielen für mich und Sie sagen mir, ob ich gewonnen habe. Ja, das können wir machen. Ja, kommen Sie her. Ich gucke da mal, ob du was gewonnen hättest. 100k hat der Typ mir gerade gegeben. Wie viele Chips sind das? 1000, ne? Boom. So, dein Gebot. Wie viel können wir denn hier maximal draufpacken? Ach du Heiliger. 1000 Chips. 100.000 Dollar auf. Rot. Ich bin mir ziemlich sicher, Rot wird kommen. Damit hätte ich 200.000 Dollar, die ich dann natürlich fair teile. Also fair aufteile mit dem Geldgeber. Leider verloren. Willst du es nochmal probieren? Ich probiere nochmal. Ich probiere nochmal. Ich probiere nochmal. Wir bleiben bei Rot. Ich glaube, Rot wird gewinnen. Dieses Mal. So. Rot. Ich habe ein gutes Gefühl. Dieses Mal kommt Rot. Garantiert. Mal fünf, Jungs. Alge, 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 Alge. Es ist rot. Es ist garantiert rot. Wenn die Kugel in einem bestimmten Winkel trifft, ja, dann ist es rot. Sag ich doch. Ja, es tut mir schrecklich leid, Sir. Sie haben leider wieder verloren. Wollen Sie es nochmal probieren? Ich würde es gerne nochmal probieren. Ergibt mir einfach nochmal 100.000. Aber irgendwie habe ich auch diesmal so im Gefühl, es könnte rot sein. Rot ist die Farbe der Vernunft, der Hoffnung und der Liebe. Und deswegen wird es rot sein. Garantiert. Das ist ganz einfach, Jungs. Satz des Pythagoras. A Quadrat plus B Quadrat gleich mal geteilt minus C Quadrat. Ja. Sag ich doch, es ist rot. Nun, Sir. Hab ich jetzt gewonnen? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Investitionen, die Sie getätigt haben, leider die falsche Farbe getroffen haben. Und, äh, wollen Sie es nochmal probieren? Ich würde es nochmal probieren, der Herr. Rot. Let's go. Ich analysiere diesen Roulette-Kreis. Das Roulette-Karussell. Und es ist rot. Ja. Easy. Sir, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Das ist mir auch ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Okay. Aber es hat leider nicht funktioniert. Es war schwarz. So, Sie versuchen es nochmal. Sie kriegen das hin. Ich glaube in Sie. Okay, rot oder schwarz? Äh, das ist mein letztes Geld. Deswegen schätze ich jetzt mal rot. Rot, okay, rot, rot. Wir nehmen rot. So, 100.000 Dollar auf... Rot. Garantiert kommt eh schwarz. Garantiert schwarz. 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 Es ist die schwarze 20. Wir nehmen rot. Einmal können wir noch. Wir haben noch. 100.000 Dollar nochmal gehabt. Wir nehmen noch einmal rot. Denkt nicht, ihr könnt das auch? Ich bin selber in mir drinnen. Schlummert ein Schmetterling. Ich bin einer, aber noch bin ich eine Raupe. Guck mich an. Rot. Rot, rot, rot. Rot, rot. Rot. Im Endeffekt habe ich immer noch 200.000 Dollar auf meiner Hand, die er mir gegeben hat. Weil ich habe ja die ganze Zeit mit den ursprünglichen 200.000 Dollar gespielt. Die ich verloren, gewonnen, verloren, gewonnen habe. Sir, wir konnten tatsächlich einen kleinen Gewinn ergattern. Ja? Ja, weil ich so ein fairer Mensch bin, teile ich natürlich mit Ihnen 50-50. Dankeschön. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld auf der Tasche. Bitteschön, bitteschön. Möchte noch jemand Casino spielen? Hört auf, lass ihn da drin. Lass ihn einfach da drin. Oh, bitte nicht. Können wir ja schon haben. Sie wollen das doch. Das ist doch alles, was die reinschneiden können. Digger, sind dumm, Alter. Am liebsten würde ich jetzt irgendeinen richtig geilen, coolen, mit Reichweite herholen, also er ihn richtig fertig macht, Digger. Ja, Mann. Herz verdienter. Pessor wenig. Hm, hm, hm. Aber da sieht man wieder an der heutigen Menschheit, an der heutigen Zeit, dass du auch scheiße Geld machen kannst, ne? Hm, eben, Digger, und haben wir den letzten anderen so. Umqualifiziert, wahrscheinlich nix gelernt, außer am PC rum, Gammon, Alter. Pessor, Brillenspange, Digger. Ey, nicht schon mal. Aber so einer, weißt du, der Leute wirklich so, und das ist auch OOC, weißt du jetzt, ich mein? Der OOC Leute so auf die Palme bringt, der soll mal die Eier haben, dich mit einem zu treffen, der wirklich abgefuckt ist von ihm. Ehrlich. Der soll mal die Eier haben, Digger. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin der Erste, der sich da zur Verfügung stellt. Digger, man soll den einfach weghauen, Alter. Richtig weghauen, Digger. Oder einfach mal eine Woche, keine Ahnung, Frankfurter Hauptbahnhof irgendwo unterbringen. Hm, hm. Da hast du aber jemanden sehr, sehr salzig. Sehr, 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 sehr viel Salz. Das ist so die Art von Mensch, die du eigentlich nicht auf deinem RP-Server haben willst. Und genau deswegen billigt die Projektleitung das auch. Dann denkt er, weißt du, das Geile ist halt, dann denkt er auch noch, er ist lustig, wenn man mit ihm mal hart redet und sagt, hey, geh mal richtig arbeiten und so, ne? Dann denkt er, es ist lustig, dann zu sagen, hey, schau mal, ich hab hart gearbeitet für mein Geld, weißt du, ich mein? Ja, ja, ja. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist noch, dass Leute, die das Video schauen, dann auch noch lustig finden. Ehm, Digger, das ist doch pannlich. Und genau deswegen sagt die Projektleitung auch, das ist okay. Nee, ich glaub, das glaub ich nicht. Wieso? Oh, das werden sie noch sehen. Nee, das tut mir leid. Ich wollte nur in meinen PD reinfahren. In ihr PD? Tschüss, viel Spaß im SG-Marx. Oh, ich parke mein teures Auto einfach mal hier an der Wand. Ja, machen wir das. Oh, ich hab so hart dafür gearbeitet. Weißt du eigentlich, wie anstrengend mein Beruf ist? Oh, mein Beruf ist so anstrengend, dass ich mir solche Autos leisten kann. Mh, in Europa. Wir haben keinen Beruf. Das muss ja wirklich schlimm sein. Bürgergeld. Bürgergeld, Hammer. Dass ich mir solche Autos in Europa leisten kann. Nein, Kindergeld. Er kriegt Kindergeld, Digger. So, lass dir bitte mein Fahrzeug hier stehen. Das war wirklich sehr teuer. Ja, klar. Dafür habe ich ganze 20 Tage gearbeitet. Ganze 20 Kinder ausgebeutet. Dafür habe ich 20 Tage lang gearbeitet. Ja. Ja, lassen Sie das Auto bitte dort stehen. Ich weiß nicht, was Arbeit ist. Ach so, übrigens, Bürgergeld soll angehoben werden nächsten Monat, glaube ich. Hey du, ey, ich hab mal eine Frage. Komm, hast du Eier oder nicht? Oh Mann, die sind so sauber. Fuck. Oh, ein Einsatz. Oh, verdammte Axt. Was ist denn hier passiert? Dem geht's nicht gut. Der fällt immer hin. Guck mal. Der fällt. Der fällt. Was hat der? Der fällt auf die Fresse die ganze Zeit. Oh, 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 oh. Mensch. Schmeiß dir gleich die Brügel raus. Helikopter? Helikopter sind tatsächlich immer sehr schön. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, helfe doch mal hoch. Bestimmt so ein Kack-Hater. Das sind die Kack-Hater. Jetzt kommen sie schon mit dem Helikopter angeflogen. Digga, was ist dein scheiß Problem, du Bastard? Warum fährst du mich zweimal nieder, oder? Sag einmal, willst du mich verarschen, oder was? Die Fresse, was fährst du zweimal in meinen Heli, du Schwanz? Was ist dein Problem, hä? Bist du einer von den Kack-Hatern? Bist du ein Kack-Hater? Digga, was bist du für eine Fosse? Tötest du mich einfach? Hey, ich hab sowieso keinen Bock mehr auf ruhig Kack-Hater. Mir geht mal auf den Sack. Ey, du Schwanz. Dir geht's doch nicht mal gut. Warum hast du mich getötet, Junge? Du bist aus dem Helikopter gefallen, da kann ich nichts für, ja? Da kann ich gar nichts für, Kollege. Jetzt mach mal halblang. Soll ich das hochschicken, du Fosse? Soll ich das hochschicken, du Fosse? Kauf dir erstmal einen Discord rein, dann reden wir vielleicht noch ein bisschen weiter, ja? Komm, lass mich in Ruhe jetzt. Geh mal nicht auf den Sack. Geh mal nicht auf den Sack. Ja, weißt du, ich hab einen Clip davon, du Fosse. Ich schick dich hoch, Alter. Ja, viel Spaß. Digga, hallo, was ist mit dir? Lass mich los, sonst f*** ich dich, Alter. Junge Frau, junge Frau, haben Sie vielleicht ein Rap-Kit? Digga, lass mich los, sonst... Digga, ich f*** dich sonst. Danke, Erdbärchen. Bis dann. Digga, du bist schon bewusst, dass ich das hochschicken werde, oder? Und ich schick dich in den Knast, wo ihr Kack-Hater hingehört. Digga, wenn ich da... Du glaubst doch nicht wirklich, ich ärgere mich hier weiter mit euch Kack-Hatern rum. Hater, Digga, wer bist du? Kannst du direkt mit dem Sollmecke dir die Hand geben? Ist nämlich auch so ein Bastard. Wo bist du gefangen, du Kind, Alter? Hat dich keiner geliebt bei deiner Geburt? Meine Mutter und meine Schwester haben mich geliebt, ja? Und mein Pferd Blue auch. Ich glaube, ich kaum, dass jemand dich geliebt hat. Weil, Digga, einfach jemanden ohne Grund zu töten, Alter. Du hast mein Heli zweimal gerahmt. Lass mich in Ruhe, komm. Ja, viel Spaß, du wirst gleich sehen, was passiert. Du kleines Kind, Alter. Kommt dich mal mit deinem Leben klar, Alter, du 0815-Fanboy, Alter. War ja wieder klar, dass das so ein Kack-Hater ist. Digga, ich kenn dich nicht mal gerne an. Ich würd's ja verstehen. Wenn du irgendwie irgendetwas Besonderes wärst, okay, dann würd ich da sagen, okay. Dann, okay, das passiert normal. Wenn irgendwie ein Fanboy dich abfuckt, logisch, dann f*** man den Bastard. Aber, Digga, ich kenn dich nicht. Halt doch einfach mal die Fresse, bitte. Wer hat dich nicht geliebt, wenn du so mad bist eigentlich? Warum du einfach anderen den Rusty-Pommes zerstören willst? Erklär mal. Ein dreckiger M... Aha, gehst du sogar auf meine Mutter, obwohl sie nichts dafür kann, dass du ein verlorener Bastard bist? Du bist echt einer der Schlimmsten, die ich je gesehen habe. Es gibt schon Vollidioten, aber du bist der Erste, den ich denke, Alter, du bist die Erste... Einer der Ersten, wo man denkt, Alter, Digga, dich muss ich mal tief in den Arsch f***, Alter. Warum das? Ja, weil, Digga, du machst alles hier kaputt, Digga. Ich würd's ja verstehen, wenn du irgendein 0815-Streamer bist. Wahrscheinlich bist du eh nicht einmal das, Alter. Dann, Digga, zerstörst du, du machst du wohl alles komplett scheiße. Was ist das Traurige eigentlich dran, Alter? Irgendwas ist bei dir wirklich schiefgelaufen, Alter. Weil, wenn ich alles auf Clip habe und es hochschicke, Digga, bist du ja am Arsch. Bei Gott, du kannst sogar Play-Stern sein, Digga, dann wird's scheißegal. Hm, ich glaub, ich geh mal kurz ins PDA. Dann gucken wir uns mal die Fahndungen an. Peter Macht, fünf Sterne, hat Pferd Blue getötet. Digga, Pferd Blue, Alter. Wer nennt sich so? Blue? 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 Kennst du nicht den Blue, äh? Sag mal, kennst du nicht? Er schreibt lieber ein Ticket, okay. Alles klar. Hey, Jungs, pass auf, er ist korrupt, er ist korrupt, Achtung, er ist korrupt, der P-Dealer. Der hat mich auch festgenommen. Haben sie noch was zu sagen? Digga, du hast meine Mutter beleidigt. Digga, du hast meine Mutter beleidigt. Du hast mich... Da lügt. Digga, ey, Digga, ich hab den Clip, ich schreib sogar mit jemandem von oben, also, Digga, überleg dir gut, ob du mich jetzt nicht freilasst oder ich schick's nach oben. Du bist dann für eine Woche weg. Überlegst dir sehr gut jetzt. Überlegst dir wirklich sehr gut. Ich hab die Clips. Nee. Nee, 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 nee. Nein. Nein, Peter, nein, Peter, Peter, nein, nein, Peter, der Peter hat den Blue getötet. Ich hab niemanden getötet. Hast du, hast du, okay, du hast den Bodycam, ja, okay, du hast den Bodycam, dann zeig sie, ja. Peter hat mein Pferd den Blue getötet und deswegen muss er jetzt in Knarsch. Ich hab niemanden getötet, in der Stadt mit dem Heli? Aha, okay, gut zu wissen. Äh, eigentlich müsst ihr mich sowieso freilassen, er hat meine Rechte nicht mal vorgelesen. Nächstes Mal nicht so fresh sein, ja. Ich möchte ihn, ich möchte ihn, ich möchte meinen Kollegen, ich möchte meinen Kollegen. Ich möchte ihn, ich möchte meinen Kollegen, ich hab das Rechte zu. Äh, ich kann sie leider nicht verstehen, weil die Frau so laut ist neben mir. Dann nimm den Schwanz dann aus dem Mund, dann nimm den Schwanz dann aus dem Mund, dann nimm den Schwanz dann aus dem Mund. Also, Peter, was wolltest du mir noch sagen? Wart ab einfach nur, warte einfach nur. Auf was soll ich denn warten, Peter? Ja, wirst gleich sehen. Watt, Peter, du halbe Wurst, du kleine Portion. 20 Minuten später. Na, da sieht man sich so wieder, hä? Du korrupter Bastard. Oh mein Gott. Hallo? Ahahaha, du Lappen. Na, was machst du hier noch? Ich warte. Auf? Schlechte Tage, oder was? Du korrupter Bastard. Ne, ich warte auf meine Aufgaben. Aufgaben? Schwänze lutschen, oder was? Hat's nicht so funktioniert, wie du es gedacht hast, da? Ähm, ja, kannst du ihn ruhig freilassen und ihm einfach sagen, hier, das war so ein Korrupter, den haben wir jetzt sanktioniert und so, also wir haben mit dem Gerede bla bla bla. Ich möchte gern korrupter Schwanz, du. Ziehst dich an, sei ein Piler und nimmst da früher immer ein Fest, das geht nicht so leicht. Ich weiß ja nicht, was dein Problem ist, aber lass mich einfach in Ruhe, ja? Ich sag nur die Wahrheit, dass du einfach ein korrupter Bulle bist. Ich warte jetzt mal, ich warte jetzt mal hier ein bisschen. Ich hoffe, ich warte auch noch. Ey, nicht an mein Auto anlehnen, bitte. Nicht an meine Karre anlehnen. Tu ich nicht, ich tu die Wand rühren, nicht dich. Digga, was ist dein Problem, Alter? Mit ein bisschen Glück kommt da gleich ein Medic. Ich könnte natürlich auch jetzt ein Vollassi sein und da einfach ein Global zünden. Da kommt die Verstärkung. Da liegt er. Könnten sie den bitte hochholen, den Mann? Der braucht da ein bisschen Hilfe. Ähm, ja, den könnt ihr mal mal vielleicht hochholen. Ich hole den hoch, alles gut, ich mach das. Vorsicht, der hat Waffen dabei. Digga, wir sind jetzt nämlich fest, euer Ernst. Ich fahr jetzt zurück nach Oberfranken. Verpiss dich, du Schwanz, Alter. Scheiß korrupter Bastard. Der Typ hat mich schon vorhin gejailt, aber es wurde schon geklärt, weil er ein Korrupter ist. Er hat meine Mutter beleidigt vorhin. Ich hab ne Clip. Ja, mach, sie werden trotzdem mitgenommen. Beamtenbeleidigung, sie haben uns grad beleidigt, deswegen kommen sie auch mit. Nein, hab ich nicht. Der hat gesagt, scheiß Bullen. Nein, hab ich nicht. Hä? Scheiß korrupter Bastard. Das ist Barmenbeleidigung, ja. Das hab ich nicht gesagt. Ja, dann ziehen sie einmal den Kopf ein, bitte. Aber der Kopf hört's auf mit dem Scheiß. Alter, ich bin gleich komplett raus aus dem Scheiß-Stadion. Kann ich bitte mitfahren bei euch, ja? Bitte, bitte einmal kurz hier reinsetzen. Ja, danke schön. Na, wird sagt, Alter, ihr macht's komplett scheiß, Digga. Du, bitte keine Ahnung, was der Problem ist, Digga. Aber... Können Sie mal runter, okay? Nein, wenn er mich zweimal getötet hat schon jetzt, ohne Grund. Das ist gelogen. Dann meine Mutter beleidigt. Nee, das ist gelogen. Ich hab sie nicht beleidigt. Ich hab gesagt, sie ist dreckig. Ich hab sie nicht beleidigt, okay? Wenn deine Mutter sich nicht wäscht... Du hast meine Mutter beleidigt, Digga. Digga, keine Ahnung, was dein Problem ist, aber... Wenn deine Mutter sich nicht untenrum wäscht, ist das nicht mein... Digga, was ist halt die Fresse in der Welt? Meine Mutter doch einmal haben ein Problem, Junge. Haben wir uns verstanden? Meine Mutter ist dreckig. Also vorgeworfen wird jeden, äh, Barmenbeleidigung, ja. Digga, was hab ich dir getan, dass du meine Mutter beleidigst, Junge? Bei Gott, ich schwör auf alles, Digga, das ist nicht lustig. Du kannst hier den Rösti-Pommes machen, was du willst, aber Digga, beleidige nicht fremde Mütter. Junge, wer hat dich gefickt? Ich hab sie nicht beleidigt. Du hast meine dreckige Mutter gesagt. Ja, weil sie sich nicht wäscht. Wohl, willst du's wissen? Kennst du meine Mutter? Weißt du, wo ich wohne? Weißt du, wer ich bin? Aha, okay, wer bin ich? Lott, wer bin ich? Komm, erzähl. Der Peter macht. Ja, und glaubst du, das ist ein... Nee, ja, du bist so gefangen, alter. Also ihr, FAB, unterstützt das, dass jemand meine Mutter... Beleidigt und so? Dann kommen sie da bitte mit daher, ja? Aber warte kurz, nein, bevor wir weiter, bleib stehen mal. Nee, wir warten nicht. Komm her mal, FAB, komm her mal. Nein, nein, warte kurz. Letztes Wochenende hatte ich mit seiner Mutter, mit der Frau Macht, ein kleines Treffen auf einem Volksfest. Und da habe ich dann gesehen, dass die halt untenrum so ein bisschen, ne? So miefst. Ist ja auch eigentlich keine Beleidigung dann, ne? Doch. Es ist Elternerwähnung, Digga, what the fuck, Alter. Aber das ist ja nur die Wahrheit, was er dann sagt. Das ist Elternerwähnung, Digga, what the fuck, was ist das? Das Volksfest unten am Strand. Digga, verpiss dich, Alter. Verpiss dich einfach. Junge, lass mich los. Lass mich los, Digga. Jungs, ihr wisst schon, dass ihr das unterstützt und nicht mal von einem Clip hab, oder? Was? Was haben sie? Ja, ein Clip. Ich habe eine Bodycam auf der Brust, wie man so sieht. Herr Kollege, Herr Kollege, Herr Kollege. Fakt ist, ich habe letztes Wochenende unten am Strand ihre Mutter kennengelernt. Mit einer Frau macht, hatte ich da ein kleines Techtel-Mächtel und die war sehr ungewaschen. Okay, wenn sie sich nicht wäscht, ist das nicht mein Problem. Das ist eine Tatenfeststellung. Okay, haben sie noch was dazu zu sagen? Nur weil deine Mutter eine scheiß Schlampe ist, kann ich ja nichts dafür, mein Freund. Das stimmt nicht, das ist gelogen. Ich habe sie letztens am Strandmarkt gesehen, die Schlampe, also von denen. Sie muss, oh, 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 oh. Das hat sie gemacht. Kennst du das Geräusch? Das kann gar nicht sein, meine Mutter ist gestorben. Mein Mittler, diese Frau, Alter. Dass sie so einen Idioten wie dich gebärt hat, ehrlich. Die tut mir leid, die Frau, ehrlich. Die hätte echt verhüten müssen. Herr Macht, soll ich irgendwie ein Familienmitglied jetzt noch anrufen und Bescheid sagen, dass sie im Knast sind, ihrer Mutter vielleicht oder ihren Vater? Deinen Vater habe ich gefickt, letzte Nacht, mit deiner Mutter. Aber entspannen sie sich doch. Ihr Ephabiler, setzt auch nur so. Ich bin kein Ephabiler, ich bin der Drache, verdammt. Du bist ein Schwanz, Lutscher, das bist du höchstens. Jalla, wohin? Lern laufen. Mehr kannst du nicht. Komm, komm, lass mich dich, Digga, mach mal eins, geh eins. Weil Gott, du bist nur am Boden liegen, du bist nur am Boden liegen, wie eine Schlampe, Alter. Du kleine Schlampe. Scheiß korrupte Ephabiler, ja, ja. Ausgezeichnete Arbeit, Kollegen. Schönen Tag, du. Tschüss. Oh, ehrlich. Beamte im Dienst, es wird sich gleich um dich gekümmert. Ah, wunderbar. Klopf, klopf, hallo. Äh, ja. Aber mal so eine ganz blöde Frage, ne? Ich war eigentlich schon in der Stadt, warum bin ich wieder hier? Hä? Das ist eine gute Frage, mein Bestand. Bruder, jetzt chill doch mal deine Eier, du. Wie heißen Sie denn, Kollege, hier? Ja, ich habe Amnesie. Ich müsste tatsächlich meinen eigenen Ausweis mal angucken. Also ich kann hier sogar beweisen, dass ich in der Stadt war. Guck mal, ich habe sogar hier, äh, ah ne, ich kann keine Waffen ziehen, schade. Ich habe auf jeden Fall Waffen dabei. Oh, was hast du denn dabei, mein Bestand? Messer, Geld, Pistole. Ne, entspannt, entspannt. Oh, ähm, so, äh, ja. Ja, ähm, ähm, ne, wenn er ja schon Sachen dabei hatte, dann, keine Ahnung, wenn es ein komischer Fehler war, dann, ja. Kannst du mich durchsuchen, ich habe eine Kampfpistole. Ne, entspannt, entspannt. Eine Pistole Punkt 50. Ne, entspannt, entspannt. Ein Messer. Ne, entspannt, entspannt. 63.000 Dollar Bargeld. Ne, entspannt, entspannt. Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Ja. Äh, ähm. Übrigens, Kenan, ich kann den Support-Chat lesen, ja. Äh. Guck mal, ich habe sogar Atmenrechte. Kenan, du bist ein richtiges Snitch, wollte ich dir nur mal sagen. Wo ist das? Hier, vor dir. Cisco? Ja. Wer ist denn? Der Atmenrechte? Ich kann mich einfach selber einreißen, hä? Stimmt, ich habe ja noch vom Affen-Video Atmenrechte, das kam jetzt voll überraschend. Ich wusste gar nicht, dass ich noch die Atmenrechte habe. Mega smart, hä? Reiße ich mich einfach selber ein, ist die neue Meta, ich sag's euch. Merik, einmal folgen, bitte. Yo, wir sind zusammen. Ah, der hier ist tot, oder was? Warte, ich mach das, ich mach. Nein, nein, nein. Ich mach das. Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Ich mach das. Schön in den Tunnel rein. Und wieder weg. Ich glaub, das war eine illegale Route hier. Oh, wow, wow. Was kann man hier sammeln? Bruder, wo ist unser Kollege? Den hat der Medic doch. Nee, wo hast du mich denn gerade weggebracht? Ja, doch. Wo hast du den gerade weggebracht, Bruder? Nee. Digga, was ist mit dir, Alter? Warum, lass mich doch los, Digga, ich kann doch einsteigen. Bruder, was machst du, Alter? Was machst du denn? Ich nimm dich mit, ich verarzt du dich. Nein, Digga, jetzt hör auf, ey. Ich verarzt du dich, alles cool. Keine Sorge, alles cool. Wie kann man wirklich... Oh, oh, oh. Das war jetzt aber nicht ich, das war jetzt er, ne? Ja, aber warum liegt da einer von mir? Der war schon tot. Und was willst du jetzt von mir? Weil ich schuld, dass du es nicht laufst. Du laufst das nicht. Ich geh in den Support, Digga, ne? Ich geh in den Support, Digga. Ja, wirklich, ich geh in den Support, Digga. Oh, wei. Ich geh in den Support, ne? Ciao, ciao. Oh, wei, oh, wei, du bist gestorben, hä? Alles gut, ich hole einen Medic. Warte einfach hier, ich hole einen Mediziner. Ich hole einen, ich hole einen. Hier ist ja einer um die Ecke zum Glück. OOC-Talk ist verboten. Ist hier irgendwo ein Mic? Nö. Ist hier irgendwo ein Mic von euch? Nö. Mach mal. Irgendwann, pass auf, pass auf, pass auf. Der andere wollte, dass ich einen Mic mithole. Okay, ich bin kein Mic. Oh, der hat sich entcarried, oder? Der hat sich entcarried. Das ist gegen die Regeln. Habt ihr einen Peter? Gibt es hier einen Peter irgendwo? Oh, sorry. Entschuldigung. Peter, bleib hier. Der ist gestorben, oh, ha? Ich schulde ihn mit. Soll ich Medic holen? Du musst du behindert, oder? Dann kommt was Maxi. Ich schulden Medic, ich schulden Medic, alles gut. Ich bringe ihn zum Medic, alles cool. Habe ich den? Ja, er ist in deinem Arm. Danke. Mediziner kommt gleich. Medic kommt gleich, alles gut. Medic kommt gleich, beruhig dich. Ist hier vielleicht ein Julian? Ja, verpiss dich jetzt, Mann. Ist hier irgendwo ein Julian? Bist du Julian? Ja, nix da, verpiss dich. Du nervst mich, Mann. Kannst du uns nicht einfach... Ah, ich nehme dich da mal mit. Bist du Julian? Komm mit, Julian. Komm jetzt. Komm mal bitte aufhörst du schwein. Mein Gott, Julian. Mach es doch nicht so schwer, ey. Dankeschön. Ich bringe ihn zum Medic. Alles cool. Alles cool. Ich mache das. Hallo, was machst du da? Ah, hallo. Äh, ja. Hier, sorry. David, warum kriegst du denn Leute einfach? Wenn du fährst. Hä, die waren schon hier. Ich wollte die zum Medic bringen. So. Ah, okay. Ich habe doch gerade gesehen... Ich habe alles gesehen. ...siegt, dass du, sag ich mal, die Leute hingefahren bist. Nein, die lagen... Ohne Schusskoll. Ohne Schusskoll. Ohne Schusskoll. Ohne Schusskoll. Ohne Schusskoll. Das ist so unlustig. Das ist eine Lüge. Die lagen schon hier. Ich und Cezan haben ja schon alles beobachtet. Ich habe ja die ganzen Sporttickets geschrieben. Er hat schon ein bisschen hier die ganzen Leute hier umgebracht, rübergebracht. Und V-Dams und so weiteres. Oha, oha. Digga, Cizco. Oha. Snitch, Alter. Oha. Cizco, ich mag dich, aber... Oha, voll die Snitch, yo. Cizco, du hast doch Perma. Was machst du hier eigentlich? Voll die Snitch, Digga. Bah. Ekelhaft. Du bist ja voll der eklige Mensch. Bah. Ui. Oh, oh. Ui. Hoppla. Hä, ich wurde aber nur für einen Tag gebannt. Oha. Nur für einen Tag. Dann kann ich ja morgen direkt wieder drauf. Goil. Ah, eine riesige Schlange. Das ist aber schön zu sehen. Kann doch wohl nicht etwa mit einem Regierungs-Privatauto abzuholen, ne? Was sehe ich denn da? Äh, ne, ich wollte nur tunen. Alles gut. Okay, dann nehmen Sie das Auto gleich wieder mit, ja? Können Sie das Polizeiauto wegfahren? Ja, mache ich sofort. Hallo, hallo. Hallo, was soll das? Sie sind Officer. Fahren Sie mal raus. Ja, alles gut. Ist das gut oder was? Ich wollte mich nur anstellen. Alles gut. Ja, die Schlange ist draußen, Bruder. Ja, ich wollte mich nur anstellen zum Tune. Ja, draußen. Hä, warum nicht hier? Weil alle andere draußen anstellen. Die stehen hier schon länger als du und du fährst hier einfach rein. Ja, aber ich bin YouTuber. Ich darf das. Egal. Du kannst meinen Abkommen lächeln. Das darfst du. Nein, ich darf das. Sie haben gesagt, ich darf mich vordrängeln. Klar nicht darfst du. Doch. Nein. Doch, wirklich jetzt. Geht mir mal nicht auf die Eier und haut ab. Du hast hier keine Sonderrechte. Entschuldigung. Entschuldigung. Hör doch mal auf, Digger. Wie unnustig. Wie lange brauchen sie noch zum Tune da drinnen? Das tut ja auch nichts zur Sache so. Sie stellen sich ganz hinten an. Warum hörst du dich an wie ein Mann? Warum hörst du dich an wie ein Mann? Wann auf mich anzuschreien, Mann. Warum hörst du dich an wie ein Mann? Warum hört die Dame sich an? Hallo, hallo. Warum hört die Dame sich an wie ein Mann? Warum hört die Dame sich an wie ein Mann? Warum hörst du dich an wie eine F***, Digger? Oha. Fragen über Fragen. Oha, chill mal. Ja, vorhin jetzt rausgezogen. Als Elfjähriger unterhalten damit, aber nicht irgendetwas, geh bitte raus. Hä, sei doch nicht so. Ist das deine Garage? Oh, warte mal, warte mal. Der Fahrer, guck mich mal bitte an. Warte, ist... Kommt dir das bekannt vor? Ich glaub schon, oder? Bah, ist ja eh klar. Ihh, ne? Aber es ist so unlustig, Digger. Es ist einfach... Es ist das erste Mal nicht lustig gewesen. Das wird auch die nächsten 100 Male nicht lustig sein. I doubt it. Wuhuuu. Er hat mich provoziert. Er hat mich provoziert. Mach das woanders. Du provozierst dich die ganze Zeit, weil du denkst, du wärst irgendwas Besseres, Digger, aber du bist die Sch*** unter meinem Schuh. Ja, jetzt hör mal auf zu meckern. Sieh zu, dass du dich abmachst, Junge. Oh, wie. Hallo, ich hab doch die Bestätigung bekommen, dass ich mich vordrängeln darf. Gar nichts, hast du. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer. Wem hast du denn die Bestätigung bekommen? Gar nichts bist du. Du arbeitest bei Tipico. Sei mal leise. Ich geh jetzt raus. Ich hoffe, du kriegst einen Reitenplatser bei 300. Jetzt fahr weg. Ja, schier durch. Alles gut, mach weiter. Ah, super. Jetzt kann ich endlich mein Auto tunen. Na, also. Super, und bewiesen, dass du einen kleinen Sch*** hast, hast du auch noch, Digger, gell? Ja, jetzt hör doch mal bitte auf zu heulen. Ja, ich will jetzt mein Auto tunen. Ja, er denkt halt, er hat heute Sonderrechte. Er denkt halt, er wäre es, aber er ist halt nicht mal. Pst, beruhigt euch jetzt. Lass mich einfach tunen und gut ist. Deine Fresse über X-Beine, Digger. Ey, ich hab keine X-Beine. Chill doch mal. Okay, du hast O-Beine, du Krippel, Digger. Warum soll ich hier in Ruhe lassen? Lass den Mann doch mal um den Auto tunen jetzt. Wer fährt hier vor und dringelt sich vor? Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich war erst da. Ja, was macht ihr jetzt überhaupt hier alle? Wir haben hier überhaupt nichts zu drinnen zu suchen. Raus hier. Ist mir sch***egal. Die anderen Leute stehen dort seit 10, 15, 20 Minuten. Ja, Pech gehabt. Und er dringelt sich hier vor. Ja, okay, ich klär das. Nein, sie gehen mal raus. Sie haben mich gar nicht zu klären. Das Ding ist, du denkst halt, du wärst witzig oder so, aber... Ich will doch gar nicht witzig sein. Ich will mein Auto tunen. Ja, dann mach doch mal genau das Gleiche wie die anderen auch, Digger. Nerv doch nüch. Nerv doch nüch. Nerv doch nüch. Geh jetzt. Hau ab jetzt. Geht jetzt bitte mal alle raus hier. Es ist vorbei hier. Jetzt fertig. Ja, alle mal bitte. Der Herr hier hat bewiesen, dass er nen kleinen Sch*** hat. Ja, ist gut jetzt. Komm runter. Krieg dein Nego nächstes Mal Wonders hin, Digger. Es nervt mich. Komm runter, Tipi-Koarbeiter. Geh jetzt. Ja, komm runter, Digger. Mach Abzug. Komm, mach Kopf zu, Digger. Mach du Abzug, Digger. Komm, hau ab. Wertloses Stück, Digger. Komm, zig ab jetzt. Du wertloses Stück, Digger. Mach Kopf zu, hau ab. Ja, komm. Komm, geh, geh raus jetzt. Komm, tschüss. Ja, ja. Kannst du mal nuckeln, Junge? Mach das Garagentor hinter dir zu, wenn du gehst. Kannst du ja machen, wenn du gleich rausfährst. Nee, ich brauche noch eine Weile. Die Farbpalette ist doch schon ganz schön groß hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Geil, Digger. Solange du hier kaufst, ist alles schön. Ja, ich weiß nicht, was ich hier nehmen soll. Welche Farbe. Die sehen alle gut aus. Geld landet dann am Ende nämlich nicht bei dir, sondern bei mir. Alles gut. Was würdet ihr sagen? Pink oder... Aber was, Bruder? Wir lassen die Fischte jetzt in Ruhe. Hat genug Aufmerksamkeit bekommen, ne? Mach Garagentor hinter dir zu, hab ich gesagt. Deine Fresse sei nicht so frech. Hör auf zu heulen. Mit dem Haarstein würde ich nicht so frech sein. Meine Haare sehen gut aus. Chill mal. Guten Abend, der Herr. Ja, guten Abend, hallo. Ähm, das hier ist nicht der Puff, ne? Der Puff ist eigentlich woanders. Alles gut, Kollege. Ich bin der Besitzer von hier. Alles gut bei dir? Du hast alles soweit? Ja, der Herr hat mich ein bisschen dumm angemacht, aber... Ja, das kommt davon, wenn man sich hier vordringelt, ne? Ganz, ganz kurz, alles gut, Chilo. Ich will einfach nur die Farbe ändern und die machen mich hier dumm an von der Seite. Ja, und die anderen alle nicht. Ganz schwierig. Ja, ich bin doch schnell fertig. Chill. Alles gut, Kollege. Sind Sie extra bewusst, dass Sie einfach so reinfahren können und einfach nicht warten müssen wie die anderen? Ja, ich hab gefragt. Die haben gesagt, ich darf das. Also, ich hab das nicht gesehen. Die Rettungsschwimmer haben gesagt, ich darf das. Du darfst das. Ja, jetzt nur, weil ich halt schnell bin. Ich beeil mich doch. Weil die Rettungsschwimmer das gesagt haben, also das heißt, du verstehst ja, was ich auch gerade sage. Ich weiß auch, wer du bist. Soll ich mal kurz dann über die Rettungsschwimmer kurz mal drüber reden und dann schauen, ob doch, aber ich hab hier meine Sachen gesagt bekommen. Das ist jetzt nicht mein Problem. Tu mir leid. Sicher? Ja, komm, jetzt geh, nimm deine kleinen Kumpel mit und mach das Garagentor zu und lass mich hier die Farbe ändern. Digger, nur weil du zwei, drei hier irgendwie denkst. Sollen wir kurz offen reden? Ja, was meinen Sie mit offen reden? Hören Sie auf, mich hier dumm anzumachen. Komm, komm, alles gut, alles gut. Komm, wir lassen den mal kurz. Der wird schnell. Mach das Garagentor zu. Hau ab. Ich fresse die X-Beine. Geh schön einkaufen hier. Ich hab keine X-Beine. Mach die garagentür zu. Mach das Tor zu. Zieh der Tor runter. Hau ab jetzt. Ich hab noch nie so einen Opfer gesehen, Digga. Ja, ich warte jetzt einfach mal 30 Minuten. Mal gucken, wann die wieder hier reinkommen. Ich könnte auch einfach antäuschen, dass ich fertig bin. Und dann bin ich doch nicht fertig. So, ich bin fertig. War doch nicht so schwer. Du, alles gut. Ja, ich bin doch noch nicht fertig. Jo, Bro. Hallo? Alles gut? Alles gut. Willst du nochmal was verändern? Ja, ich bin hier am gucken. Die Farbpalette ist halt relativ über... übergroß. Ja, aber kein Problem. Lass ihr Zeit, wie gesagt. Alles gut. Ja, top, top. Und zieh das Tor zu hinter dir. Irgendwann später. Hallo, der Herr. Ja, hallo. Wie lange brauchen Sie denn noch? Weiß ich nicht. Dauert noch ein bisschen. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen dem Matt-Schwarz, Metallic-Schwarz, Normal-Schwarz oder Nacht-Schwarz. Aha. Jo, was denkst du? Wie lange würdest du noch brauchen? So 10-15 Minuten maximal. Passt soweit alles, Bro? Alles okay? Ja, alles gut, alles gut. Super. Sehr gut, sehr gut. Kannst du mir vielleicht eine Limo bringen? Mach da Tor zu. 20 Minuten später. So, ich bin fertig. Achtung. Ja, viel Spaß. Tschüss. Ich bin fertig. Achtung. Junge, nervt doch nicht. Ich hab vergessen, den Spoiler anzupassen. Sorry. Ist da jemand? Hallo? Ja. Servus. Ja. Na, ich wollte meinen Wagen umlackieren. Ja. Vorne anmelden, bitte. Anmelden? Was ist das denn? Der hat keinen Bock. Guck mal, der haut ab. Der haut ab. Kann ich mich hier anmelden? Ja, mach ich. Welchfarbe willst du denn gerne? Gelb. So wie deine Hose. Ja, das ist orange. Wer wird es bitte einmal ausstecken? Ich kann mich auch drin anmelden, wenn das wichtig ist. Das ist kein Problem. Nicht da durch. Nicht drin? In mein Auto reinfahren. Ach so. Riecht da durch? Ich will da durchfahren. Steck hier fest. Ah. Servus. Die Fresse. Bitte halt die Fresse, bitte. Hä? Warum ziehen sie jetzt die Waffe? Ich weiß ganz genau, wer ich weiß, wer sie sind. Echt? Wer bin ich denn? Ich glaube ich laut Röst. Ich kann es nicht sagen, aber ich weiß es. Ach so, aber sie dürfen mir sagen, dass sie wissen, wer ich bin, okay? So. Das werde ich jetzt direkt melden. Einmal bitte aus dem Auto raus. Hat er irgendwie gesoffen? Ich bin jetzt im Support. Sofort aus dem Auto raus. Ich bin im Support. Ich bin nicht mehr da. Aber sonst werden sie geblitzt. Also wir definitiv Anzeige erstatten wegen Sachbestätigung mehrfach hier in meinem Haus. Also. Ne, das geht mir zu weit. Der hat schon gesagt, der weiß wer ich bin. Das geht jetzt in die Suppe. Ist mir egal. Ja, da ist doch keine Scheibentunnung vorne drauf, Digga. Man kann dich doch ganz klar erkennen. Ach so? Kommt man hier einfach, ist das so? Kommt man hier einfach hin und sagt, oh ich weiß wer du bist, zieht die Waffe direkt? Ja, kommt sich ab. Macht man das so? Ist das normal? Ja, wir wissen alle, dass du kein richtiges RP spielst. Bitte was? Ja. Was ist denn RP? Okay. Macht man das hier so? Ist das echt normal? Also das erschreckt mich gerade ein bisschen. Außerdem warst du auch schon auf Dingsdorf, auf Eastwood. Bitte wo? Wo war ich? Eastwood. Ich bin vor kurzem erst eingereist. Was möchtest du von mir? Ich komme vom Flughafen gerade. Das ist ein Leihwagen. Flughafen hat definitiv nicht solche Leihwagen. Natürlich. Hat sie nicht. Das ist ein Leihwagen. Hat sie nicht. Wie oft denn noch? Das ist ein interessanter Leihwagen. Das ist sehr interessant, was der hier vorne sich gibt. Wirklich. Also ich bin überrascht. Also liebe Chief, ich möchte wie gesagt gerne eine Anzeige erstatten, eine Sachbestätigung. Also die Anzeige muss definitiv stattfinden. Darf ich Ihnen kurz helfen, Maus zu stellen? Du kannst mal schön die Klappe halten, Rotbart. Und was für ein Niveau sind wir gesunken, Alter? Mhm. Frage ich mich auch gerade. Was für ein Niveau? Das sagst grad du. Das sagst grad du? Du laberst hier irgendwas von RP und von sonst was und von irgendwelchen komischen Sachen. Wir wissen alle, dass du so bist. Wie bitte? Ja. Ich bin Hamudi Max. Was willst du von mir? Ich gib dir gleich Hamudi Max. Ich bin erschrocken. Ich bin wirklich erschrocken, dass so jemand Polizist wird. Wow. 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 Der ist noch nicht Langpediler, oder? Nö. Nö. Merkt man. Wieso wollen Sie denn vom Leihwagen, der dem Flughafen gehört, die Farbe ändern? Wer hat denn gesagt, dass der Leihwagen dem Flughafen gehört? Das haben Sie erfunden. Ich hab gesagt, dass es ein Leihwagen, aber nicht vom Flughafen, Kollege. Sie kommen vom Flughafen. Ich komme vom Flughafen. Das ist aber kein Leihwagen vom Flughafen. Können Sie irgendwie kombinieren? Haben Sie eine Kombinationsgabe? 1 plus 1? Natürlich. Hallo? Ey Blau ABB. Was? Ich soll dich kaputt schießen, wurde mir gesagt. Mhm. Interessant. Ja, ja. Der kriegt gleich noch Probleme. Warte ab. So, ich bin mal ganz kurz jetzt im Busch. Hallo. Hallo, hallo. Jungs, was geht ab? Hallo. Ist jemand von euch bei Bennys? Ich würde gerne Fail-RP melden. Und Metagaming. Oh, SeaTalk. Oh mein Gott. Ich bräuchte wirklich ganz dringend Support-Hilfe. Ja. Also, pass auf, pass auf. Ich erkläre kurz, was passiert ist. Ja. Ich komme auf den Server. Ja. Ich mache mir einen Account. Ich registriere mich, gebe Namen ein, alles gut. Ich fahre vom Flughafen zu Bennys, sage Hallo. Der PD-Dealer nimmt die Waffe raus und sagt, oh, ich weiß, wie du bist, Cisco. Lappen. Du machst nur Fail-RP, Power-RP, bla bla bla. Du machst nur Scheiß-Rass-Die-Pommes, ich hasse dich. Und will mich halt direkt aus dem Auto ziehen, wegschießen. Macht man das so? Ist das normal unter PD-Dealern hier? Negativ, nein. Also, wir haben die steckte Verordnung und Norm. Also, ich habe auch einen Clip. Der Clip geht halt leider 10 Minuten. Wenn da jemand, also... Ja, lieben gern. Kannst du bitte... Pass auf, ist jemand... Will das jemand live sehen? Dann muss er sich nur kurz zu mir tippen. Dann willst du es auch? Negativ, nein. Wir bieten keinen Clip dafür. Dann muss ich die Aufnahme beenden und das dann hochladen und zeigen und... Okay, pass auf, wir machen das. Ich muss hier gerade weg tippet werden. Ich habe einen Fanboy hinter mir. Bitte Hilfe. Wer bist du denn? 102. 102. Bitte Hilfe. Ich tippe dich mal zu mir. Ja, genau der! Genau der! Der! Oh, direkt vor der Haustür gelandet. Das ist ja unfassbar. Ey, guck mal, wie wenige. Wir nehmen den mit und buchten die ein. Servus, Jungs. Der Razzia, festgenommen. Festgenommen. Wisst ihr, warum wir euch mitnehmen? Wisst ihr das, oder...? Na, der Korb wäre Razzia, was? Ja, und warum genau? Könnt ihr euch das denken? Was habt ihr vorhin gemacht? Ich weiß nicht, worum es geht. Mhm, alles klar. Ja, warte ab, Kollege. Da kommt jetzt jemand für euch. Die beiden sind das. Die zwei. Die sind hier auf dem Berghof, oder was? Ja, ja, sicher. Hä? Ich würde gerne wissen, was wir waren. Was war der Scheiß, Jungs? Warum fährt ihr da hoch? Wo hoch? Ihr seid hier mit einem Sportwagen hoch. Nein! Hä, wir haben es doch ganz genau gesehen. Also wir wurden gerade im HQ bei uns einfach festgenommen und wurden gerade mit dem Wagen hochgefahren. Das ist eine Lüge. Da ein Admin da ist, kann ich ja offen reden. Wir waren gerade beim Bankraub und haben den Loot weggebracht. Wir waren überhaupt nicht hier. Ich dachte, ihr wart am HQ. Ja, was denn jetzt? Also... Davor, Jung! Widerspricht euch selbst. Also man merkt schon, wie die Lügen. Okay, also das ist ähm... Dann können wir uns das ganz anders klären. Wir haben genug Zeugen und auch Clips dafür. Ja, wir haben ja auch schon einen Clip geschickt. Was zur Hölle labert ihr hier für eine Scheiße? Hey, warte, lass mir mal kurz den Clip anschauen. Und hier gib mir mal eine Minute. Jo, hab ich dir geschickt im Discord. What the f***? Guck dir bitte mal die Nummern richtig an. Ich war noch nicht hier oben. Das ist nicht das erste Mal, dass meine Nummer verwechselt wird und ich deswegen dann im AJ landete. Ja, das hört man eigentlich nicht zum ersten Mal, dass das die falsche Nummer ist. Also das ist schon sehr schwammig, die Aussage. Ja, schön. Der Admin hat aber dann auch nochmal nachgeguckt und sich dann auch entschuldigt und Geld angeboten, was ich dann fairerweise abgelehnt habe. Kalso, guck nochmal nach, ob das auch die richtige Nummer war. Und den Clip möchte ich dann auch gerne selber sehen. Nee, da hast du keinen Zugriff drauf wegen DSGVO. What the f***? Wenn's um mich geht, dann darf ich mir den Clip sehr wohl angucken. Nein, Datenschutz. Noch nie was davon gehört? Ja, hier in-game, natürlich. Ich sag's mal ein bisschen ruhig, also ich hab mir den Clip angeschaut und das seid's wirklich ihr. Nein, das... Hallo? Ich muss es euch jetzt leider hier von dem Server fahren, so leid es mir tut. Da ihr erstmal den Administrator belogen habt, mit einem Auto hochgefahren seid. Na gut, dann rede ich mit unserem Kurator drüber, alles gut. Dann tut's mir leid, ne? Ja, ich würde das vorher gerne noch mit denen kurz klären, danach kannst du ja dann weghauen. Jo. Wie lang, wie lang bekommen die? Wird mich nur mal interessieren. Äh, zwei Wochen. Wegen, äh, Anlügung vom Administrator. Aua, aua, aua. Ich wünsch euch was. Jo, wir danken dir, ne? Bis dann. Hey Jungs, was macht ihr auch für Sachen, ey? Wir machen gar nichts. Wir haben euch doch ganz genau gesehen vorhin. Was laberst du? Oder meinst du, wir kommen hier einfach so aus Spaß hin? Ja, das tust du, tatsächlich. Ja, falsch gedacht, ne. Wir haben euch gesehen. Ich hab nie was getan, was ein Bann rechtfertigt. Natürlich, mit dem Sportwagen seid ihr hier hochgerast, wie die Irren. Was für'n Sportwagen? Na, mit dem Sportwagen. Äh, das ist ne super Ausrede. Kennst du nicht den Sportwagen? So, Lennox, komm mal grad her. Ich würd' sagen, wir lassen die hier grad stehen, bis der Admin den Bann fertig gemacht hat. Und, äh, ich würd' euch wirklich raten, euch zu benehmen nächstes Mal. Meinst du, der hat das nicht gecheckt? Na, ich glaub, der denkt echt, der wird gebannt. Der glaub wirklich, der wird gebannt, ne? Der arme. Hallo. Doktor. Doktor. Ja. Wo ist denn der Feuerwehrmann? Keine Ahnung, ne? Ah. Herr Feuerwehrmann, was machen Sie da? Er hat eine große Menge Blut verloren. Darf ich schon anfangen mitnehmen? Herr Feuerwehrmann? Ja. Haben Sie auch einen großen Schlauch dabei? Ich hab' nicht nur einen großen, auch einen dicken. Ich zeig' Ihnen mal einen Moment. Ich nehm' jetzt einfach das Auto und fahr' nach vorne. Der wird sich wundern. Der denkt sich so, hä, was macht der da? Herr Feuerwehrmann, der Mann braucht Wasser. Der Patient braucht Wasser! Der Patient braucht Wasser! Der Patient braucht Wasser! Ist alles gut? Bist du bescheuert, oder was? Entschuldigung. Der Patient, der braucht Wasser. Sag mal, was ist denn deine Mission, sage mal? Na, der Patient braucht Wasser. Dem geht's nicht gut. Er ist kollabiert. Hey, was? Du bringst den Schlauch zurück. Was gehst du einfach an das Fahrzeug ran? Entschuldigung. Da ist zu viel Druck auf meinem Schlauch. Ich hab' ordentlich Druck heute. Hey! Was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Alter? Na, ich bin dein neue Praktikant. Sehen Sie meine Hose nicht? Nee, du sollst den Schlauch zurückpacken. Ich bring ihn zurück. Was gibt's denn noch für Geräte, die ich holen könnte? Was haben wir denn hier? Oh! Ich kann helfen. Ich werde ein bisschen absichern. Hä? Ich bin am absichern. Lassen Sie meine Pylonen stehen. Sag mal, hier fährt doch kein Verkehr. Hier ist doch kein Verkehr, Mensch. Ich hole einfach immer einen Schlauch wieder. Ich mag den Schlauch. Ich glaub, den werde ich heute öfter benutzen. Was macht der Feuerwehrmann da überhaupt? Der ist doch kein Mediziner. Ich bin ausgebildeter Rettungssanitäter. Ach so. Oh! Oh, was ist das? Wollen Sie den wirklich mit Wasser benutzen? Er hat wieder Puls. Er lebt. Mein Wasser hat geholfen. Ich nehm den jetzt mit, ja? Nein. Ich nehm den mit. Der Herr. Au. Hallo. Ja. Hören Sie mal bitte auf jetzt. Das ist mein Kollege. Ich bring den jetzt nach Hause. Wir wollen ihr Menschenleben retten. Dann machen Sie doch. Auf den Boden? Warum hast du Panic gedrückt? Warum? Siehst du das nicht? Was denn? Ach so. Du kippst ja die ganze Zeit um. Warum ist die Wasseranimation weg? Ach, da ist sie ja wieder. Wunderbar. Einsatz! Einsatz! Es brennt! Es brennt! Achtung! Es brennt! Es brennt! Feuer! Ich blitz mich noch mehr an! Natürlich! Oh! Ich spritze alles voll hier drin! Achtung! Ich werde geschlagen! Hilfe! Hören Sie auf mich zu schlagen! Damit kann man wunderschöne, bildliche Wunden machen. Och Junge! Er will aber auch, ne? Um Gottes Willen! Da schießt jemand draußen! Echt? Warte! Ein paar Sekunden später! Der Arzt, der hat ihn umgeschossen. Der hat auch ne Waffe dabei. Wollen wir mal wieder zur Seite, bitte? Warum tragen Sie die? Eine Schusswaffe, die... Eine wunderschöne... Könnt ihr einmal bitte rausfahren? Äh, ich wollte tunen, sorry. Hallo? Einmal bitte rausfahren. Na, ich wollte tunen, sorry. Hallo? Hallo? Einmal bitte rausfahren. So, sofort raus! Wir können jetzt nicht, wir haben jetzt ne Teambesprechung. Wir können gerne danach wiederkommen. Ungefähr 20 bis halbe Stunde dauert jetzt hier. Wichtiges Thema. Ja. Dass Sie gefeuert werden oder irgendeiner von Ihnen, ne? Dass Sie Ausdruck geschrieben bekommen, für immer und ewig. Ja, ja, ja. Dass Sie auf den Start sind. Wir haben mein Auto ohne Drott abgeschleppt, ne? Ja, ja. Wir haben mein Auto ohne Drott abgeschleppt, ne? Ohne Drott. Ja. Ich will auch ins Büro. Ich will auch ins Büro. Und zwar, Sie dürfen hier nicht hoch. Doch, doch, darf ich. Junge, jetzt läuft der hier hoch. Ich will ins Büro. Nein, Sie dürfen nicht ins Büro. Junge, geh doch jetzt raus! Ich schwöre, wie kann man so nerven? Hey, du hast doch aufgemacht. So, aber weggesiehen, weil's. Junge, geh doch jetzt raus. Raus jetzt, meine Fresse. Komm, man so nerven, Leute. Oder die Plat rufen, Alte, die ich hier f***, du dummer Nutten. Sorry. Meine Fresse f***. Geh mich ab. Ihr sucht krasse RP-Server, Leute, wo ihr euch richtig geile Autos holen könnt. Hi, Rezo. Verpissen Sie sich jetzt. Sorry. Nein, ich will zumal grad die Platz, Junge. Die f*** jetzt hier alles unter denen um, Digga. Nein, nein, nein. Verpissen Sie sich, was war mein Auto? Ist hier abgeschlossen, die dumme Hustor. Verpissen Sie sich jetzt. Alle Autos sind hier abgeschlossen, die dumme Nutten. Wo ist mein Auto? Ey, Digga, ne. Nein, das ist... Nein. Du bleibst hier unten, Junge. Hallo. Bleib hier unten? Hat jemand ne Knack um ihn zu knallen? Lass mich doch. Alter, entweder vertiehst du dich oder du bist umgehauen. Kam ich da nicht rein? So, ihr kleinen Schlappen, ich bin jetzt euer neuer Chef. Äh, Gianni, du erinnerst dich an den Suppenfallen mit der G-Klasse? Der Typ ist grad hier. Oh nein, wer ist das denn? Was bist du denn für ein ekliger Bar, Junge? Igi, ekelhaft. Was ist das denn für ein ekelhafter Mensch? Das ist Dominic Toretto. Das ist ne kleine Mutti, der Typ. Irgendwann später. Machen Sie die Tür auf. Es reicht doch langsam mal. Machen Sie die Tür auf. Es reicht langsam. Du kommst hier eh nicht rein. Ich komm rein. Ich komm jetzt rein, hallo? Lassen Sie mich durch. Junge, er nervt so, ne? Bitte machen Sie die Tür auf. Gehen Sie zum MD oder PD? Machen Sie doch einfach die Tür auf, ich will mithören. Nee. Nein. Ich halt doch nur das Handy durch die Tür, wenn's okay ist. Ich will sie einfach bohren lassen. Machen Sie doch die Tür auf. Nein. Mach auf. Gehen Sie es weg, bitte. Bitte machen Sie diese Tür auf. Gehen Sie zum MD oder PD, nerven Sie die, aber nicht uns. Aber ich wollte immer schon mal Mechaniker werden. Ja, geht aber jetzt nicht, wir sind eh voll. Bitte machen Sie die Tür auf. Nein. Gehen Sie jetzt raus, ganz ehrlich, es nervt. Warum bitte? Geh doch woanders hin. Aber ich wollte hier dabei sein. Bitte. Mom. Lassen Sie mich einfach rein. Nö. Bitte. Gehen Sie doch zum PD oder MD, bitte nerven Sie uns nicht. Ich will aber nicht zum PD. Und MD? Ne, auch nicht. Mach jetzt auf. Mach die Tür auf. Das fängt auch nicht viel. Das ist ne dicke Tür. Ey, was machst du? Ey, kannst du die Tür aufmachen. Nicht reinlassen. Carly, bist du das? Ich bin Mechaniker. Nein, das ist ja nicht. Mach ruhig auf. Wenn ich... Nein! Oh Mann! Geh doch raus! Ich... Warum kannst du mich tragen? Ich bin viel schwerer als du, he? Ja. Ah, ein schönes Sofa. Geh jetzt weg, du nervt so. Ich setz mich mal hier einfach hin. Ja, der ist jetzt drin. Oh! Kläre schon, Bart. Ja, bitte. Ist alles okay? Nein. Geh doch einfach. Ich wollte doch einfach Mechaniker werden. Was habt ihr gegen mich? Seid ihr irgendwie rassistisch oder so? Wegen meiner Hautfarbe? Warte doch. Ey, ich hab meine Toolbox dabei. Ich will da bleiben. Lass mich doch auf. Ey. Lass doch. Nein, lass, 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 lass. Lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Servus. Ich soll heute hier anfangen, wurde mir gesagt. Geh weg jetzt. Hey, hey, hey. Chill doch. Ich soll heute hier anfangen. Das ist mein erster Tag. Ich bin nicht so gut für den ersten Tag. Ich hab heute meine Spendierhosen an. Baller mit der MK. Oh. Okay, okay. Es geht nicht. Ich kann die Pistole nicht wegstecken. Hilfe. Ja, weil grüne Wiese hier eigentlich ist. Ach, eigentlich? Ja, aber mit so geht das natürlich. Ja, aber ich muss die wegstecken. Meinst du, das fällt nicht auf? Ey, das ist perfekt. Das ist mein Henkel von der Toolbox. Ich muss verglichen Waffen. Kommst du mit? Ja. Aber wir kommen wieder. Das ist mein neuer Arbeitsplatz. Weh, wir kommen hier nicht wieder. Wo sind meine Mechaniker, Brüder? Warum sind die alle weg? Die haben alle keinen Bock auf sich. Die treffen sich doch bestimmt woanders jetzt. Ja, ich werde sie gleich mal einen Punkt nachfragen, okay? Ja, bitte. Da sind die doch. Da sind die doch. Das ist ja voll geil. Da sind die doch. Hallo, Freunde. Och, hallo. Geh, Willi. Mann, das sind doch zwei Mechaniker. Ey, immer auf zu schreien. Hallo. Gefährliche Rocker-Crew. Ich habe aber einen schönen Koffer. Ich arbeite auch hier seit heute. Ja, aha, aha. Dann müssen wir mal das Motorrad tun. Welches Motorrad? Uh, das ist ein sehr schönes Motorrad. Das mache ich doch liebend gerne. Arsch weg. Hm, hm. Deinen Arsch weg. Oh, oh. Oh, 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 oh. Mein Rücken hat sich um 180 Grad gedreht. Hilfe. Also, bei mir ist mein Motorrad immer noch hinten kaputt. Ja, das ist gleich voll getunt. Warte ab. Ich mache das. Auf Arsch zu bewegen, dann mach das. Hübscher Mann. Ah, ah. Es wird gegessen, gekocht. Und beim Tanzen siehst du meinen ganzen Körper. Ja, gehen wir nicht auf den Sack. Wir sehen uns im Live. Ah, ah. Kommt mal. Mechaniker, bitte. Oder was redet er mit mir? Ich bin ein Hund. Wuff, wuff, wuff. Was machst du hier? Oh, echt? Wer soll das sein? Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal bitte kurz mit nach oben. Wir müssen mal kurz ein Wörtchen miteinander reden, ja? Wie heiße ich eigentlich? Woher kennen Sie meinen Namen? Gehen Sie mal bitte raus. Das ist ein Gespräch unter Männern. Kannst du uns bitte nicht nerven? Alles, sieh kurz raus. Also, woher kennst du meinen Namen? Kennen Sie die Plattform YouTube? Ist der Schifir? Ja, ja, der ist gerade auf Toilette. Der hat bisschen Durchfall. Ich glaube, der hat Brechtdurchfall. Ich glaube, das ist ganz gefährlich, was der hier hat. Äh, der Go-Kart-Fahrer, bitte einmal rechts ranfahren, bitte. Ich hab nix getan. Rechts, links, ranfahren. Endo runter. Na los, erwischt ihn. Umbringt. Schnappt ihn euch, Jungs. 100.000 Kopfgeld. 100.000 Kopfgeld auf den Go-Kart-Fahrer. Digga, was ist das? Ey, bitte, Jungs. Abo, ich bin geboren. Hab ihn. Hab ihn erwischt, hab ihn. Meiner. Ich hab ihn. Nein. Oh. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Nee, du weißt, in welchem Auto du bist. Digga, nein, bitte, Bruder. Du weißt genau, was jetzt mit dir passiert. Walla, bitte nicht. Hm, Walla doch, ja, ja. Ey, Bruder, bitte. Digga, ich war vor zwei Sekunden, Digga, noch im Knaß, bitte. Hm, kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert mit dir? Ey, bitte, 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 ich geb ihm sogar Geld. Na, ich brauch kein Geld. Ich tu das nicht für Geld. Sie tun das nicht für Geld? Mhm. Für was dann? Spaß und Freude und Töten. Bitte, was tun Sie? Wo fahren Sie hin? Ey, bitte. Ich hab mir nix getan. Hä? Was war das denn? Was ist denn jetzt passiert? Äh, ich muss denn hier irgendwie einmal hochheben können. Warum kann ich nicht rennen? Weil ich dich festhalte. Och, bitte nicht. Nein, bitte. Bitte, Herr Nofficer. Nein, 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 nein. Okay, okay. Ich mach alles, ich mach alles. Ich bin 10.000 Euro, okay? Wirklich? Hast du das in Bar dabei? Ja, ja, ja. Das ist mein einziges Geld. Ich hab gar kein Bankkonto. Na, dann können wir darüber natürlich reden. Hier, ähm, werden dann einmal die 10.000... Meine Flucht! Hm. Er denkt. Er denkt, er könnte entkommen. Ich hab mir nix getan. Hände hoch, Hände hoch. Oh, Weihorei. Willst du schwimmen gehen? Äh, nein, 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 nein. Ich kann nicht gut schwimmen. Bitte, Herr Officer. Bitte, 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 bitte. Ich geb ihm jetzt für die 10.000. Ich geb ihm für die 10.000. Sicher? Sicher. Ja, okay. Das ist mein ganzes Skill. Ich liebe dich, Sisko! Oh, nein. Nicht ihn. Guten Abend, Herr Herr. Hallöchen. Eine Frage, und zwar weil Sie, Sie sind doch von der Stadt Rheinstadt, richtig? Ja. Ich wollte Ihnen sagen, Sie machen tatsächlich einen super, super, super coolen Job. Ohne Sie würde die Stadt tatsächlich nicht so laufen. Aus diesem Grund habe ich ein Gedenk habe ich für Sie. Und zwar gebe ich Ihnen jetzt mal ein schönes Kuchen. Das hat meine Oma selber gebacken. Okay, ja, am besten wegfanden. Da kommt die Polizei. Den Kuchen nicht essen. Warum soll er den Kuchen nicht essen, der Herr? Nicht den Kuchen essen. Den Kuchen auf den Boden legen. Legen Sie den Kuchen auf den Boden. Hä, warum? Den Kuchen auf den Boden legen. Ich hab gar keinen Kuchen, Mann. Ich wollte ihn eigentlich schon verarschen, ja? Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ich hab keinen Kuchen. Ich hab keinen Kuchen. Und dann umdrehen und Hände hochnehmen. Warum? Sie sind verhaftet. Hä? Das sag ich Ihnen gleich. Umdrehen und Hände hoch. Du musst das vorstellen. Was für ein Gespräch. Wo ist der Kuchen? Sieht aus. Indrehen und Hände hoch. Aber warum will ich fragen, dass? Das ist gut, dass Sie ja Rhythmus. Stehen bleiben. Sehr her. Jetzt werden Sie aber hier bisschen frech. Stehen bleiben. Was hab ich getan? Die 1136 bräuchte dringend das Bombeninschärfungskommando bei der 8087. Hier wurde ein Kuchen übergeben. Ein Verdächtiger ist in Gewasen. Wir bräuchten hier bitte Verstärkung. Hä? Das ist ein selbstgepackener Kuchen von meiner Oma. Auf keinen Fall erstens könnten Sie in die Luft gehen. Das hört sich böt an, ist aber so. Nee, das ist nur ein Kuchen von meiner Oma. Jetzt mal Spaß beise. Was ist hier los? Kommt ihr mit so vielen Leuten in den Weg einen Kuchen? Bombenkuchen. Das ist quasi. Die Herren, ich erzähl euch mal eine Sache. Probieren Sie doch mal ein Stück. Ich habe laut der Polizei einen Bombenkuchen dabei. Ich flüsste ihm das zu. Ey frisst den Kuchen. Frisst den Kuchen. Frisst den Kuchen. Das haben Sie ja gerade zugegeben, dass es auch da knallt. Ich kann mal irgendwas wegnehmen. Das möchte man ja nicht. Ja. Ich wollte mal was fragen. Sie sollen da bleiben. Bleibt mal da. Nicht tasern. Frag einfach tasern. Bleiben Sie jetzt stehen jetzt. Bleiben Sie stehen. Eine Frage. Ich habe eine Frage. Hallo. Machen Sie. Ich kann nur gar nichts machen. Ich bin hier gesperrt. Bleiben Sie stehen. Gehen Sie zurück zu meinen Kollegen. Gehen Sie zurück. Gehen Sie zurück. Gehen Sie zurück. Gehen Sie jetzt zu. Explosion. Explosion. Ich habe ihn gefesselt, Digga. Wir brauchen sofort Rettungswagen an 8087. Bombe explodieren an mehreren Verletzten. Der Typ. Mein Bein. Mein Bein. Hat irgendjemand Verbandstag oder so einen Scheiß dabei? Mein Kollege, muss dein Bein. Ja, bleib liegen. Bleib einfach liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib einfach liegen. Bist du irgendjemand einsetzt an die Täter? Mike, was ist das hier? Scheiße. Da ist ein Zahn in mein Dings. Scheiße. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Bitte verlassen Sie alle sofort den roten Bereich. Ich wiederhole. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Bitte alle sofort den roten Bereich verlassen. Wer redet hier? Wer war das? Helikopter ist über uns. Ach so. Oh. Alles voller Blut. Ja. Meinst du, die rasten aus, wenn ich hier Kuchen entlege? Eier, die Kleckerkuchen. Der ist denn? Der ist denn? Bitte auch den Bereich verlassen, bis hier alles freigegeben ist. Den roten Bereich umfahren Sie nicht rein. Ich wiederhole. Alles. Nächste Explosion. Roten Bereich verlassen. Ich wiederhole. Roten Bereich verlassen. Au. Was haben wir hier gemacht, Felix? Au. Was haben wir getan? Das ist doch ein ganz normaler Tag. Au. Warum wir? Wenn möglich komplett den Bereich verlassen. Au. 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 Ich wiederhole. Roten Bereich wird umgehen verlassen. Der Helikopter hat auch Spaß. Die ganze Zeit. Oh, das ist toll. Der alte Polizist. Au. Der kotzt. Der kotzt? Ist der immer noch dran? Warte, warte. Wo heult der denn? Besser her. Bro. Aus dem Weg. Macht Platz. Macht Platz. Platz machen, ihr dreckigen. Macht Platz. Platz. Hoffentlich waren das jetzt nicht unsere Verkäufer. Ich hoffe es auch. Oh, das sind doch die Ding. Gott, die Versuchung ist so groß da rein zu fahren einfach. Hast du gesagt reinfahren? Du hast gesagt reinfahren, ne? Nein, 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 nein. 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 Bitte nicht. Nein, 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 stopp. Schau mal, wie die da stehen. Die stehen auch einfach perfekt. Die stehen wirklich auch sehr peinlich. Äh, Entschuldigung. Ich und mein Papa wollten gerade Pistolen kaufen. Könnt ihr bitte später wiederkommen? Ey, Jungs. Jungs, ihr geht mal ganz schnell raus hier. Jungs, geht raus oder ich schieße es ab. Ich habe drei Sekunden Zeit. Du kannst doch keinen Neunjährigen umschießen. Warte mal, wir wollen doch was kaufen. Wir sind Kunden. Jungs, ihr geht raus oder ich schieße es ab. Was bist du denn so aggressiv? Ich bin ein Neunjähriger umschießt. Darf ich da jetzt reinfahren? So, wer seid ihr? Ich bitte euch jetzt einmal freundlich. Ja, aber wir sind doch direkt weg. Wir wollen doch einfach nur Waffen kaufen, Kurt. Ich bitte euch jetzt einmal freundlich, dass es hier geht. Einmal. Du bedrohst gerade einen Vater und einen Sohn. Einen hart, ehrlich arbeitenden Bürger mit seinem neunjährigen Kind bedrohst du. Ist dir das nicht peinlich? Ekelhaft. Ich weiß nicht. Schämen. Schämen solltest du dich. Einen neunjährigen? Wir gehen, wir gehen. Das sind böse Männer. Und damit das wie klar ist, ihr kommt hier nie wieder ab. Das verstanden? Ich bin neun. Ich habe keinen Führerschein. Fahr, fahr, fahr! Oh nein. Wir haben einen Reifen verloren. Wir können nicht mehr weg. Letzte Chance jetzt. Jetzt fahrt weiter. Der Reifen ist kaputt. Wir können nicht weg. Dann steig aus und lauf weiter. Das ist mir doch egal. Der Reifen ist platt. Was bist du so aggro? Ihr geht jetzt los. Oh. 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 Ey, ich habe doch nichts gemacht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Entschuldigung. Haben sie Langwaffen? Jawoll. Die Lost for Sarkos. Wehebleibe. Wir ergeben uns. Wir wollten nur nach Langwaffen fragen. Wäre du geredet jetzt, wenn ich dir das sage? Kannst du aufhören zu stottern? Hallo! Ich hoffe, du bist nicht so respektlos wie dein Freund. Nein, ich bin auf gar keinen Fall respektlos. Halt mal raus, bitte. Aber ich habe eine Frage. Ja? Darf ich die Orangehaarige da hinten f***en? So, mein Sohn, wir brauchen Waffen. Wir brauchen ganz dringend, dringend Langwaffen. Ich glaube, ich kenne da eine Gang, die verkauft Langwaffen. Welche? Ah, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber die wohnen auf dem Berg hier irgendwo. Meinst du etwa die Lost for Sarkos? Ah, hallo. 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 Wir brauchen Langwaffen. Warum willst du direkt schießen? Warum will der schießen? Weil du haben eine Zunge. Wir tun ihnen doch nichts Böses und sie wollen direkt schießen. Was soll das? Linus, komm, lass mich mal. Kann man euch denn jetzt, wie kann man euch helfen? Wir wollen Waffen kaufen. Ihr wollt Waffen kaufen? Ja. Genau. Gut, gar kein Problem, da kommt gerne mit rein. Jawoll! Es wird nicht mit Waffen hier reingegangen. Wir haben keine Waffen, immer noch nicht. Das vierte Mal auch nicht. Gut, wenn ihr keine Waffen habt, dann kann man euch ja bestimmt vertrauen, oder nicht? Ja, natürlich. Wir haben keine Waffen dabei. Selbstverständlich doch. Dann kommt da mal mit. Zwölf Sekunden später. Gut, warum sollte ich euch beiden Zivilisten eine Langwaffe verkaufen? Erzählt mir das mal. Ja, also wir brauchen Waffen, weil wir haben ein Problem und wir finden die Los Aztekos richtig cool und ihr seid die Stärksten. Die Los Aztekos? Die kenn ich ja nicht mehr. Wer sind denn die Los Aztekos? Äh, ihr! Ihr! Was steht doch an der Tür? Wir wollen keinen Streit, wir wollen nur Waffen kaufen. Zwei Stück und wir sind weg. Können wir das ganz schnell erledigen? Das höchste meiner Gefühle gerade wäre eine Uzi. Perfekt. Ja! Nehmen wir. Zwei Mal. Es liegt natürlich in der Obhut des Vaters, dem Kind die Waffenführung genau beizubringen. Ja, ja. Keine Sorge. Er kann gut damit umgehen. Macht ja keinen Kopf. Wir wollen nochmal dein Name, Günther. Ja, genau. Solltest du irgendetwas in der Art versuchen, mein Anwesens zu sterben. Oder ansonsten irgendwen von uns angreifen. Ein ekliger Mann. Oder beleidigen. Vor allem die Damen. Ich habe keine Zeit mehr für diese Stotter-Crew und diese hässliche Rothaarige. Wer hat die Stottern auch die ganze Zeit durchgelegt? Ja, und die Rothaarige. Die Hausnummer ist dann quasi immer die Dimension. Oh, ich sehe hier gerade eine Situation. Angesprochen? Warum sind sie nicht angesprochen? Ich habe einen Riecher dafür. Ich habe einen Riecher für sowas. Wenn sie sich so krass fühlen, dann gehen sie woanders hin. Aber sie sind nicht hier voll aufgehoben. Was haben sie gerade gesagt? Wie sind Umweltverschmutzung? Was hast du gesagt? Ja, vielleicht, maybe straight up, ist da ein Polizist in meiner Ferne und da angestellt, der vielleicht besser ist. Was ist mir scheißegal in deiner Familie? Was hast du gesagt? Wenn sie meinen jetzt hier irgendwie groß aufzumucken. Haben sie mich beleidigt oder nicht? Ich bin eine Umweltverschmutzung. Ich bin eine Umweltverschmutzung. Was sind sie denn als Beleidigung? Das ist rassistisch. Sie hat gesagt, sie sind Verschmutzung, weil sie schwarz sind, Herr Noko. Sie sind mal leise jetzt hier, ne? So, Herr Noko. So, jetzt mal eine ganz andere Sache hier, ne? Wenn sie sich angriffen fühlen, dann sind sie komplett falsch und müssen sie mal einen neuen Job suchen. Sagen sie gar nichts mehr, ne? Merke ich auch schon. Du gehst mir seit 10 Minuten hier aufzumachen. Also ich scheiße finde, dass eine Frau mal was zu sagen hat und eine Frau mal auch ihre Meinung sagt, ne? Das kennen sie ja gar nicht. Phoebe. Hallo, lassen sie jetzt mal bitte mich in Ruhe. Hallo, lassen sie mich jetzt bitte los. Ich habe festgenommen wegen Behinderung einer Dings, Beamtenarbeit und die Beleidigung. Hast du mich mit festgenommen? Hallo? Nichts festgenommen. Ich fahre den Wagen dann. Ja, Hakan? Ja, okay. Können sie bitte aufhören? Ja gut, ich werde meinen Anwalt dazu holen. Dann werden sie ja sehen, was sie davon haben. Ja, ja, ja. Warum nennen sie mich jetzt fest? Also ich bin da gerade einfach so dazugestoßen. Sind sie mal kurz leise, bitte? Oh, wie sind sie da vorne? Herr Noko, was ist jetzt ihre Sache hier? Sind sie mal ganz kurz leise da vorne? Ne, sie ist ruhig. Nein, sie haben jetzt mal kurz in der Klappe. Sie waren gar nicht dabei. So, Herr Noko. Was macht sie jetzt für eine Rechtsgrundlage? Nein, nein, sie sind mal leise. Herr Noko, es hat sich für eine Rechtsgrundlage nicht festzunehmen. Phoebe, 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 ich müsste kurz mit dem... Nein, nichts, Phoebe. Es gibt keine Phoebe mehr. Nein, fertig. Ich würde kurz mal gerne mit dem Hakan... Nein, können Sie mal bitte ganz kurz in der Klappe halten, bitte? Kann ich kurz mit dem Hakan reden? Nein! Ich möchte nur wissen, was passiert ist. Ich bin gerade dazugestoßen. Also, kann ich kurz was sagen? Ja, bitte. Erklär mal, was passiert... Bitte, Frau Miau, sind Sie leise? Ich bin jetzt nicht leise! Also, wir haben sie geortet per PDA. Wir waren dann halt da beim 24-7-Shop. Da waren viele Leute. Da hab ich halt eine Personenkontrolle bei mehreren Personen gemacht. Dann hat die Frau Miau erstmal irgendwie rumgeschrien und so sagen, lass in meine Familie gewohnen. Dann hab ich sie mehrmals darauf hingewiesen, sich hier zu entfernen. Da hab ich sie aber noch nicht festgenommen. Das ist ja Behinderung einer Beamtenarbeit. Anschließend hat sie mich als Umweltverschmutzung... Was haben Sie gesagt? Weil sie schwarz sind, ne? Das ist Rassismus. Frau Miau, das ist Rassismus. Ich kann Ihnen mal genau sagen, was ich gemacht habe. Nein, ich habe den Herren... Oh, das tut langsam weh in den Ohren. Oh, das sind echt Schmerzen. Können Sie vielleicht eine Oktave tiefer sprechen? Nein, ich habe ein Recht. Ich habe kein Recht, drinnen zu sitzen. Sie haben nämlich ohne Grund fest, nur weil der Herr sich in seiner Persönlichkeit angegriffen fühlt, weil ich mit meinen Familienmitgliedern spreche. Also, come on! Frau Miau... Frau Miau, Sie haben doch den Beamten beleidigt, oder? Ich wollte auch nicht leise sein. Oh mein Gott. Reicht mir jetzt. Das tut langsam weh. Ja, ist mir auch scheißegal, ob es euch wehtut oder nicht. Frau Phoebe Miau, kommen Sie mal kurz bitte mit. Ja, ist mir scheißegal. Ne, ich... Machen Sie einfach, was Sie wollen. Hören Sie mal. Hören Sie mal. Nein. Was ist denn Rösti? Nichts, hören Sie mal. Es gibt keine. Hören Sie mal. Hören Sie, hören Sie mir mal zu. Ja, Rösti Pommes. Kennen Sie nicht, ne? Ja, kennen Sie mich. Ne, ich höre Ihnen nicht zu. Hören Sie mal. Ecklich. Hören Sie mir mal zu, Phoebe. Wir können gut sagen. Ich bin ein guter. Phoebe, Phoebe. Ich bin ein guter. Ich bin verheiratet. Lassen Sie meine Hand los. Phoebe, Phoebe, Phoebe. Guck mal. Ich bin ein guter, okay? Ich habe das gerade gesehen. Und ich finde das auch ein bisschen ungerecht, was der Hamed Loco mit... Äh, ich meine, was der Hakan da mit dir macht. Verstehst du? Also ich habe das so gesehen und fand das halt ein bisschen ungerecht. So, da musste ich ja nicht direkt festnehmen, oder? Der kann dir auch eine Geldstrafe geben oder dich verwarnen oder sonst was machen. Ist schon so, ja? Guck mal. Ich gehe jetzt zurück zum Streifenwagen, ja? Und ich rede mit denen nochmal. Ich lasse dich jetzt hier frei. Lauf einfach zurück, okay? Du kannst gehen. Wir haben keine Probleme. Das ist eine Verwarnung, okay? Eine mündliche Verwarnung. Interessant. Hm. Hm. Ja, oder nein? Ich glaube, du glaubst mir nicht. Ja, ist in Ordnung. Bitte. Ich habe noch viel zu tun heute. Ja, okay. Alles klar. Ich habe auch noch Leben. Ja, wir auch. Dankeschön. Bitteschön. Ich mag Sie daher. Warten Sie, warten Sie daher. Warten Sie. Ja. Erstmal kriegen Sie... Ich habe leider nicht so viel Geld mehr. Warten Sie mal her. Sie sind ein sehr netter Bürger. Ich gebe Ihnen mein ganzes Geld, was ich habe. Dankeschön. Wäre nicht nötig gewesen, ja? Und Sie kriegen von mir auch. Aber danke. Doch, warte. Sie kriegen noch was von mir. Kriege ich vielleicht so ein... Also... Meine Nummer? Nein, nein, nein. Die will ich nicht. Nein, nein. Ich will die Nummer gar nicht. Alles gut. Arkan, alles gut. Also das war gerade schon ziemlich heiß, muss man ja sagen. Also... Das können Sie wohl gut. Lauf einfach in die Richtung. Lauf einfach. Und wir sehen uns nie wieder. Darf ich Sie anbellen? Ich würde gerne... Können Sie mich anleihen? Wenn Sie danach in die Richtung laufen und uns in Ruhe lassen, dann ja. Wirklich? 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 Okay, fahr jetzt, okay? Bitte, geh einfach. Wirklich? Hakan! Ja, 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 ja. Die Frau, die flüchtet. Die will flüchten? Ja, die will flüchten. Die hat mich mit einer Waffe bedroht. Echt? Hä? Hä? Sie haben einen Kollegen bedroht, habe ich gehört? Nein, nein. So war es doch, oder nicht? Ja, das war so. Die hat mich bedroht mit einer Waffe und mit Geld. Bestochen hat die mich auch. Ja, genau. Hallo. Dann ziehen Sie mir einmal den Kopf ein. Alles gut. Ich habe eine Bodycam, wird alles hochgeschickt. Alles gut. Stimmt, Sie sind Beamten, ne? Wir müssen dann zum FIB Tower. Ist das jetzt Ihr scheiß Ernst? Sie werden selber was davon haben. Sie werden den Job ganz schnell verlieren. Das wissen Sie, ne? Ich werde meinen Job verlieren, okay. Ja. Wieso bin ich jetzt eine Umweltverschmutzung eigentlich? Ich rede nicht mehr ohne einen Anwalt. Ich will einen Anwalt haben. Ja, dann nennen Sie mich mal einen. Ja, Michel Miao zum Beispiel. Alex Jacobs ist auch noch da. Ich habe ja alle Namen, die es gibt. Sie haben alle Namen? Wirklich? Brian Occhia, Maxwell Pox, Lara Occhia, Jordan Turner, Simon Pox, Rico Silger, Michel Miao, Chris Fernandes. Also ich kenne jeden. Ja, okay. Staatsanwaltschaft kann ich auch noch nennen. Richterschaft kann ich auch noch nennen. Ja, okay. Ich habe nach einem Namen gefragt. Ja, aber ich werde trotzdem, ich werde auch trotzdem jetzt alle anrufen, gleich mitgerechnet. Ohne Anwalt werde ich nichts machen. Weil das ist nicht rechtens, was sie hier tun. Ich habe mehrere Bodycams mit mehreren Leuten. Ich habe auch mehrere. Ich habe mein Kollege mir noch gesagt, dass sie bedroht, dass mein Kollege bedroht wurde. Also, ich erkläre Ihnen das mal ganz kurz, okay? Die hat mich auch bestochen. Die hat mich sexuell belästigt. Bestochen auch noch. Die hat mich sexuell belästigt. Die hat mich angebaggert. Ey. Sie wollte mir ihre Nummer geben. Das ist schon ekelhaft, was sie tun. Hat mir dann Geld zugesteckt. Aha. Ja, ist schon ekelhaft, was sie hier tun. Das ist eine Straftat, ne? Ja, ja. Ich kann schon sehen, was sie davon haben. Oh. Wer ist der Bruder jetzt? Hallo? Hallo? Bruder, wer bist du? Ey, 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 ey. Wer bist du? Jungs, Jungs, jetzt alle zuhören. Hier ist irgend so ein Typ mit dem Mantel und mit einer Sturmhaube reingekommen. Ich habe den gefestet. Nein, ich bin hier aufgewacht, hallo. Der ist hier aufgewacht. Ich kann auch wieder schlafen gehen. Nee, nee, du kannst ruhig hierbleiben, Kollege. Okay. Wenn du... Hast du ihn gefestet? Wer ist das aber? Keine Ahnung. Ich bin hier aufgewacht. Ich bin der Uwe, hallo. Ey, Püppchen. Was, Püppchen? Das ist aber eine tolle Aussicht hier. Schau zu. Wie kommst du hier rein? Ich bin hier aufgewacht. Das kann nicht sein. Wir wissen, dass du von denen bist. Ich bin hier aufgewacht. Von wem? Ja, okay. Das waren aber zwei Zuckerschnoten da drin, ne? Ich komme jetzt raus. Ich bin unschuldig. Ja, lass den Herrn gehen. Das ist mir scheißegal, was du bist. Ja, so. Freier Abzug. Ich bin hier aufgewacht. Hallo. Lass den gehen. Der Herr, der jetzt aus der Bank rauskommt, der kann gehen. Der ist hier aufgewacht. Das ist gelogen. Ich war drin. Die haben ja keine Geisel mehr. Du, verpiss dich jetzt, Mann. Wollen sie es riskieren? Jetzt verpiss dich, Mann. Geh zum Medic und lass dich untersuchen, du Kackei, Alter. Das sind aber zwei schöne Püppchen da drin, ne? Spitz lassen wir jetzt sofort. Will ich dich abknallen, oder was? Ein Officer bitte vor die Bank und den Herrn. Ey, ey, hallo. Hilfe. Eskortieren Sie mich bitte raus. Bitte, dahin. Ja, jawoll. Alle arbeiten einfach gegen einen, ey. Weiter, weiter, weiter. Bis zum Straßensende. Ja, ja, sei leise, Goldlöck. Schnell die Schnauze. Mir geht's auch gut. Ich kann gehen. Ich brauch keinen Arzt. Soll ich sie runterfahren? Ne, 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 ist gut. Ich geh. Wirklich? Sagen Sie lieber mal dem Officer, der soll runterfahren. So, ich geh jetzt. Tschüss. Sehen wir nämlich nicht ganz gesund aus. Ich bin gesund. Ich muss hier in die Gasse. Dann mach ich Noclip an. Hallo. Mach die Hände hoch. Mach die Hände hoch. Püppchen, hallo. Mach die Hände hoch. Was für Püppchen? Schieß dich ab sonst. Ey, ich bin hier aufgewacht. Was ist los? Komm raus. Komm raus. Komm raus. Du sollst rauskommen. Du bist doch ein schönes Stück. Aber nicht da raus. Ich sag's noch einmal so und schieß dich ab. Du sollst rauskommen. Ich kann auch auf das Püppchen kommen. Alter, mach mein Essen mit dir. Ich schür's dir drei Sekunden. Was ist mit dir? Ey, bitte. Und jetzt bitte lass ihn hier, stell ihn irgendwo hin. Nein, bitte, bitte. Ich will doch nur bei der hübschen Frau sein. Bitte, bitte. Ey, ich versteh nicht. Der Maskierte ist wieder drin. Ja, ich bin hinten rumgelaufen. Der Eingang war offen. Nein, hinten gibt's keinen Eingang. Schwärzt kein Scheiß. Doch, der war offen. Der Hintereingang ist auf. Wenn du noch einmal hier drinnen bist, schieß ich dich ab. Nur zu hinten. Das ist verboten, hallo. Der schon wieder. Der Hintereingang ist offen. Wenn ich dich noch einmal hier sehe, schieß ich dich ab. Nein. Doch. Ei, 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 ei. Was verhandelt ihr? Um was geht es? Oh, du sollst dich jetzt mal hier auch entfernen. Du musst einfach den Herren im grauen Mantel bitte vor dem Berg mal eben festnehmen. Ey, die müsst ihr jetzt eh nicht mal festnehmen. Nein, nein. Nix festnehmen, Junge. Warte für... Oh nein, nicht schon wieder Goldlöckchen. Nicht schon wieder Goldlöckchen. Ach nö. Oh nö. Oh nö. Ich mach jetzt hier einfach den hier. Er ist gar nicht Goldlöckchen. Später. Hä? Hier ist doch ein Hintereingang. Hier kann man doch einfach rein. Also ernsthaft, guck mal. Man kann hier wirklich einfach rein. Das sind immer gelogen. Genau. Passt auf eure Köpfe auf. Hallo Zuckerschnuttern. Was geht ab? Warum? Bruder, wie oft noch? Wer bist du? Erschieß ihn bitte, Junge. Bitte. Die Hintertür ist offen. Hallo, hallo. Die Tür. Leute, er flirtet mich die ganze Zeit an. Sollen wir den töten? Nein, bitte nicht. Bitte, bitte. Macht das bitte. Er flirtet mich die ganze Zeit an. Danke dir. So, bitteschön. Alter, seine Stimme, Junge. Boah, mir ist schlecht jetzt. Mir ist wirklich schlecht. Ui. Danke, dass du mir wieder Leben einjaucht hast, Püppchen. Junge, geh doch einfach raus. Ich melde das Rezeptischnautze voll fertig. Zuckerschnute. Mua. Mua. Ey, du willst mich doch verarschen, ey. Die hat mich wiederbelebt. Die hat mich geküsst und dann bin ich von einem Frosch zum Prinzen geworden. Schon wieder, Bruder. Das sieht anders aus. Ich kann das erklären. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Digga. Nein, aber die kommen mit allen abzugleich. Die haben angefangen zu schießen. Geil. Ein paar Sekunden später. Hallo. Ich würd gern mal raus. Halt deine Fressung, bleib da drin. Darf ich bitte raus? Ey, dir gern. Wenn du jetzt weiterläufst, gell, und redest, dann knall dich an. Okay, okay. Püppchen. Was möchtest du denn von mir? 19. Was möchtest du? Äh, 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 äh. Aua. Der hat mich durch die Wand geschoben. Hallo. Der Mann hat mich durch die Wand gedrückt. Hallo. Helfen Sie mir bitte. Ein paar Sekunden. Hallo. Zuckerschnute. Was möchtest du denn? Was macht ihr hier? Geht dir gar nichts an. Was macht ihr beiden hier? Sag mal. Ne, ich sag dir gar nichts. Och komm, sag doch mal. Nein, da brauchst du nicht mit mit diskutieren. Ich sag dir nichts. Punkt. Warum nicht? Weil ich nicht möchte. Komm schon. Kannst du dich einfach die Nähe woanders suchen, anstatt zu nah zu mir zu kommen? Dem Onkel kannst du es doch sagen. Nein. Jetzt rede ich auch nicht mehr mit dir. Punkt. Soll der Onkel sein Mantel ausziehen? Junge. Ich guck mal, was hier sonst noch so abgeht. Ey, geh mal sofort wieder rein. Sonst kriegst du einen Kopfschuss. Drei. Oh nein, bitte nicht. Zwei. Okay. Eins. Die haben mich gezwungen, hier reinzukommen. Jetzt sind wir hier für immer allein. Ey, wir können uns ein Frühstück verstehen, gell? Flüster jetzt. Ich kann nicht flüstern. Ich habe lautes Organ, du mir leid. Wenn du jetzt nicht sofort flüsterst oder die Fresse jetzt, dann knallst du dir eine Kugel in den Kopf. Hast du das verstanden? Ja, okay, tut mir leid. Okay. Schwanzkopf. Also kannst du deinen zweiten Sohn nennen, du? Oder so. Wart geht ab, Püppchen. Da bin ich wieder. Ich kann dir das, ey, ey. Ich kann dir das erklären. Vom Nachbargebäude habe ich mir einen Tunnel gebaut. Hör mir mal zu. Da ist ein Geheimtunnel, da komme ich durch. Ey, Digga, nee. Komm mal mit. Das ist viel zu anstrengend, Digga. Guck mal hier. Hinter dem Wolfgang Amadeus Mozart Mozart ist ein Tunnel. Ey, ich schwöre, ich hätte lieber fünf Kinder statt denen. Kollege. Komm mal mit, ich zeig dir, wie ich herinnen komme. Nein, nein, alles gut, alles gut. Guck mal hier. Da ist ein Tunnel. Schokoladen, Baby. Ich beschütze euch. Ich beschütze euch. Das schaffst du nicht. Euch passiert nichts, solange ich hier bin. Ich verbiete euch, diesen Damen ein Haar zu krümmen. Komm, jetzt geh mal weg, bitte jetzt. Sonst schieße ich dich nochmal ab. Geh mal weg, bitte. Wohin denn? Einfach weg hier. In den Raum. Okay. Hände hoch. Mach die Hände hoch oder ich knacke dich ab einfach. Soll ich mich für dich ausziehen? Ah, jetzt bist du knackig, Mann. Ich kann auch den Mantel... Ich hab doch die Hände hoch gemacht, was will der? Oh, je, je. Was stehst du denn drüber auf, Mann? Ich hab mir meinen Mantel ausgezogen. Hey, du bist hier in der Pieserei, Alter. Wie kann er denn die ganze Zeit wieder aufstehen? Keine Ahnung, Bruder. Also, es wäre wirklich schön, wenn ihr mich nicht umbring... Hört auf den abzuschießen. Fesselt den und fertig. Lasst mich bitte einfach in Ruhe. Ich zieh den Mantel aus und dann steht er wieder. Das ist immer dasselbe. Bleib mal stehen. Hey, mach mich los. Da bin ich wieder. Oh, hast du einen erwischt? Leider nicht, ne. Mach mal die Fesseln ab, bitte. Bruder, du kommst. Geh mal weg, wir sind ja am Schießen, Mann. Mach doch die Fesseln ab, dann bin ich weg. Guck mal, wegen dir, Bro. Was soll ich dir sagen? Nein, wegen dir. Du hast mich gefesselt. Geh weg, geh weg. Ich seh nichts. Dann nimm mir die Fesseln ab. Bruder, verpiss dich doch, ey. Bitte nimm mir doch die Fesseln weg. Komm her, komm her. Wenn ich jetzt sterbe... Das klingt so, als würdest du eh sterben. Ja, nein. Doch, hör mal ne Frage. Könnt ihr eigentlich noch was sehen? Wenn ich hier so vor euch stehe, könnt ihr noch was sehen? Bruder, fack doch nicht ab, ja. Könnt ihr eigentlich noch was... Uiuiuiuiui. Bruder, kack bitte nicht rein, ja. Bitte, geh mal zum anderen, ja. Wo soll ich eigentlich die Pflanze hinbringen? Geh mal bitte weg, ja. Jack, lebst du noch? Ich glaub, Jack ist tot. Geh bitte weg. Ich hab eine Frage. Ja. Wo soll ich eigentlich diese Pflanze hintragen? Geh in den Büro, geh. Du stehst mir im Weg. Mach das nicht. Ich glaub, die wird sich hier ganz gut stuhlen. Du sollst gehen, bitte. Die steht hier gut in der Sonne, die kriegt Licht ab und zu. Ey, willst du mich grad verarschen oder so? Nein. Du stehst in mein Schulzfeld. Also du musst diese Pflanze zweimal... Du musst zweimal in der Woche gießen. Okay, mach ich. Lass dich stehen und geh. Ich kümmere mich um die Pflanze. Und immer dafür sorgen... Okay. Ey, willst du mich grad verarschen oder was? ...dass auch genug Düngungsmittel dabei ist. Ey, halt's Maul und verpiss dich. Du gehst mir grad auf den Sack. Ähm, wohin soll ich mit der kleinen Pflanze, Chef? Weg, weg von mir. Chef, wohin mit der Pflanze? Verpiss dich von mir. Aber irgendwo muss die doch hin, Chef. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Bist du behindert oder so? Chef, die Pflanze. Wo soll ich die jetzt abstellen? Ey, verpiss dich. Sag doch einfach wohin. Im Büro. Im Büro, du hässlicher Hundesohn. Geh mir nicht auf den Sack. Okay, ich bring sie weg. Danke, Chef. Ja, perfekt. Ciao. Ey, schau dir das mal an. Hast du die Alten schon gesehen? Ey, du gehst mir ehrlich auf die Nerven, ne? Ich schwör's dir, du... Guck mal, was die für'n Arsch hat, Junge. Hast du dir nicht gesehen? Bruder, hast du eigentlich die Alten schon gesehen hier? Ey, du hast mich gef***t, hast du mich, okay? Guck mal, guck mal. Hat die einen geilen Arsch oder hat die einen geilen Arsch? Ey, geh mir nicht auf den Sack, bitte. Guck doch mal, Bruder, bitte. Ich bin nicht dein Bruder. Wegen die, du hast mich gef***t. Ich kann wegen denen nicht vergießen. Ah, ich seh nichts mehr, ich bin blind. Guck mal, oder die hier. Hast du das Heft schon gesehen? Ergeben sie sich. Ich bin eine Geisel. Alles gut, alles gut. Hinten sind zwei Frauen. Ich bin eine Geisel. Da ist der Kopf der Bande. Einmal umdrehen. Ich bin die Geisel, Hilfe. Umdrehen. 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 Ja, geh halt ruhig weg. Hast du dir das Magazin hier schon angeguckt? Ich möchte dein scheiß Magazin hier ziehen. Du hast mein Leben f***t, Junge. Und verschwindet der denn? Das ist der Herr Winkler. Wenn sie verstehen. Ey, ich schaff es. 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 Bitte, 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 bitte. Ja, er hat es auf jeden Fall fast geschafft. Ich glaube, hier wurde gerade eben jemand verhaftet. So ein Schreihals. Ja. Bisschen am kreischen, am weinen. Ja. Ich wollte mal fragen, ob da vielleicht so eine Besuchszeit möglich wäre. Dass ich mal mit dem so sprechen könnte. Können wir machen. Das würde jetzt um die 10 Minuten gehen. Ist das auf jeden Fall okay? Das reicht. Ja, ja. 10 Minuten sind vollkommen ausreichend. Alles klar, perfekt. Dann bringen wir sie einmal rein zu dem. Wunderbar. Ja, dann warte ich jetzt einfach hier oder was? Ja, wo bleibt denn der jetzt, Mann? Alles gut, ich hab Zeit. Ah, zwei Schritte. Wollen Sie mich verarschen? Was ist mit dir? Was willst du? Dreh dich doch mal um! Was ist denn los? Chill mal. Ich glaub, sie können uns dann alleine lassen. Wir besprechen nur ein paar private Dinge. Alles klar. Henkis, mein Lieber. Was? Wie geht's dir? Alter, du gehst mir so auf die Eier. Du gehst mir so auf die Eier. Was willst du von mir? Du hast mich schon wieder in eine Lage gebracht und ich weiß ganz genau, wer du bist. Du kleine Stück Scheiße. Henkis, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich glaub, du fantasierst gerade ein bisschen. Wegen dem übermäßigen Drogenkonsum. Ich fantasierst wegen dem Meth, was du mir zugesteckt hast. Meinst du das? Können wir vielleicht mal grad ein Foto von dir machen fürs Familienalbum? Du kleine Stück Scheiße, Alter. Warum triffst du dich nicht mit mir draußen? Warum wartest du nicht, bis meine scheiß Haftzeit vorbei ist? Und dann treffen wir uns draußen. Dann können wir gerne mal ein Foto zusammen machen. Und dann schiebe ich ein Foto von dir, wie du auf den Boden liegst, du Arschloch! Henkis, ich mein, einfach nur ein Foto. Das kann ich dann auch deiner Mutter grad geben und deinem Vater. Die können das dann ins Album heften. Dann passt das ja. Aufgrund deiner Art hab ich keine Vertrauen zu irgendeinem kleinen Wichser hier. Aber ich hab dir doch gar nichts getan. Du wolltest mich tops nehmen. Du kleines Stück Dreck. Hast mich mitgenommen, ja? Hast mich mitgenommen und mir wieder irgendwas... Was? Schieß! Jetzt einmal bitte beruhigen. Schieß! Ey, hören sie mal. Ich bin nur wegen dem drin. Nur wegen diesem hässlichem Etwas hinter der Scheibe. Ein bisschen ruhiger jetzt. Doch, nein. Okay, ich bin ruhig. Ich habe nichts getan. Das ist gelogen. Ich rede grad nicht mit dir, du... Ich bin immer ehrlich. Und das, was da hinter der Scheibe steht, müsste eigentlich mit mir getauscht werden. Weil so wie der Herr vorgeht, ja? Ist das genau das, was hier reingehört. Und ich gehöre nach draußen. Angus, beruhig dich mal. Ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Können wir das vielleicht hinter uns bringen, bevor die Zeit abgelaufen ist? Was willst du? Erzähl. Was hast du noch für Fragen? Was? Also folgendes. Ich hätte noch eine Frage. Also dieses ganze Ding mit dem Tabakfeld damals, ja? Jaaaa. Das tut mir wirklich schrecklich leid. Aber wie läuft's denn aktuell? Also... Es tut dir leid, sagst du? Läuft's denn wieder besser? Es tut dir leid? Habt ihr euch denn erholen können? Es tut dir leid? Ich komme über die Runden. Sag mal so. Was willst du jetzt, Alter? Wegen dir, ja? Wegen dir habe ich, nachdem die ganze Scheiße vorbei war, tausend Gespräche führen können, warum ich irgendwelchen Leuten irgendwas dustecken würde, warum ich Leute von uns schlagen würde oder sonstiges. Ich musste Rechenschaft beziehen auf Themen, die ich niemals begangen habe. Und das ist alles alleine dir zu verdanken. Angus, ich glaube, du lügst. Hätte ich gewusst... Ich lüge. Pass mal auf, mein Lieber. Du bist kriminell. Und hast eine Vereinigung aufgebaut und tarnst das als Tabakfeld. Im Keller habt ihr irgendwie haufenweise Kokain rumliegen. Du läufst hier durch die Stadt. Du fährst mit geklauten Autos rum. Du hast Waffen dabei. Du bedrohst Zivilisten. Du verkaufst Meth. Du läufst selber mit Meth rum und bist dann so blöd und lässt dich auch noch hochnehmen von der Polizei. Willst du mich gerade verarschen? Willst du mich gerade verarschen? Alles klar, Officer. Es wurde alles gesagt. Geht nicht so eine Scheiße. Ich werde jetzt meinen neuen Job auf dem Tabakfeld aufnehmen, als neuer Vorstandsvorsitzender von dieser Tabakvereinigung. Wir sehen uns, du dämliches... Wie war ihr Gespräch? Es war sehr toll. Es war sehr friedlich, sehr ruhig. Vor allem der Mann ist sehr gelassen. Schön, schön. Kleinen Moment noch. Ich wollte mich noch mal kurz umziehen. Oh Gott. Ich habe irgendwie die Kleiderkammer nicht gefunden. Oh, gute Herr. Dann können wir jetzt noch loslegen. Jo. Alles klar. Gut. Dann zeigen Sie mal mal hier. Ausweis oder Reisepass. Jawoll. Haben Sie? Ja. Mani. Oh, Mann. Nein. Falsche Taste. Ach, ne. Wo ist denn jetzt meine Taschenschuhe wieder verdammt normal? Ist das hier eine EC-Einreise? Oder was... Was sehe ich hier? Ist das IC oder OOC? Ohne meine Arbeitssachen, wissen Sie, kann ich nicht arbeiten. Äh, der Mann da fliegt. Wer fliegt? Wo fliegt denn einer? Das ist ein Zauberer. Der fliegt hier über meinen Kopf. Ja, gut. Ist egal. Doch, gut. Herr Rahmani. War das jetzt richtig, ja? Jawoll. Ja, gut. Darf ich Ihren Grund wissen, warum Sie zu uns kommen? Oder also in unserer Stadt? Na, selbstverständlich. Ich bin auf der Suche. Äh, nach was? Frauen? Geld? Ich, äh, sagen wir gehen in meinem Job nachher. Ich suche jemanden. Oh, ja gut. Gut, Herr Rahmani. Dann kommen Sie erstmal mit. Dann gehen wir erstmal hoch in mein Büro. Ich gehe extra langsam, damit der extra viel Zeit braucht. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Irgendwas habe ich gedrückt und jetzt gehe ich so komisch. Haben Sie Ihre Hosen gemacht oder warum brennst du so komisch? Ich gehe immer so komisch. Soll ich sie tragen? Geht vielleicht schneller oder so? Nein, das geht schon. Gehen Sie mal vor. Gehen Sie mal vor. Wohin? Immer geradeaus. Pass ich mich Ihre Geschwindigkeit an. Nee, wir müssen rechts. Rechts. Hier. Na, Sie sagten immer geradeaus. Gehen Sie mal. Geht auch. So. Jetzt. Aha, da muss ich mal wieder öfter shoppen. Wissen Sie was? Ich habe... Nee, kann ich nicht holen. Mist, verdammt. Warum nicht? Irgendwo hatte ich mein Rückstück hierher irgendwo am Schiff hingestellt. Ich laufe aber auch heute wieder langsam. Junge, Junge. Die anderen, die rennen, die sprinten quer hier durch den Flughafen. Wissen Sie? Kommen Sie immer weiter. Immer weiter. Was eine unfassbar schlechte Einreise. Für den Wesenkortsch, können Sie nicht mehr sprechen. Also das sage ich Ihnen schon mal so. Guter Mann, machen Sie sich lustig über meine Behinderung. Ach, Sie sind weh? Das kann ich doch nicht wissen. Es ist ja offensichtlich, dass mein Bein nicht richtig funktioniert. Ah, ja, ja. Okay. So, jetzt gehen wir einmal links rum. Hier, gucken Sie mal. Links, links. Ich kann Sie auch noch an der Hand nehmen. Vielleicht immer so. Mein Bein ist kaputt. Okay. Ich kann nicht schneller, okay? Aber wie wollen Sie denn jemanden jagen, wenn Ihr Bein kaputt ist? Niemand hat was von jagen gesagt. Sie suchen jemanden hier in der Stadt, haben Sie gesagt. Ich, äh, sagen wir gehen in meinem Job nachher. Ich suche jemanden. Suchen, nicht jagen. Äh, wenn ich jemanden suche, jage ich ihn. Wenn ich meine Familie suche, jage ich meine Familie. Na gut, nee, das nicht. Obwohl, es kann ja auch sein, dass die ihm vielleicht ganz viel Geld schulden. Äh, Entschuldigung. Herr Rahmani, haben Sie denn die Einreisebedingungen auch gelesen? Ja. Das heißt also, Sie können mir jetzt alle Fragen beantworten. Jawohl. Geben Sie mal einen ganz kleinen Moment Zeit. Steuerung F. Steuerung F. Äh, so, gut. Ich muss jetzt Ihren Namen einmal schreiben. Abdullah. Mhm. So, dann habe ich sie hier schon mal. Und hier. So. Darf ich dann fragen, wo Sie herkommen? Na, das steht doch auf meinem Pass. Das ist leider meine Lesebrülle nicht. Ob, äh, ich so klein nicht geschrieben, alles wissen Sie? Türkei. Gut. Ja. Gut. Ich werde Sie jetzt mal in einer Geschichte packen. Stecken. Packen, stecken. Naja. Ja. So. Jetzt stellen Sie sich vor. Stecken jetzt aus. Indem ihr Köfferchen oder Tischlein oder was auch immer Sie jetzt dabei haben. Gehen rüber, holen Sie sich ein Fahrrad. Diesen Köfferchen, äh, schneiden Sie hinten auf den Gepäckträger und radeln los Richtung City. So. Jetzt kommt irgendwann eine schwarze Limousine. Da steigen drei, vier Typen aus. Die halten ihre, äh, die Knarrer Ihnen am Kopf und befehlen Ihnen in das Auto in den Kofferraum zu. Stecken. Ja. Gemacht, getan. Sie sind auch drinnen und Sie stellen sich die Frage vor. Und nochmal, wieso habe ich das gemacht, ich Idiot? Haben Sie darauf eine Antwort? Ja, mein Leben war in Gefahr. Ich, ich musste. Ja, genau. Das wollte ich hören. Gut. Jetzt fahren Sie, es holpert. Sie fahren, die Leute fahren einmal links rum, einmal rechts rum. So. Irgendwann hält der Wagen. Sie steigen, werden wieder rausgelassen. Sie werden dann in irgendeinem Raum aus, wie auch immer, gebracht. So. Und dann kriegen Sie so ganz nebenbei mit, dass Sie mit der Polizei telefonieren. Die fragen sich schon. Ah. Und jetzt verlösen Sie jetzt für mich an. Wo ich mir jetzt die Frage stelle, wie viel Lösegeld wäre denn das? Äh, 17,5. Wow. Tumre Junge. Jetzt bin ich aber platt. Ich sagte doch, gelesen ist gelesen, ja. Wunderbar. Gut. Ähm. Sie sitzen da, die verhandeln und machen. Sie lassen sich auch nicht mal was zu essen, zu trinken geben. Auf einmal tippert sie jemand an über ihr Privattelefon und schreibt ihnen. Du, pass mal auf. Gnaden, die die besitzen, diese Typen da. Die haben überhaupt keine Munition. Nee, nee. Geht nicht. Nein, nein, nein. Wie? Was geht nicht? Was will ich denn hinaus? Sie verstehen. Geht nicht. Darf ich nicht. Genau. Der Richard Musterschüler. Junge, der ist überhaupt nicht gewohnt hier. Verdammt normal. Dachte ich mir schon. Ja, ja. Ja, ja, ja. Auf alle Fälle. Ähm. Sie gehen also darauf nicht ein. Sie spielen also die ganze Situation weiter. So. Jetzt kommt irgendwann die Polizei. Man verhandelt direkt vor der Tür. Sie werden auch einmal kurz nach vorne gebracht. Damit man auch sieht, dass es der Geisel gut geht und so. Und ja. Und dann sehen die Polizisten oder wie auch immer sie da stehen in diesen lumpigen Klamotten und lachen sie erstmal aus. Wie? Dafür wollt ihr so viel Cola? Junge, es wäre ja billiger, wenn ihr den da entsorgt oder so. Wie würden sie dann damit umgehen? Ist doch egal. Meine Klamotten sind meine Klamotten. Richtig. Aber die. Ich sag mal so. Das geht so mehr auf eine Beleidigung hin. So ein Penner und tralala. Und guck dir mal die Klamotten an. Und deswegen wollt ihr ja so viel Geld haben. Das ist ja. Lacher. Ja. Dann zeige ich denen, dass das nur Klamotten sind. Ja. Okay. Gut. Jetzt werden sie zu unreicht. Sag ich jetzt mal. Obwohl sie alle Anweisungen dieser Entführer ja nachgekommen sind. Trotzdem einfach abgestochen. Ähm. Was würden sie im Nachhinein dann jetzt machen? Ja erstmal warten und dann in Suppenküche. Oh Suppenküche auch. Bei welchen Suppe gibt es denn? Erzen? Linsen? Koksuppe. Ja gut. Ich hab zwar keine Ahnung was das ist aber. Kennen sie nicht Koksuppe? Koksuppe? Ne kenn ich nicht. Suppe aus Türkei. Koksuppe. Ah. Okay. Ne hab ich noch nicht gegessen. Sicher? Ja sicher. Würden sie gerne mal probieren Koksuppe? Ja natürlich. Also wenn sie mich dann irgendwo mal einladen. Gerne. Gut. Dann bin ich auch eigentlich soweit mit ihnen durch. So wie sie vorbereitet sind. Wahnsinn. Also. Warten sie mal. Warten sie. Ich hab in meinem Koffer was. Warte. Ja. Ich warte mal. Ein bisschen Koksuppe von meiner Mama. Probieren sie bitte. Ach dann. Da muss ich ja mal kosten. Warten sie mal. Dann nehme ich noch mal ein Löffelchen. Schmeckt ihnen Koksuppe? Also das ist ja. Kann ich noch einen Löffel haben? Doch ehrlich. Bro. Sie müssen mir unbedingt das Rezept geben. Mann ich krieg da ja auch nicht genug von. Selber gemacht. Selbst gemacht. Aha. Ja also wirklich. Also da können sie ihrer Mama sagen. Wow. Ich hab noch nie was besseres gegessen. Wahnsinn. Also. Boah. Ne. Schmeckt gut. Ich muss jetzt aber noch ein bisschen arbeiten. Gut. Dann mach ich jetzt ihren Reisepass mal fertig. So. Dann kriegen sie von mir jetzt einen schönen grünen Stempel rein. So. Wunderbar. Gut. Gut. Wenn sie noch Fragen haben sollten. Sie wissen ja wir haben oben Büros. Da können sie gerne mal anklopfen. Dann können sie gerne mal nachfragen. Ansonsten wünsche ich ihnen viel Erfolg. Dass sie ihrenjenigen finden. Ihre Familie. Ihren Freund. Ihren Kumpel. Ihr Cousin. Wer auch immer. Und dass sie da wieder gemeinsam zusammenfinden. Dann würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Und viel Spaß. Vielen Dank. Ina auch. Viel Spaß. Oh. Ist alles ok. Warum rennt ihr weg. Junge dame ist alles in Ordnung. Ey es tut mir fürchterlich leid ja. Ey es tut mir echt wirklich sehr leid. Ja ist okay. Habe nicht geguckt. War also ihr Fehler. Vielleicht. Können Sie das bitte lassen. Lieber auf dem Pupo oder Wird? Du hast genau drei Sekunden, meine Werkstatt zu verlassen, mein Freund. Sam! Sorry, war das deine Frau oder so? Das hat dich nicht zu interessieren. Du hast jetzt drei Sekunden Zeit, beziehungsweise deine Beine in die Hand zu nehmen und dich von meinem Hof zu machen. Abfahrt. Ist das dein Drecksstück, oder? Sehe zu, dass du meine Werkstatt verlässt. Ja, aber wieso denn? Ich bin Kunde. Mein Auto steht hier. Du bist hier definitiv kein Kunde, weil ich suche mir meine Kunden tatsächlich noch selber aus. Und wenn du so respektlos zu meiner Mitarbeiterin bist, dann kannst du zum ADAC gehen. Hey, wir sind alte Freunde. Das war komplett normal. Das interessiert mich nicht, Kollege. Verstehst du das? Mich juckt dein Anliegen nicht. Wenn du meinst, du musst... Ja, 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 ja. Mach mal ein bisschen langsamer, ja? Du, lass mich mal hochfahren, Bruder. Jetzt hast du Zeit, meine Wecker zu verlassen. Alles klar. Kennst du eigentlich Andi? Nö, kenn ich nicht. Andi Arbeit, Versager. Sieh zu, dass du arbeitest. Tempo ist kein Taschentuch, ne? Komm, mach dich vom Acker. Mach dich vom Acker. Aber nicht, bevor ich dir noch ein Küsschen gegeben habe. Wo ist sie? Wo ist die Braut? Junge, geh zu, dass du jetzt... Geh zu, dass du dich jetzt hier vom Acker machst. Komm, mach dich vom Acker. Ich sehe nicht, wo das Problem ist. Das Problem ist Luke, Alter. Du bist das Problem. Wir können das doch wirklich unter normalen Umständen klären, oder? Jo. 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 Warte, warte. Jo. Mach auch mal, mach auch mal. Gott, das will ich nicht arbeiten. Mach jetzt, mach jetzt. Ich arbeite hier, Alter. Kann ich das nicht machen. Können wir nicht als Auto fertig tunen? Also, das kommt nicht so gut, ne. Welches Auto soll getunt werden? Ich bin ein Tuner. Ich kann das. Soll ich machen? Soll ich machen? Ich tune das jetzt. Guck. Nein, hör mal auf. Ich tune die Karre jetzt. Hör mal auf. Ich tune die Karre. Ey, das kann ich nicht machen. Nein, nein, ey. Ich bin doch kein Assi. Nein, das mache ich nicht sowas. Jo, servus. Oh. Oh. Äh, die Karre ist jetzt getunt. Ich wollte sie nur zurückbringen. Junge, geh jetzt von meinem Grundstück, Mann. Jo, ich bringe sie zurück. Ich packe nochmal kurz ein. Nein, du schreckst jetzt aus und machst dich hier vom Acker. Wo ist eigentlich die Frau hin? Digga. Jo, habe ich gern gemacht, ne? Junge, kannst du jetzt mal hier rausgehen? Ey, ich sitze bei meiner Frau im Auto. Mach mal halblang jetzt. Oder die hat definitiv besseren Geschmack außer so ein Pippen wie dich. Komm, rednet zu viel. Mach Kopf zu. Jetzt hören sie auf rumzuholen. Benehmen sie sich. Das sagt der Richtige. Ist ja peinlich. Junge, kannst du jetzt mal aufhören und dich jetzt hier vom Acker machen? Mit was denn? Ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Jetzt geh mal runter vom Auto. Hm, welches Auto? Warum hast du Schüttzschuhe an, Digga? Ich mach ein bisschen Pipi. Drücken Sie G-Muskel. Drücken Sie G-Muskel. Ja, ja, ich mach ein bisschen Pipi gerade. Die Frau, die steht auf Golden Shower, glaube ich. Halt's Maul, hierzu. Ach, Halt's Maul. Mikriger Medic. Hast du zu nichts anderes gebracht, ne? Klemmst du im MD fest? Hast du zu nichts Besseres gebracht? Oh, schade. Oh, traurig, traurig. Das ist ein Video, Herr Medic. Ist so was. Das ist überhaupt ein Video, Versager. Ist ja peinlich. Ist ja echt peinlich. Wow, 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 wow. Die Frau rastet aus. Leute, benimmt euch doch, Mann. Die Dame, hallo. Arbeiten Sie hier? Also den Kolben auf Ihrem Rücken nachzuurteilen, schrauben Sie gerne an Kolben. Deswegen würde ich halt fragen, ob sie eventuell so... Ich bin gerne an dem Kolben meines Mannes, aber nicht an anderen. Oh, was ist das denn für eine Stimme? Das ist die Stimme der Rücken. Super, ne? Das sind wirklich schöne Kolben. Also können wir da jetzt irgendwas hier arrangen und so? Nö. Ich werde hier erstmal gucken, was hier los ist. Ja, es gibt hier eigentlich kein Problem. Warum denn jetzt? Ich war so schön dabei. Schade. Wirklich, wirklich schade. Leo, alles mit? Oh. Was soll das? Bitte einmal absteigen. Ey, durch dich habe ich heute meine ganzen Waffen verloren, ne? Durch mich. Ja, klar. Oh, keine Beleidigung hier, Leo. Oh, nicht schon wieder, Alter. Leo, das war Beamtenbeleidigung. Das weißt du? Also beleidigen muss man jetzt nicht, oder? Leo. Mein Gott, könnt ihr nicht jemand anderem auf den Sack gehen? Ich will ja nicht auf den Sack gehen. Du hast ja eine Chance, dass du verspielt mit dem Bommes. Nachdem du mich Rassist genannt hast, obwohl ich nie eine Äußerung dazu gemacht habe. Nein, nein, nein. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. In einer anderen Tast. Also, mir wurde auch erzählt, sie sind rassistisch. Oh, geht weg, Mann. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ihr könnt doch nicht jedes Rennen irgendwie ankommen und hier dummes Zeug machen. Na, wir nehmen den, glaube ich. Was soll das denn? Weißt du denn? Alter. Also, das geht so nicht. Mir wurde auch erzählt, sie sind rassistisch. Das können sie nicht machen. Mal eine Frage. Wo tippen sie da gerade rum? Was schreibst du da? Ihr könnt mir doch nicht schon wieder das Rennen kaputt machen. Alter, was soll denn das? Wir haben noch einen Platz. Ah, sorry. Wir wollten nur die Dame. Scheiß dummer. Oh, du hast natürlich unglücklich gelaufen. Oh, es geht los. Achtung. Ja, ich glaube, ich fahre mit. Aber mit dem Auto. Kann ich einfach mitfahren bei dem Rennen? Kann ich denen so das Motorradrennen vermiesen, indem ich die alle wegknalle? Also, halt so runterschubse? Das wäre schon hardcore asozial. Dankeschön fürs Wiederkaputtmachen. Wir fahren doch mit. Versteht ihr das nicht? Man hat nur alle vier... Leo. Das geht nicht. Beruhig dich. Ihr könnt nicht mit dem Auto mitfahren. Das geht nicht. Beruhig dich. Wir fahren doch gerade mit. Das hat doch damit nichts zu tun. Ihr versaut mir die Punkte damit. Wir fahren doch gerade mit. Ist doch alles gut. Das geht nicht mit dem Auto, Mann. Wir fahren doch gerade mit. Ist alles gut. Da ist ein Motorradrennen, kein Autorennen. Leo, beruhig dich. Was soll denn das? Warum denn immer ich? Habt ihr eine Macke oder was? Leo, beruhig dich. Ich verliere durch euch jedes Mal die Wacken und allen Quatschen. Jedes Mal die gleiche Kacke, ey. Leo, beruhig dich. Da ist ein schwebendes Motorrad. Aber sag mal, verrat mir doch mal deine Intentionen dabei. Leo, bitte beruhig dich. Was... Was... Naja, aber was bringt dir das? Du hast ein Verbrechen begangen. Und wir nehmen dich fest. Ich hab einen Scheißdreck begangen. Ich hab kein Verbrechen begangen. Also, Leo, hör mal zu. Mir wurde erzählt, du warst Steine am Hacken ohne Erlaubnis. Was? Wann denn das? Und dann warst du auch noch rassistisch dabei. Das geht nicht. Ich war nicht rassistisch. Absolut nicht. Mir wurde erzählt, du bist rassistisch. Und ich glaube, mein Kollege... Das lasse ich mir nicht sagen. Hört auf damit mich... Hört auf mich damit rassistisch zu nennen. Das bin ich... Bin ich... Da gehe ich echt aggressiv. Leo, mir wurde erzählt... Mir wurde erzählt, du bist ein Rassist. Ich bin nicht aggressiv. Du bist ein aggressiver Rassist, wurde mir gesagt. Ja, ja, genau. Deswegen nehmen wir dich fest. Aber was bringt dir denn die Situation... Nein, du sollst mal sagen, was bringt dir die Situation hier? Nee, ich muss ihm keine Antworten mehr geben. Gegen die Motorräder fahren, die wegdrängen. Was bringt dir das denn? Was soll das? Was soll das? Ich muss ihm keine Erlaubnis geben. Das ist doch einfach nur... Geh doch Call of Duty spielen, Mann. Nee, das hab ich leider nicht. Sorry. Was ist denn das wahre Leben? Europa. Was ist denn Europa? Wir sind doch hier in Los Santos. Oh mein Gott. Jetzt hören Sie auf, rassistisch zu sein, okay? Ich bin rassistisch. Alter, komm du mir unter die Augen. Komm doch. Besuch mich doch mal real. Hast du denn da mit Bock? Also ich hab sie gerade in meinem Auto sitzen. Seid ihr wer rassistisch. Ich muss sie nicht mehr besuchen. Das ist mir scheißegal. Ich lass mich nicht so beleidigen. Mach immer irgendwas anderes, aber bitte nicht rassistisch. Ich wette, Sie haben eine F***-Fahne in Ihrem Zimmer hängen. Ja, nee, ist klar. Warum sollte ich das haben? Bin ich bekloppt? Ja, weil Sie ein Rassist sind. Deswegen. Ich kann Ihnen nur sagen... Genau. Was? Ich verstehe auch jetzt die Gewalttat. Verstehe ich nicht. Das ist doch keine Gewalttat. Ich tue Ihnen doch keine Gewalt an. Ach mein Gott. Ich meine doch nicht das jetzt. Ich meine das, was in Europa gerade abgeht. Was geht denn in Europa gerade ab? Mein Gott, egal. Nee, erklären Sie es mir. Ich kriege das nämlich gar nicht mit. Ich wollte mich gerade intellektuell mit dir duellieren, aber ich merke, du bist unbewaffnet. Erklären Sie es mir doch einfach. Geht nicht. Ich kann nicht so weit runter. Dem IQ kann ich nicht folgen. Ja, weil Sie ein Rassist sind. Deswegen. Die IQ von 7, weiß ich nicht. Mehr ist da nicht. Ja, sei leise. Dämlicher Rassist. Ach so. Ein Rassist ist man nur, weil man nicht deiner Meinung ist. Ich muss nur sagen, er ist ein Rassist. Das ist alles. Das ist nichts kapiert im Leben. Ich werde das im ganzen Start verteilen, dass Sie ein Rassist sind. Ich werde das jedem Polizisten erzählen. Ich möchte hier nicht so genannt werden. Das lasse ich Ihnen im realen Leben nicht gefallen, in Europa nicht und auch hier nicht. 04 gibt durch, dass Herr Paart mit der Fußnummer 9854 ein Rassist ist. Over. Du kleine Scheiße, Alter. Komm dann, Sarah, gib noch durch, dass ich auch noch homophob bin. Ich hoffe, Sie sperren auch den Rassisten in Einzelhaft. Ja, der Rassist ist bei mir im Auto. Ich möchte noch hinzufügen, dass er homophob ist. Der ist da tatsächlich auch Biker. Also, falls Sie eine suchen, oben in Sandy Shores. So, wir fahren jetzt weiter, Rassist. Hallo. Ach, da ist er ja. Guten Tag. Ich glaube, der redet auch nicht mehr. Der hat sich die ganze Zeit aufgeregt und wollte mir dann irgendwas erzählen, von wegen, dass er die AfD wählt und dass sein Opa im Knast war. Ach so. Leo, das wusste ich noch gar nicht. Das mit der AfD ist mir so. Was machen wir jetzt mit Leo? Ja, das, was man mit Rassisten halt so macht. Uh, das ist eine Schausricht. Leo, was hältst du davon? Hat er ja noch an. Ja, okay, Leo. Krieg ich eine anständige Entschuldigung von dir jetzt. Für den ganzen Rassismus. Was kriegst du? Eine Entschuldigung von dir. Eine anständige. Ich krieg von dir eine Entschuldigung. Was denn? Was ist so komisch? Weißt du doch, was du heute Mittag gemacht hast. Du hast mich umgefahren und ich habe dich haftet. Steh doch mal dazu. Steh doch mal dazu, dass du in mein Auto reingerannt bist. Leo, du hast irgendwas gegen mich lang gesagt. Wenn man Scheiße baut, dann muss man auch dazu stehen. Das schaffst du leider nicht. Leo, hör jetzt auf mit dem Rassismus. Leo, du bist nicht Manns genug. Lassst du Rassismus denn? Nur weil ich nicht eure Meinung bin? Also ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Du hast gehört, dass ich das R rolle und jetzt bist du gegen mich. Das macht ja ein Bayer auch. Ja, aber Bayern sind dumm. Also sagst du, du bist dumm? Ich bin kein Bayer. Okay. Hast du doch gerade mitgeteilt. Was bist du denn dann? Was? Ich? Türke. Türkei! Türkei! Hast du ein Problem damit? Ja. Keine ehrliche Arbeit. Du bist ja wirklich rassistisch. Ich bin Polizist. Ihr bist Polizister. Genau. Hast du was gegen türkische Polizisten? Ja, ja. Würdest du in Berlin nicht weit kommen? Die lispeln immer so. Die lispeln, okay. Ja, und weil anstatt ich ICH ist das ISCH immer bei euch. Ich? Meinst du? Ja, genau. Ihr könnt nicht richtig reden. Nichts. Keine Ahnung. Ja, ja. Das ist recht. Die Türken können nicht richtig reden. Die können auch nicht arbeiten. Das ist einfach nur verkackte Existenzen. Ja, die können nicht arbeiten. Leute, ja, das ist nur, weil sie in ihrem eigenen Land nicht gemocht werden. Deswegen kriegen die hier rum. Türken werden der Türkei nicht gemocht. Deswegen kommen die hier. Richtig. Naja, genau. Richtig. Also die, die hier sind. Ja, ja. Ihr seid ja nicht den Türken. Ihr seid ja nur Versager. Wir sind die Versager-Türken, du hast recht. Genau. Richtig, richtig, richtig. Die richtigen Türken, die sind in der Türkei. Richtig. Und wir sind die... Hapsen ist lang super coole Leute da. Dankeschön. Wir die Versager-Türken wählen alle Erdogan. Ja, genau. Das ist ja das Problem. Weißt du? Sitzen in einer Demokratie und wählen einen Diktator. Das ist ja genau der... Diktator? Der ist ja wirklich rassistisch. Ich möchte hier nicht so genannt werden. Das lasse ich ihm im realen Leben nicht gefallen, in Europa nicht und auch hier nicht. Nee, der ist doch ein Diktator. Es ist doch so. Guck mal, jeder, der seine Meinung äußert, wird bei dem verhaftet. Ich habe meine Meinung dort geäußert. Ich habe gesagt, der ist toll und ich wurde nicht verhaftet. Boah, das ist ja auch was anderes, weil du dem ja eine Puppe kriegst. Ich kriege niemanden eine Puppe. Vorher solltest du dich komplett mit Vaselina eincremen. Ja, ich weiß nicht, was da so lustig ist. Ich finde das voll lustig. Lass gerade über alle Türken. Ja, ja, genau. Ja, bei Los Santos gibt es auch Türken. Ja, nur die putzen gerne, ja. Oh. Nicht nur das. Die haben auch Dönerläden. Hast du was gegen Döner? Nee. Okay. Ist ja eine deutsche Erfindung. Nee, ist eine türkische. Nein, nur das Fladenbrot. Es kommt aus kurdischem Gebiet. Es wurde in Berlin erfunden. Also können wir den Rassisten jetzt loswerden? Ich muss wirklich weiter. Komm, jetzt binde mir die Hände und schmeiß mich runter hier. Oder darf ich selber springen? Ich glaube, er weiß nicht, dass er nicht schwimmen kann. Guck mal. Er realisiert gerade, dass er nicht schwimmen kann, weil er die Hände gefesselt hat. Deutsche können nicht schwimmen. Stimmt. Wir sind hergeschwommen nach Europa. Der ist unfassbar, der Typ. Ähm, Entschuldigung? Du stehst mit in eine Sperrzone, gell? Könnten Sie mir helfen? Nein, du stehst in eine Sperrzone. Arme in diese Richtung runter, bitte. Sehen Sie das ADAC-Auto nicht? Das ist weg. Fahr bitte jetzt in die Richtung. Du bist in einer Sperrzone. Das ADAC-Auto klebt an meinem Arsch. So, jetzt das letzte Mal. Du bist in einer Sperrzone. Trau um und fahr weg, sonst wirst du jetzt festgenommen. Ja, okay, okay. Bro, das ADAC-Auto klebt einfach an meinem Reifen. Was ist das für ein Server, Digga? Was ist das? Guck mal, hier. Rummelplatz. Je schneller ich fahre, desto schneller dreht sich das ADAC-Ding. Was ist das? Digga, ich, also, ich raff's nicht. Klebt das am Auto oder klebt das an mir? Es klebt am Roller. Okay. Kann ich da vielleicht sogar einsteigen? Warte mal. Boah, das wäre ja richtig smart, wenn ich hier einfach einsteigen... Es hat sogar Collision. Es ist abge... Warte mal. Ah. Du kannst dieses Fahrzeug nicht fahren. Naja, dann gehen wir halt einfach mal in die Sperrzone wieder. Weil das kann ja nicht angehen hier. Äh, ist das Autohaus schon wieder geöffnet? Aktuell ist ja noch eine Sperrzone, deswegen darfst du dich ja gar nicht aufhalten. Ja, das hat mir keiner gesagt. Wenn du die Sperrzone weg bist, ist ja wieder alles... Kann ich mir einfach... Alles gut, aber du müsstest jetzt wegfahren. Äh, ich will mir einfach ein Auto kaufen. Alles gut. Aber jetzt ist gerade noch Sperrzone, also weg. Ja, aber das Auto hier, seht ihr das nicht? Das klebt an meinem... Nicht diskutieren, Sperrzone weg, sonst drehen wir dich jetzt fest. Ganz einfach. Ja, aber da klebt ein... Ach, okay. Digga, der hat sogar getasert, der Typ. Ah, jetzt ist mein Roller einfach verschwunden. Toll, super. Äh, danke für Ihre Hilfe. So, Arme um dran, bitte. Ich habe nur gesagt, danke für Ihre Hilfe. Mein Roller ist verschwunden. Lachen Sie sich einmal um, bitte. Mein Roller ist verschwunden. Sie sollen sich umdrehen, habe ich Ihnen gesagt. Was habe ich denn gemacht? Nee. Was hast du gegen mich? Homie. Ich habe dir jetzt 3000 Mal gesagt, du bist in einer Sperrzone, Alter. Ah, du hast mich von vorne gefesselt. Und dass du wieder nicht zusammenbrach, dass du fährst. Wie geht das? Ich habe dich gar nicht von vorne gefesselt, oder? Du hast mich von vorne gefesselt, alles klar. Ist okay, ich kläre das anders. Ist in Ordnung. Digga, was ist das für ein Officer? Also ich... Na, egal. 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 Okay, er wollte nicht hören? Ja. Er, wer nicht hören will. Man zieht die Scheißrechnung wieder nicht, Alter. Soll ich es mal versuchen? Ja. Wegen was? Sperrzone. Der Versuch hat zu fließen. Bleib es stehen! Unbeschreiblich, ne? Es ist wirklich unbeschreiblich manchmal. Lassen Sie mich doch einfach gehen. Ich wollte nur ein Auto kaufen und mein Roller ist verschwunden. Ja, und wir haben ja dreimal gesagt, wir sollten es in uns und wollten. Na, in meinen Augen seid ihr ziemliche Versager. Oh, alle drei haben einen Taser verkackt. Und nochmal. Digger, wie kann man denn so schlecht sein? Guck dich das mal an. Und der vierte. Und der fünfte. Boah, das ist unfassbar. Wir schreiben gerade 5M-Geschichte. Wow. Wow. Und nochmal. Yo. So, meine Frist. Boah, sechs Leute hat es gebraucht, um mich zu tasern. Die haben mich getasert ohne Grund. Einfach so. Ohne Grund. Ohne Grund. Ohne Grund. Ohne Grund haben die mich getasert. Bitte helfen Sie mir. Oh, meine Fresse. Oh, sechs Leute für einen unbewaffneten Mann. Ja. Brauchst jetzt hier nicht das Opfer spielen. Ich habe echt nichts getan. Ich habe wirklich nichts gemacht. Schon mal schnell unser Auto. So, der Mann hat mein Motorrad verschwinden lassen und mich deswegen festgenommen. Bitte helfen Sie mir. Lucks den Herren, Rechnung, wie sagt er, gegen Vollmaßnahmen und betretene Sperrzone. Das ist eine Lüge. Sie haben mein Motorrad entfernt. Sie lügen. Digger, was für Lutscher. Das sind die größten Lutscher. Dortmund City, meine Freunde. Server steht oben rechts. Ach du Scheiße. Oh, ist das unangenehm. Der Server hat irgendwie... Warte, wie viele Spieler haben die? 36. Und das sind alles Polizisten, Junge. 36 Spieler online. Und davon sind so viele Polizisten an einem Fleck. So. Und Sperrzone. Na, ich werde die Rechnung einfach nie bezahlen. Dann haben Sie Pech, dann wird der Zoll irgendwann sie... Na, komm, sei leise, Lutscher. Ja, Sie sollten sich schon selber auskennen in Ihrem Job. Soll ich. Na, scheinbar nicht. Doch. Das sind halt ziemlich viele Paragrafen. Na, das glaube ich Ihnen. Aber gut Job, dass es sieben Leute gebraucht hat, um mich zu tasern und festzunehmen. Obwohl ich schon gefesselt war, übrigens. Sie scheinen sich wirklich sehr gut auszukennen in Ihrem Beruf. Ausgezeichnete Arbeit. Wo ist denn jetzt das? Ah, ich dachte, Sie kennen sich aus. Können Sie jetzt mal bitte schneller machen? Ich würde gerne auch wohin. Ja, da. Wird es langsam oder... Meine Fresse. So, der kann bloß. Jetzt haben Sie mir zwei Rechnungen gegeben und jetzt kann ich wieder los oder halt. Ja, hat er aber dann bekommen, ne? Kann ich jetzt endlich gehen, bitte? Ja, wagen Sie doch mal. Wie unglaublich peinlich. Jetzt verstehe ich, warum der Server nur 35 Spiele hat. Das ist wie der Feinster 5M-Server. Ey, stopp. Kann ich das vielleicht kurz haben? Ich brauche das selbst. Ach, bitte. Wo willst du hin? Ich fahre dich hin. Ne, ich brauche kurz den Roller. Ich müsste einmal fahren damit. Ne. Kannst du mal in die Sperrzone fahren, bitte? Da, der Nächste. Fahr an dem Nächsten vorbei. Die sterben nämlich von einem Tritt. Fahr einfach am Nächsten vorbei. Da ist ein Roller für dich. Ne, ach. Dann fahr mit mir zusammen dadurch, komm. Aber die sterben halt von einem Tritt schon, ne? Wenn ich jetzt nochmal vorbei fahre und den Nächsten trete, stirbt der auch. Guck mal, guck mal. Nein! Ich wurde da für den Admin-Knast gesteckt. Yo! 50.000 Minuten, Homie. Guck mal, wie viele hier reingesteckt werden. Äh, ist das normal, dass man hier einfach so reinkommt? Digga, es ist so b**** wirklich. Ich wollte das nicht. Der ist einfach so bei mir aufgestiegen. Bruder, das ist voll der Loser-Server, ehrlich. Digga, was ist das für ein Server? Es ist so schlecht. Junge, guck mal, es steht ein scheiß Polizist mitten auf der Straße. Er steigt einfach aus, weißt du? Ich fahre da gerade mit Fullspeed lang. Ich fahre ihn aus Versehen um. Bruder, ich komme direkt hier hin. Meine Frage, wie lange seid ihr hier? Was soll die Scheiße? Ich habe 1.000 Stunden. Ah, ich habe auch 1.000 Stunden. 1.000 Minuten, sorry, sorry. 1.000 Minuten. Ja, war auf jeden Fall toll. Ich komme hier rein. Mir wird ein ADAC-Auto an mein Moped gemoddet. Dann werde ich von sieben Officern verfolgt. Und alle versuchen mich zu tasern. Keiner schafft es. Das ist doch cool. Aber ich habe zwei umgebracht. Und jetzt bin ich hier. Hat jemand Kruppen für mich? Wie bitte? Ja, aber um ehrlich zu sein, sind wir eigentlich auch noch hier, um ein bisschen lustigeres RP zu machen. Das ist ein geisteskrank schlechter Server. Also wirklich geisteskrank. Naja. Schön, ne? Viel Spaß noch im Knoll. Wir fahren jetzt ein bisschen Autoscooter. Hast du schon Spaß? Ja. Ich hoffe es doch. Na, hallo. Hauswirt. Ja. Ich habe gerade sehr viel Spaß mit deiner Frau. Du hast Spaß mit meiner Frau, du Dreckschwein. Wo bist du? Ich habe gerade so viel Spaß mit dir. Es geht so ab hier. Ich mache dich fertig. Du machst gar nichts mehr fertig, du halbe Portion, du kleine Wurst. Ich habe den dicken Schlauch, nicht du. Nur weil du Feuerwehrmann bist. Oh, deine Frau hat sich gerade ein bisschen verheddert. Ich habe meinen dicken und einen langen Schlauch, ja, mein Freund. Laura, Laura, hast du Spaß? Wo ist meine Frau? Laura hat keinen Spaß. Ja, nein, habe ich nicht. Doch, doch, sie hat Spaß. Sie hat gesagt, sie hat sehr viel Spaß. Sie hängt ein bisschen fest gerade, aber sie hat Spaß. Wo hängt sie fest? Aber du glaubst gar nicht, wie geil das hier ist, Hauswirt. Es geht rauf und runter. Wo ist meine Frau? Es geht so schnell nach vorne. Es geht richtig ab. Rauf, runter, hoch. Wie schnell will ich es auf dem Boden, Freundchen, wenn ich dich in einem Ende habe? Hauswirt, warte ab, warte ab. Das Baby mache ich selber. Ich warte, ich warte jeden Tag. Um das Kind kümmere ich mich selber, Hauswirt. Ich will wissen, wo meine Frau ist. Es geht gerade rund mit uns beiden. So viel musst du wissen, mehr nicht. Und sie hat sehr viel Spaß. Ja, bei dir geht gar nichts mehr rund, Digga. Ich will meine Frau. Hauswirt, beruhig dich erstmal. Ich rufe dich gleich wieder an. Und, hattest du Spaß? Was sagte der? Ja, der hat gesagt, wir sollen uns schön amüsieren und wir sollen noch ein bisschen Spaß zusammen haben. Wir sollen zusammen Spaß haben, hat der gesagt. Ja, der hat gesagt, wir sollen sehr viel Spaß miteinander haben. Der wünscht dir noch einen schönen Abend und der holt dich gleich ab. Wir beide sollen Spaß miteinander haben, hat der gesagt. Ja, ja. Also, der hat sich gefreut für dich. Ah, ich muss dich weiter bedrohen, damit du machst, was ich sage. Stimmt. Nein, musst du nicht. Wird dir eigentlich schnell übel? Bist du schwindelfrei? Ja, ich kotze gerne. Ich rufe mal gerade deinen Mann an. Wo ist meine Frau? Also, deine Frau ist gerade auf einem Höhenflug mit mir. Wenn du verstehst, was ich meine. Ah, Höhenflug. Ah, ja. Den Höhenflug kriegst du gleich mit mir. Hauswirt, du hast keine Ahnung, was wir gerade machen. Wir haben so viel Spaß. Und sie freut sich sogar. Sie hat gesagt, sie will dich nie wiedersehen. Wo ist meine Frau? Ich glaube nicht, dass meine Frau irgendwas mit Ihnen machen würde. Deine Frau ist in guten Händen, Hauswirt. Ich glaube nicht. Ich möchte jetzt meine Frau haben. Wo bist du? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist privat, wenn du verstehst. So, ich mache das wie bei den Simpsons. Ich drehe dir den Hals auf. Also eben, gerade hatten wir auch keine Kleidung mehr an. Es ist mir egal. Wo ist meine Frau? Macht Spaß, Laura. Ich möchte wissen, wo meine Frau ist. Hauswirt, sag mir erstmal, wo mein Geld ist. 200.000. Wo sind die? Hab ich da. Hast du da? Überweis sie bitte. Hauswirt, ich ruf gleich nochmal an, ja? Alter, aber ruf doch nicht jedes Mal an. Ich will meine Frau haben, Mann. Wir kriegen gerade Besuch von ganz vielen oberkörperfreien Männern. Komm, komm. Wir gucken uns noch mehr an. Folge mir, folge mir. Sonst knallt's, ne? Sonst knallt's. Ich weiß. Was hältst du von dieser Schiffschaukel? Da, können wir machen. Hey, steigt mal bei uns in der Schiffschaukel ein. Da ist der richtige Spaß. Seid ihr besoffen? Ja. Ticket kaufen und einsteigen. Schnell, schnell. Ah, was ist mit meinem Gesicht los? Oh mein Gott. Mein, mein Gesicht. Das sieht nicht gut aus, aber ich hab Spaß. Ui. Ey, das ist echt... Hauswirt. Wo sind sie? Ich bin hier gerade, ähm, soll ich sagen, immer noch sparsam haben. Es geht vor und zurück. Und es sind mittlerweile zwei weitere Männer dazugekommen. Wo ist meine Frau? Wie heißen sie, Gentleman? Meinen sie uns? Ich heiße Stone. Stone, Stone. Und Kleber. Ich erwürge dich. Und sie haben alle keine Sachen an. Und sie sind oberkörperfrei und haben alle Spaß mit ihrer Frau. Digga, ich schwöre, kriege ich dich heute in die Hand, Alter. Ich erwürge dich. Na, da musst du früher aufstehen, Hauswirt. Wow, hier geht's ganz schön ab. Komm mal ran auf mich. Hoch und runter. Mäh, 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 mäh. Komm ran, du weißt. Komm ran. Überschlag. Komm eins gegen eins. Da kriegst du einen auf die Fresse, Digga. Jo, Hauswirt. Ich ruf gleich nochmal an. Wir haben gerade richtig viel Spaß. Es geht... Ich will wissen, warum meine Frau ist eigentlich. Was passiert, wenn ich jetzt aussteige? Es geht richtig heiß zur Sache. Ich drehe da ja am Rad, Digga. Jetzt mal eine kurze Schweigeminute für Hauswirt. Ja, Hauswirt ist ein bisschen sauer, aber oh, 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 oh. Wir haben schon spekuliert, wo die Braut hin ist. Wir haben schon gedacht, ihr habt die Amor Chilliard ausgesetzt und dreht jetzt eine neue Staffel von Braut vs. Wild. Nein, wir sind doch keine Unmenschen. Habt ihr Bock, Achterbahn zu fahren? Euer Achterbahn. Herr Hauswirt, ich steige mit Ihrer Frau und den oberkörperfreien Gentleman gerade in eine rosa Rakete. Oh nein, nein, nein. Hey, Ihre Frau fährt alleine mit den nackten Gentleman. Wo ist meine Frau, Digga? Ihre Frau hat gerade Spaß mit einem Fremden. Da kann ich wirklich nichts dran ändern. Ja, und ich werde nachher mit dir Spaß haben. Nein, ich kann nichts dafür. Sie ist einfach mit dem Fremden weg. Ey, wo ist meine Frau, Digga, Alter? Oh, komm her, komm her, komm mal. Deine Frau reitet gerade auf einer Rakete. Wie soll ich das denn beschreiben? Das brauchst du nicht beschreiben. Komm her, ich mach dich nackig. Von oben bis unten. Naja, die Männer sind nackig. Ich bin verletzt. Oh, ich glaube, deine Frau hat sich verletzt. Alter, ich schwöre, verletz dich mit meiner Frau. Und ein Haar meiner Frau. Naja, die rosa Rakete hat ihrer Frau ein Haar gekrümmt. Nicht ich. Du bist schuld. Nein, sie hätten besser auf ihre Frau aufpassen müssen. Das ist nicht mein Fehler. Ey, ich will jetzt meine Frau haben. Das ist sehr schnell. Naja, Hauswirt, ich ruf dich gleich wieder an, ja? Nein, du rufst den Ding gleich an. Er freut sich auf jeden Fall für dich. Und wünscht dir noch einen angenehmen Abend. Der kommt dann auch gleich dazu. Hat er gesagt? Ja, der ist ziemlich gut drauf. Also, ich glaube, der hat ein bisschen was getrunken. Ja. Der hat ein Alkoholproblem, hat er Ihnen wohl erzählt. Ich bin dafür, dass wir alle zusammen nochmal Autoscooter fahren. Ich bin raus. Ne, 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 du fährst mit, Lady. Oha, packen Sie die Knappe. Na los. Oh nein, Digga. Also, Frau Hauswirt wird gerade gesandwiched von vier unbekleideten Männern und einem Mann im Anzug. Wollen Sie mich veräppeln? Ne, das meine ich ernst. Die wird gerade in die Mangel genommen. Das sieht nicht so gut aus. Alter, wann bist du für ein Teil gespalten? Ich habe mit dir eine Rechnung auf, aber nicht meine Frau. Meine Frau hält zwar schon raus. Dann komm zu mir. Kommen Sie zum Pier. Und dann zeige ich Ihnen, was wir machen mit Ihrer Frau. Wir sind uns. Ich komme hin. Und dann mache ich auch Sie ein Sandwich. Und kommen Sie alleine. Sonst stirbt Ihre Frau. Kapiert? Nein, 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 nein. Hey, 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 hey. Wo willst du hin? Setz dich in den Autoscooter. Sofort. Das sieht doch gut aus. Ach, da hinten sind die. Oh, die sind gerade angekommen. Oh, 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 die Schwester. Die Schwester ist einfach aufs Feld gerannt. Haben Sie vorhin nicht die Frau des Geistes genommen? Ne, die Frau, die ist freiwillig mit mir. Das war ein Jungfernstreich. Schauen Sie. Das war alles so ein Streich. Wir haben die Frau entführt, um mit ihr Spaß zu haben auf dem Rummelplatz. Komm her! Komm her! Hey, hey, ach, da ist der Mann. Hey, hey, Herr Hauswirt. Hey, ruhig, ruhig. Nur die Ruhe. Nur, Herr... Herr Hauswirt, nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Das ist alles nur ein wilder Streich, Herr Hauswirt. Hey, 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 hey. Das ist nur ein wilder Streich gewesen. Ich setze mich einfach schnell in eine Attraktion rein. Dann können Sie mir nicht mehr wehtun. Ich haue in die Presse. Ich haue in die Presse. Oh nein. Sie können mir gar nichts. Aua, das war doch nur ein Spaß. Wir wollten doch nur Spaß mit Ihrer Frau haben. Herr Hauswirt, ich habe noch mal Spaß mit Ihrer Frau. Hauswirt, ich bin hier oben. Ich kann ihn jetzt zusammenschlagen. Kannst du ihm doch einfach sagen, dass das ein Scherz war. Das war alles geplant und abgesprochen. Ich bin voll verletzt. Verletzt? Von wem? Von mir? Ich habe dich nicht einmal gehauen. Von der Hauswirt. Dein eigener Mann hat dich verletzt. Wer haben die uns überhaupt gefunden? Ich habe ihm gesagt, dass wir am Pier sind. Warum sagst du ihm das? Um das aufzulösen. Das war nur ein Scherz. Ach so. Komm mal raus. Hauswirt. Hauswirt, das war nur ein Scherz. Wir haben meine Schwester in den Fuß geschossen. Nein, nein, ich habe daneben geschossen. Das war ein Scherz. Das kann ich ja nicht riechen. Alles easy, ja. Aber ich habe dir gesagt, ich habe noch mit dir eine Revanche offen. Kennen sie das nicht? An der Hochzeitsnacht wird die Braut entführt? Das ist doch gängig. Du kommst jetzt zur Feuerwaffe. Eins gegen eins mit einem Feuerwehrschlauch. Weiß ich nicht. Oh, oh. Meine Uhr, die sagt gerade, ich bin ganz spät dran. Ich muss da ganz dringend weg. Ja, der Sandmann kommt. Ich muss ganz dringend weg. Was soll das denn hier? Hallo. Wir haben das doch aufgeklärt. Hallo. Wo ist denn hier die Party? Warte, warte, warte. Weißt du, was das hier für ein Club ist? Was denn? Ja, guck dir mal die Startuhren an. Oh mein Gott. Es ist ein Puff. Das ist ein Gang Club. Ein Swinger Club. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das will. Oh, oh, oh. Es geht runter. Oh Gott. Mein Sohn, jetzt wirst du zum Mann. Endlich. Ich ahne Böses. Sieht schon cool aus hier unten. Also, not gonna lie. Da vorne. Oh mein Gott, was sehen wir in der Augen? Ach du Scheiße. Ach du. Ach du Scheiße. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich das tun will. Hör mir ganz genau zu. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, mein Sohn. Und du bist ein Mann. Das wird eskalieren. Stopp mal. Was machen die? Das wird doch eskalieren. Hallo, Ladies. Hi. Servus, Schwester Eva. Alles klar? Äh, Schwester Eva bin ich nicht. Was gibt es hier? Ja, aber du arbeitest doch im Puff. Oder nicht hier? Das ist kein Puff. Das ist mein Club. Und jetzt raus. Sind sie keine Nummer? Mein Freund, raus. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob wir hier eine Frau finden, die mit uns in die Kiste steigt. Ja, bei der Stimme, wer hat dich überhaupt reingelassen? Steigt eine von ihnen. Oh, 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 oh. Nein, Papa, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Oh mein Gott. Es tut mir leid, was ich getan habe. Wir haben doch gar keine Waffen. Ich wollte nur mich nicht tot schützen. Die Frau hat ihre eigene Mitarbeiterin umgebracht. Warum macht ihr das? Ein paar Sekunden später. Ihr dann schon wieder hier? Ich habe doch eben gesagt, dass ihr rausgehen sollt. Wir haben gehört, hier gibt es Nutzen. Nee, hier gibt es keine Nutzen. Du siehst aber aus wie eine Nutzen. Nee, hier gibt es einen Showtänzer, sorry. Doch, doch, du siehst wirklich aus wie eine Nutzen. Nein, hier gibt es nur Tänzerinnen. Hallo, was ist denn los mit euch? Machst du nicht 30 Euro für den Blase? Nein, gibt es am Unicorn. Nee, am Unicorn steht eine Dame. Die macht das gern. Wir fragen mal die anderen. Wir fragen mal die anderen. Wir suchen nur Frauen, die mit uns in die Kiste steigen. Ja, nee, gibt es nicht hier. Die gibt es hier nicht. Nein, die gibt es hier nicht. Nein, könnt ihr gerne fragen. Es sind alles Showladies. Keine Nutzen oder sonst was. So, Ruhe, Püppchen. Du hast Ende Pause. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Sag mal, wie redest du denn schon wieder mit mir? Die Pappen, du Dreckstern. Nee, nee, wie redest du denn schon wieder mit mir? Grüß Sie, Mädels. Hallöchen. Und zwar bin ich mit meinem Sohn heute unterwegs. Wir machen einen Vater-Sohn-Tag. Hallo, ich bin der Sohn. Genau, das ist der Sohn. Und wir haben einen Ausflug geplant ins Puff. Ja, deswegen sind wir hier hingekommen. Aber wir sind kein Puff. Wir sind Table Dance Bar. Okay, aber ihr seht alles aus wie Nussen. Wie, wir sehen aus wie Nussen? Ja, also du siehst am meisten aus wie Nussen. Muss ich schon ehrlich sagen mit deinem Komis. Also ich entscheide dich doch mal. Leise jetzt, Ruhe. Also ich bin keine, also ich bin keine, also ich bin definitiv keine Nuss. Wer hat denn hier die Waschmaschinen aufgemacht, eigentlich? Oh Mann, jetzt geh doch endlich raus, verpiss dich. Wer hat denn hier eine Waschmaschine geordert? Warum sind die die ganze Zeit nur Waschmaschinen geräuscht? Sag mal. Ohne Witz. Wow, 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 wow. Nimm die Waffe bitte weg. Raus jetzt. Papa, der Mann hat eine Waffe. Ich bin kein Mann, ich bin eine Frau und jetzt raus. Ist wirklich, du hörst dich aber an wie ein Mann. Ja, raus jetzt. Warte, warte, warte. Warum schreist du denn so? Weil ich Bock hab. Hast du was dagegen an? Ich schreibe, wie ich will. Oh, wow, 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 wow. Die ist aggressiv. Papa, schnell, schnell, Papa. Lauf, lauf, lauf. Raus. Lauf schneller, lauf schneller. Nein, ich laufe doch. Der Mann ist aggressiv. Der Mann ist schwer aggressiv. Steck doch bitte das Messer weg. Wir haben dir nichts getan. Doch, doch. Raus jetzt. Wie weit denn noch? Wie weit willst du uns denn noch verfolgen? Wir steigen in unsere Kiste. Ja, besser ist. Tschüss. Tschüss. Wir kommen bestimmt nicht wieder. Warte, willst du sehen, was in unserer Kiste ist? Nee, möchte ich nicht. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Wunderbar. ...den gefangen hab. Nee, das ist mir scheißegal, Alter. Sie sind gegen meine Karre gefahren, Alter. Was ist denn bei Ihnen kaputt? Herr Nagai, ich werde Sie freilassen. Bitte gehen Sie nun. Arbeiten Sie weiter. Das ist mir scheißegal. Sie sind gegen meine Karre gefahren. Wissen Sie was? Also so reden Sie nicht mit mir. Nee, wegen Sie bestimmt nicht. Wer soll gegen Ihre Karre gefahren sein? Ist das nicht Ihr Auto hier, der BMW? Nein. Wem gehört die Karre denn hier? Was soll der gemacht haben? Der ist gegen Ihre Karre gefahren? Ja, gegen mein Auto hier. Warum? Oh, oh nein. Das macht die fein. Das macht die echt fein, Alter. Das ist zu lumpig, Alter. Oh nein. Zu lumpig. Ja, genau. Alles klar. Ich muss Sie einmal festnehmen, leider. Sie machen mir einen sehr kriminellen Eindruck. Sie machen mir einen kriminellen Eindruck. Nee, ich denke... Jetzt nehmen Sie mir die scheiß Halbschäle ab, Alter. Entspannen Sie sich mal lieber. Wir werden Sie jetzt schön mitnehmen. Wofür? Also so respektlos habe ich ja lange nicht mehr erlebt. Respektlos? Sie haben gerade den Kriminellen laufen lassen. Was ist das denn? Mein Gott, was ist das für eine hässliche Karte, was Sie da haben? Hallo, was soll die Scheiße? Hallo, jetzt ist es doch gut, ne? Ich möchte Ihnen gerne einmal Ihren Dienstausweis. Hm, ich denke, das müssen wir nicht mehr. Gut, dann will ich Ihre Dienste machen. Das werde ich Ihnen nicht geben. Das müssen Sie leider. Weil ich will mich beschweren gehen. Sie kriegen mehr Haftanheiten. Ganz einfach. Was ist das denn? Kriminelleinsteiger oder was? So respektloses Verhalten lang nicht mehr erlebt. Respektlos sind es seid ihr ja. Wow. Also Sie werden noch Ihr blaues Wunder erleben. Warum? Wir sind das Gesetz nicht, Sie. Das merkt man. Ihr seid bestimmt nicht das Gesetz. Du verhalts sich kein Beamter. Also beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich erstmal. Naja, man merkt das ja eigentlich, oder? Beruhigen Sie sich erstmal. Steigen Sie mal. Nein, beruhigen Sie sich mal kurz. Steigen Sie erstmal kurz aus und geben Sie mir mal Ihren Ausweis, ja? Damit wir überhaupt wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wie soll ich denn Ihren Aus... Wie soll ich... Nein, jetzt mal stopp. Wie soll ich denn Ihren Aus... Mein Ausweis... Also, Jerome Nays. Genau. Würden Sie vielleicht kurz die Maske abnehmen? Ich helfe Ihnen mal. Achso, Sie fragen mich, ob ich meine Maske abnehmen kann. Aber Sie nehmen sie mir ab. Hä, wie soll das funktionieren, Digga? Haben Sie irgendwelche illegalen Gegenstände bei sich? Können mich gerne durchsuchen. Ich habe keine illegalen Gegenstände. Herr Kollege, durchsuchen Sie den einmal, bitte. Hm, werde ich tun. Na, kommen Sie mal her. Komm nicht, ich bleib hier stehen. Sind Sie bitte ruhig jetzt. Benehmen Sie sich. So schlecht, Alter. So schlecht, ey. Ihr seid keine Beamten, Alter. Ich klebe Ihnen gleich den Mund zu, wenn Sie weiterhin so freche Aussagen tätigen. Er hat scheinbar seine ganze Illegalität in seinem Auto verbrachtet. Ja, genau. Hör mal, haben Sie irgendwie Lack gesoffen heute oder was? Sie dürfen da nicht reinschauen ohne einen deftigen Grund. Wir gucken da jetzt mal rein. Sie haben keinen deftigen Grund, mein Auto zu schauen. Wir gucken mal da rein. Ach, du heilige Scheiße. Herr Kollege, sehen Sie das? Oh, weia. Das sind zwölf Jahre Haft. Meine Herren. Also, da haben wir ja direkt den richtigen erwischt, du. Wer hat Ihnen eigentlich erlaubt, so viele illegale Gegenstände mitzuschleppen? Haben Sie irgendwie Lack gesoffen oder was? Ich glaube, Sie haben so viel Bräunungscreme gesoffen. Äh, das haben Sie wohl. Nun, reden Sie nicht so respektlos mit meinem Kollegen, okay? Respektlos, Digga. Respektlos ist anders, mein Freund. Möchten Sie ihm die Rechte vorlesen? Ja, würde ich gerne tun. Alles, was ich sagen kann und wird vor Gericht gegenseitig bewertet werden. Sie hat dann das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie keinen haben? Später. Haben Sie das soweit verstanden? Ich habe Kopfschmerzen. Ja, das haben wir festgestellt. Nur zur Info. Nur zur Info. Es ist nicht gelogen. Geht es Ihnen besser jetzt? Es wird jetzt langsam, ja? Okay, können wir weiterfahren? Jetzt können Sie weiterfahren. Wunderbar, haben Sie Ihre Rechte verstanden, der Herr? Nö. Wie soll ich Sie nochmal vorlesen? Ja, bitte. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen... Ein paar Sekunden später. Ihm blühen gerade zwölf Jahre Haft. Haben Sie das schon mal mitbekommen? Ich glaube, er hat Kopfschmerzen. Zwölf Jahre Haft wegen was? Für illegalen Drogen besetzt und Waffenschmuggel. Illegale Waffen? Wo? Haben wir gerade in Ihrem Kofferraum alles voll. Sag mal, was ist denn hier los? Guck mal, wir stehen jetzt hier mitten auf dem Highway. Ja, genau. Stecken Sie mich mal Waffen zu. Ist richtig. Würden Sie den Kollegen noch einmal durchsuchen? Ich durchsuche ihn gerne noch einmal. Genau. Alter. Direkt in der Akte festhalten und macht die Bodycam an. Ach du Schreck. Ach nein. Vom FIB. Das kommt jetzt ziehe ich aber mal sofort. Nehm mir das doch weg. Du bist doch ein Vollidiot, Junge. Wie behindert seid ihr denn? Also so schlecht. Habe ich noch nie gesehen. So schlecht, das zu machen. Bitte beruhigen Sie sich. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Dein Wasser kannst du denn bald überhalten? Äh, Moment. Ich glaube, ich habe nur in Ihre linke Hosentasche geguckt. Könnte ja sein, dass Sie noch etwas in Ihrer rechten Hosentasche haben. Ja, mein Arsch. Kleinen Moment, ja? Warte mal ganz kurz. Ja, genau. Die Bodycam läuft. Die Bodycam läuft. Ey, ihr seid so dullig schnell. Ach du schwere Schrotflinte, der Herr. Ist das Ihr Ernst? So schlecht, Alter. Wie kann man mir denn Waffen zu stecken und dann denken, man, äh, ich habe Waffen dabei? Wir haben Ihnen gar nichts zugesteckt. Wir können nichts dafür, dass Sie hier illegale Gegenstände und vor allem Waffen mitschleppen. Das ist nicht unser Problem. Wir sind die Gesetzeshüter, ja? Das sind lizenzierte Waffen vom FIB-Kollege. Die hat er bestimmt umgebracht vorher. Genau, Alter. Das ist so schlecht. So schlecht. Herr Lauterbach, das wird so krachen bei uns. Die Beförderung rieche ich schon. Ja, ich rieche die Beförderung auch. Ihr habt mir Waffen zugesteckt, Alter. Ohne Emotion, ohne alles da. Also bitte. Geht andere einen auf den Keks gehen, aber nicht mich, Alter. Ich habe keine Zeit für so einen Schein. Das ist eine absolute Frechheit. Ja. Eine Frechheit? Ja, finde ich auch. Haben Sie irgendetwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Vielleicht sollten wir nochmal einen Drogentest machen bei dem Herrn. Einmal bitte geradeaus in die Richtung laufen. So, jetzt geradeaus loben. Sag mal, was taugeln Sie denn so? Wollen Sie uns jetzt hier wirklich verkackern? Nicht nur alkoholisiert am Steuer, auch noch respektlos gegenüber Beamten und schweren Waffen. Also, wow. Ich glaube, tagt bei dem Kollegen. Sie haben ja nicht mal alle Tassen im Schrank. Komm, wir schauen mal gerade hier vorbei. Ich habe nämlich eine Vermutung, dass dieses Haus gerade ausgeraubt wird. Kann das etwa sein? Von wem? Von wem? Ja, von einem Menschen mit einer Brechstange. Warum ist das Haus jetzt aufgehebelt? Was haben Sie gemacht? Ich habe eine Frage, Habe ich. Wie soll ich das Haus aufbrechen, wenn ich in Handschellen bin? Mal so eine Frage. Was ist das für Fail hier? Warum haben Sie lizenzierte Waffen vom FIB dabei? Das ist auch eine gute Frage, oder? Warum stecken Sie mir die zu? Wir haben ihm gar nichts zugesteckt. Sie haben wahrscheinlich FABler umgebracht. Und da haben Sie die Waffen her. Ja, genau, Alter. Ich habe noch nicht mal was dabei, Alter. Dann soll ich jetzt noch ein FIBler, wie soll ich den denn umgebracht haben? Mal so eine Frage. Ah, genau. Genau. Irgendwann später. Was ist denn das hier? Da haben wir ihn auf frischer Tat ertappt, wie er gerade diese Wohnung ausrauben wollte. Ich fass es nicht. Ist das Ihr Ernst? Denken Sie wirklich, Sie haben es hier mit Idioten zu tun? Ist Ihnen das nicht unangenehm? Warte, ich mache mal einen Globalen draußen vor der Tür. Kommen Sie mal her, hier. Alles weiter, Dr. Trolli hier. Wir haben ihn auf frischer Tat ertappt. Er wollte gerade in diese Wohnung einbrechen. Ganz böser Junge. Ja, wir haben ihn auch schon soweit abgesucht und abgetastet. Ist der, glaube ich, Code 4? Soweit Code 4. Sie müssten den tatsächlich mitschleppen und ins Gefängnis bringen. Was bekommt der? Der bekommt Einbruch und illegaler Waffenbesitz. Gut, machen wir. Wir nehmen ihn mit, ja? Alles klar, vielen Dank. Wir fahren dann. Eine Menü. So, hallo? Man verpasst mich, Junge. Die Kollegen einmal, ich glaube, der hat mal eine Waffe genommen. Eine Waffe fehlt mir. Ja, genau. Genau, Handschellen an und ich soll Ihre Waffe geklaut haben. Genau, perfekt. Alter, wie wohl ist das denn, bitte? Ich glaube, meine hat er auch genommen. Genau. Ach komm, hört doch auf. Bitte beruhigen Sie sich da her. Ich brauche mal eine Waffe, wenn er sie hat. Ein fucking Scheiße hier, Alter, mit euch. Beruhigen Sie sich bitte einmal. Er hat auf jeden Fall eine FIB-Sprut für Sie dabei. Das ist meine Waffe. Die hat er geklaut. Welche Waffe? Meine schwere Frutte, die du mir geklaut hast. Genau. Ich habe dir eine Waffe geklaut. Ja, dann wie soll ich die deine wiedergeben? Die Herren sind vom FIB und die schwere Frutte war vom FIB. Also das könnte schon übereinstimmen. Also für die Officer-Kollegen, dieser Herr hat sich die ganze Zeit komisch verhalten. Sie sollten auf jeden Fall einen Drogentest machen. Nicht nur das, er hat die ganze Zeit beleidigt und war respektlos uns gegenüber. Getaumelt ist er auch. Alkoholtest hat er auch nicht bestanden. Also so wie der getaubelt ist, ist wirklich... Gar nichts getrunken. Gar nichts. Wir haben Alkoholflaschen bei ihm gefunden im Auto. Das steht auch noch in der Wüste. Tja, Jerome, so schnell kann es gehen. Nächstes Mal musst du dir besser überlegen, wem du die Waffen klaust. Genau, fünf Freunde wegen Einbruch. F***t euch doch, ihr Affenkinder. Ey, bitte. Ihr Respekt. Ich brauche jetzt. Mit dir rede ich nicht. Bitte beruhigen Sie sich doch mal. Und die fangen weiter, Alter, als Mock. Bitte, warum schreien Sie denn so? Das ist doch unangenehm schon. Du bist unangenehm. Weil deine Stimme scheiße f***t. Ab ins Kitchen, Jerome. Ab ins Kitchen. So, direkt die erste Zelle. Schön warm. Hallo. Können Sie mich hören? Hallo. Ich will auf den Hof. Nie wieder, Jerome. Nie wieder. Wie sterben, Junge, Alter. Und überdenken Sie bitte ihr respektloses Verhalten uns gegenüber. Nee, sicherlich nicht, Alter. Nicht bei euch beiden fummeln, Alter. Also so wie du mit uns redest... Ach komm, die dein Arbeiten machen, Alter. Die die anderen auf den Sack, aber nicht mit, Alter. Hallo. Ich möchte auf den Hof. Können Sie mich rauslassen. Das ist wirklich, also sowas... Nur erbärmlich, wie ihr das macht, ne? Ist schon erbärmlich. Sie nennen uns erbärmlich. Und das als effabiler, ne? Was Sie machen, ist erbärmlich. Wir sind effabiler. Sie sind ein drogenabhängiger Junkie. Ja, genau. So, können Sie mich jetzt mal rauslassen. Ich will auf den Hof. Ich will auf den Hof. Meine Fresse, Alter. Ihr seid so erbärmlich, Alter. Bitte entspannen Sie sich langsam mal. Ja, dann hau sie doch einfach ab. Dann kann ich mich auch entspannen. Wir werden uns jetzt... Naja, komm, geh weiter, Junge. Ich darf so viel schreien, wie ich will, Alter. Und du hast dein Maul, Alter. Mit dir geredet keiner. Einmal tasern, bitte. Einmal tasern. Schocktherapie nennt man das. Wenn ich euch sehe, Alter. Ich mach euch kalt, Alter. Kalt mach ich euch. Wie war das? Ist das eine Morddrohung? Das ist eine Morddrohung diesmal, Alter. Das ist echt ein Scheiß, Alter. Das ist doch... Verpiss dich auf meine Zelle, Alter. Einmal bitte umdrehen. Ja, das ist ja meine Zelle hier, oder? Nee, das ist im Prinzip die Zelle von dem SG. Ja, Moment. Momentan wird ich ja hier drin... Das ist meine Zelle. Herr Lauterbach, wissen Sie, warum der Typ so doll weint? Ich glaub, das liegt an seinem Auto. Das steht ja noch in der Wüste. Ich glaub, wir sollten das auch auf jeden Fall nochmal abschleppen lassen. Und das auch nochmal in der Akte vermerken lassen. Müssten wir uns auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, ja. Noch ein Stück, noch ein Stück, so ist gut, noch ein Stück, ja. Ich kenn da drüber einen wundervollen See, wenn sie den meinen. Das war genau meine Idee. Schade. Helikopter, Heli. Hallo? Hallo? Das ist... Das ist der. Hey, was hält das? Ich kenn den. Ich kenn den. Ich blende euch den Clip ein, woher ich den kenne. Soll ich mal den Boss anrufen da? Ja, der Engel. Was? Was hab ich scheisse gemacht? Ich bin da am Dönern, siehst du das nicht? Einen Döner? Ja, ja. Was schnurrst du, Mann? Habe ich dir gesagt, die Hände hoch, oder was? Ich mache meine Hände hoch, okay? Lass mich raus, Mann. Hast du gesagt, ich soll meine Hände hochmachen? Hallo? Ja, was soll das, Mann? Was raumst du meinen Helikopter weg? Sorry, hey, 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 chill mal. Hallo? Du f*** dich, Mann, ey. F*** dich. F*** dich, Mann, ey. Was raumst du meinen Helikopter, Mann? Ey, was soll das, Mann? Bist du Engel, oder was? Wieso raumst du meinen Helikopter? Ich habe den nicht gesehen das erste Mal. Das wollte ich dir erklären, aber dann hast du geschossen. Ja, willst du mich verarschen, oder was? Soll ich dich irgendwo hin mitnehmen? Ah ja, er hat ja noch sein Mini-Auto. Okay. Das Big Bobby Car Pepper Pick für nur 34,99. Zum Glück habe ich einen Motorblocker dabei. Ey, was soll das? Hallo? Kollege, was soll das? Ja, bitte. Kann ich Ihnen helfen? Wieso tust du mein Auto blockieren? Das war ich nicht. Das war der da. Ei, ei, ei. Okay, ciao. Jo, ciao. 20 Minuten später. Da fährt der Drogendealer. Schnell zum Helikopter. Schnell, schnell. Hoppla. Soll... Ja, hallo? Ja, hallo? Was soll das? Was soll was? Ja, in meinen Helikopter reinfahren. Ich habe den nicht gesehen. Ich wollte selber ein Flugzeug ausparken. Ja, willst du mich verarschen, oder was? Wie bitte? Willst du mich verarschen? Ich kann dich nicht verstehen, hallo? Oh, oh, hallo, hallo, hallo. Kannst du auch Deutsch sprechen, oder? Du verstehe, ey, du, warum du meine Autos reinrammen, du. Ja, es war unsichtbar, wie schon gesagt, vorhin auch. Ja, ja, ich bin auch unsichtbar. Du lustiger Vogel. Ja, jetzt, Polkies, nochmal, wenn du nochmal reinramst. Dann gibt es auch die Nüsse, gell? Und tschüss. Hast du vielleicht ein Stück Schokolade für mich? Was für Schokolade? Ricola kann ich geben. Willst du eine Ricola? Ah, Ricola, ja klar, gerne. Ja, willst du mich verarschen, oder? Nein, ich wollte ein Flugzeug ausparken, also wirklich jetzt. Ja, ja, bevor sie mit dem Auto in mich rein. Wie schon gesagt, zwar am Versehen. Ich sehe das Ding immer noch nicht. Ja, ja, ich sehe dich jetzt auch gleich nicht mehr. Und tschüss, hallo. Nochmal, Raman, dann rufe ich den Engel. Und tschüss. Sorry, ich habe dich nicht gesehen. Tut mir leid. Alles gut, das kann schon mal passieren. Ich fahre jetzt, ne? Ciao, ciao. Ein paar Sekunden später. Hallo, ist alles okay? Sir, hallo? Sir, hallo? Sir, was machen Sie gerade? Hallo? Ja, hallo, ich schreibe im Engel, Mann. Wen, wem schreiben Sie? Im Himmel. Sie sind im Himmel? Nein, ich schreibe im Himmel. Sie schreiben im Himmel? Ich schreibe im Big Boss. Wem? Sie räumen mich den ganzen Tag mein Helikopter. Das muss doch nicht sein, bitte. Servus. Nein, 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 ey, das ist alles cool. Du hast ein Ticket gemacht. Ja, der räumt mich den ganzen Tag mein Helikopter weg, wenn ich ihn ausparken. Ey, das war ein Versehen, ich habe den nicht gesehen. Der war unsichtbar. Ich hol den Herrn jetzt mal mit und dann lege ich ein ernstes Wort mit ihm, dann wird es auch Konsequenznamen wahrscheinlich RJ. Ich wünsche dir was, die Person mal hier mit. Oh, das muss doch nicht sein. Mach ruhig deinen RP weiter. Okay. Es tut mir wirklich leid, okay? Ciao. Nein, bitte. Oh, globaler. Oh, nein. Wollen wir scheppern? Oh, nein. Oh, oh, was ist Halos? Setzen Sie denn bitte jetzt rein. Ja, lauter, aber, äh, was soll ich jetzt machen mit dem... Ey, kriminelles Arschloch. Ey, ey, hallo, 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 was machst du? Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor ihre Schienese verwendet werden. Hallo. Ey, nerv mich doch nicht. Ich kenne meine Rechte. Was machst du da? Haben sie ihre Rechte verstanden? Ja, hallo. Super, super, super. Ganz, ganz toll. Bleib doch mal stehen. Lack. Gib dir gleich Schlack, Freundchen. So redest du mit mir, Nette. Hallo, ich habe doch nichts gemacht, du kleiner Schwanz, du. So kannst du mit deiner Mutter reden, aber nicht mit mir. Deine Tante gibt es Schwanz, du Bastard. So kannst du mit deiner Mutter reden, ja, aber nicht mit mir. Hast du kapiert? Hallo. 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 Du bist beschuldigt deiner Straftat. Was für eine Straftat? Ich werde dich so vertäuschen. Wat? Lass mich frei. Wat? Lass mich frei. Wat? Lass mich doch frei, was nervst du so, hä? Ich kann dich nicht hören, sorry. Lack, lass mich doch los jetzt. Lack, Lack, wat für Lack? Ich gebe dir gleich Schlack. Lack, holen, färfst du mich, du dreckiger Bastard, du? Reden sie bitte nicht so mit mir. So können sie zu Hause mit ihrer Mutter reden, aber nicht mit mir. Lack, wie redest du mit mir, du dreckiger Bastard, du? Wie redest du mit mir, du dreckiger? Halt deine Fresse, bevor ich deine Schwester ficke, du dummer Bastard, du. Ich ficke deine Oma, die dreckige... Meine Schwester ist tot. Dann mach ich dir noch eine Schwester, du dreckiger Bastard. Ich ficke deine Oma, du Jure. Ey, nix gegen meine Oma. Kleiner Bastard, ich ficke deine Oma. Deine dreckige Schlampen-Oma. Deine dreckige russische Oma. Deine dreckige Nazi-Oma. Wie beim Zweiten Weltkrieg dabei war, du dummer Bastard. Du lässt meine Oma aus dem Spiel. Hast du verstanden? Ich ficke deine Oma. Junge, sind das seine Freunde? Der hat seine Freunde gerufen über Discord. Oh mein Gott, guck dir das an. Wie sind ihre Freunde jetzt hier hingekommen? Halt deine Fresse, du dummer Bastard. Hey, wie sind die hier hingekommen? Kannst du das erklären? Aussteigen oder erstöte dich. Oh mein Gott. Aussteigen. Ah, der ist irgendwie AFK. Guck mal, ich kann ihn nicht festnehmen. Der zielt auch in die falsche Richtung. Ah ja. Wie sind sie hier hingekommen? Können sie mir das verraten? Na ja, eine Sekunde, ich kann ihnen alles erklären. Gucken sie mal. Ah, ah, ah. Wollen sie noch ein bisschen mehr über Discord funken? Halt deine Fresse, du dummer Bastard. Alles klar. Ist ja lächerlich. Halt deine Fresse. Redest du mit mir, du dummer Bastard? Deine Oma. Deine Oma, die fette Schlampe. Deine Oma, die fette Schlampe. Dein fetter Opa, der Nazi. Der fette Bastard. Dein Opa. Dein Opa. Deine Oma. Du fetter Rentner, du. Du fetter Rentner mit narzisstischer Krankheit, du kleiner Bastard. Das hört nicht auf. Er hört einfach nicht auf. Was nervst du so? Lass mich doch ein. Bevor ich deine Tante wegkomme. Nee, nee, ich hab den richtigen hier im Auto sitze. Ich fick deine fette Oma. Ich hab doch noch nicht mal was gemacht. Naja, ihr Mundwerk ist ziemlich dreckig. Lack, lass mich los. Wie bitte? Lass mich doch los. Ich konnte sie eben nicht hören. Lass mich doch los, du dummer Bastard. Ich konsumiere deine fette Oma. Ich rauche deine Omas Asche. Nee, nee, ich glaube, ich hab den richtigen im Auto. Ich hab den richtigen Jungs. Ja, ja, du hast den richtigen. Ja, ja, ich bin dein Opa. 10-4. Ja, ist mir egal, 10-4, du Schwanz. 10-7 soll in deine Oma rein, die Schlampe. Kannst du mich nicht einfach bitte freilassen? Nein, sie haben meine ganze Familie beleidigt. Du hast doch angefangen. Du hast mit meinen Eltern angefangen, hä? Bitte. Ich hab gesagt, sie können mit ihrer Mutter so reden, aber nicht mit mir. Das hab ich ihr sagt. Trotzdem ist das Eltern-Erwähnung. Daraufhin wollten sie meine Oma in einer Pfeife rauchen, ja? Ja, will ich auch. Ja, dachte ich mir schon. Wem wollen sie hier was erzählen? Halten sie einfach den Rand nächstes Mal und benehmen sie sich ein bisschen mehr und beleidigen sie nicht direkt. Ja, lass mich frei. Lass mich frei. Nein. Ich benehme mich nix mal. Lass mich frei. Nein. Lass mich doch einfach frei. Hey, was nervst du mich so? Nein. Ich quitte diesen verfickten Staat wegen dir. Mach doch. Lass mich doch einfach frei. Nein, du Wicht. Lack, warum fährst du mich zur Mine? Willst du mich vergewaltigen? Kommen sie mit in die Mine. Warum laufe ich wie so ein komischer? Warum laufe ich so komisch? Schneller. Schneller. Lack, deine Tante macht schneller. Was für meine Tante. So stört deine Tante, wenn ich die wegficke. Wollen sie die jetzt auch in einer Pfeife rauchen? So wie meine Oma. Lack, was bist du für eine MPC? So, hier ist Endstation. Ich wünsche ihnen einen schönen, angenehmen Resttag. Hey, du Bastard. Schönen Tag noch. Hä, bist du behindert? Er kann halt nicht rennen. Er muss gehen. Das Lustige ist, ich glaube, wir waren weit genug drinnen. Wenn man weit genug in die Mine reingeht, dann respawnt das Holz vorne. Das heißt, er steckt für immer und ewig fest und ich kann einfach raus. Also, ich hoffe. Jetzt mal ernsthaft. Ich renne richtig komisch. Wrinkle, die Dongle, die Ding Dong. Oh nein, das Holz ist nicht... Doch, doch, es ist respawnt. Die goldenen Zeiten. So, ich habe da noch einen Stuhl im Inventar. Genau. Einen Stuhl muss ich jetzt nur platzieren. Reinsetzen. Und ich bin draußen. Oh Mann. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur warten und hoffen, dass er vielleicht wiederkommt. Aber so wie ich ihn kenne, ruft er über Discord gerade seine Freunde. Und gleich kommen hier drei Motorradfahrer angefahren und bringen mich einfach um. Also, ich hoffe natürlich, es passiert nicht. Aber höchstwahrscheinlich wird es passieren. Wir warten mal. Irgendwann später. Ich habe irgendwas gehört hier. Ist hier jemand über mir oder so? Ja. Da kommt wer. Oh mein Gott, nein. Ich habe es gecallt, ne? Du kleiner Hund. Nimm nie wieder meine Freunde. Das ist kleiner Rindner. Digga, ey. Oh, das war sogar sein Dritthausleiß, das Drittland. Liegt der da hinten tot? Warum ist der tot? Weil der Typ ihn erschossen hat. Der hat ihn erschossen? Warte, warte. Dann muss ich da mal kurz reingehen. Das kriege ich ja zum Glück selber hin. Wir haben ja hier unsere Stuhlmechanik. Sehr weit verbreitet im Westen. Sag, um Gottes Willen, was soll das denn? Was sind das? Sie können doch nicht einfach hier. Das geht nicht. Ne. Ne, 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 ne. Ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen, Kollege. Ich mach das. Jedet Ihnen besser. Ey, du dummer Bastard. Was nervst du mich so? Jedet Ihnen jetzt besser? Mir geht das besser. Nervt mich doch einmal nicht. Mach doch die Hand schnell weg. Geben Sie mir mal bitte den Revolver. Der ist, äh, illegal. Ich lobt er. Oh, ich lobt da jetzt sehr viel Illegales. Ne? Das nehme ich mal alles an mich. Ja, da steht er nun. Verzweifelt weitere Discord-Freunde am Rufen. Ich hab so langsam aber auch wirklich das Gefühl, das sind alles dieselben Personen. So diese Art von Mensch, das ist immer derselbe Mensch. Die werden in irgendeinem kleinen Labor in Vancouver auf Masse gezüchtet und dann langsam einzeln in die Welt freigesetzt. Die verhalten sich alle gleich. Ich werd jetzt hier einfach sitzen bleiben und vor lauter Wut und Hass wird er gleich hier vorne ans Tor kommen und mich weiter anschreien. Und weiterhin sagen, wie sehr er doch meine Mutter, meine Oma, meinen Vater, meinen Opa, meine Tante, meinen Onkel und alle drumherum hasst. Und deren Asche rauchen wird. Hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, guck mal, fühlst du dich lustig, dummer Buster? Ich hab's vorher gesehen. Ich hab einen Grill aufgestellt für sie. Dann können sie auch meine Oma endlich grillen. Was ist mit dir? Du bist nicht lustig. Wie ist dein Name auf Twitch? Sag mir jetzt. Wie bitte? Wie heißt du auf Twitch? Was ist Twitch? Deine Oma ist Twitch. Deine fette, eklige Schwester. Also wollen sie jetzt den Grill benutzen, um meine Oma zu grillen? Oder haben sie sich das doch anders überlegt? Die wurde schon gegrillt. Die ist schon Asche. Die ist schon Asche. Was nervst du mich? Kann ich ihnen was anbieten? Ein Burger und eine Forelle. Ah, ein Lagerfeuer. Das kann ich dem unter die Füße legen, dann verbrennt er. Äh, ich glaube, sie stehen im Feuer. Simon, du Schwanz, du dummer Bastard. Simon Sauler, du dummer Schwanz. Du bist so dumm. Und solche Ruchensohle, hörst du dich auf diesen verfickten Server? Simon? Du Ruchensohn. Wer ist Simon? Du Ruchensohn. Dein Vater ist Simon, du Ruchensohn. Deine Toten. Hallo. Dein Vater. Hallo. Deine Schlampenmutter. Hallo, reicht doch jetzt. Simon Sauler, du bist der dummste Admin auf dieser Welt, du dummer Bastard. Ach, so heißt mein Admin. Oh. Mein Kollege wurde wegen dir geballt. Hier ist nicht mal statt, du Schwanz. Du dummer Schwanz. Ach, meinen Sie den, der eben hier einfach aufgetaucht ist? Aus dem Nichts und mich einfach so erschauce hat? Ja, aus dem Nichts. Wegen Metagaming ist der Alcon. Und jetzt? Ja, also geben Sie das ja zu. Deine Toten. Nee. Deine ekligen Schlampentoten. Hallo. Ja. Es reicht doch. Hier drauf brate ich dir die dummen Bar. Mach mir Handschuhe weg. Junger Mann, et genügt. Et reicht. Zügel, dein dreckiges Mundwerk. Damit kannst du dich beglücken und vielleicht deine Frau. Aber nit mich. Ich beglücke deine Mutter mit meinem fetten Schwanz. Ich zerreiße ihre Beine so fett. Soll ich in den Grill da reinstellen? Ey, du kleiner Hupfrensohn. Du Schlampensohn. Ich brate deine Toten auf diesen Grill, den du auf mich getan hast. Guck, auf diesen Grill, du Schlampensohn. Du dreckiger Bastard, Simon Sauler. Soll ich in den Grill jetzt da reinstellen? Ja, Dylan Markowitsch, fick deine Mutter. Oh. Scheiße, Mann. Das war selbst im Admin zu viel. Oh, Mann. Naja, dann fahre ich einfach mal wieder in die Stadt. Oh, oh, oh. Wait till you see them. Hallo? Ja, moin, guten Tag, Milano. Ich wurde vor einem Jahr gebannt. Kannst du mich vielleicht entbannen? Nein. Warum? Ich möchte mich einfach selber entbannen. Ich wurde vor einem Jahr gebannt. Ich glaube, der Admin, den gibt es nicht mal mehr. Nee, er muss anders unterschreiben. Ich kann nichts mehr machen. Natürlich kannst du. Nee, aber darf man nicht. Okay, du bist auch Test-Supporter. Vielleicht kann er halt so ein normaler Supporter. Ja, du kannst gerne mit denen reden, wenn du willst. Also sie haben ja das gleiche Sachen, aber wenn du willst. Move mal. Ricardo. Was? Mein bester Freund. Ricardo, mein bester Freund. Ich wurde vor einem Jahr gebannt. Ja. Kannst du mich vielleicht entbannen? Nee. Warum? Wegen was? Steht hier nicht. Ich stehe hier nicht. Hier steht nur Ablauf permanent. Ich kann um die und um die lassen. Nee, das kann nicht sein. Ja, aber sicher hier. Nee, das kann nicht stimmen. Oh, kannst du es ja gerne mal versuchen, ein Ticket aufzumachen und mit einem Bandleerat oder sagen wir mal zuhause. Ein paar Sekunden später. Hm, scheint wohl doch zu funktionieren, hä? Muss ich vielleicht doch nicht mit einem Bannmanager sprechen, wa? Freier Platz. Oh, Charakter erstellen. Mensch. Ich dachte schon, ich bin gebannt für den Rest meines Lebens hier. Und muss mit einstehen fünf Mann. Die ignorieren mich. Was soll ich denn machen? Ja, ja, machen wir. Oh, ich würde mich gern bewerben bei Ihnen. Ja, ja, doch. Dann stellen Sie sich da hin. Ja, ja, stellen Sie sich da hin. Super, super. Ja, das ist toll. Das ist super toll. Kann es sein, dass Sie sich da irgendwas implantiert haben, um Ihre Stimme zu verändern? Ja, ich habe geraucht. Ich habe drei Jahre lang geraucht. Ja. Haben Sie mich überhaupt geschlagen? Das ist jeder, Janis. Das ist jeder. Ja, wir müssen Sie sofort rausschmeißen. Warum? Ey, das hat dir wieder eine Schelle gegeben, Officer. Oh, sei mal leise, du Pätze. Unangenehm, du Pätze. Mit deinem Voicemod, Jürgen. Geh weg mit deinem Voicemod. Geh du doch weg. Geh zu deiner Mutter heulen. Ich will hier nicht nochmal auf Mutter hören, kapiert? Das habe ich zu Ihnen die ganzen Raum geholfen. Ja, da sind Stimmfahrzerre überhaupt da. Du, du hast die ganze Zeit Stimmfahrzerre an. Hör ich nochmal, Mutter gibt's ein Perma. Deswegen bitte vernünftig reden. Ja, Sie könnten auch vernünftig reden. Digga, er hat die ganze Zeit Stimmfahrzerre an, ne? Ja, hat der. Darf ich nicht? Nee, darfst du nicht. Nein, mach den aus. Warum? Das steht nicht im Regelwerk, hallo. Mach Stimmfahrzerre aus. Wieso? Das steht doch nicht im Regelwerk. Man darf keinen Stimmfahrzerre im RP haben. Sag ich dir jetzt so. Aber das steht nicht im Regelwerk. Ja, aber wenn ein Supporter das zu dir sagt, dann ist es nochmal besser. Aber warum? Aus welchem Grund denn? Ist das RP geschädigt dadurch, oder? Wie, warum? Ist das RP geschädigt? Ja, ist es. Nee, ich finde, meine Stimme ist ganz gut so. Also, ich würde die gern behalten. Nein. Warum? Ich sag's jetzt zu dir, also mach's dir einfach, ne? Also soll ich die jetzt ändern? Digga, der hat mich einfach für 30 Minuten in Admin-Jail gepackt. Nummer 1, niemand stoppt uns, ne? Merkt euch das. Haben die wenigstens einen Discord? Vielleicht kann ich mich ja da beschweren gehen. Jo, wie kann ich dir zu weit helfen? Oder ich wollte for real mich bei der Polizei bewerben, ja? Ja. Und dann hat er mich im Air Duty weggecarried. Ja. Gezwungen, meinen Stimmfahrzerre auszumachen. Nur, um mich dann für 30 Minuten ins Admin-Jail zu packen. Weil ich gefragt habe, warum. Das steht nicht im Regelwerk. Äh, ich weiß nicht, von wem das gemacht wurde. Du sagst eher ein kleineres Kind oder ein älterer? Kleiner. So 14 vielleicht oder 15. Ja, warte mal. Ich hol dir mal Support. Ey, Gustav! Schwing dein Arsch in den Support! So, Jungs, hier geht dann mal alle raus jetzt. Okay. Ey, du hast hier den Support, komm doch nicht hin in den Air Duty! Mein Gott! Ah, hier ist er. So, ähm, Gustav, hast du grad wen ins Admin-Jail gepackt und gesagt, ja, Stimmfahrzerre ausmachen? Ja, er hatte ja keinen Cisco-Stimmfahrzerre, er hatte so einen richtig dummen Stimmfahrzerre. Na und? Steht das im Regelwerk, dass man keinen Stimmfahrzerrer nutzen darf? Ähm, Stimmfahrzerre stören das IP und ich meine sogar, das steht im Regelwerk. Ne, steht tatsächlich nicht dran. Kannst du nochmal gucken. Ich bin ja grad in der IP-Situation, kann ich damit irgendwie raushalten? Äh, ne. Dafür, dass du in der IP-Situation warst, hast du aber ganz schön mich eben weggetragen und mit mir in eine Diskussion geführt. Du weißt, dass unnötig Admin-Jail dann zu stecken, Teamwonness? Das wäre nicht unnötig. Klar war das unnötig. Was war denn daran unnötig? Na, du wolltest mich zwingen, diesen Verzerrer auszumachen. Ich hab gesagt, nö, steht nicht im Regelwerk. Und du so, nö, wenn ich dir das sage, machst du das? Ja, richtig. Ich kenn keinen Server, bei dem ist erlaubt. Und ich glaub auch nicht, dass hier erlaubt ist. Was heißt denn, du glaubst, kennst du das eigene Regelwerk nicht? Ja, tut mir leid, dass die Fehlentscheidung waren. Also, ich hab hier mehrere Beschwerden gegen dich erhalten und so. Deswegen sollte ich dich ja entlassen ziehen. Silas wollte mir vor 10 Minuten einen Upgrade geben. Ich glaub, es reicht, Gustav. Hier ist vorbei für dich. Wir wissen alle, dass du hier jetzt lügst. Nein, holt Silas rein. Bitte, nein, ich schaffe mir mein Auto. Also, ich muss dich leider aus dem Team kicken, ne? Na, Bruder, hol doch bitte Silas, ja? Ne, ne, ich hol nicht Silas. Es muss ja keiner dabei sein, ich kann es ja auch machen. Finde ich unnötig, aber... Ja, du hättest mich auch einfach nicht in den Admin-Gel packen können, so unnötig. Das war halt einfach gegen das Regelwerk und Ausnutzen von Rechten. Gustav, ich komm auf jeden Fall am späteren Abend nochmal auf dich zu, ja? Ja, ich werd wahrscheinlich nicht mehr so lange da bleiben. Ich schreibe Vokabeltest 20 Minuten. Okay, dann beend mal den Satz-He-Shit. Ich schreibe Latein-Vokabeltest. Na, trotzdem müssen Englischkenntnisse aussetzen, ne? Also, hörst du uns eigentlich zu, wenn wir hier mit dir reden? Na, klar. Ne, ich glaub, das Gespräch macht mit dir einfach keinen Sinn mehr. Ich wünsch dir noch was. Schöner, toller RP-Server, ja, wunderbar, toller RP-Server hier. Ist dat wieder mal toll hier. Tolles RP. Ernsthaft? Geil. Ah, es war ein Medic. Nevermind. Der hilft mir hoch. Aber ich weiß schon, was er nicht abgeschlossen hat. Ah, aua. Nehmen Sie mal ein Stückchen mit Rübo. Was erlauben Sie sich, mich einfach anzufahren? Was erlauben Sie sich, einfach auf der Straße zu laufen? Oder lassen Sie dies bitte? Aber ich hab Schmerzen. Können Sie mich bitte untersuchen? Dann bleiben Sie mal ruhig stehen. Warum haben Sie denn noch Schmerzen? An meinem Bein. An meinem Bein. Ich guck mir das mal an. Dann machen wir das halt anders. Das ist mir auch egal. Dann hol ich hier das PD dazu. Nein, bitte nicht das PD. Wegen sexueller Belästigung. Nein, nein, nein. Bitte nicht das PD. Officer, dieser Mann hat mich belästigt. Ich würde die Person bitte anzeigen wegen sexueller Belästigung. Und versuch die Leute. Schnellbleiben. Ah, der hat geschossen. Oh, ah. Ah, mir geht's gut. Wie geht's gut? Ey, die schießt aus dem Auto. Ja, ja. Stehenbleiben. Hey, hey. Sie schießen mich fast tot. Das geht nicht. Aussteigen. Ich bin verletzt. Ich kann nicht aussteigen. Helfen Sie mir. Dann helfe ich Ihnen beim Aussteigen. Einmal stehenbleiben. Oh. Sie machen es sich doch schwieriger. Dieser Mann hat mich begrapscht. Welcher Mann? Dieser Mediziner, der wollte mich begrapschen. Das glaube ich eher weniger, dass er Sie begrapschen wollte. Na, fragen Sie ihn doch. Haben Sie denn er begrapscht? Ich wollte eine normale Routinekontrolle durchführen. Dann meinte er vor mir zu tanzen. Dann hat er gemeint, vor mir zu tanzen. Warum sollte ich denn tanzen? Sind Sie irgendwie auf den Kopf gefallen oder so? Ich glaube, das sind Sie. Ich glaube, das klingt nach einer Einweisung fast. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie ekelhafter. Der Herr, Sie können jetzt selber entscheiden, was wir mit ihm machen. Entweder Sie entschuldigen sich bei diesem Herren. Ich würde gerne Anzeige schreiben. Eine Anzeige? Auf welchem Grund denn? Sexuelle Belästigung, weil er mich angefasst hat. Gut, dann mache ich das anhand dieser Stelle eine Gegeneinzeige. Wegen sexueller Belästigung und Falschaussage. Ja, dann mache ich noch eine Anzeige. Wegen sexueller Belästigung, Falschaussage und Lügen. Und Falschaussage. Und sexuelle Belästigung und Falschaussage. Ich habe Kopfschmerzen von dem. Mein Fahrzeug hat das Ganze auch aufgezeichnet. Ich habe von der Dichkamp drin. Sie sind vorläufig festgenommen. Später. Ah, super. Zum Glück sind hier ja noch so viele Leute da, ne? Ich kann zehn Minuten lang nicht rennen. Wenn man verwundet ist, kann man nicht rennen. Wenn man kampfunfähig ist, kann man nicht rennen. What? Ich gehe jetzt zu Fuß zum Würfelpark. Was ein unbeschreiblich toller Server das wohl sein muss. Ich muss mal kurz was überprüfen, ja? Oh nein. Oh nein. Bitte. Oh nein. Bitte nicht. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Wer macht das? Fahrzeuge. 21 Euro, 30 Euro, 42, 76, 70, 102 Euro Pakete? Oh mein Gott, Bro. Macht das nicht. Gebt kein Geld aus. Auf gar keinen Fall Geld ausgeben für GTA-RP-Server. Ach du Scheiße. Fraktionsautos. Extras? Battle Pass Premium? Gebt auf gar keinen Fall Geld für 5M-Server aus. Oder generell für GTA-RP-Server. Hey. Hallo. Hallo. Ich bin verletzt. Können Sie mich mitnehmen? Soll ich sie fahren? Wann soll ich sie fahren? Na, zu einem Krankenhaus. Ich muss verarztet werden. Ich bin verletzt. Hallo, Officer. Können Sie mich bitte verarzten? Ach so. Wir sind keine Officers. Können Sie mich bitte kurz heilen, Officer? Wir sind immer noch keine Officers. Na doch. Sie haben doch hier so eine Weste an. Ich glaube, wir sind Mediziner und keine Officer. Können Sie mich kurz heilen, bitte? Nehmen Sie mich nicht böse. Wagen Sie bitte ihn. Ich mache es bei Ihnen bestimmt nicht nochmal. Hä? Wir haben uns noch nie gesehen. Was ist Ihr Problem? Kennen Sie mich? Kenn ich Sie? Sie kommen mir ziemlich bekannt vor. Sagen wir es mal so. Warum? Ach, ist ja gar nicht. Ach, danke für die Heilung. Dann machen wir das wieder anders. Ne, ne. Sie machen hier gar nichts mehr. So, und zwar holen Sie uns jetzt gerade. Ne, ich drohe Ihnen gar nicht. Vorweg. Darf ich bitte fahren, Bruder? Bitte, bitte. Bitte, lass mich fahren. Einmal nur. Ja, okay. Ach, können Sie mich bitte heilen? Bitte heilen Sie mich. Bitte können Sie mich einmal heilen. Bitte. Leute, Officer, 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 wir haben hier ein kleines Problem. Okay, ich ergeb mich. Sie haben gewonnen. Sollen wir das Fahrzeug einsteigern? Ne, auf gar keinen Fall. Ich habe eine Idee. Hallo, bleib stehen. Ist das dein Auto? Hallo, ne? Ist das dein Auto? Hey, wieso hast du mich ins Iglo gesteckt? Wie bitte? Wie hast du mich ins Iglo gesteckt? Das habe ich dir getan. Sorry, das wollte ich nicht. Wollen wir als Entschädigung zusammen einen Ladenraub machen? Ja, komm, das machen wir. Habt ihr alle Waffen? Ja. Äh, ja, war das? Startest du? Startest du den Raub? Ich warte genau hier hinter diesem Tresen. Geht das hier vielleicht gar nicht? Warte mal. Ach, das geht hier gar nicht. Oh, doch, das geht hier. Du brauchst einen Dietrich. Ich brauch einen Dietrich. Hast du keinen? Ne. Wie ist deine Nummer? 43. Komm, geh, knack den Safe. Ich darf das nicht. Komm. Wir kommen sonst in der Ausreise. Knack den Safe. Aber ich will kommen in der Ausreise. Knack den Safe. Okay, tut mir leid. Nur wenn du mir eine Waffe an den Kopf hältst. Okay, jetzt muss ich dir. Tut mir leid. Wird der Alarm ausgelöst, wenn der junge Mann hier den Safe knackt, bestimmt. Ja, jetzt. Sag, wenn er ausgelöst wird. Wie mache ich das denn? Das Loch stecken. Oh, ja. Mach jetzt die Scheiße auf. Ich mach auf. Ist auch ein bisschen länger. Ah, da ist die Polizei ja. Hallo, was ist los? Ein paar Sekunden später. Ich hab nix dabei. Der hat mir eine ADW, eine Pistole. Der hat Waffen dabei. Der hat mir eine Waffe an den Kopf gehalten. Der hat Waffen dabei? Nö. Nein, ich hab keine Waffen dabei. 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 Ich hab dir nix zugesteckt. Ich bin Officer. So, hier ist unser Shop. Hier machen wir Überfall. Warte, ich parke andersrum. Ich parke so rum. Hey, Geisel, Hände hoch. Wir bedrohen dein Leben. Nach hinten. So. Hey, nach hinten. Noch eine Geisel. Ausziehen, ausziehen. Hast du Bananen dabei? Ich hab Brot. Wie Brot? Auf dem Boden mit dir. Warum seht ihr beide gleich aus? Ich glaube, du musst dir mal ins Gesicht kacken. Leg dich auf den Boden. Hinlegen. Kopf zu mir. Ich schaufel die Scheiße aus dem Arsch auf den Druck. Oh, Junge, das ist so ein Bild für die Götter. Entschuldigung, wir sind hier gerade schwer beschäftigt. Ach, scheiße. Ja, Gorilla Gang. Habt ihr Bananen? Habt ihr Bananen? Besorgen sie uns Bananen. Dann kriegen sie eine Geisel. Wie viele Bananen brauchen sie denn? Drei Bananen. Drei Bananen? Bisschen viel. Wie viele Geisel haben sie denn? Zwei. Zwei. Für eine Geisel drei Bananen? Ja. Nö, ich möchte erst mal eine Banane sehen. Ich möchte natürlich auch wissen, ob die noch am Leben sind, weil sonst gibt es keine Bananen. Wenn sie jetzt die Geisel sehen, dann wird die Geisel vor ihren Augen geschändet. Was wird die? Ich hole eine Geisel, mach dich bereit. Ihr wollt das noch anders. Einer nach vorne, einer nach vorne. Komm, komm. Die Geisel wird jetzt vor ihren Augen geschändet, die erste. Vor ihnen legen. Los, vor ihnen legen. Nein, sie sind nicht auf unsere erste Forderung eingegangen. Sie sollten die ja nicht auf den Kacken geschehen. So, wieder nach hinten. Los. Jetzt noch vor. Ich hole die Bananen mal, ne? Wir hatten die Bananen dabei. Hey, hey, hey. Hey. Was soll das? Hey, die schießen. Die schießen, die schießen mit Bananenpistolen. Nein, 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 nein. Stopp, eine Geisel muss sterben. Stopp, Geisel. Nein, Geisel. Ey, die machen Gorilla wirklich jetzt ein anderes. Hallo, die Geisel ist einfach rausgerannt. Das geht doch nicht. Ey, die Geisel ist raus. Geisel. Die Geisel. Dann müssen wir uns noch eine nehmen. Hier, ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Ich hab eine neue. Habt ihr jetzt Bananen oder nicht? Ich hab eine Bananen. Jetzt gib mir mal die drei Mal ein Bananen. Ja, warte, du kriegst ja eine Banane. Hier, vielleicht verstehst du sie an der Sprache. Warte mal. Was denn? Wie viel wolltest du haben? Drei. Ja, warte mal. Vielleicht verstehst du sie ja so, du Depp. Hier, Bitsch. Nimm deine Bananen. Sag mal, ein bisschen ekelhaft. Hier, nimm deine Bananen. Ne, ne, ne. Guck mal. Komm mal rein. Guck mal. Siehst du? Komm mal rein. 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 Nimm mal deine Lunt. Nimm mal deine Lunt. Hier ist von meiner Fresse weg. Komm mal rein. Komm mal rein. Komm mal rein. Wir zeigen dir, was Bananen sind. Komm. Komm. Hey. Hey. Da muss ich mich kurz mit meinem Kollegen besprechen wir müssen uns kurz beraten gehen Wollen sie sich mit unterhalten kommen sie ja wir diskutieren zusammen kommen sie Ja wir wollen gehen wir gehen wir gehen der Motor ist kaputt Die kommen jetzt die scheppern scheppern ist doch gut jetzt reicht doch hallo es reicht doch genug schnipp ich will doch einfach nur hier weg man was sollen das wo ist unser auto Ja ich nicht ich habe nur ein Okay weg hier 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 komm rein oh mein gott guck dir diese straße an Ah warte da lebt noch einer was kommt davon wenn ihr euch mit den Gorillas anlegt Halten sie an halten sie sofort an warten sie bitte würden sie bitte aufhören damit Gehen sie weg der ich mag so ein verhalten nicht ich mag ihr verhalten nicht ihr Gambo verhalten Das war nicht ich ich hab ihn ich hab ihn können wir jetzt bitte einfach gehen Ja lass gehen ich wollte doch nur normalen Überfall machen Ich wollte auch nur einen Überfall machen warum ist das so eskaliert Junge das ist doch Ich wollte nur einen Überfall machen ey Das ganze PD wurde massakriert Moin was geht ab hallo Ja nee ich muss gleich kurz sein Auto äh Ist das ihre Freundin wer redet denn mit dir Also geht ein bisschen netter hier ne So Nummer 1 Achso Wow du darfst jetzt mal bitte den Abgang hier vom Hof machen Tschüssi Koffi Neff von dir lass ich mir doch gar nichts sagen Sei mal nicht so unhöflich hier jetzt Benni magst du bitte mal einmal rauskommen es gibt hier jemanden der gerne den Hof verlassen möchten Warum soll ich den Hof verlassen ich bin hier gekommen zum Tune Ja aber du bist unfreundlich Aber Männer die Frauen diskriminierend sind werden hier leider nicht Wer hat sie denn diskriminiert Entschuldigung ich hab das Ja sie ist frech geworden Nein bin ich frech geworden? Ja das stimmt doch gar nicht Hä ich bin hergekommen Ich bin hergekommen Was soll denn das Ist ok ich geh zum anderen Tuner Oh no no Oh ist ja gut Ist ja gut Ich wollte mich grad ergeben Ich ab hier Ahja na super Unlucky Das war sogar ein Admin Benni hat mich gebannt Das war sogar der der mich dann umgeknallt hat Nachdem ich seine Frau geklatscht hab Benni magst du bitte mal einmal rauskommen Es gibt hier jemanden der gerne den Hof verlassen möchte Oh oh da hinten auf dem Schiff oder was? Ja ja Stürmt ihr jetzt das Boot oder was? Ja ja das Golf Hallo ihr spricht das LSPD Bitte ergeben sie sich sofort Ergeben sie sich bitte Bitte ne Oh 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 Leute Leute Ergebt euch bitte nicht schießen Ergebt euch Ergeben sie sich bitte Es müssen nicht noch mehr Leute sterben Ergeben sie euch Ich hasse Kinder Oh nein jetzt hab ich ihn getroffen Ne er lebt noch Könnten sie sich bitte einfach ergeben Hallo Hallo Guter Mann Ich würde ihnen wirklich raten das nicht zu tun Ergeben sie sich einfach Hände hoch und runter vom Boot Der will nicht mit mir reden Der ist in kooperativ Sorry Jungs Ich muss das so klären Ist er tot? Jungs ich hab ihn erwischt Er liegt unten Er liegt unten Unten Ist das ein feindlicher Helikopter? Ein feindlicher Helikopter Ich kümmere mich drum Ich bin Iron Man Oh der brennt ja schon Achtung Achtung Hier spricht das LSPD und Iron Man Halten sie sofort den Helikopter an Sir halten sie bitte den Helikopter an Sofort Warum wollen die nicht mit mir reden? Sir Sorry für die Umstände Aber ähm sie sind leider verhaftet Und den Helikopter brauchen sie auch nicht mehr Oh Entschuldigung Ich wollte eigentlich den Helikopter wegkicken Genau so Ich ergebe mich Alles klar Dann werde ich sie jetzt mitnehmen Hier ist einer Hier hier Wo sind denn die anderen Übeltäter? Wo sind die anderen? Wollen wir den Santiago exekutieren? Ja Wenn sie wollen Ja Ja dann müsst ihr aber weg von dem Auto Und zwar ganz weit Alle weg von dem Auto Ganz weit weg Kommt hier rüber Kommt hier rüber Das wird sehr schmerzhaft Das wird sehr sehr schmerzhaft Gehen sie weg von mir Sie sterben sonst Oh Da liegt die Ratte Steig mal bitte in den Kofferraum ein Wenn du mir die Hand schüttelst Mach ich das Alles klar Sonst geh ich einfach Steig ein jetzt Steig mal aus Das geht nicht Nein ich schon wieder Ich bring dich woanders hin Da bist du sicher Vertrau mir Hier ist mein Privatparkplatz Aber wir sind nicht bei einer Mafia oder so oder? Tschö So dann holen wir mal ein neues Auto Ui ui Und ich weiß auch schon wo ich mein nächstes Opfer finde Es wird nicht lang dauern Ein paar Sekunden später War das los? Kann ich irgendwie helfen? Ja voll Kannst du bei mir mal kurz der Strecke markieren? Äh wenn du kurz in den Kofferraum gehst dann ja Warte ich mal rauf Gucken ob das geht Ja weil eigentlich sitzt du hinten weißt du Ja wenn du in den Kofferraum gehst Ich will nur sehen ob du hinten oder vorne bist Wenn ich fragen darf wie heißen sie Mach mal Wenn ich fragen darf wie heißen sie Steig mal ein Hallo Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag Können Sie kurz warten? Hilfe Hilfe Hallo Hilfe Hilfe Ich bin im Kofferraum Weil er wickt das Auto Hilfe Ein Auto habe ich noch Wie viele Autos kann man eigentlich ausparken gleichzeitig? Das würde mich mal interessieren Das ist so eine geile Driftkarre hier Boah das ist einfach ein Driftauto Ich liebe es So eine geile Schleuder Zwölf Sekunden später Oh moin Kollege Kann ich dich irgendwo hin mitnehmen? Ne 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 Sicher? Oh sorry Aua Entschuldigung Digga was willst du jetzt für meine Ehe? Soll ich dich irgendwo hin mitnehmen? Komm steig mal ein hier Warte Hier steig ein Nein Digga Ja dann gegen Kofferraum wenigstens Meine Güte Aber Kofferraum Wenn du zumachst Ist ehrenlos Ich lass auf Nein ich lass auf Digga Alles cool Ja Digga Oder Digga Boah was ist das jetzt Digga Digga Komm lass mich los Was ist das überhaupt für ein scheiß Tag Digga Ah ja Ich hätte mich noch zum Bock Du Digga Kannst du noch reden Bis du behindert? Oh Gott Digga Futsu Nicht Digga Mach keinen Miesen Digga Was ist das? Hilfe Hilfe Nein Digga Hilfe 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 Was ist das Digga Was ist das? Oder nein Was ist das mit ihm Digga Oder nein Darauf hab ich jetzt gar keinen Bock Digga Komm mach keine Ehrenlosen Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag Nein 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 Tschüss Nein 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 Hallo Können Sie mir helfen bitte Mach mich hier raus Mach mich hier raus Mach mich hier Ich kann das nicht Halt mal deine Fresse Digga Du kleines Kind Was will ich jetzt mal hier raus Digga Alter Es geht doch einfach nur so Digga Oh mein Gott Oh das war wieder mal eine sehr einfache Arbeit Vielen Dank Kollegen Nein 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 Nicht finishen Ich nehm den mit Nein Ey was soll das Ey nehm die Handschellen ab Jungs Ne 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 Oh mein Gott Sie befreien sie die ganze Zeit Das ist eine gefangene Frau Das ist eine gefangene Fabilerin Die muss sich gefangen nehmen Die Frau muss ins Gefängnis Die wird gesucht Könnt ihr die bitte festnehmen Sag ich doch Sie wird gesucht Ich hab sie Ich hab sie Ich hab sie Ich hab sie Kendra Weiss So Kendra Weiss Sie haben sich meinen Befehl widersetzt Und die Person totgeschossen Das geht so natürlich nicht Jetzt ist sie still Sie macht das Verweigerungsspiel Ich verstehe schon Jaja Ich muss meinen Ingame Namen ändern Die hat nämlich gelesen Dass sich Franzisko Winkler heißt Und wusste sofort was los ist Fallen die Leute eigentlich auch hier um Wenn die gefesselt im Wasser sind Ne Die kann tatsächlich schwimmen Komm ich lass sie wieder laufen So kann ich jetzt gehen Nein Sind sie fertig mit ihren Fesselspielchen Nein Hat Spaß gemacht mir die ganzen Waffen wegzunehmen Auch meine Heavy Snipes Ich war gerade was beim Überprüfen Yo ich war gar nicht mal da Findest du es cool Findest du es cool Ey ich war gerade außerhalb meines Kopfes Gefällt es dir in Handschellen zu sein Soll ich auch mal mit dir ein bisschen in Handschellen rumlaufen Bro ich war rausgetappt Mit Kopfschmerzen kriegst du und so einen Scheiß Soll ich das auch mal mit dir machen Ich war rausgetappt Wenn du schon hier bist Er macht doch was anständiges hier Und nicht so einen Scheiß Was hat die für Probleme So langsam langweilig Immer die gleiche Scheiße zu machen oder nicht Geht sie noch gut Kann man ihnen helfen oder Mir geht es bestens Ja super Dann nehme ich sie einfach wieder in Gewahrsam Digga die ist richtig Richtig lost ey Oh die ist fast Das darf ich nicht durchgehen lassen Ich glaube ich nehme dich jetzt einfach mit Du bist jetzt mein Hund an der Leine Ja mach das mal Mach das mal Komm Hier rüber Wuff wuff Hier rüber Ich frage mich Was wohl passieren würde Wenn ich die jetzt ins Gefängnis bringe Und versuche Irgendeinem anderen Gefängniswärter zu verklickern Dass die gesucht wird Und dass die wirklich ins Gefängnis gehört Dass aber jemand anderes die inhaftiert Damit ich sie nicht inhaftieren muss Die weiß ganz genau wer ich bin Deswegen redet die auch so offen nicht mit mir Außer die hat halt irgendwie die Überhand Und ich bin dann gefesselt plötzlich Und dann Ja gefällt dir das Gefällt dir das Macht's Spaß Macht's Spaß Die ist richtig sauer Die kocht vor Wut Die Dame dort vorne in meinem Auto Die hat ein Verbrechen begangen Und die müsste mit drei Wanteds inhaftiert werden Könnten sie das für mich tun? Dann müssen wir jetzt eigentlich die Fitko dazu rufen Ja dann rufen wir die dazu Die Fitko Ja die Fitko kommt gleich Wer auch immer das sein soll Und kümmert sich um das Korruptionsproblem Ja das ist mir scheißegal Digga Harald ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst Harald? Die Frau die kocht schon vor Wut Kann man sie eigentlich auch irgendwie noch zum Staubsaugen vor Wut bringen oder? Hast du sie jetzt wirklich entführt? Ne ich hab sie festgenommen Könnten sie der Frau Weiß gerade ihre Rechte vorlesen? Was ich getan hab Ich hab den ja wirklich gleich die Fresse poliert So sieht sie nämlich aus Warum polieren sie den Kollegen einfach die Fresse? Das muss daran liegen Aber es ist ja keine Entschuldigung Können sie der Frau Weiß einmal ihre Rechte vorlesen bitte? Josef? Äh sie hat sie aber nicht Also sie hat das Recht zu schweigen Aber dann war es das auch einfach wieder Ah Ah Ich fühl nicht Jo Meister was kann ich für dich tun? Jo Meister ich wollte mein Auto bisschen tunen Dann müsstest du einmal aussteigen Und neben Beifahrersitz Platz nehmen Ja ich fahr rein Lassen sie mich rein Machen sie auf Du kannst nicht rein fahren Ich muss rein fahren Ich kann auch rein fahren Kommen sie Ich kann fahren Ne du kannst dich nehmen Am Beifahrersitz kannst du sitzen Ich fahr rein Ich tunen Du sagst mir was du haben möchtest Und dann können wir tunen Das ist ein hochwertiges Stück Wie sie sehen können Lassen sie mich mein Fahrzeug in die Garage fahren Und dann tunen sie Wo liegt das Problem? Ne Wir haben hier Gesetze Wir haben unsere eigenen Gesetze Es fährt keiner rein Weil es so Probleme gab Sie sind ein jämmerlicher Mitarbeiter Von Stomm Motors Spüren was Ich bin der Geschäftsführer Der Laden gehört mir Sie sind ein jämmerlicher Geschäftsführer Wenn sie mich nicht reinfahren lassen Okay Kann ja für sie so sein Wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht Weil Leute meinten Die müssten da drinnen driften Und was weiß ich machen Ich verspreche ihnen Ich drifte nicht Ich fahre auf einen Tuningplatz Und dann tunen sie Kein Problem Lassen sie mich fahren Ausnahmsweise Sie fahren bitte da rechts Auf den ersten Platz Schlechte Erfahrungen damit gemacht Leute meinten Die müssten da drinnen driften Digga So lächerlich Erster Platz sagten sie Steigen sie mal aus Erster Platz sagten sie doch Oder? Ja Sie müssen aber trotzdem aussteigen Sie können ja nicht tun Ja selbstverständlich Machen sie das So Meister Wir hatten doch gerade eben gesagt Dass sie direkt hier reinfahren oder? Bin ich doch Was sollten dann die Faxen gerade eben Was sollten die Faxen da drüben? Ja entschuldigung Kommt nicht nochmal vor okay Ich wollte ein bisschen lustig sein Tut mir leid Ja aber das sind jetzt wieder Kosten Wo hier meine Mitarbeiter jetzt Da putzen müssen Deswegen hatten wir gesagt Ich fahre rein Aber naja Was wollen sie denn haben überhaupt? Oder wie viel Geld haben sie überhaupt? 20.000 Was möchten sie machen lassen? Die Reifen bitte Moment Bruder Ja Übernimm mal bitte den Herrn Ja Azubi Ja Lern mal hier dazu Und lern mal ein bisschen was Kannst du mir mal neue Reifen draufziehen? Neue Reifen draufziehen bitte Reifen Sie müssen jetzt nur Ziehen sie mir neue Reifen drauf Mehr will ich nicht Reifen Ihr Angestellter driftet Ja ich seh's Wer hockt jetzt im Auto? Ja Ihr Angestellter Einen Moment Ich klär das Äh Bruder Bruder Ja Der Herr möchte Vier neue Reifen haben Ohne Felge oder mit Felgen Ohne Nur Reifen neu bitte Die sind ein bisschen abgefahren Also nur Reifen Ja Reifen Hören Sie mal Ist Ihr Angestellter auf den Kopf gefallen? Ne Er lernt noch gerade Geben Sie ein paar Minuten Verstehe Einen Moment bitte Wo mach ich da überhaupt Reifen? So Welcher Reifen-Typ soll das sein? Einfach neue Reifen Die sind abgefahren Neue Reifen bitte Wir brauchen nur Vier neue Sommerreifen Mehr nicht Nimm das Auto Und fahrs mal nach hinten Zu der Reifenabteilung Und zieh mal neue Reifen drauf Ich werd hier gleich Ganz ungemütlich Hier ist keine Reifenabteilung Sie können ruhig einsteigen Dann können sie mitfahren So Er zieht jetzt neue Reifen drauf Kann ich ihm so lange Was zum Trinken anbieten Der Herr Ich hätt gern einen Spermasaft So was haben wir hier nicht Ähm Bruder Hier kann man aber nichts machen Er kann gar nichts Steigen Sie mal aus Ich zeig Ihnen wie das geht Dann muss der Kunde hier alles selber machen Ist ja peinlich Raus aus meiner Karre Gehen Sie mal weg Raus aus meiner Karre Ich will hier nicht sein Ich mach das Raus Ich will woanders hin Steigen Sie aus Sie sind ja zu nix fähig hier Äh Hallo Was macht der Michael macht Foto vom Kennzeichen Das ist ein Mietauto Bruder, hoffen wir die Kops Ähm Hallo Ich bräuchte jemanden In der 9110 Da fährt die ganze Zeit ein Aber wenn es in der Werkstatt rum Die Reifenspuren die ganze Zeit hinterlassen Sie sollen sich mal beeilen Alter Für was haben wir die Der fährt uns hier um Alles klar Oh mein Gott Sie haben abgeschlossen Nein Nein Sie haben abgeschlossen Oh das ist überhaupt nicht gut Das ist überhaupt nicht gut Ein paar Sekunden später Vielleicht hab ich ja Glück Und ich komm da wieder raus Oh nein Ich hab kein Glück Oh nein So der Jetzt haben wir ein Problem Ja jetzt haben wir ein Problem Jetzt haben wir ein ganz großes Problem Officer Officer Gut dass sie da sind Die Herrschaften wollten mein Auto klauen Und haben mich dann eingesperrt Ich wollte nur neue Reifen Also wer ist denn jetzt hier alles gerade Wer ist denn Wem gehört denn das Grundstück hier Mir ist Ich bin der Geschäftsführer Und Sie möchten die Person nicht hier auf dem Grundstück haben Ich würde gerne Anzeige machen Ich würde auch gerne Anzeige machen Sie können gleich das Wort haben Aber lassen Sie Einen Moment Lassen Sie doch erstmal den Herrn sprechen Er wollte Ihren Tuning mal haben Also die wollten mein Auto klauen Okay Kollege Nimm ihn mal mit bitte Gerne doch Gerne Das ist eine Frechheit Ich wollte neue Reifen haben Und dann fängt der Mitarbeiter Können Sie mal leiser reden Also ich wollte neue Reifen haben Meine Ewigkeit später Dann müssen wir mal die Anklage von dem anderen Herrn hören Hört sich schon so an Dass sie einfach Auto klauen wollten Die wollten mein Auto klauen Ich komm gerade frisch vom Flughafen Das ist mein Mietauto Ja okay Dann muss ich mal das mit meinen Kollegen reden Dann komm ich gleich zu Ihnen Okay Einen Moment Aber es sieht folgendermaßen so aus Egal was jetzt hier rauskommt Der Eigentümer hat das Hausrecht Und wenn er sagt Sie sollen hier runter Dann sollen sie hier runter Und dann können sie aber natürlich Ihre Anzeige auch noch bei uns stellen Als Geschädigter Wie auch immer Und das ist natürlich genauso für Sie Den Eigentümer Für Sie besteht da dasselbe Recht Sie sollen mir einfach nur den Sachschaden da bezahlen Welchen Sachschaden Ja für den Boden Sie haben meine Mitarbeiter umgefahren Wann soll ich das gemacht haben Ja Azubi ist mit meinem Auto gefahren Ich hab also Ich hab alles auf Video Was denn für ein Video Eine Frechheit was der da behauptet Also ich hol jetzt mein Auto Und dann fahr ich Und ich komm nicht wieder Ja Ich komm bestimmt nicht nochmal In diesen Saftladen So sie bleiben draußen Ich hol ihr Auto Sie holen gar nichts Hallo Das ist mein Auto Ja steigen sie mal aus Sie haben gesagt Ah man aussteigen Wie bitte? Aussteigen So wer hat jetzt hier wehen geschlagen Der komische Azubi da Hat mich geschlagen Ich hab gar nichts gemacht Und dann hat er mich von hinten Ich nehm jetzt einfach mein Auto Und will in die Stadt fahren Naja aber hier sind ja mehrere Zeugen Das ist ja jetzt hier kein Aussage gegen Aussageverfahren mehr Auch mein Kollege hat's gesehen Dann steht es immer noch Aussage gegen Aussage Richtig Das haben sie gut erkannt Ja aber natürlich Aber dann Natürlich Aber dann würde trotzdem Dann wissen sie ganz genau Weil wir hier haben Hier kein Gericht Dann Wie es gibt hier kein Gericht Also es gibt hier noch kein Gericht Ja Der Gericht sind wir Ah Und es gibt keine Beweispflicht Oder Nachweispflicht Nein Keine Umschlussvermutung Aussage gegen Aussage Und dann wird einfach dem geglaubt Der zuerst sagt Er war's Super Super Polizeiarbeit Ich hab nur gesagt Dass es kein Gericht gibt Und es würde dann irgendjemand Aus der höheren Etage Wahrscheinlich Wahrscheinlich Leitungsebene Würde das machen Weil bis jetzt hatten wir noch nie so einen Fall Dass jemand wirklich Da Also ich habe niemanden geschlagen Aber mein Kollege hat's doch gerade selber gesagt und gesehen Aussage gegen Aussage Ich hab Kameraaufnahmen Die laufen sogar gerade Wo? Zeigen Sie mir die bitte Ich kann's Weil ich seh hier keine Kamera Regierung Ich seh hier keine Kamera Ich bekomme noch Und Officer Sie sehen ja auch die Spuren hier Was der gemacht hat Also wenn Sie wollen Es geht einfach nur darum Er hat mich geschlagen Das habe ich nicht gemacht Ich habe Ihnen doch gesagt Sie haben Hausverbot Ich hole Ihr Auto Ich stelle es draußen ab Nein Sie steigen nicht mehr in mein Auto Sie setzen Ihren dreckigen Mechaniker Ölarsch Nicht mehr auf den Fahrersitz Ich schicke Ihnen das dann gleich zu Dann haben Sie es Okay Und dann will ich auch Mit dem Herrn auch nichts mehr zu tun haben Ja ich auch nicht Sie haben da ein Hausverbot So ein dreckiger Drecksladen Aber warte mal Warte mal Wir haben komplett was vergessen Hey von euch beiden die Ausweise Ich würde Ihnen sehr ungern meinen Ausweis geben Kann ich nachvollziehen Ihre personenbezogenen Daten Wenn ich weitere Danke schön Sie möchten meinen Ausweis nicht haben Vertrauen Sie mir Doch den möchte ich gerne haben Vertrauen Sie mir Sie wollen den Ausweis nicht haben Ich möchte den Ausweis haben Oh man Ich seh den Bann schon vor mir Machen Sie es noch nicht Komplizierter ist Kriege ich jetzt noch den Ausweis oder Ich würde Ihnen meinen Ausweis geben Wenn dieser Server nicht so schlecht wäre Dass wenn man F5 drückt Sich zwei Menüs öffnen Es öffnet sich das Personalmenü Und das Emote Menü Ich glaube er hat einen Anfall Also so sieht es kein Anfall aus Ja also ich kann Ihnen meinen Ausweis Tatsächlich nicht geben Warum? Finger 5 Ja genau das ist das Problem Der Finger 5 Was haben Sie eigentlich für schöne Schuhe an? Die wollte ich auch gerade ändern Leider wurde ich aufgehalten Von diesen Pappnasen da hinten Ich würde gerne auch noch eine Anzeige Wegen Beleidigung noch hinhauen Wer hat Ihnen erlaubt sich in mein Auto zu setzen? Steigen Sie sofort aus Unglaublich Unglaublich sowas Ne Vor allem ich bekomme einen Warn Dass ich meine Schuhe ändern soll Währenddessen ich nicht mal da weg darf Ich wollte die Schuhe ändern Das Einreise Menü Skript hat genauso wenig funktioniert Wie F5 hier funktioniert Um seine Brieftasche zu öffnen Weil sobald man Enter drückt Um irgendwas zu zeigen Wählt man gleichzeitig ein Emote aus Und dann geht das nicht Das Server ist einfach ein 5M Server halt Meine Güte Den Leuten kein vernünftiges Einreise Skript geben Damit die hier ihre Sachen auswählen können Und sich normal und vernünftig anziehen können Nein Lässt die einfach mit einem kaputten Skript rumlaufen Und dann halt Oh Balenciaga Geil Genau so wollte ich auch schon immer mal aussehen Digga Der hat mich gebannt Warum hat er mich denn jetzt gebannt? Ich hab mich doch umgezogen So wie er es wollte Der hat doch gesagt Hier Schuhe ausziehen Hä? Warum? Wieso? Weshalb? Einmal bitte rechts anhalten Der Feuerwehrmann will mich verarschen Herr Feuerwehrmann Wollen Sie uns eigentlich auf den Arm nehmen? Ey Oh mein Gott Warum? Weil ich mach meine Arbeit Hallo Hallo Sie haben mich gerammt Ich mach meine Arbeit Und du Ich weiß Ich mach meine Arbeit Es gibt das Feuer Hier Siehst du nicht? Guter Mann Hören Sie bitte auf mich anzuschreien Okay? Nicht schreien Wo liegt das Problem? Warum haben Sie mich gerammt? Ich hab kein Problem Du stehst in dieser Straße Keine Ahnung was du riecht mit Handy Oder keine Ahnung was du machst Sie haben mich fast umgebracht Guter Mann Ich hab dich nicht gesehen Sorry Ja 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 So was jetzt? Willst du mich in die Knaß nehmen? Nimm sie mit Okay? Ich muss sie leider Zur weiteren Befragung mitnehmen Du mach deine Arbeit Ich mach meine Arbeit Die Scheiße was passiert ist Okay Alles klar Ich nehm sie einmal zur Befragung mit Ja ich weiß Das ist alles klar Ich weiß Das ist alles klar Du stehst in dieser Straße Hast du nicht gehört? Wie bitte? Hast du nichts gehört? Du stehst hier Genau Du stehst zwischen In dieser Straße Wie bitte? Was wie bitte? Was Wie kann ich mit dir reden? Äh Deutsch Du stehst in dieser Straße Ich hab dich gesehen Ja tut mir leid Der Herr Ich muss sie leider mitnehmen Zur weiteren Befragung Zur Klärung des Falls Wenn sie verstehen was ich meine Dann einmal bitte aussteigen Ja? Einmal bitte reinkommen In mein Büro Kann ich nicht Kommen sie bitte einmal rein In mein Büro Ich kann nicht reinkommen Die Tür ist zu Warum nicht? Wo liegt das Problem? Keine Ahnung Die Tür ist zu Mach meine Hand weg Und kann ich reinkommen Komm jetzt bitte einmal rein hier Hast du mich verstanden? Kann ich nicht reinkommen Weil die Tür ist schon zu Und? Die Tür ist durchsichtig der Herr Bei mir ist die Tür schon zu Bei dir ist schon auf Das ist andere Probleme Jetzt haben wir Nee Das einzige Problem was wir haben Ist dass sie vor der Tür stehen Und nicht reinkommen wollen Kommen sie jetzt bitte rein Setzen sie sich Okay komm 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 zu mir Und mach meine Hand Kommen sie bitte einmal rein Du weißt Du weißt Kommen sie bitte rein Ja bitte Setzen sie sich einmal Okay? Nein Kann ich nicht reinkommen Weil die Tür ist schon zu Und alle Leute sehen die Tür zu Und du machst mit mir Spaß Und ich hab keine Zeit für dich Bitte was willst du von mir? Wie warum haben sie keine Zeit für mich? Das ist ein Verbrechen Wir sind hier gerade zur Klärung einer Straftat Weil Guck mal Guck mal meine Klamotten Was Was siehst du? Lumpen Okay Was arbeite ich? Ja bei der Müllabfuhr oder so Okay Willst du Spaß machen? Dann machen wir Spaß Kein Problem Ja aber Ich komme nicht rein Sie sehen aus wie einer von der Müllabfuhr Ich komme nicht rein Sie sehen aus wie jemand der bei der Müllabfuhr arbeitet Willst du Willst du Willst du Mit mir Hier reden Oder nicht Ich komme nicht rein Wenn du willst Kannst du mich reinbringen Selber mit deinen Hand Wie hast du mich rein hier gebringen? Es ist Es ist nicht so schwer Kommen sie bitte einfach rein Gehen sie zwei Schritte nach vorne Kann ich nicht Zwei Schritte vor Kann ich nicht Nicht halbe Schritte Kann ich nicht Sorry Was du willst Kannst du schnell zu machen Schnell Weißt du was schnell ist? Machen sie jetzt kein Heckmeck Kommen sie rein jetzt Mach deine Arbeit schnell Oh Scharmuta Komm jetzt rein Kann ich nicht rein Weil Weil meine Hand ist schon zu Und dass du weißt Selber Schnell Mach deine Arbeit Ich habe keine Zeit vor dich Ich bitte dich Ich rede Ich rede mit dir jetzt mit bitte Noch fünf Minuten Du siehst anders Nee Ich glaube nicht Also wir müssen jetzt hier bleiben Bis diese Straftat geklärt wurde Und dann ist mir das egal Ob wir fünf Minuten warten Oder 50 Minuten warten Sie kommen jetzt hier rein Sie gehen durch diese Tür Sie machen die Tür auf Und kommen hier rein Und setzen ihren ekelhaften Beraten Männer Müllopfu Arsch Auf diesen Sessel Jetzt Die Leute Die Leute schon Silbertut mit Feuer Und du machst meine Zeit fertig Okay kein Problem Ich komme keinem rein Was willst du machen? Können sie jetzt machen? Später? Nein Kommen sie jetzt rein Und du weißt Ich kann nicht reinkommen Dass du weißt Mach diesen Schmutz weg Alter So eine Sch*** hier Geld zu verdienen Verpiss dich mit diesem Opfer Der bleibt liegen Fertig aus Scheißegal Dein Mehrwert für die Bevölkerung Auf und dieses Scheiß Unqualifiziert Wahrscheinlich nix gelernt Außer am PC rum Gammen Alter Also ihr Brünnstange Digga Er soll mal die Eier haben Sich mit einem zu treffen Der wirklich abgefuckt ist von ihm Richtig weckern Digga Das Problem an der ganzen Geschichte ist noch Dass Leute die das Video schauen Dann auch noch lustig finden Ich habe ein R8 gekauft In der Tat